Er hat viele Themen heute auf der Tagesordnung im Bundestag. Ich sehe die Arbeitsplatzerhaltung in Zeiten von Covid-19. Ich sehe die Bundeswehrreformen auf den Tagesordnungspunkten. Ich sehe aber auch die Aktuelle Stunde. Und genau zu diesem Thema eben, wo sind die Grenzen des Anstands, des Miteinanders, des Kooperativen? Die Herzkammer der Demokratie, sagte eben einer im Stück. Gerd, wie wird das heute aufbereitet, Ihrer Einschätzung nach? Ja, da gibt es eine Aktuelle Stunde. Gestern gab es ja viele O-Töne dazu. Große Aufregung hier im Deutschen Parlament über die Vorgänge vorgestern. Provokateure, die sich als Gäste hier Eintritt im Deutschen Bundestag verschaffen. Das ist eine Grenze, die da überschritten wurde. Und der Bundestagspräsident hat es ganz deutlich gemacht. Das will man aufarbeiten, da will man auch strafrechtlich vorgehen. Und das ist ein unangenehmer Vorfall gewesen, der nicht der Erste hier im Deutschen Parlament war. Aber in dieser Form hat es das so noch nicht gegeben. Aber wir haben immer mal wieder Eindringlinge hier, das muss man sagen. Und als Journalist fragt man sich schon, warum wir, die wir seit Jahren einen Hausausweis haben, im Deutschen Bundestag bei den Sicherheitskräften auch bekannt sein dürften, warum wir eigentlich morgens quasi den Gürtel ablegen müssen und durchsucht werden. Jedes Mal, wenn wir hier reingehen und völlig wildfremde Menschen unkontrolliert hier Zugang bekommen und dann auch so agieren, wie sie agieren. Also das muss auch hinterfragt werden, sicherlich. Eigentlich wollen wir über die Bundeswehr sprechen. Die AfD fordert die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Damit ist sie nicht alleine. Dieses Thema kommt ja immer wieder, seitdem 2011 die Wehrpflicht abgeschafft bzw. eingefroren wurde. Darüber wollen wir gleich reden. Und darüber begrüße ich meine Gäste Henning Otte. Er ist der verteidigungspolitische Sprecher der CDU, CSU und Rüdiger Lukassen in der gleichen Funktion für die AfD. Aber, meine Herren, wir müssen natürlich erst über die Vorgänge sprechen, die vorgestern hier im Hause stattgefunden haben. Herr Lukassen, Ihre Fraktion, Fraktionsmitglieder waren da verwickelt. Und Ihr Fraktionschef sagt nun, das waren Gäste von dem einen oder anderen Abgeordneten. Aber für das Verhalten von Gästen kann man ja nichts. Kann man es sich so einfach machen? Also dieses Verhalten, was ja ganz offensichtlich dort am Mittwoch am Rande unserer Debatte über das dritte Bevölkerungsschutzgesetz passierte, sind nicht akzeptabel. Und wenn Sie durch Kollegen meiner Fraktion begünstigt wurden, so kann ich das nicht tolerieren. Und wenn die Kollegen auch noch als Gastgeber fungiert haben, dann haben Sie die Pflicht für Ihre Gäste, Verantwortung zu tragen und auch für das Verhalten einzustehen. Da gibt es für mich überhaupt kein Wenn und Ab. Herr Lukassen, ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Bei der Sitzung am Dienst an der Fraktion wurde über Aktionen gesprochen. Es gab im Internet die Ankündigung, auch nach dem Dienstag, dass man Aktionen durchführen will. Die Mehrheit der Fraktion hat sich dagegen entschieden. Hat allerdings diese Aktion mit dem deutschen Grundgesetz, das man zu Grabe trägt. Wir haben es ja alle gesehen, im Plenarsaal beschlossen, was eigentlich auch verboten ist. Diese ständigen Provokationen, warum machen Sie das? Also es ist richtig, wir haben am Dienstag in unserer Fraktionssitzung sehr ausführlich über Maßnahmen gesprochen, mit denen wir bei diesem wichtigen Gesetz, das hier durch die Regierungskoalition durchgepeitscht werden sollte, Akzente setzen wollte. Dazu gehörte auch diese Plakataktion, richtig. Aber wir waren uns auch darüber im Klaren, dass wir die Grenzen des Parlamentarismus und vor allen Dingen auch der Geschäftsordnung des Bundestages nicht überfreiten wollten. Und wir waren uns darüber im Klaren, in dem Moment, in dem der Bundestagspräsident, wir gingen davon aus, dass es Herr Schäuble wäre und war, die Plakate sofort wieder einrollen wollten. Das haben wir auch getan. Und dagegen steht die Aktion, die ganz offensichtlich einige meiner Kollegen am Mittwoch dann veranstaltet haben. Und die hat das, wenn Sie so wollen, mit einer Aktion, sie ist unsere gute Aktion, Akzente setzen zu wollen, eingerissen worden und nichtig gemacht worden. Herr Otte, wie bewerten Sie die Vorgänge? Es gibt ja einen Brief, den haben viele Parlamentarier unterschrieben. Ich habe mal nachgeguckt, Ihre Unterschrift steht da nicht drunter. Aber wie empfinden Sie die Aktion? Erst einmal, das Infektionsschutzgesetz war notwendig, um der Gefährdung durch Covid-19 zu entgegnen, eine klare Rechtsgrundlage zu schaffen. Das Verhalten der AfD ist nicht zu akzeptieren. Die AfD hat hier das wahre Gesicht gezeigt. Herr Lukasen versucht sich jetzt zu distanzieren. Das geht nicht. Hier sind Parlamentarier bedroht worden. Und mit der albernen Aktion, der Plakataktion, hat die AfD ein weiteres Mal gezeigt, dass sie nicht wirklich interessiert ist an dem Austausch von Argumenten, an der parlamentarischen Debatte, sondern sie verunsichern die Menschen in der Bevölkerung. Sie motivieren zu solchen Straftaten, wie sie hier in Berlin stattgefunden haben. Und sie tragen das jetzt ins Parlament. Hier ist eine Grenze erreicht. Gut, dass wir heute eine Aktuelle Stunde dazu haben. Ja, meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde werden wir gleich am Anfang des Deutschen Bundestages übertragen. Machen wir hier erst mal einen Strich drunter und kommen zur Bundeswehr. Herr Lukasen, Sie legen heute einen Antrag vor, Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das ist ja nicht so neu. Diese Diskussion gibt es immer mal wieder. Unlängst hat die Wehrbeauftragte ebenfalls das Gleiche gefordert, vielleicht aus anderen Motiven. Jedenfalls, warum die Wehrpflicht, wenn man sich die 28 NATO-Staaten mal anschaut, das ist ein Auslaufmodell, nur noch vier NATO-Staaten haben, Wehrpflicht? Naja, Sie können nicht alle NATO-Staaten mit Deutschland vergleichen. Deutschland hat neben den großen Nationen immer eine führende Rolle in der NATO innegehabt. Und die Wehrpflicht ist nicht erst seit 1956, nachdem sie ein Jahr nach Aufstellung der Bundeswehr eingeführt wurde, ein Erfolgsmodell gewesen. Sie hat schon eine über 200 Jahre alte Geschichte in Deutschland. Und die Regierungskoalition, die damalige, hat sich ja 2010, 2011 auch, oder die CDU-Regierung schwergetan mit der Aufgabe der Wehrpflicht. Und im Nachhinein muss man sagen, es war ein Kardinalfehler, den die CDU damals begangen hat und den sie ja auch schon ein paar Jahre später leise bereut hat, als wir nämlich eine andere Bedrohungslage hatten durch die Annexion der Krim, durch die russische Föderation in 2014. Sie schütteln leicht den Kopf. Ihre Haltung dazu ist bekannt. Aber auch in der CDU gibt es immer wieder auffallende Diskussionen. Damals, wenn ich mal daran zurückerinnern darf, haben die Befürworter der Abschaffung der Wehrpflicht gesagt, dann wird alles effizienter und billiger. Das hat sich nicht bewahrheitet. Na doch, wir haben effizientere Strukturen, weil wir für den Einsatz ausbilden und für die Bündnisverteidigung. Wir dürfen nicht in alte Gedankenspiele zurückgreifen, wo es noch Pferde und Pferdewagen gab, sondern wir haben hochmoderne, komplexe Waffensysteme. Und da reicht die Stehzeit eines Wehrpflichtigen nicht aus, um ihn adäquat auszubilden. Wir müssen uns ausrichten auf die modernen sicherheitspolitischen Herausforderungen. Herr Lukas, da sagen Sie jetzt, wir brauchen die Wehrpflicht mit 30.000 Mann, sollen auch nur Männer sein, Frauen können aber auch dienen. Ganz verstanden habe ich das nicht. Das können Sie gleich mal erklären. Und warum 30.000? Also zunächst einmal antwortend auf meinen Kollegen Otte, den ich als ein Verteidigungspolitiker seiner Fraktion kenne, der sich nicht nur für das Wohl der Soldaten, sondern auch für die Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte einsetzt. Ihm sei gesagt, Wehrpflichtige werden natürlich nicht quer durch die Bank eingesetzt. Wir werden keine Wehrpflichtigen auf U-Booten haben oder in einem Kampfflugzeug, sondern dort, wo eben die Manpower gefragt ist, infanteristischen Verbänden zum Beispiel oder in der Logistik. Das ist auf jeden Fall die Voraussetzung. 30.000 ist die Zahl, die wir errechnet haben, um die Aufwuchsfähigkeit der Bundeswehr sicherzustellen. Also um das, was die CDU als Bedrohungsanalyse seit 2014 feststellt, zu begegnen. Denn sie können nur über die Wehrpflicht einen Reservistenkorps schaffen, das sie auch verpflichtend einsetzen können. Und das ist bei einer Veränderung der Bedrohungslage oder Sicherheitslage zwingend erforderlich. Ich nenne eine andere Zahl, 20.000 der Orte, die fehlen nämlich über den Mannschaftsdienst gerade. Die können einfach nicht besetzt werden. Das mag auch daran liegen, dass die Bundeswehr seit Jahren einen wirklich schlechten Neumund in der Öffentlichkeit hat. Man liest von Waffen, die nicht funktionieren, von Unterfinanzierung. Und da sagen sich wahrscheinlich viele, dann gehe ich gar nicht mehr zur Armee. Und man liest überhaupt nicht, wie klasse die Bundeswehr agiert, dass da Profis am Werk sind, Soldatinnen und Soldaten, die einstehen für unser Land. Mir wird die Bundeswehr viel zu schlecht geredet, immer hergenutzt für politische Diskussionen. Der Allgemeinbetrieb und der im Einsatz läuft herausragend. Dort ist auch das Ansehen Deutschlands stark gemäht worden. Und wenn es eine Situation gibt, ob Hochwasser oder Covid, wird sofort nach der Bundeswehr gerufen. Und trotzdem müssen wir natürlich besser werden, die Attraktivität weiter steigern. Unterfinanziert bleibt sie? Das hat auch der Wehrbericht gestern, der vorgestellt wurde, aus dem Jahr 2019 gezeigt. Ja, wir haben einen enormen Aufholungsprozess jetzt. Wir sind bei 46 Milliarden und dennoch brauchen wir mehr Geld, um zu investieren in die Bundeswehr. In moderne Ausrüstung, in Attraktivitätssteigerung. Das ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Und die mittelfristige Finanzplanung muss so ausgelegt werden, dass wir die Bundeswehr voll ausrüsten können. 2001, 2002 ging die Bundeswehr im Rahmen der NATO nach Afghanistan. Da stehen wir immer noch. Der abziehende amerikanische Präsident will jetzt da möglichst tabula rasa machen. Es gibt nicht wenige, die sagen, und er selber hat es in seinen Memoiren geschrieben, mit Helmut Kohl zum Beispiel, wäre wahrscheinlich die deutsche Bundeswehr nicht 20 Jahre in einem ausländischen Land stationiert worden. Ist das sinnvoll, was da passiert? Und auf der anderen Seite kann man die Afghanen einfach alleine lassen in dem Chaos, was dann dort passieren würde? Ja, anscheinend ist es nicht sinnvoll, sonst hätte es nicht so lange gedauert. Und in diesen ganzen 19 oder bald 20 Jahren wurde immer wieder auch gerade von der CDU-Regierung festgestellt, dass die Schutzmacht USA als Ordnungs- und Schutzmacht gerade auch militärisch in Afghanistan notwendig ist, um unseren Einsatz zu ermöglichen. Und da bin ich mehr als eigentlich überrascht, schon fast schockiert, wenn ich dann jetzt höre von der Spitze des Ministeriums, dass sich nach dem Abzug der Amerikaner darüber Gedanken gemacht wird, wie Deutschland, die Bundeswehr, den Einsatz in Afghanistan weiterführen soll und kann. Das wird unsere Bundeswehr nicht leisten können. Wir haben es ja auch eben von dem Kollegen Otte gehört, welche Defizite er trotz allem feststellt. Und die stelle ich auch fest. Herr Otte, die NATO ist natürlich ein Stichwort. Wir finanzieren zu wenig, sagen die amerikanischen Präsidenten, wird auch der Neue sagen. Und das stimmt ja auch, wir sind bei nichtmals 1,5 Prozent, 2 Prozent Ziel war mal angestrebt. Daraus ergeben sich ja viele Probleme. Und die NATO hat man so ein bisschen das Gefühl, ist bei Herrn Trump so halbwegs in der Auflösung. Und daher hat man ja die Diskussion um die europäische Armee. Und da ist jetzt ein veritabler Streit ausgebrochen zwischen der deutschen Verteidigungsministerin und dem französischen Präsidenten. Sind wir denn überhaupt in der Lage, gemeinsam zu agieren mit dem Material, was wir haben? Und mit der unterbesetzten Truppenstärke? Also wir fühlen uns im NATO-Bündnis verpflichtet und wir leisten unseren Beitrag. Wir sind zweitgrößter Truppensteller beispielsweise. Und dennoch müssen wir gucken, wie können wir uns weiter stärken. Klar ist, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen, nicht nur finanziell. Und wir müssen die europäische Säule der NATO weiter stärken. Hier muss Deutschland vorangehen. Und dennoch müssen wir das gemeinsam tun mit Frankreich. Denn das ist die starke Achse, die wir brauchen. Wir müssen auch rüstungspolitisch enger zusammenarbeiten, damit wir Effizienzen erreichen. Aber noch einmal auch zu Afghanistan. Man kann eine so globale, vernetzte Terrorstruktur nicht mit einem nationalen AfD-Ansatz lösen, sondern wir müssen hier langen Atem haben. Und der Einsatz darf sich nicht nach Präsidentschaftszeiten in den USA richten, sondern muss sicherheitspolitisch abgestimmt ausgerichtet sein. Herr Lukasen, in der Tat ist es so, dass der Ansatz, den die AfD verfolgt, ein Ansatz ist, den früher die Bundeswehr bei ihrer Gründung und über 20, 30 Jahre verfolgt hat, der Landesverteidigung. Aber nun nach dem Fall des eisernen Vorhangs, die Welt hat sich völlig verändert. Deutschland liegt mittendrin. Kann es sein, dass Deutschland ohne diese Komponente Militär-Außenpolitik betreiben kann? Ist es wirklich sinnvoll zu sagen, wir brauchen einfach nur für die eigene Landesverteidigung unserer Armee? Oder müssen nicht auch Sie konstatieren, dass wir in einem Gesamtverband leben, dass es die NATO noch gibt und dass wir da unsere Leistung bringen müssen? Also zunächst einmal, das sagt die AfD ja gar nicht. Ganz im Gegenteil, das Wieder- nach vorne stellen der Landes- und Bündnisverteidigung kommt durch die Bundesregierung. Wir begrüßen das, dass der Schwerpunkt wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung gesetzt wird. Und wenn Herr Otte gerade sagt, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen in Europa und in der NATO, Ja, in Ordnung. Aber dann wie? Dann dabei zu bleiben, dass wir nicht entsprechend für die personelle Bedarfsdeckung sorgen, ist dann zu kurz gesprungen. Hier sind wir dran. Und dazu leistet die AfD mit dem heutigen Antrag auf Wiedereinsetzung der Wehrpflicht einen großen Beitrag. Die Abschaffung der Wehrpflicht wurde ja vor allen Dingen unter Konservativen sehr stark diskutiert und kritisiert. Das war ein Kernstück von christdemokratischer Überzeugung, hat man damals immer gesagt. Und die jetzige Parteivorsitzende, die gleichzeitig Verteidigungsministerin ist, denkt ja auch in eine ähnliche Richtung, denn sie will einen neuen Dienst einführen, ein Ja für Deutschland. Also dieser Gedanke, du musst auch etwas für dein Land tun, ist ja nach wie vor in der CDU präsent. Warum dann nicht gleich wieder die Wehrpflicht? Weil die Wehrpflicht nach altem Muster verpflichtend war und wir das auch mit einem Eingriff in die Freiheitsrechte so nicht mehr rechtfertigen konnten. Und deswegen ist es richtig, auf Freiwilligkeit zu setzen. Dein Ja für Deutschland, tu etwas für dein Land, sei bereit. Gern auch für die Bundeswehr, aber nicht nur, auch im sozialen Bereich, um deutlich zu machen, wir wollen anregen und motivieren, freiwillig sich einzusetzen für unser schönes Land. Herr Otte, vielen Dank. Herr Lukassen, danke, dass Sie da waren. Es klingelt schon wieder, es geht zu schnell. Darüber könnte man sich sicher lange unterhalten. Und es wird auch nicht die letzte Diskussion sein über die Frage, wie die Bundeswehr in Zukunft agieren muss. Und alleine der Bereich, die Außenpolitik, die NATO, was passiert in Amerika? Also da wird sich einiges tun. Und der Streit in Europa, der fängt ja auch gerade erst an über diese Frage. Ich gebe jetzt rein in das deutsche Parlament und darf nochmal daran erinnern, dass wir nicht mit der Bundeswehr beginnen, sondern mit der aktuellen Stunde zu den Vorfällen von diesem Mittwoch. Dort waren Provokateure hier eingedrungen in den Deutschen Bundestag, ganz offiziell eingeladen von drei AfD-Abgeordneten. Und darüber wird der Deutsche Bundestag jetzt debattieren. Ich glaube, Wolfgang Schäuble ist noch nicht da. Der Monitor ist weit weg. Ich kann es nicht sehen. Aber wir geben schon mal rein und schauen. Es ist relativ voll. Die Abgeordneten der anderen Fraktionen waren doch gestern und vorgestern sehr aufgebracht über diese Vorfälle. Peter Altmaier, vielleicht haben Sie dieses Video ja gesehen, ist ja unter anderem bedrängt worden. Aber er hat jetzt im Vorfeld dieser Diskussion gesagt, das war zwar nicht schön, aber ich hatte nicht eine Sekunde Angst. Und Martin Schulz von der SPD hat gesagt, er ist gefragt worden von dieser Dame, wie er denn abstimmt. Und er hat am Anfang gedacht, seine Journalistin, als sie ihn dann beschimpft hat, hat er erst gemerkt, dass es keine Journalistin ist. Und jetzt geht es los im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Die reguläre Präsenzpflicht am Dienstag der nächsten Sitzungswoche wird im Benehmen mit dem Ältestenrat wiederum aufgehoben. Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 des Abgeordnengesetzes bestimme ich, dass der Dienstag 24. November 2020 nicht als Sitzungstag gilt. Damit entfällt insbesondere die Pflicht, sich an diesem Tag in die Anwesenheitslisten einzutragen. Die von den Fraktionen der CDU, CDU und SPD verlangte aktuelle Stunde zum Thema Bedrängung von Abgeordneten verurteilen, die parlamentarische Demokratie schützen, soll als erster Tagesordnungspunkt aufgerufen werden. Alle weiteren Tagesordnungspunkte werden in der bestehenden Reihenfolge nach der Aktuellen Stunde aufgerufen. Und jetzt rufe ich den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde auf. Koalitionsfraktionen haben Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Bedrängung von Abgeordneten verurteilen, das parlamentarische Demokratie schützen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Michael Große-Brömer, CDU-CSU. Guten Morgen, Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Am vergangenen Mittwoch wurden Abgeordnete des Deutschen Bundestages, darunter auch ein Mitglied der Bundesregierung, innerhalb dieses Hauses massiv bedrängt, ohne ihr Einverständnis aggressiv gefilmt. Und so legen es die Aufnahmen nahe, übelst beleidigt. Die Bundestagspolizei und hoffentlich bald auch die Staatsanwaltschaft prüft diese Vorfälle mit Blick auf Hausfriedensbruch, auf den Straftatbestand der Störung der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans und auch auf Nötigung und mögliche Beleidigungstatbestände. Das ist gut und richtig so. Nach den ersten Erkenntnissen sollen die in Verdacht stehenden Personen durch Hilfe von AfD-Abgeordneten Bistron, Müller, Hemmelgahn in den Bundestag eingeschleust worden sein. Schleusertätigkeit sozusagen. Doch nicht genug. Damit nicht genug. Der AfD-Abgeordnete Huber soll mehrfach versucht haben, ohne Erlaubnis, in fremde Büros mit Kamera und anderen Personen zu gelangen. Gut, wenn die Videos gelöscht sind, dann war das ja nicht besonders erfolgreich, weder in der einen noch in der anderen Hinsicht. Aber, meine Damen und Herren, wir sind es ja gewohnt, dass die AfD in jeder Plenarwoche versucht, parlamentarische Abläufe zu behindern, das Ansehen des Parlaments zu schädigen. Das kennen wir alles, jedenfalls die ersten parlamentarischen Geschäftsführer ganz besonders. Es ist immer so herrlich, ja? Ich meine, das hört man ja als Zuschauer nicht. Kaum hat man es ausgesprochen, ist da totale Aufregung, ja? Also, man merkt es ja gleich. Weil Sie müssen die Wahrheit auch aushalten, Herr Baumann. Deswegen sage ich Ihnen, seit Sie in dieses Haus eingezogen sind, geht es Ihnen darum, diesen Bundestag schlecht zu machen. Sie wollen das Ansehen der anderen Fraktionen und des Hauses selbst in den Dreck ziehen. Das ist permanent Ihre deutliche Absehung. Das sieht man doch da. AfD-Mitglieder drehen irgendwelche seltsamen Filmchen, um den Bundestag irgendwie in ein völlig anderes Licht zu stellen. Mit unsinnigen Geschäftsordnungsmanövern betteln Sie um Aufmerksamkeit in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien. Ihnen geht es nicht um die Sache. In den Ausschüssen glänzen Ihre Mitglieder oft durch körperliche oder geistige Abwesenheit. Nein, nein, es geht Ihnen nicht um die Sache. Es geht Ihnen um Effekthascherei, um Futter für Ihre Kanäle. Sie wollen dort Feuer anheizen. Und deswegen ist dieses Rednerpult hier für Sie nicht der Ort der Debatte. Dieses Rednerpult ist für Sie allein Kulisse für Ihre Videoclips. Und das ist die größte Verachtung des Parlaments durch Sie. Sie verweigern die Arbeit hier. Sie verweigern die parlamentarische Arbeit. Und mit den Ereignissen von vorgestern ist nun allerdings eine neue Qualität erreicht. Was wir Mittwoch erleben mussten, ist nicht weniger als ein Angriff auf das freie Mandat und ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Und da hört der Spaß nun wirklich auf. Abstimmung hier im Deutschen Bundestag, insbesondere eine spezielle Abstimmung, sollte offenbar nicht mit Argumenten, sondern durch Bedrängung, ja, man könnte auch sagen, durch Nötigung beeinflusst werden. Und nach meiner Überzeugung sind diese Ereignisse vom Mittwoch nicht plötzlich. Und wir können ja nichts dazu, Herr Gauland, passiert. Sie sind in meinen Augen der Tiefpunkt einer dauerhaften Strategie der AfD in diesem Hause. Und ich will Ihnen eins sagen. Ich will Ihnen hier an diesem Ort der Debatte eins sagen. Sie täuschen sich. Sie beeindrucken uns nicht. Sie mögen vielleicht die Methoden der Weimarer Zeit anwenden. Aber diese Demokratie hat aus Weimar gelernt. Sie ist standhaft und sie ist wehrhaft. Und Sie erreichen nicht das, was Sie wollen. Die größte Heuchelei ist die Nummer mit der Plakataktion und dem Grundgesetz. Sie halten hier Plakate des Grundgesetzes hoch. Und parallel sorgen Sie dafür, dass diese Verfassung mit Füßen getreten wird von irgendwelchen Leuten von Ihnen parallel mit Ihrer Aktion die Leute hier zu bedrängen und zu nötigen. Wenn Sie Angst um Ihre Verfassung haben, kontrollieren Sie sich selbst. Und ich will jetzt Folgendes sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die aktuellen Aktionen aus den Reihen und dem Umfeld der AfD sind keine Lappalie. Das ist ein Bruch mit unserer parlamentarischen Kultur. Und ich will Ihnen sagen, wir als CDU, CSU wollen einen fairen Parlamentarismus. Wir wollen einen Ringen mit und durch Argumente. Wir wollen überzeugen und nicht einschüchtern. So geht Demokratie. Herr Kollege Große-Brömer, die Rede zählt nicht vorüber. Ja, und deswegen sage ich auch mit meinem letzten Satz, was die AfD will, hat kürzlich jemand aus den Reihen ausgeplaudert. Ich zitiere einmal mehr an der AfD. Herr Kollege Große-Brömer, nein, nein. Ich schließe Sie, tut mir leid. Sie müssen jetzt Ihre Rede beenden. Fünf Minuten in der aktuellen Stunde ist leider eine schrecke Pflicht. Ich hatte tatsächlich fünf Sekunden. Nein, vielen Dank. Sie haben sich entlarvt. Michael Große-Brömer war das. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU, CSU-Bundestagsfraktion als erster Redner in der aktuellen Stunde hier gleich voll in Fahrt musste vom Bundestagspräsidenten, Sie haben es gehört, gestoppt werden. In der Tat, jeder Redner hat fünf Minuten. Und darauf wird der Bundestagspräsident auch künftig bei den weiteren Rednern achten, unter anderem bei dem nächsten. Das ist der Fraktionsvorsitzende der AfD, Alexander Gauland. Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass gewählte Volksvertreter von Gästen zweier Abgeordneter unserer Fraktion bedrängt und belästigt wurden, ist unzivilisiert und gehört sich nicht. Dafür entschuldige ich mich als Fraktionsvorsitzender. Hier ist etwas, wie man sagt, aus dem Ruder gelaufen. Und die aufgeheizte Stimmung draußen hat sich nach innen übertragen. Das hätten wir verhindern und diese Besucher beaufsichtigen müssen. Ich möchte betonen, dass diese Besucher ganz offiziell angemeldet waren und somit auch die Sicherheitsüberprüfung durchlaufen haben. Wir konnten also nicht damit rechnen, dass so etwas passiert. Die Unterstellungen allerdings, diese Vorfälle seien von uns, wie es Herr Grosse-Brömer ja auch wieder sagt, von uns beabsichtigt gewesen, das sei eben der Stil der AfD. Diese Unterstellungen sind in Farben. Was haben wir denn davon? Es sind ja auch drei der Besucher in das Büro unseres parlamentarischen Geschäftsführers eingedrungen und haben, wie die Bundestagspolizei notierte, trotz der Proteste der anwesenden Bürobeschäftigten ohne Erlaubnis dort gefilmt. Als Besucher hat man sich so nicht aufzuführen. Deshalb werden diese Gäste nicht mehr eingeladen. Punkt um. Und nochmals, pardon. Allerdings, meine Damen und Herren, vermisse ich bei der Bewertung dieser Zwischenfälle einmal mehr das Fairblea und die Gleichheit der Maßstäbe. Offenbar bestehen für viele Journalisten und einige Kollegen hier im Haus ein großer Unterschied darin, wer sich im oder am Bundestag ungebührlich aufführt und welcher politischen Gesinnung derjenige folgt. Ich erinnere nur an die fünf Mitglieder oder, wie sympathisierende Medien gern schreiben, Aktivisten von Extinction Rebellion, die am 2. Juli in der Westlobby Flugblätter, Waffen und Regenschirme aufspannten und gegen die aus ihrer Sicht zu langsamen Kohleausstieg zu produzieren. Die Störer waren Gäste des parteilosen Abgeordneten Marco Bülow, bis 2018 SPD-Mitglied. Tags darauf stiegen Greenpeace-Mitglieder aus demselben Motiv auf das Dach des Bundestages und befestigten über dem Portal ein Transparent. Im Haus gab es ebenfalls eine Plakataktion durch Gäste eines Abgeordneten der Linken. Aber das, meine Damen und Herren, in diesem Haus scheinen alles Gutes Störer gewesen zu sein, und doppelte Maßstäbe erzeugen immer einen unangenehmen Beigeschmack. So etwas nennt man im bürgerlichen Leben Heuchelei. Und, meine Damen und Herren, die weit übelste Attacke auf einen Abgeordneten des Bundestages fand am Mittwoch übrigens außerhalb des Parlaments statt. Ich rede von unserem Kollegen Carsten Hilse, der unter den Linden-Ecke Wilhelmsstraße gegen 9 Uhr 15 von der Polizei festgenommen und zu Boden geworfen und mit Handschellen gefesselt worden war, obwohl er sich als Mitglied des Bundestages ausgewiesen hatte. Mehrere Beamte knieten auf seinem Rücken und drückten sein Gesicht auf den Boden, obwohl er mehrmals laut rief, dass er kooperiere. Herr Hilse wurde dabei verletzt. Auf Anraten der Parlamentsärztin begab er sich ins Bundeswehrkrankenhaus, wo seine Verletzungen attestiert wurden. Meine Damen und Herren, ich halte es für mehr als angemessen, wenn Sie auch und erst recht diesen Angriff auf einen Volksvertreter verurteilen, denn damit könnten Sie beweisen, dass es keine Heuchelei ist, was Sie heute hier aufführen. Ich bedanke mich. Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, hat sich für die Vorfälle der Gäste der AfD das Verhalten entschuldigt und nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, warf er einfach mal kurzerhand den anderen Politikern hier im Haus Heuchelei vor. Herr Dirk Wiese jetzt, der stellvertretende oder ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Parlamentarismus, die Debatte hier im Parlament, sie lebt vom Austausch der Argumente. Diese Debatte ist intensiv, sie ist manchmal auch hitzig. Ja, manchmal ist sie auch durchaus nicht einfach in dem Austausch bei manchen Punkten, aber sie ist immer, und das hat diesen Deutschen Bundestag ausgezeichnet, und das hat bisher auch die Fraktionen hier im Deutschen Bundestag immer wieder ausgezeichnet in den vergangenen Jahren. Sie war immer getragen von Respekt, von Anerkennung des Arguments des Anderen. Sie war geprägt davon, dass man zugehört hat. Das, was wir allerdings in dieser Woche erlebt haben, was wir an diesem Mittwoch erlebt haben, das muss ich sagen, das war kein Einzelfall, der zufällig passiert ist, weil man unachtsam gewesen ist bei der Überprüfung derjenigen, die man als Gäste mit in den Deutschen Bundestag genommen hat. Ich muss schon sagen, diese Rechtfertigung, die ich gerade hier an diesem Pult von Herrn Gauland gehört habe, ich muss sagen, die ist scheinheilig. Das, was hier am Mittwoch stattgefunden hat, passe in das System, wie die AfD hier im Deutschen Bundestag auftritt. Es war wieder einmal eine bewusste Grenzüberschreitung in voller Absicht. Und diese Rechtfertigung gerade, Herr Gauland, das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Ich will aber auch deutlich machen, weil das auch gerade von meinem Kollegen Große Brümmer angesprochen ist, auch der Vergleich zu Weimar. Kurt Sontheimer hat einmal gesagt, Weimar war eine Demokratie, in der es weithin keine demokratische Gesinnung gab. Sie war von Verfassungsfeinden durchsetzt. Wir leben aber heute in einer anderen Zeit, und darum ist es nicht vergleichbar. Unsere heutige Demokratie ist wehrhaft. Wir wissen, wie wir uns zur Wehr setzen können. Wir wissen, wie wir mit Verfassungsfeinden umgehen können. Und die große Anzahl derjenigen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, hier in diesem Haus, die steht auf dem Boden des Grundgesetzes, die verteidigt diese Verfassung, und die will sie nicht in den Parlamenten angreifen und aufheben. Und ich kann nur an dieser Stelle auch meinen großen Dank sagen an die Polizistinnen und Polizisten, die dafür gesorgt haben, dass das Verfassungsorgan Bundestag seiner Arbeit nachgehen konnte. Ich bin allerdings auch erschüttert, dass am Mittwoch mittlerweile auch die Polizei das Haus der Bundespressekonferenz schützen müsste, weil auch unsere vierte Gewalt mit Attacken rechnen musste. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht uns alle auffordert, aufzustehen, dagegen zu halten, die Stimme zu erheben. Und ich muss schon eins sagen, wenn ich Schilder bei den Protestierenden draußen sehe. Wir leben hier in keiner Diktatur. Wer eine Diktatur sehen will, der muss nach Belarus gucken, aber nicht in die Bundesrepublik Deutschland. Und ganz ehrlich, wer vergleiche, zieht am Mittwoch auch aus Ihrer Fraktion, dass es sich hier um ein Ermächtigungsgesetz handeln würde, der handelt geschichtsvergessen. Das Ermächtigungsgesetz von 1933, das war die Aufhebung der Gewaltenteilung, die Verschmelzung von Legislative und Exekutive. Sozialdemokraten haben am Rednerpult gestanden, nicht hier ein bisschen entfernt. Sie haben dagegen gestimmt, obwohl sie wussten, wenn sie das tun, kommen sie in die Konzentrationslager, werden mit Folter und Tod bedroht. Und da muss man sagen, wer diesen Vergleich zieht, der ist geschichtsvergessen, der hat keine Ahnung und der lügt bewusst über das, was 1933 da passiert ist. Es ist jetzt richtig, dass der Ältestenrat und damit auch der Deutsche Bundestag beschlossen hat, diese Vorfälle zu prüfen, strafrechtlich zu prüfen, ordnungsrechtlich zu prüfen. Und ich kann nur sagen, wir müssen aufpassen, während wir uns diesen anfängen. Denn Kurt Schumacher, ein großer Sozialdemokrat, hat einmal gesagt, nur ein Deutschland, getragen von einem staatsbürgerlichen Bewusstsein und sozialer Gerechtigkeit, kann erfolgreich in der Abwehr totalitärer Tendenzen sein. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir alle gefordert. Und lieber Herr Gauland, ich muss schon sagen, wenn Sie hier im Deutschen Bundestag am Mittwoch diese Plakataktion machen und sich auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland berufen, dann kann ich nur eins sagen, und da will ich Carlo Schmid zitieren, übrigens nicht Karl Schmid, den Sie, glaube ich, zu häufig gelesen haben. Artikel 1 des Grundgesetzes ist der eigentliche Schlüssel für das Ganze. Und diesen Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, das haben Sie nicht verstanden bis zum heutigen Tage. Das merkt man in jeder Ihrer Reden hier im Deutschen Bundestag. Und von daher, ja, das ist eine herausfordernde Situation, diese Corona-Zeit für uns alle. Aber mit Respekt, Solidarität und Gemeinschaftssinn werden wir diese schwierige Zeit für die Bundesrepublik, für Europa überstehen. Und da müssen wir gemeinsam ansetzen, mit Respekt und mit Toleranz. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Tagen habe ich der AfD von diesem Rednerpult aus zugerufen, dass Sie die Institutionen in den Schmutz ziehen, weil Sie sie hassen. Und schon während der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland, das mit großer Vehemenz von sich gewiesen hat, waren Sie schon hier im Hause unterwegs. Die Unruhestifter, die Ihre Abgeordneten hier ins Haus gelassen haben, die Unruhestifter, die Mitglieder der Bundesregierung und Mitglieder dieses Hauses und unsere Mitarbeiter bedrängt haben, die sich Zutritt in Räume verschaffen haben, wo Sie nicht hingehören und die hier ein Klima der Bedrängung und der Bedrohung erzeugen wollten. Sie wollten ein Klima der Bedrohung in dieses Haus tragen. Das war das Ziel. Und was, frage ich Sie, braucht es eigentlich mehr, um zu beweisen, dass ich recht hatte mit meinem Satz? Sie wollen die Institutionen in den Schmutz ziehen, weil Sie sie hassen! Der große Staatsrechtslehrer Hans Kelsen hat die liberale Demokratie gegen alle ihre Feinde intellektuell verteidigt. Und insbesondere warnte er vor den Waffen der Demokratiefeinde im Parlament. Das, was die AfD bis zum letzten Mittwoch betrieben hat, das nannte er technische Obstruktion. Damit meinte er formell geschäftsordnungsmäßige Mittel, mit denen man Sand ins Getriebe des Parlaments streut. Und das haben wir häufig genug hier erlebt. Massenhafte Wahlgänge zu beantragen, spätabends Hammelsprünge durchzuführen, seltsame Geschäftsordnungsanträge und so weiter und so fort. Das alles hat nicht funktioniert, denn dieses Parlament ist wehrhaft gegenüber seinen Feinden, egal, ob sie außerhalb dieses Gebäudes agieren oder innerhalb. Neben die technische Obstruktion stellte Kelsen allerdings einen weiteren Begriff, und das ist die physische Obstruktion. Die physische Obstruktion soll durch Lärm, durch Gewalt und ein Klima der Bedrohung die Parlamentarier selbst von ihrer Arbeit abhalten. Und hier zeigt sich der Tabubruch vom Mittwoch. Die AfD ist das erste Mal von technischer Obstruktion zu physischer Obstruktion des Parlaments übergegangen. Und das ist unerhört. Dazu schreibt der Journalist Jasper von Altem Bokum in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass der AfD das Zitat Wortgrundgesetz im Halse stecken bleiben solle. Recht hat der Mann! Und glauben Sie ja nicht, dass wir uns das gefallen lassen. Wir werden alle bestehenden rechtlichen Instrumente nutzen, um uns dagegen zu wehren. Und wenn die nicht ausreichen sollten, dann werden wir sie erweitern. Nein, physische Obstruktion lässt sich dieses Parlament nicht gefallen, Herr Gauland, egal wie viele Krokodils Tränen Sie hier vergießen. Die Harvard-Professoren Steven Lewicki und Daniel Zieblatt schreiben in ihrem Buch »Wie Demokratien sterben«, Zitat »Alle erfolgreichen Demokratien stützen sich auf informelle Regeln, die zwar nicht in der Verfassung festgeschrieben sind, aber weithin bekannt sind und beachtet werden«, Zitat Ende. Man kann diese Regeln auch mit einem Wort zusammenfassen. Anstand. Und an den Anstand hat es die AfD vermissen lassen, seit Sie in diesem Parlament sitzen. Aber Sie lassen es an diesem Anstand nicht vermissen, weil Sie es nicht besser wüssten. Sie lassen es an Anstand fehlen, weil Sie nur ein Ziel verfolgen. Sie wollen die Institution in den Schmutz ziehen, weil Sie sich hassen. Aber seien Sie sich einsicher, unsere Demokratie ist stärker als ihr Hass. Die nächste Rednerin hier in der Aktuellen Stunde zu den Vorfällen vom Mittwoch, Bedrängung von Abgeordneten verurteilen, so heißt die Aktuelle Stunde genau, ist Petra Pau, die mittlerweile längst gediente Bundestagsvizepräsidentin, die quasi hier noch mal für das Präsidium und das Haus eine Rede halten wird. Sie ist natürlich von der Linksfraktion. Der Bundestagspräsident selber leitete diese Aktuelle Stunde. Deswegen redet er natürlich in dieser Aktuellen Stunde nicht. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, die uns heute hier folgen. Es gibt viele Beschlüsse, die hier im Bundestag gefasst wurden oder werden. Und es gibt viele Mitglieder des Bundestages, die ich bestimmt nicht Freunde nenne, höchstens politische Gegner. Aber bei allen Differenzen in der Sache würde ich sie nie als Feinde brandmarken. Feindbilder in diesem demokratisch gewählten Parlament haben mit der AfD massiv Einzug gehalten. Das ist kulturlos und undemokratisch. Im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz, das vorgestern hier beschlossen wurde, sprach die AfD von einem Ermächtigungsgesetz. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Und das habe ich schon vor 14 Tagen von hier oben gerügt. Es gab in der deutschen Geschichte ein Ermächtigungsgesetz. Mit ihm löste 1933 die NSDAP den Deutschen Reichstag auf. Es folgte eine faschistische Diktatur ohnegleichen, inklusive dem Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden, dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg mit zig Millionen Toten. Wer das Gesetz zur Minderung der Corona-Folgen gleichsetzt, verharmlost den Faschismus und verhöhnt seine Opfer. Übrigens, die NSDAP zog seinerzeit mit folgender Ansage in den Reichstag ein. Ich zitiere. Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde, wie der Wolf in die Schafherde einbricht. So kommen wir. Und ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass Vertreter der AfD, und ich benenne einen gleich namentlich, damit Sie gar nicht dazwischenrufen müssen, nämlich Herr Höcke, genau diese Drohung der NSDAP von Herrn Göppels aufgenommen hat für sich, im Wortlaut und im Agieren. Das heißt, diese Vertreter sehen sich offenbar selbst als Nachfolger dieser faschistischen Partei. Und das ist erhellend und verheerend. Folglich ist es offensichtlich für etliche Abgeordnete der AfD auch logisch, ja heldenhaft, wenn sie Personen in den Reichstag holen, die andere Parlamentarier hier drinnen bedrängen und bedrohen. Aber das ist für die Mehrheit des Deutschen Bundestages eben nicht logisch, sondern menschenverachtend und demokratiefeindlich. Die AfD wirft anderen Parteien vor, sie würden die Corona-Epidemie parteiegoistisch missbrauchen. Ich sage für die Linke, umgekehrt wird ein Schuh draus. Die AfD versucht sich auf Kosten von zig Erkrankten und noch mehr gefährdeten Bürgerinnen und Bürger zu profilieren. Und das ist erbärmlich. Schließlich, die AfD gibt sich neuerdings als Bürgerrechts- und Freiheitspartei aus. Mit Verlaub, das ist nicht mal ein schlechter Scherz. Das ist purer Etikettenschwindel einer Partei mit rechtsextremen Flügeln und rassistischen Positionen. Die AfD schützt nicht das Grundgesetz. Im Gegenteil. Die demokratische Gesellschaft muss unser Land vor der AfD schützen. Begonnen bei Artikel 1 des Grundgesetzes. Petra Pau, die Bundestagsvizepräsidentin, die dann doch hier als Abgeordnete der Linken eher eine Rede hielt und sich die AfD und ihre Gesinnung vorgeknöpft hat. Die nächste Rednerin in dieser Aktienstunde kommt von Bündnis 90 Die Grünen, die erste parlamentarische Geschäftsführerin, Britta Hasselmann. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Hemmelgahn, Büstron, Müller, Huber diese Woche, morgen, übermorgen oder auch vor drei Wochen waren es andere. Die von der AfD eingeschleusten Personen wollten die gewählten Abgeordneten an der Ausübung ihres freien Mandates hindern. Das ist ein gravierender Vorfall. Wer versucht, Abgeordnete einzuschüchtern, meine Damen und Herren, der greift unsere Demokratie an. Und das ist ein Tabubruch in diesem Haus. Dennoch, meine Damen und Herren, und das ist die gute Botschaft von Mittwoch, dennoch sind die Störerinnen und Störer, die Schleuser der AfD und mit ihnen die AfD gescheitert. Der Bundestag und seine Abgeordneten, dieses Parlament, hat in intensiver Debatte beraten, war arbeitsfähig und hat als Gesetzgeber Entscheidungen getroffen, trotz ihrer Manöver und ihres Tabubruchs, meine Damen und Herren. Wir werden das Parlament vor diesen destruktiven und antiparlamentarischen Angriffen schützen, meine Damen und Herren. Und bei aller Unterschiedlichkeit in der Sache zwischen FDP, CDU, CSU, Grünen, SPD und Linken werden wir dies zusammentun, meine Damen und Herren. Denn wir kennen unsere Verantwortung vor der Geschichte, meine Damen und Herren. Deshalb müssen auch diese Störerinnen und Störer, diese Störmaßnahmen des Haus, Ordnungswidrigkeit und auch gegebenenfalls mit dem Strafrecht konsequent geahndet werden. Dazu müssen Rechtsverletzungen und Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Abgeordneten jetzt geprüft werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich nichts weismachen. Die Abgeordneten der AfD wussten ganz genau, wen sie einladen. Und sie wussten auch ganz genau, was die Absicht dieser Personen ist. Denn diese Personen waren nicht zum ersten Mal eingeladen, meine Damen und Herren. Deshalb darf man sich von diesen Äußerungen von Gauland hier nicht täuschen lassen. Sie sind Ausflüchte mit doppeltem Boden. Weidel, Gauland und andere schieben die Verantwortung von sich. Das kennen wir in jeder einzelnen Situation. Wenn es brenzlig wird für die AfD, meine Damen und Herren, dann wussten Sie nichts oder heulen Krokodilstränen. Nehmen Sie das nicht ernst. Sie versuche, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen. Aber, meine Damen und Herren, wir lassen uns von Rechtsextremen nicht auf der Nase herumtanzen. Weder hier im Parlament noch anderswo, meine Damen und Herren. Und lassen Sie sich das gesagt sein. Das war doch eine konzertierte Aktion. Und das ist Teil Ihrer Strategie. Das ist Teil der AfD-Strategie. Unaufrichtiges, geheucheltes Bedauern hier. Denn man merkt, es wird brenzlig. Haben Sie gesehen? Seit gestern werden auch alle Videos gelöscht. Es gibt diese Videos plötzlich nicht mehr. Aber wie blöd halten Sie uns eigentlich? Jede Menge Journalistinnen und Journalisten. Und auch wir haben Screenshots gemacht. Da kommen Sie nicht mehr raus, meine Damen und Herren. Da kommen Sie nicht mehr raus. Unaufrichtiges und geheucheltes Bedauern heute auch wieder hier. Und Applaus dann von den anderen da einholen. Das ist die Strategie, meine Damen und Herren. Und die müssen wir einfach entlarven. Denn das geht so nicht. Das kann man auf gar keinen Fall so stehen lassen. Die AfD macht Heuchelei, Rückhaltlosigkeit und Manipulation zur Methode. Wir kennen unzählige Beispiele in jeder Parlamentswoche. Sie versucht, die demokratischen Institutionen verächtlich zu machen. Auch das erleben wir jede Woche im Parlament. Die Geschehnisse von Mittwoch haben gezeigt, dass sie auch keine Grenzen kennen. Der Versuch der Zersetzung unserer Demokratie, das ist das Ziel vieler derer, die in dieser Fraktion sitzen. Und dagegen werden Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen, meine Damen und Herren. Erinnern Sie sich noch, dass Gauland 2017 sagte, wir werden Sie jagen? Erinnern Sie sich daran? Gar nichts werden Sie, meine Damen und Herren von der AfD. Denn Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus und auch außerhalb des Parlaments werden zusammenstehen, werden gemeinsam gegen solche Feinde der Demokratie stehen. Und das wissen Sie ganz genau, Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Vielen Dank. Wir sind es ja mittlerweile leider gewohnt, dass Verfassungsfeinde von außen den Bundestag verächtlich machen, den Bundestag und unseren Parlamentarismus abschaffen wollen. Aber mit der Aktion vom Mittwoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat die AfD mal wieder aufs Neue bewiesen, die Feinde der Demokratie kommen nicht nur von außen, die Feinde der Demokratie sitzen auch hier in diesem Plenarsaal. Hier rechts im Plenarsaal sitzen Feinde der Demokratie. Es sind diejenigen, die immer behaupten, eine Alternative für Deutschland zu sein. Es sind diejenigen, die behaupten, eine Alternative zu sein. Diejenigen arbeiten in Wahrheit an einer Alternative zu unserer Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann nur sagen, wir werden Ihre Einschüchterungsversuche nicht zulassen. Hier im Bundestag entscheiden frei gewählte Abgeordnete über das Schicksal unseres Landes. Und was wir vor zwei Tagen hier erlebt haben, war der bewusste Versuch der AfD, genau diese freie Entscheidung zu erschweren und sie zu untergraben. Sie haben Leute in den Bundestag gebracht, die offenbar nur eines im Sinn hatten, nämlich Abgeordnete anderer Fraktionen auf den Fluren abzufangen, sie vor laufenden Kameras zu beschimpfen und zu beleidigen. Und das Ziel ist klar. Sie wollen das Parlament lächerlich machen. Sie wollen Abgeordnete öffentlich vorführen. Sie wollen die Mitglieder des Bundestages einschüchtern. Ich kann nur sagen, wir lassen uns von Ihnen und Ihren Methoden nicht einschüchtern. Wir werden vor Ihren Fake-Nos, Ihrer Demokratieverachtung, Ihren Kampf gegen das Parlament keinen Fuß breit zurückweichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich, ja, ja, diese Pandemie stellt uns als Parlament vor eine schwierige Situation. Ja, wir müssen abwägen, zwischen der Freiheit, sich mit Freunden zu treffen, ins Konzert zu gehen oder Restaurants zu besuchen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor einem gefährlichen Virus. Und ich habe die Debatte am Mittwoch so erlebt, dass sich hier niemand die Entscheidung leicht macht. Weder diejenigen, die am Mittwoch dem Gesetz zugestimmt haben, noch diejenigen, die dem Gesetz nicht zustimmen konnten. Wir alle wissen aber, wir treffen existenzielle Entscheidungen in diesem Haus. Und jetzt frage ich mal, wer ist denn hier wirklich der aufrechte Demokrat? Derjenige, der Demonstrationen respektiert, der andere Meinungen akzeptiert, der Gerichtsurteile aushält und akzeptiert oder derjenige, der andere Meinungen verächtlich macht, die Wahrheit verdreht oder ein Klima der Angst erzeugt, so wie Sie es tun? Herr Gauland. Herr Gauland hat neulich hier im Parlament gesagt, der Güterhöchstes ist die Freiheit. Ja, aber Freiheit setzt Vielfalt voraus, offene Diskussion und gegenseitigen Respekt. All das ist Ihnen ganz offensichtlich abhandengekommen. Die Aktion vom letzten Mittwoch war die offizielle Austrittserklärung der AfD aus dem parlamentarischen Diskurs, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt hören wir ja wieder das übliche Spiel. Es wird geleugnet, es wird bestätigt, was nicht geleugnet werden kann. Wir hören, das sei ja alles nicht so schlimm. Es waren ja nur ein paar Gäste von ein paar wenigen Kollegen, die sich daneben benommen haben. Ich will ja sagen, vor ein paar Wochen hat sich das noch ganz anders bei Ihnen angehört. Ganz anders angehört. Zitiere. Der Deutsche Bundestag steht für den parlamentarischen Meinungsstreit im Plenarsaal und darf nicht als Objekt politischer Auseinandersetzungen auf der Straße missbraucht werden. Egal von welcher Seite. Wörtliches Zitat von Alice Weidel. Da ging es damals um Stürmung der Reichstagszeppe, um ein Greenpeace-Transparent. Da hat man alles zu Recht auch kritisiert. Nur davon wollen Sie ja heute nichts mehr wissen. Ich werde Ihnen sagen, warum Sie nur gelten lassen, wenn es um Ihre eigene Meinung geht. Weil die einzige Moral, die Sie kennen, Ihre Doppelmoral ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen fehlt jede Voraussetzung für den demokratischen Diskurs in diesem Parlament. Aber natürlich ist zu viel verlangt, die Hausordnung einzuhalten, wenn Sie schon Probleme mit dem Grundgesetz haben. Dafür gibt es viele Beispiele. Eines ist, Herr Seitz sagt, der Bundestag sei ein Parlament der Schande. Sie versuchen gezielt und bewusst, jedes demokratische Verfassungsorgan lächerlich zu machen. Sie sprechen über kriminelle Schleuserbanden. Am Mittwoch waren Sie die kriminelle Schleuserbande. Wir werden Ihnen das nicht durchgehen lassen. Sie sind in der Verfassung. So werden wir Sie auch behandeln. Und für diese Rede gibt es auch Applaus aus den anderen Fraktionen, natürlich nicht von der AfD. Die stellt jetzt den nächsten Redner, Carsten Hilse, der sich hier den Schal vor das Gesicht bindet. Das ist auch notwendig. Hier im Deutschen Bundestag herrscht Maskenpflicht. Bei der Demonstration draußen am Mittwoch dieser Woche herrscht auch Maskenpflicht. Carsten Hilse hatte keine Maske auf. Und dann kam es irgendwann zu einer kurzfristigen Festnahme dieses Abgeordneten, der jetzt hier das Wort hat. Carsten Hilse. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass Gäste ihr Gastrecht, egal wo sie Gast sind, missbrauchen, verurteile ich auf das Schärfste. Und das muss auch Konsequenzen für diejenigen haben, die diesen Missbrauch begangen haben. Das ist vollkommen klar. Dieser Mittwoch war aber nicht deswegen wegen der Missachtung des Gastreches ein geschichtsträchtiger Tag, wie er der einst bewertet wird, hängt unter anderem davon ab, wie die vielen zu erwartenden Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen dieses von einigen auch Ermächtigungsgesetz beschieden werden. Und ja, das Wort Ermächtigungsgesetz hat eine brisante Konnotation, was allerdings Dr. Matthias Zimmer von der CSU, CDU, nicht davon abhielt, am 20. Januar 2012 hier im Bundestag einen SPD-Gesetzentwurf als mindestlohnpolitisches Ermächtigungsgesetz zu bezeichnen. Allerdings hat der Begriff Ermächtigungsgesetz seine negative Konnotation auch erst erhalten, als die Parlamentarier des Deutschen Reichstages mit dem von den Nationalsozialisten eingebrachten Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich ein Ermächtigungsgesetz beschlossen, welches die Demokratie aus den Angeln hob und zur schlimmsten Katastrophe des 20. Jahrhunderts führte. Bis zu diesem Zeitpunkt war Ermächtigungsgesetz ein üblicher Begriff, nachdem von 1914 bis 1927 insgesamt elf Ermächtigungsgesetze erlassen wurden. Also bitte ich Sie, bitte ich Sie inständig, bitte lassen Sie die Kirche im Dorf. Wenn in einem Gesetz mehrmals von Ermächtigung gesprochen wird, dann kann man es mit Fug und Recht ohne diese negative Konnotation so nennen. Dieses am Mittwoch mit 413 Stimmen beschlossener Gesetz zieht die größten Grundrechtseinschränkungen seit 1949 nach sich. Wir als alle AfD und viele Menschen da draußen werden mit allen rechtsstaatlichen Mitteln versuchen, dieses Gesetz wieder außer Kraft zu setzen. Dieser 18. Hälfte 2020 wird aber auch deswegen in die Geschichte eingehen, weil es noch nie in der deutschen Geschichte einen solch breiten Widerstand mit Menschen verschiedener politischer Grundüberzeugung gegen ein Gesetz gab. Noch nie haben Abgeordnete so viele, Abertausende, Mails, Briefe, Faxe erhalten, mit der eindringlichen Bitte, dieses Gesetz abzulehnen. Wir haben die Mails beantwortet und uns klar positioniert für Freiheit und Demokratie. 413 Abgeordnete haben die bundesweiten Demonstrationen, die bitten, auf ihr Gewissen zu hören, nicht interessiert. Sie haben in vollem Bewusstsein aus Opportunität oder aus Feigheit für ein Gesetz gestimmt, das die Tür zur Demokratie aufstößt. Schämen Sie sich! Dazu passte, dass gegen friedliche Demonstranten Wasserwerfer zum Einsatz kamen. Diese wurden seit Jahren in Berlin nicht einmal zu den Gewaltorgien linker Terroristen oder zum Al-Quds-Marsch, wo die Auslöschung Israels gefordert wird, eingesetzt. Wenn aber friedliche Menschen für Frieden, Freiheit und Demokratie auf die Straßen gehen, dann kann es nicht genug Wasser und Tränengas sein. Die Polizeiführung Berlins ist Erfüllungsgehilfe dieser völlig außer Rand und Band geratenen Bundesregierung. Und neben vielen Polizeibeamtinnen, die das, was sie nicht nur gelernt haben, sondern was man als Polizist tief in sich trägt, verhältnismäßig zu reagieren, gab es am Mittwoch wieder Polizisten, die sich der Hetzpropaganda der Regierung und ihrer Medien anstecken ließen und völlig unverhältnismäßig handelten. Allen Polizisten, die sich menschlich und vor allem verhältnismäßig verhielten, gilt mein ausdrücklicher Dank. Aber ihr solltet auch beachten, jeder Kollege, der in rabiater und brachialer Weise gegen friedliche Demonstranten vorgeht, um sie einzuschüchtern, zerstört das Bild, das ihr, diejenigen, die verhältnismäßig agieren, zeigt. Auch ich wurde am Mittwoch Opfer von völlig verhältnismäßigem Handeln. Wegen einer vermeintlichen Ordnungswidrigkeit ging ich mit zwei Beamten in Richtung ihrer Fahrzeuge zur Personalienfeststellung. Natürlich hatte ich mich von Anfang an als Bundestagsabgeordnete ausgewiesen. Als ich dann den Kollegen offensichtlich nicht schnell genug war, wurde ich erst geschubst, gegen eine Scheibe gedrückt und fand mich plötzlich auf dem Pflaster wieder mit dem Gesicht im Asphalt, kniende Polizisten auf mir. Mehrmals hatte ich den Beamten zugerufen, dass ich kooperiere, dass ich meine Personalien angebe. Ich habe die ganze Zeit meinen Personalausweis hochgehalten. Sie hätten ihn einfach nur nehmen müssen. Es interessierte Sie nicht mehr. Ich weiß, dass die meisten von Ihnen das auch nicht interessiert. Anders wäre es, wenn zum Beispiel Herr Bartsch oder Herr Hofreiter betroffen wären oder wenn irgendjemand von Ihnen in irgendeiner Gelegenheit in dieser Situation gewesen wäre. Dann wäre das Geschrei groß. Herr Kollege Helse, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Okay. Bitte verlassen Sie das Pult. Ich verlasse das Pult. Und Ihr Geschrei zeigt, dass Sie nur Heuchler sind. Entschuldigung. Herr Kollege Helse. Das Ermächtigungsgesetz von 1933 hat die Demokratie abgeschafft. Alleine, dass Carsten Helse heute hier so eine Rede halten kann als Opposition, zeigt, dass das Gesetz, was am Mittwoch verabschiedet wurde, natürlich kein Ermächtigungsgesetz war beziehungsweise es mit diesem historischen Gesetz nicht zu vergleichen ist. Danach gab es keine freien Medien mehr, keine freie Rechtsprechung, keine Opposition. Dies alles wird hier wunderbar in diesem Bundesrepublik Deutschland weiter funktionieren. Nur weil man anderer Meinung ist. Und wenn man anderer Meinung ist, darf man hier trotzdem seine Meinung mitteilen. Barbara Hendricks für die SPD jetzt. Ich bin seit mehr als 25 Jahren Mitglied dieses Bundestages, noch in Bonn und von Beginn an hier in Berlin. Wir hatten in all den Jahren ganz unterschiedliche Mehrheiten, immer wieder wechselnde Mehrheiten. Wir hatten eine Fülle von Herausforderungen zu bestehen, die wir nicht immer alle einstimmig vorangebracht haben, aber doch in einem prinzipiellen Einvernehmen darüber, was der Wert der Demokratie ist und wie man sich in diesem Hause sowohl arbeitsmäßig als auch persönlich verhält. Seit 2017 hat sich nicht nur die Arbeitsweise, sondern auch die Atmosphäre in diesem Haus grundlegend gewandelt. Und das liegt daran, dass die AfD als Fraktion Mitglied dieses Parlaments werden konnte. Wir wissen das, aber wir wollen uns nicht daran gewöhnen. Wir wissen, dass sie insbesondere Kolleginnen, die in ihrer Nähe sitzen, beleidigen, so dass die Kolleginnen das hören, es aber nicht im Protokoll aufgenommen werden kann. Wir wissen, dass Mitglieder der Bundesregierung im Prinzip es fast nicht mehr aushalten können, in ihrer Nähe zu sitzen, wegen der provokanten Äußerungen, die wiederum aus ihren Reihen kommen, aber die nicht im Protokoll aufscheinen, weil sie nicht so laut gerufen werden. Wir wissen dies alles, und wir müssen damit umgehen. Das ist leider nicht zu ändern. Wir wissen, dass in ihren Reihen Nazis sind, und wir wissen, dass in ihren Reihen Menschen sind, die so tun, als seien sie Nazis, um der Provokation willen. Wir wissen, ziehen Sie sich den Schuh an oder nicht. Herr Kollege Hampel, ich rufe Sie zur Ordnung. Ich rufe Sie am 9. Morgen und mache Sie auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufs aufmerksam. Frau Kollegin Hampel, bis hin zur Körperhaltung von einigen Mitgliedern Ihrer Fraktion wird hier provoziert, dass man dieses Parlament verachten will. Was Sie nicht selbst erledigen, das lassen Sie durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigen, die Sie ganz offenbar unter dem Gesichtspunkt auswählen, wer denn wohl der Skrupelloseste sei. Kolleginnen aus anderen Fraktionen trauen sich nicht mehr, abends spät auf den Fluren unterwegs zu sein, weil sie von Mitarbeitern Ihrer Fraktion oder von Mitarbeitern von Abgeordneten Ihrer Fraktion bedrängt werden. Zitat aus der Kantine, die von den Abgeordneten und Mitarbeitern im Wesentlichen benutzt wird. Ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion oder eines AfD-Abgeordneten nimmt wahr, dass ein anderer ein vegetarisches Gericht bestellt. Darauf kommt die Bemerkung, euch kriegen wir auch noch, ihr Körnerfresser. Das ist eine Bedrohung im strafrechtlichen Sinn. Das ist eine Bedrohung im strafrechtlichen Sinn. Das ist in der Tat so. Das ist geschehen. Das ist zwar nicht schriftlich dokumentiert, aber es ist mir glaubhaft versichert worden, dass es so war. Sie machen dies alles, um dieses Parlament verächtlich zu machen. Ganz bewusst provozieren Sie. Im Jahr 1976 hat Ernst Wolfgang Böckenförde folgenden Satz geprägt. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Ich erlaube mir, dieses berühmte Zitat von Ernst Wolfgang Böckenförde abzuwandeln. Der freiheitliche, demokratische Rechtsstaat ist gefährdet, wenn eine kleine, aber lautstarke Minderheit an diesen Voraussetzungen nicht nur nicht mitwirken will, sondern andere daran hindern will, diese Voraussetzungen unserer Demokratie zu stärken. Dies werden die Demokraten in diesem Parlament nicht zulassen. Und wir wissen, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes an unserer Seite. Herzlichen Dank. Barbara Hendricks war das in der aktuellen Stunde Bedrängung von Abgeordneten verurteilen. Und sie hat etwas gesagt. Das werden alle unterschreiben, die mit diesem Parlament zu tun haben. Die Atmosphäre im Deutschen Bundestag hat sich seit 2017 in der Tat in fast allen Bereichen deutlich verändert. Patrick Schnieder jetzt von der CDU-CSU, einer der parlamentarischen Geschäftsführer. Meine Damen, meine Herren, parlamentarische Demokratie, gerade in diesem Hause, lebt vom Austausch der Argumente, der Sachargumente, lebt von Rede und Gegenrede, lebt vom politischen Diskurs, lebt davon, dass wir Regeln haben, an die wir uns halten, geschriebene Regeln, ungeschriebene Regeln, Regeln von Anstand, aber auch ungeschriebene Regeln über die Grundlage unseres Zusammenarbeitens im Sinne unserer Demokratie. Das, was wir diese Woche erlebt haben, was wir diese Woche an Handeln der AfD erlebt haben, war die Aufkündigung all dessen, was parlamentarische Demokratie in diesem Hause ausmacht. Sie haben sich in dieser Woche demaskiert. Sie haben sich die Maske vom Gesicht gezogen. Und herausgekommen ist die Fratze der Undemokraten, ist die Fratze derjenigen, die parlamentarische Demokratie zerstören wollen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass es hier um eine orchestrierte Aktion ging. Es ist schon Tage vorher in Chatgruppen darüber berichtet worden, dass aus Ihren Reihen, aus den Reihen der AfD-Fraktion im Bundestag, nach draußen hingewirkt wurde, dass Abgeordnete möglichst abgehalten wurden, Ihr Mandat hier wahrzunehmen, hier abzustimmen. Am Mittwoch ist alles in Chatgruppen nachweisbar. Sie haben am Mittwoch hier Demokratiefeinde eingeschleust. Schleuserbande erhält ja eine ganz neue Konnotation in dem Zusammenhang. Sie haben Leute eingeschleust, die Abgeordnete bedrängt haben, bedroht haben, genötigt haben. Auch das, um Sie hier von Ihrem freien Mandat abzuhalten. Sie haben in der Debatte historische Reminiszenzen evoziert, mit Vokabeln wie Ermächtigungsgesetz, Gesundheitsdiktatur, die so was von geschichtsvergessen sind, die so unterirdisch sind im parlamentarischen Diskurs, angesichts unserer historischen Verantwortung, dass ich nur sagen kann, Sie sind Verfassungsfeind, und Sie haben sich als Verfassungsfeinde hier geoutet in dieser Woche. Und das, was wir heute erlebt haben und was wir gestern schon erlebt haben von Ihnen, Herr Gauland, das folgt dem normalen und üblichen Muster. Zunächst kommt die Provokation, die Regelüberschreitung, der Tabubruch, und dann kommen die Krokodilstränen. Dann wird relativiert. Und das, Herr Gauland, ist pure Heuschelei. Und wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, dann war es die Rede von Herrn Hilse vorhin, zu der Sie auch noch Beifall geklatscht haben. Und, Herr Gauland, eines will ich Ihnen sagen. Wenn die Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Und der Schatten, der noch erkennbar ist an demokratischem Rest, der weist darauf hin, wie verzwergt Demokratie in Ihren Reihen geworden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, alles hat auch etwas Gutes. Alles hat auch etwas Gutes. Sie haben Grenzen überschritten. Sie haben Grenzen gewaltig überschritten in dieser Woche. Grenzen des Anstands, Grenzen unseres demokratischen Zusammenarbeitens hier. Und das wird uns alle hier vereinen. Wir nehmen den Kampf an. Sie haben uns hier etwas erklärt. Wir nehmen den Kampf an, den Kampf der Demokraten gegen die Undemokraten. Wir werden gegen diejenigen kämpfen, die versuchen, parlamentarische Demokratie von innen heraus zu zerstören. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja noch etwas Gutes daran. Es ist ganz offen geworden, dass Sie Feinde unserer Verfassung sind. Und es ist jetzt an der höchsten Zeit, dass der Verfassungsschutz die AfD insgesamt beobachtet. Sie sind in der Tat ein Fall für den Verfassungsschutz geworden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden nicht nachlassen, offen zu legen, wie undemokratisch Sie agieren, wie Sie parlamentarische Demokratie von innen ausfüllen werden. Wir werden das hier im Hause tun. Wir werden Sie hier stellen mit allen demokratischen Mitteln. Aber auch die Menschen draußen haben mitbekommen, wess Geisteskind Sie sind. Wir werden den Kampf aufnehmen, hier im Haus, aber auch draußen auf der Straße. Wir werden Sie entlarven als das, was Sie sind, nämlich Feinde unserer Verfassung. Am Mittwoch kamen Provokateure als Gäste getarnt von AfD-Abgeordneten, offiziell eingeladen in den Bundestag. Und darüber diskutieren hier die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde. Susanne Rüttrich jetzt für die SPD. Sie ist Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus. Und das ist genau Ihre Debatte hier. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem Weg, in den Bundestag angeschrien zu werden, in den Bundestag nur gehen können, dank der Polizistinnen und Polizisten, die Blockadewillige abhielten, Massenmails und Telefonate in oft wüstem Ton. Man muss echt nicht zart beseitet sein, um zu sagen, stopp, so geht das nicht, Leute. So gehen demokratische Abläufe kaputt, anstatt dass wir sie pflegen. Was aber wirklich entlarvend ist, dass auch gewählte Abgeordnete, statt ihren Einfluss mäßigend zu nutzen, an Sabotage gegen die Parlamente größtes Interesse haben. War das gemeint, als der Chef nach der Bundestagswahl sagte, wir werden sie jagen? Ja, damit waren wir alle gemeint, freigewählte Abgeordnete und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ein offenes, wir sind ein transparentes, ein demokratisches Haus. Wie unsere Gesellschaft auch. Und es sind Mitglieder dieses Hauses, Mitarbeitende dieser Abgeordnete, die diese Offenheit sabotieren. Nicht nur am Mittwoch. Kampagnen aus Bundestagsbüros haben wir schon vorher gesehen. Diese Destruktion hat System. Wir hören aus diesen Reihen, wir hören von denen nicht nur Reden, die voller Verachtung sind. Wir sehen auch diese Taten. Und wenn Sie, geehrte Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie wirklich wahren wollen, dann können Sie diese Destrukteure hier nicht wählen. Liebe demokratische Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier die Bundestagspolizei, wir haben eine starke Geschäftsordnung. Wir können uns wehren gegen diese systematischen Angriffe. Leider haben diese Angriffe auf die repräsentative Demokratie aber nicht nur hier System. Wir sehen das auch in Landtagen, wir sehen das in Kommunen. Und da ist es besonders perfide. Oftmals ehrenamtliche Mandatsträgerinnen und Mandatsträger werden bedrängt und bedroht. Auch da von AfD-Mitgliedern und deren Umfeld. Ganz aktuell nur ein Fall. Kreisräte und Landtagsabgeordnete der AfD bedrängen in einem offenen Brief die amtierende Landrätin, nur weil diese Verordnung umsetzen das Kreiskrankenhaus am Laufen halten will. Mandatsträger können jede Frage ans Landratsamt stellen. Sie können jedes Thema auf die Kreistagssitzung setzen, wenn diese Demokratieverächter an Lösungen interessiert werden. Das sind sie aber nicht. Es geht allein um öffentlichen Druck gegen diejenigen, die unsere Demokratie tragen. Und das ist so unverantwortlich angesichts dessen, was diese Gesellschaft gerade zu stemmen hat. Zu nichts eine Lösung. Aber auf allen Ebenen diejenigen am Arbeiten hindern, die ernsthaft um Lösungen ringen. Rechtsextreme wollen dafür gewählt werden. Aber nicht, um dann für das Gelingen der Demokratie zu sorgen, sondern um deren Scheitern erst herbeizufantasieren und dann alles dafür zu tun. Bezieht sich diese Sabotage aber nur auf Politik und Verwaltung? Nein! Kulturschaffende Gewerkschafterinnen, zivilgesellschaftliche, engagierte Journalistinnen werden angegangen. Sie wollen Grundrechte schützen. Schon mitbekommen, dass da auch Vereinigungsfreiheit, Pressefreiheit drinsteht, und zwar für alle und nicht nur für ihresgleichen. Diese ganze Sabotage ist kein Zufall. Es ist Wesensmerkmal von Rechtsextremismus. Und der tritt hier offen zu Tage. Wann, wenn nicht jetzt, ist es an der Zeit, uns mit einem Demokratieförtergesetz verlässlich an die Seite derjenigen zu stellen, die in Kommunen und Initiativen unsere vielfältige Demokratie hegen und pflegen und dafür leider angegriffen werden. Was ich aber besonders perfide finde, und das hat gar nichts mit uns Abgeordneten zu tun, da wird in düstersten Szenarien zur Demo am Mittwoch mobilisiert. Es wird einkalkuliert, dass es zur Gewalt kommt. Und was machen dann einige? Bringen absichtlich ihre Kinder mit, damit die Polizei milder reagieren möge. Wollen sie absichtlich ihre Kinder zu Opferhelden ihre Szene machen? Kinder instrumentalisieren? Ja, das kennen wir aus rechten Kreisen, beim Kinderschutz oder Geburtenrate oder Ähnliches. Aber auf so einer dynamischen Demo geht es doch um reale Kinder, die absichtlich in Gefahr gebracht werden. Wirklich, das ist es nicht wert. Liebe Bürgerinnen und Bürger, kritisieren Sie uns. Demonstrieren Sie auch. Gestalten Sie unsere Demokratie. Machen Sie das friedlich und so respektvoll, wie Sie selbst behandelt werden wollen. Und machen Sie das bitte nicht an der Seite von Rechtsextremen und Demokratiefeinden. Vielen Dank. Der Deutsche Bundestag diskutiert in einer Aktuellen Stunde die Vorgänge von Mittwoch dieser Woche. Bedrängung von Abgeordneten verurteilen, so heißt die Aktuelle Stunde. Und die letzte Rednerin hier kommt von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Nina Warken. Sie hat jetzt hier als Letzte das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Deutsche Bundestag hat bei seinem Umzug nach Berlin im Jahr 1999 bewusst entschieden, sich auch in seiner Bauweise als das zu zeigen, was er ist. Ein offenes Parlament. Alleine die Architektur der Liegenschaften, geprägt von Sichtbeton und großen Fensterfronten, spiegelt seither die Transparenz und die Offenheit unserer Demokratie wider. An kaum ein Parlamentsgebäude der Welt kommen Bürgerinnen und Bürger so nah heran wie bei uns in Deutschland. Diese Offenheit, diese Nähe, das macht unsere parlamentarische Demokratie doch aus. Das macht sie stark, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die AfD hat diese Offenheit und das Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Mittwoch schamlos ausgenutzt. Und das mit Wissen und Wollen also vorsätzlich. Weil namentlich drei bekannte Mitglieder ihrer Fraktion mehreren Personen, die zum Ziel hatten, durch Druck und Einschüchterungen uns Parlamentarier an der freien Ausübung unseres Mandats zu hindern, als Gäste getarnt den Zutritt zu diesem Hohen Haus verschafft haben. Sie haben wissentlich Störer und Krawallmacher, die schon vorab auf verschiedenen Kanälen keinen Hehl daraus gemacht haben, was ihre Absichten und Vorstellungen für unseren demokratischen Staat sind, hierher zu uns eingeladen. Sie wussten, dass von diesen Menschen beträchtliche Störungen und Behinderungen ausgehen würden. Und da glaubt Ihnen, Herr Gauland, Ihre Märchenstunde auch kein Mensch mehr, spätestens nach der Rede von Herrn Hilse, der scheinbar aber auch schon das Weite gesucht hat. Diese Störungen haben Sie nicht nur in Kauf genommen, Sie haben sie mit Ihrem Verhalten aktiv herbeigeführt. Sie tragen die Verantwortung. Und damit aber nicht genug, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn wirft man einen Blick auf die Regularien dieses Hauses, dann hätten sich diese Gäste nicht ohne Begleitung durch Büromitarbeiter oder durch die Abgeordneten selbst im Gebäude bewegen dürfen. Und dazu fallen mir zwei Erklärungen ein. Entweder liegt durch die einladenden AfD-Fraktionsmitglieder eine wissentliche Verletzung der Sicherheitsvorschriften vor oder sie waren, und das würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen, selbst dabei als Kollegen gefilmt, angepöbelt oder bedrängt wurden von ihren Gästen. Das alles, meine Damen und Herren, ist Gegenstand der andauernden Auswertung durch die Polizei und Bundestagsverwaltung. Und insgesamt sind diese Vorfälle aber auch strafrechtlich zu prüfen. Neben dem Straftatbestand der Beleidigung steht möglicherweise auch die Nötigung von Mitgliedern eines Verfassungsorgans im Raum. Und die drei AfD-Abgeordneten, die den Randalierern den Zutritt verschafft haben, werden sich gegebenenfalls der Beihilfe schuldig gemacht haben. Sie brechen hier recht und lenken dann ab und schwafeln vom Ermächtigungsgesetz, ohne wahrscheinlich zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Sie verstecken sich auf Zugtoiletten, wie der Kollege Brandner. Sie verlassen das Plenum, wie der Kollege Hilse, und wollen sich dann anschließend noch in die Opferrolle begeben. Die lückenlose Aufklärung der Vorfälle vom vergangenen Mittwoch obliegt nun dem Bundestagspräsidenten der Polizei und gegebenenfalls der Staatsanwaltschaft. Aber auch wir Parlamentarier selbst, meine Damen und Herren, müssen ein Interesse daran haben, dass die notwendigen Konsequenzen hieraus gezogen werden, um die Sicherheit in diesem Hohen Haus künftig weiter zu garantieren. Und dazu gehört auch die Frage, wie wir das Reichstagsgebäude, das Symbol unserer freiheitlich-parlamentarischen Demokratie und natürlich auch die anderen Liegenschaften des Bundestages sichern. Meine Damen und Herren, die AfD hat nichts mit Recht und Ordnung am Hut, sondern mit Unrecht und Unordnung. Sie versucht, Tabubrüche zu inszenieren und spielt in einem kindlichen Verlangen den Bürgerschreck. Lassen Sie es sich gesagt sein. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. Wir verteidigen sie gegen dümmliche Aktionen. Wir Parlamentarier lassen uns nicht einschüchtern. Und wenn die Gaulande und Weidels und Storchs dieser Welt sich höchstpersönlich auf den Kopf stellen. Dabei wäre es fast fatal, wenn solche offenkundigen Demokratiefeinde es mit derartigen Aktionen schaffen würden, dass wir unsere Bürgernähe künftig einschränken müssen. Jährlich kommen Tausende Besucher auf die Reichstagskuppel, dürfen sich während des laufenden Parlamentsbetriebs die Liegenschaften des Bundestages anschauen. Ja, meine Damen und Herren, hautnah unsere Demokratie erleben. Und dieses schützenswerte Gut gilt es unbedingt zu erhalten. Sie geben vor, für Freiheit und Grundrechte einzutreten. In Wirklichkeit treten Sie unsere Demokratie mit Füßen. Das hat sich heute wieder gezeigt. Ich sage ganz deutlich, während den Anfängen, die Vorgänge von Mittwoch dieser Woche müssen vollständig aufgeklärt und die Konsequenzen daraus gezogen werden. Vielen Dank. Ja, Nina Wagen hat es gesagt. Das wird jetzt hinter den Kulissen sicherlich weitergehen. Strafrechtsandrohungen wurden getätigt und der Bundestagspräsident wird das Heft des Handelns hier in die Hand nehmen. Vor allen Dingen über die Vorgänge, die hier im Haus stattgefunden haben. Einschleusung von Provokateuren als normale Gäste über AfD-Abgeordnete. Das wird ein weiteres Nachspiel haben. Jetzt geht es weiter. Beschäftigungssicherung. Covid-19 heißt der Punkt. Heute haben wir leider wieder neue Rekordzahlen, was die Covid-Erkrankung angeht. Es bleibt zu befürchten, dass wir mit dieser Krankheit noch länger leben müssen. Und deswegen reagiert der Gesetzgeber. Und jetzt hier in diesem Punkt, die Bundesregierung will nämlich das Kurzarbeiter-Corona-Sonderregel und Kurzarbeitergeld verlängern. Um ein weiteres Jahr, das Kurzarbeitergeld soll auch im kommenden Jahr von seiner üblichen Höhe 60 Prozent des Lohns erhöht werden. Auf 70 beziehungsweise 77 Prozent für Beschäftigte mit Kind ab dem vierten Monat. Auf 80 beziehungsweise 87 Prozent ab dem siebten Monat. Kritiker sagen, Kurzarbeitergeld ist für solche langen Zeiträume eigentlich nicht geeignet. Die große Rechnung kommt am Schluss und kosten tut es ohnehin eine Menge. Es gibt weitere Anträge. Ein Antrag der Linksfraktion, ein Antrag der AfD. Die Linksfraktion fordert zum Beispiel darüber hinaus, nämlich Sonderregelungen für das Arbeitslosengeld einzuverlängern und ein Weiterbildungsgeld einzuführen. Und die AfD fordert den Anteil Deutschlands am Haushalt der EU für das Haushaltsjahr 2021 sowie am mehrjährigen Finanzrahmen der EU 2021 bis 2027 herabzusetzen, um die Kurzarbeit in Deutschland zu finanzieren. Und in der Tat kostet es eine Menge Geld, aber ich darf daran erinnern, wir haben ja im Moment auch demnächst dann im kommenden Jahr die Bundestagswahlen, Bundestagswahlkampf. Da ist es vielleicht auch Zufall, dass der Kanzlerkandidat von der SPD kommt und der Bundesfinanzminister ist, der unser aller Steuergeld jedenfalls zur Verfügung stehen muss, damit dieses Kurzarbeitergeld auch ein weiteres Jahr gezahlt werden können. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat als erster das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Pandemie ist die größte Herausforderung unserer Generation, und sie ist in allererster Linie eine Gesundheitskrise. Ich wende mich deshalb an dieser Stelle auch im Namen der Bundesregierung nochmal an alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Wir haben Maßnahmen ergriffen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wir haben unser Gesundheitssystem ertüchtigt. Aber alle Maßnahmen des Staates werden nicht ausreichen, wenn in dieser Zeit, und das sage ich angesichts auch steigender Infektionszahlen vom heutigen Tag, nicht alle Bürgerinnen und Bürger ihr Möglichstes tun, um mitzuhelfen, die Gesundheit ihrer Mitmenschen und ihre eigene Gesundheit zu schützen. Und dazu gehört es, sich an die bekannten Regeln zu halten, aber eben auch, wo immer es verantwortbar und möglich ist, soziale Kontakte zu unterbrechen. Wir müssen und wir werden, meine Damen und Herren, alles tun, was staatlich möglich ist, um dieses Land in schwierigen Zeiten durch diese Gesundheitskrise zu führen. Ich weiß aber gleichzeitig, und das sage ich auch an die Adresse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, dass viele Menschen angesichts der Tatsache, dass die Corona-Krise nicht nur eine Gesundheitskrise ist, sondern infolge eine Weltwirtschaftskrise da ist, sich wirtschaftlich und sozial Sorgen machen. Und ich will Ihnen deshalb versichern, dass die Bundesregierung, dass auch dieser Deutsche Bundestag, alles, was in unseren Möglichkeiten steht, tut, um neben den Ängsten, die Menschen um ihre Gesundheit und die ihre Angehörige hat, ihnen Sorgen, um die wirtschaftlichen und sozialen Nöte von den Schultern zu nehmen. Das, was wir machen, meine Damen und Herren, ist genau das. Unsere soziale Marktwirtschaft und unser Sozialstaat mit seinen starken Ressourcen sind, wie in keinem anderen Land der Welt, ein starkes Schutzschild für die Menschen. Und darauf ist in der Krise Verlass und, meine Damen und Herren, auch darüber hinaus. Ich war kürzlich zu Gast, digital, auf einer Konferenz einer amerikanischen Universität. Und da machten in den USA inzwischen ein deutscher Begriff Karriere, wie früher der schöne Begriff Kindergarten, ein Lehnwort im Amerikanischen geworden ist, ist The-Kurzarbeitergeld inzwischen auch im amerikanischen Diskurs angekündigt. Ein sperriges Wort, zugegebenermaßen, aber ein wirksames Konzept. Meine Damen und Herren, mit den Instrumenten und Mitteln der Kurzarbeit ist es infolge der Krise am Arbeitsmarkt gelungen, die Folgen dieser tiefsten Wirtschaftskrise unserer Generation am Arbeitsmarkt unter Kontrolle zu bringen. Die Arbeitslosenquote, ja, liegt auch in Deutschland bei 6 Prozent. Sie ist damit um 1,2 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aber wir wissen, dass wir, wie wenige Staaten auf der Welt auch, mit den Instrumenten der Kurzarbeit vor allen Dingen eins getan haben, nämlich Arbeitsplätze in der Krise zu sichern. Ich sage an dieser Stelle sehr deutlich, die Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal. Während der ersten Welle im April waren circa 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland in Kurzarbeit. Das entspricht sage und schreibe 18 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland. Nach aktuellen Zahlen, die letzt abgerechnet sind aus dem August, waren immerhin noch 2,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Aber wir haben in den letzten Tagen zu registrieren, dass die Anzeigen in dieser Herbst- und Winterzeit in der Pandemie wieder steigen. Ich bin deshalb froh und dankbar, dass wir heute mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz weitere pandemiebedingte Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld bis Ende des Jahres 2021 rechtzeitig verlängern und weitere Anreize für Qualifizierung während der Kurzarbeit schaffen. Die Krise ist noch nicht vorbei. Deshalb ist es gut und richtig, und meine Bitte an Sie als Parlamentarier ist das heute auch zu beschließen, dass wir diese wichtige Brücke der Kurzarbeit in das Jahr 2021 verlängern. Ich sage an dieser Stelle auch sehr deutlich, keine Frage, die Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer. Wir haben alleine in diesem Jahr ungefähr schon 18 Milliarden Euro eingesetzt für das Instrument der Kurzarbeit. Aber die Gewöhnung an Massenarbeitslosigkeit wäre finanziell und sozial für dieses Land ungemein teurer. Aber es ist gut investiertes Geld in diesem Jahr. Und es hilft auch zur Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Es ist nicht nur gut für die Beschäftigten und für die Unternehmen, sondern es ist gut für unsere gesamte Volkswirtschaft, dass wir dieses Instrument haben. Und es ist auch gut für die Unternehmen in diesem Land, meine Damen und Herren. Denn wir werden diese Krise überwinden. Und dann ist es gut, dass die Wirtschaft mit guten Fachkräften auch wieder durchstarten können. Deshalb geht an dieser Stelle mein Appell auch an die Unternehmen in Deutschland. Nutzen Sie, wenn es notwendig ist, dieses Instrument. Es ist besser, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit. Sie werden die Fachkräfte in ihren Branchen nach der Krise brauchen. Deshalb ist das Gebot der Stunde für die Unternehmerinnen und Unternehmer, für die Unternehmen in Deutschland, in diesen schwierigen Zeiten, alles zu tun, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden gegenüber ihren Beschäftigten, aber auch im Interesse unternehmerischer Vernunft besser die Leute jetzt an Bord halten, als sie massenhaft zu entlassen. Wir helfen Ihnen als Staat, aber nutzen Sie das Instrument auch, meine Damen und Herren. Und mein Appell an die Unternehmen in diesem Land ist auch da, wo wir erleben, dass diese Corona-Pandemie den Strukturwandel von Wirtschaft und Arbeitswelt beschleunigt, wo immer es möglich ist, Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden. Wir setzen dafür Anreize. Wir haben weitere Instrumente in dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz geschaffen, um vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch Großen, zu helfen, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Was ich nicht erleben will, ist, dass nach der Krise, nach Massenentlassungen, dann über Fachkräftemangel gejammert wird. Und deshalb ist es notwendig, jetzt auszubilden, trotz und gerade in dieser Krise. Aber es ist auch notwendig, wo immer es geht, weiterzubilden, damit wir die Fachkräfte von morgen auch zur Verfügung haben. Wir haben doch in den 20er-Jahren einen großen demografischen Wandel am Arbeitsmarkt. Wir haben den digitalen Wandel. Wir haben den ökologischen Wandel unserer Industriegesellschaft vor der Brust. Das in kurzerer Zeit. Und deshalb ist es richtig, jetzt Kurzarbeit mit Weiterbildung zu verbinden. Meine Damen und Herren, abschließend. Ich habe mich an die Bevölkerung gewandt, an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an die Unternehmen. Ich möchte mich einmal zum Schluss auch an die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter wenden. Das, meine Damen und Herren, sind Menschen, die Unglaubliches leisten, und zwar seit längerer Zeit. Und die weiter gefordert sind. Im Namen der Bundesregierung, und ich denke auch im Namen der meisten Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus, möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die bedanken, die jetzt den Unternehmen und den Beschäftigten in den Jobcentern und bei der Bundesagentur helfen. Das sind Leute, die wirklich Großes leisten. Und die zeigen, dass in diesem Land die Menschen sich in schwierigen Zeiten auf unseren Sozialstaat, in unserer Demokratie verlassen können. Ganz herzlichen Dank. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat hier noch einmal das Kurzarbeitergeld gelobt. Er hat gesagt, es ist sehr teuer, aber es ist besser, als Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Die Bundesagentur für Arbeit hatte zum Glück viel Geld auf der hohen Kante. Durch Kurzarbeit und gestiegene Arbeitslosigkeit während der Corona-Krise allerdings sorgt dieses Jahr für Rekordsummen. Nämlich 62 Milliarden Euro müssen ausgegeben werden. Man muss in die Rücklage greifen und man benötigt eine Liquiditätshilfe des Bundes. Jetzt Martin Sichert von der AfD. Warum sprechen wir heute über Kurzarbeitergeld und Weiterbildungsmaßnahmen? Ganz einfach, weil die Regierungen von Bund und Ländern mit ihrer Politik dafür gesorgt haben, dass Millionen Arbeitnehmer in Deutschland momentan ohne Arbeit sind. Friedrich Merz hatte recht, als er sagte, man kann die Menschen nicht dauerhaft verbieten zu arbeiten und sie stattdessen durch den Staat finanzieren. Wir verschulden uns massiv, und wir werden diese Schulden nie zurückzahlen können, weil die Basis unseres Wohlstands durch die aktuelle Politik erodiert. Durch den Lockdown liegen ganze Wirtschaftsbereiche wie Gastronomie, Hotellerie, Tourismus oder das Veranstaltungsgewerbe komplett lahm. Heute soll nun die Verlängerung des Kurzarbeitergelds bis Ende nächsten Jahres beschlossen werden. Das ist ein fatales Signal, denn es bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass Lockdown und wirtschaftliche Beschränkungen bis Ende nächsten Jahres andauern werden. Wenn das antritt, bedeutet es die Insolvenz für unzählige Unternehmen und damit die Arbeitslosigkeit für Millionen Mitbürger. Ginge es um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, darum, den Menschen Vertrauen zu geben, würde man nicht das Signal setzen, dass Kurzarbeitergeld bis Ende nächsten Jahres benötigt wird. Sie machen das, weil Sie jede Debatte über die massiven Schäden, die Sie mit dem Lockdown verursachen, vor der Bundestagswahl im nächsten Herbst vermeiden wollen. Parteipolitisch kann ich Ihre Motive nachvollziehen. Gesellschaftspolitisch und verantwortungsethisch hingegen ist es ein Offenbarungseid. Weiterbildung ist gut. Menschen mit Kurzarbeitergeld über eine Krise zu helfen, ist ebenfalls gut. Aber beides kann keine Arbeit ersetzen. Schon gar nicht dauerhaft. Denn eine dauerhafte Krise zerstört selbst die stärkste Volkswirtschaft. Warum überhaupt haben wir diese Krise? Wenn Sie doch eine Frage haben, Herr Kollege, stellen Sie sie doch einfach als Zwischenfrage. Dann können wir gerne darüber diskutieren. Also, warum haben wir diese Krise? Wegen den Intensivbetten? Wohl tendenziell eher nicht. Denn die Zahl der belegten Intensivbetten war in Deutschland am höchsten am 17. September, also zu einer Zeit, als Corona kaum eine Rolle spielte. Wenn es nicht die Intensivbetten sind, ist es dann vielleicht der Bevölkerungsschutz. Schauen wir uns doch dazu mal die ergriffenen Maßnahmen und deren Verhältnismäßigkeit an. Laut dem Epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts fanden vor dem aktuellen Knockdown in Schulen, Hotels und Gaststätten zusammen gerade mal zwei Prozent aller Neuinfektionen statt. Mehr als das Vierfache hingegen, nämlich 8,2 Prozent aller Neuinfektionen, hingegen gab es in Asylbewerberunterkünften. Dass man massivste Maßnahmen bei Schulen, Gaststätten und Hotels verhängt, während man keine für Asylbewerberunterkünfte ergreift, beweist, dass es nicht um die Eindämmung von Infektionen geht. Stünde die Gesundheit der Bevölkerung im Vordergrund, käme man auch nicht auf die Idee, im November bei kalten Temperaturen gegen friedliche Demonstranten Wasserwerfer einzusetzen, und man würde Schüler auch nicht zwingen, mitten im Winter ständig im Luftzug zu sitzen, wo sie sich alle möglichen Krankheiten holen. Vor allem, weil die Statistiken beweisen, dass es in der Altersgruppe von Schülern, Eltern und Lehrern keine erhöhte Sterblichkeit gibt. In der Altersgruppe von 0 bis 59 Jahren werden wohl weit mehr Menschen an Einsamkeit, an verschobenen Untersuchungen und Operationen und an Armut durch im Lockdown vernichtete Existenzen sterben. All diese Toten haben Sie mit Ihrer Politik zu verantworten. Es geht Ihnen nämlich gar nicht um den Schutz der Bevölkerung, sondern darum, die Menschen in eine Hysterie zu stürzen, mit der Sie Ihre Ideologie leichter durchsetzen können. Sie wollen Corona nutzen, um die Gesellschaft und Wirtschaft zu transformieren und ihre Macht zu festigen. Indem Sie immer mehr Geld an die EU geben und immer mehr Macht an die EU transferieren, entmachten Sie die deutschen Bürger, die gar keine direkte Kontrolle mehr ausüben können. Deswegen haben wir als AfD beantragt, statt der jährlichen Erhöhung der Mittel an die EU, das Geld lieber für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes einzusetzen. In solch einer elementaren Wirtschaftskrise darf man nicht weiter Milliarden ausgeben, damit in Italien oder Spanien Steuersenkungen ermöglicht werden, sondern das Geld muss eingesetzt werden, um die heimische Wirtschaft zu erhalten. Das Herz unserer Deutschen, ja, das Herz der gesamten europäischen Wirtschaft ist die deutsche Industrie. Aber dieses Herz ist schwer krank. Die Krankheit, die es befallen hat, ist die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und der Europäischen Union. In Deutschland ist die Industrieproduktion in diesem Jahr weit stärker eingebrochen als in allen anderen europäischen Ländern. Es ist für die Zukunft Deutschlands eine Katastrophe, dass die industrielle Basis durch massive staatliche Eingriffe in der Vergangenheit bereits stark geschwächt wurde. Dass man sie jetzt noch massiver angreift als je zuvor, anstatt sie endlich zu schützen, ist verantwortungslos. Denn ohne die industrielle Basis gibt es keinen Wohlstand. Und ohne Wohlstand gibt es keine Möglichkeit, all jene, die als Rentenampensionäre oder Arbeitslose vom Sozialsystem leben, künftig zu finanzieren. Eine vernünftige Regierung versucht daher gerade in Krisenzeiten das Herz der Wirtschaft, nämlich die Industrie, zu schützen. Hierzulande passiert momentan aber genau das Gegenteil. Mit der Euro-7-Norm zerstört die EU die deutsche Automobilproduktion. Wenn in Europa ab 2025 keine Verbrennungsmotoren mehr gebaut werden können, betrifft das in Deutschland Millionen Arbeitsplätze. Es sind nicht nur die Arbeitsplätze bei VW, Audi, BMW oder Daimler, sondern auch die ganzen Jobs bei den Zulieferern und auch beim Bäcker oder Metzger in Zuffenhausen oder Ingolstadt. Dass der Arbeitsminister auf meine Frage vorgestern, ob die Bundesregierung sich gegen diese EU-Norm stellen und für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen wird, nur einfühlt, dass man Umwelt und Arbeit nicht gegeneinander ausspielen, sondern eine Transformation möchte, das sagt leider alles aus. Denn es bedeutet nichts anderes, wie dass der Verbrennungsmotor weg kann und die Millionen Arbeitsplätze, die daran hängen, auch. Hauptsache, man setzt die eigene Ideologie durch. Was Euro 7 bedeutet, und da sind wir ja genau beim Thema Beschäftigungssicherung, was Euro 7 bedeutet, sieht man jetzt schon. So hat es BMW vorgestern verkündet, dass man die Motorenproduktion in Deutschland bis 2024 beenden wird und stattdessen die großen Motoren wo baut? In Großbritannien. Für die Briten lohnt sich der Brexit. Für die Deutschen hingegen ist diese Politik eine absolute Katastrophe. Wir von der AfD, wir werden diese Politik nicht mitmachen, denn sie widerspricht elementar unserem Auftrag als Volksvertreter, uns für Freiheit, Demokratie, Wohlstand, Zukunft und ein lebenswertes Leben unserer Mitbürger einzusetzen. Vielen Dank. Beschäftigungssicherung Covid-19 heißt der Punkt. Es geht dabei um drei Anträge, um die Verlängerung des Arbeitslosengeldes, genauer gesagt. Und der nächste Redner in der Debatte kommt von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß. Er ist der Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine falsche Analyse führt immer auch zu einer falschen Politik. Und ich will kurz einleitend folgende Bemerkung. Nicht die Politik. Das Virus ist die Ursache für die Krise, in der wir uns befinden. Und friedliche Demonstranten, ja, die braucht es in einer lebendigen Demokratie. Friedliche Demonstranten halten sich aber an die Auflagen. Zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz zu tragen oder Abstandsregeln einzuhalten. Was wir am Mittwoch erlebt haben, war die bewusste Verletzung der Regeln für eine friedliche Demonstration. Das macht uns besorgt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach einem tiefen Einschnitt in das Wirtschaftsleben durch die Corona-Pandemie haben wir im dritten Quartal dieses Jahres eine deutliche Erholung auch der Industrieproduktion erlebt. Einen deutlichen Rückgang der Kurzarbeit auf knapp 2 Millionen nach einem Höchststand von 6,7 Millionen. Und die Anspruchnahme der Kurzarbeit, wenn Kurzarbeit angemeldet wird, liegt gerade noch bei 36 Prozent. Wir sind auf einem guten Weg. Aber wir merken natürlich auch jetzt, dass die steigenden Infektionszahlen und die daraus notwendig gewordenen Maßnahmen diesen guten Weg wieder stoppen können. Und deswegen hat der Bundesarbeitsminister, wie ich finde, zu Recht in seiner Rede betont, unser Appell an alle Bürgerinnen und Bürger muss sein, Bitte gefährdet durch euer eigenes Handeln nicht den bemerkenswerten Wiederaufschwung, den wir in den letzten Monaten erlebt haben, sondern helft bitte mit, dass wir gut durch diesen Winter kommen und wir den wirtschaftlichen Erfolg, den wir uns alle gönnen, nicht zerstören. Und unsere Zusage, die wir heute mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz einlösen, ist die, wir lassen die Betriebe, wir lassen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht allein. Ja, wir sind uns bewusst, auch im kommenden Jahr wird es in einzelnen Branchen, in einzelnen Betrieben nochmal notwendig sein, Kurzarbeit zu nutzen. Und deshalb ist es ein Punkt der Verlässlichkeit, auch der Solidarität, dass wir heute als Bundestag sagen, wir halten die Regeln für die Kurzarbeit bis 2021 in dem bisherigen Maße aufwärts. Wer sie braucht, kann sie nutzen, wer sie nicht brauchen muss, der ist Gott sei Dank gut dran. Wir sind verlässlich, wir sind solidarisch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem Land. Und wir werden im kommenden Jahr etwas Zusätzliches machen, nämlich Kurzarbeit stärker mit Fort- und Weiterbildung verbinden. Auch das ist richtig. Und zwar haben wir da als Koalitionsfraktionen den ursprünglichen Entwurf der Regierung ein bisschen vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir haben ein eigenes Konzept für die Weiterbildung in das Gesetz hineingeschrieben, das breit angelegt ist, das gleichzeitig aber auch Qualität setzt. Herr Kollege Weiß, der Kollege Ernst würde ich an eine Zwischenfrage stellen. Bitte schön. Herr Kollege Ernst. Danke, Herr Präsident, und Herr Weiß, dass Sie die Frage zulassen. Ich lese hier eine Aussage von Ihrem Kanzlerkandidaten zur Kurzarbeit. Und ich hätte gern von Ihnen gewusst, was Sie denn da zu halten. Sie haben es ja gerade, Sie haben es ja, ja, aber er möchte es doch gern werden. Er möchte gern Kanzlerkandidat werden, oder? So, also lassen wir doch das mal weg, ob es jetzt schon ist oder nicht. Er möchte es jedenfalls gern werden. Gott möge uns davor bewahren. Aber er sagte, er sagte, gewöhnen Sie sich, durch Kurzarbeit gewöhnen sich relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Kurzarbeit ist eigentlich ein Punkt, der gerade in der Krise ja sehr gut wirkt. Herr Heil hat gerade darauf hingewiesen, dass es inzwischen Amerikaner gibt, die das Wort sogar übernehmen, was sie für eine gute Lösung haben. Und Ihr Möchtegern-Kanzlerkandidat, um es richtig zu formulieren, der ist also der Auffassung, dass sich die Menschen an Arbeit, also an Faulheit mehr oder weniger gewöhnen, ein schlimmes Zitat. Ich hätte gern von Ihnen gewusst, wie Sie dieses Zitat Ihres Möchtegern-Kanzlerkandidaten bewerten. Also, Herr Kollege Ernst, zuerst bitte ich auch von der Linken um Respekt für einen demokratischen Entscheidungsprozess in einer demokratischen Partei, die erst noch einen Kanzlerkandidaten nominieren muss. Das werden wir auch an einem geordneten und guten Verfahren, übrigens sind wir zwei Parteien, CDU und CSU, gemeinsam machen. Das Zweite ist, ich kenne weder von einem Kandidaten noch einem Nichtkandidaten aus der Union eine Äußerung, die das Instrument der Kurzarbeit in Zweifel zieht. Und das Dritte ist, und damit kommen Sie mit Ihrer Zwischenfrage auf den Kern dessen, was wir im Gesetz machen. Wir wollen Kurzarbeit mehr produktiv nutzen, nämlich nicht nur dazu, dass Leute zu Hause bleiben müssen, weil keine Arbeit da ist, sondern dazu nutzen, dass sie diese freie gewordene Zeit nutzen, sich selber fort- und weiterzubilden als Gewinn für sich persönlich, aber auch als Gewinn für das ganze Unternehmen. Wir brauchen in Zukunft qualifiziertere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist die Botschaft. Und wir regeln das sogar so, wenn eine Weiterbildungsmaßnahme begonnen wird, aber die Kurzarbeit Gott sei Dank abgesagt werden kann, fördern wir die Weiterbildungsmaßnahme weiter. Auch das ist ein wichtiges Signal, um die Weiterbildungsbereitschaft, um die Fortbildungsbereitschaft bei unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und bei unseren Unternehmen am Leben zu erhalten und zu bestärken. Wir wollen damit dafür sorgen, dass wir am Schluss stärker aus der Krise herauskommen als deutsche Volkswirtschaft, als wir da hineingegangen sind. Das ist unser Ziel. Wir regeln übrigens mit, dass man weiterhin neben Kurzarbeit einen 450-Euro-Job machen kann. Wir regeln zusätzlich, dass, wenn jemand eine Beschäftigungssicherungsvereinbarung eingegangen ist, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie dann später doch arbeitslos werden sollten, das Arbeitslosengeld auf dem alten Gehalt berechnet wird. Das ist ein ganz großer finanzieller Vorteil. Wir machen etwas Wichtiges für die Unternehmen im kommenden Jahr, indem wir sagen, die Insolvenzgeldumlage muss nicht auf 0,15 Prozentpunkte ansteigen, sondern nur auf 0,12, weil wir das auch machen können, verantwortungsbewusst, weil wir genügend Rücklage haben. Auch da ein Zeichen, überall da, wo wir die deutsche Wirtschaft in der Krise auch ein Stück entlasten können, entlasten wir sie. Wir tun genauso bei der Elterngeldberechnung das KUG rausnehmen und tun diese Sonderregelung erneut verlängern bis zum 31.12. des kommenden Jahres. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gesetz, das wir jetzt nachher abzustimmen haben, ist ein Gesetz, mit dem wir Solidarität üben, mit dem wir für Verlässlichkeit sorgen. Wir wissen, dass wir dieses Gesetz noch durchführen können mit einem großen Arbeitsaufwand und Einsatz der Bundesagentur für Arbeit. In der Ausschusssitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am Mittwoch dieser Woche haben wir dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Herrn Schede, aufgetragen, in unser aller Namen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BA ein herzliches Dankeschön zu sagen für den großartigen Einsatz, den Sie in dieser Zeit erbringen. Ich will das hier in der Öffentlichkeit des Plenums noch einmal unterholen. Ja, die Bundesagentur für Arbeit bedarf auch in dieser Zeit unserer Unterstützung und Solidarität. Sie machen einen hervorragenden Job. Es geht mit diesem Gesetz heute darum, dass wir zeigen, wir sorgen für Verlässlichkeit, wir sorgen für Planungssicherheit. Die Unternehmen in Deutschland, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können auf uns, den Deutschen Bundestag zählen. Vielen Dank. Die Bundesregierung will mit ihrem Gesetzentwurf das Kurzarbeitergeld bis Ende kommenden Jahres verlängern. Der nächste Redner hier in der Debatte, jetzt sehen wir ihn auch schon, ist Johannes Vogel von der FDP. Er ist der Arbeitsmarkt- und rentenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Anfang ein Wort zu Herrn Sichert von der AfD. Am Anfang dieser Krise war eines der gefährlichsten freiheitsfeindlichen Mythen, dass Menschen wie Xi Jinping und Wladimir Putin behauptet haben, die Solidarität in der EU sei doch nur ein schönes Märchen. Dass Sie allen Ernstes hier in der Krise beantragen, dass man Nationalismus so auslebt, die Menschen in Europa gegeneinander auszuspielen, indem Sie jetzt allen Ernstes die Zuschüsse zur EU reduzieren wollen, das lässt tief blicken. Gott sei Dank macht die EU das ganz anders. Und Gott sei Dank haben Sie in diesem Land nichts zu melden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Aber zur Regierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde auch, Kurzarbeitergeld ist ein erfolgreiches Kriseninstrument und es ist stark, wie es international anerkannt wird. Und ich glaube, es ist deshalb richtig, dass wir hier im parteiübergreifenden Konsens am Anfang der Krise Kurzarbeitergeld in den Krisenregelungen für möglich gemacht haben. Wir haben es damit geschafft, gemeinsam einen gewaltigen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Gleichzeitig sind über eine halbe Million Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr. Und das zeigt, dass Beschäftigungssicherung wichtig ist. Aber Beschäftigungssicherung ist in Wahrheit nur die halbe Miete. Weil wir gleichzeitig auch Einstellungsdynamik brauchen, weil wir gleichzeitig auch wirtschaftliches Wachstum brauchen. Und deshalb ist Kurzarbeitergeld gut. Aber Sie müssten mehr für die Rahmenbedingungen tun, dass auch neue Jobs geschaffen werden. Entlastung bei den Unternehmen, bei Investitionen. Entlastung der Unternehmen zum Beispiel durch eine großzügige Steuerrückerstattung bei den Verlusten dieses Jahres. Das wären Maßnahmen, wie wir auch dafür sorgen, dass neue Jobs entstehen. Da sind Sie wirtschaftspolitisch leider ziemlich einfallslos. Gleichzeitig verlängern Sie das Kurzarbeitergeld jetzt direkt, anders als in der letzten Krise, nicht schrittweise, sondern jetzt direkt bis nach der Bundestagswahl. Und deshalb werden wir uns bei diesem Gesetz auch nur enthalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Langfristiges Wachstum, das entsteht aber durch Innovation. Und was sind Treiber von Innovation? Kreativer Input von innen durch Aufstieg, kreativer Input von außen durch Einwanderung und natürlich Unternehmertum und Gründermut. Und deshalb will ich nochmal etwas dazu sagen, wie Sie mit den Menschen umgehen in dieser Krise, die unternehmerisches Denken jeden Tag beweisen, den Selbstständigen in diesem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist wirklich etwas, wo ich finde, wo das Nichthandeln dieser Koalition und das Handeln dieser Koalition in den letzten Tagen wirklich skandalös ist. Diese Woche ist internationale Gründerwoche, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was tun Sie ausgerechnet in dieser Gründerwoche? Sie verlängern die Sonderregelung für Angestellte bis nach der nächsten Bundestagswahl. Und gleichzeitig drücken Sie den Selbstständigen ohne Angestellten in diesem Land im größten Sturm jetzt ein kleines Cocktailschirmchen in die Hand, nachdem Sie sie ein halbes Jahr im Regen stehen gelassen haben. Das ist skandalös, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Und das reicht einfach nicht. Machen wir es mal konkret. Wir müssen uns das kurz vor Augen führen. Das Problem des sogenannten Unternehmerlohns ist ja lange bekannt, dass in der Wissensgesellschaft eben auch Lebenshaltungskosten abgedeckt werden müssen. Seit März haben wir hier im Deutschen Bundestag darauf hingewiesen, ich ganz persönlich, aber auch Kolleginnen und Kollegen von anderen Oppositionsfraktionen, parteiübergreifende Bittbriefe aus den Bundesländern, permanente Nachfragen hier im Deutschen Bundestag. Ja, und was haben Sie getan? Für die Beschäftigten gab es erhöhtes Kurzarbeitergeld, und die Selbstständigen, die haben Sie als Erwerbstätige zweiter Klasse behandelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, das ist skandalös, und das geht so nicht. So, und jetzt haben Sie letzte Woche endlich einen Vorschlag präsentiert. Da muss man sich aber mal genauer anschauen. Sie haben eine Neustarthilfe aus dem Hut gezaubert, wie so ein Kaninchen. Kaninchen, die sind oft mager. Ihr Kaninchen, das ist aber halb verhungert, weil das Geld, das ist weniger als die Grundsicherung, die Sie jetzt den Selbstständigen angedeihen lassen wollen. Und Ihre Antwort, wenn man Ihnen das vorwirft, ist, sagen Sie, ja, die Grundsicherung kommt ja noch obendrauf. Die Grundsicherung, die können die meisten Selbstständigen gar nicht nutzen, wegen der Altersvorsorge, weil sie vielleicht in einer Partnerschaft leben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist zu wenig für die Selbstständigen in diesem Land, die Innovationstreiber in unserem Land sind. Und kommen Sie mir nicht, kommen Sie mir nicht damit, dass die nicht eingezahlt haben. Erstens haben die Steuern gezahlt, und zweitens leben wir ja in einer Ausnahmesituation, wo die Politik aus guten gesundheitspolitischen Gründen aber dennoch Menschen das Geschäft verbietet. Dann muss sie auch für Entschädigungen sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da tun Sie für die Selbstständigen zu wenig in diesem Land. Und das muss sich endlich ändern. Sie trampeln damit auf dem zarten Pflänzchen von Selbstständigkeit und Unternehmertum in diesem Land herum. Und wir brauchen nicht nur in der Krise, sondern wir brauchen gerade auch nach dieser Krise Innovativität. Ich komme zum letzten Satz, ich komme zum Schluss. Wir brauchen gerade auch nach dieser Krise die Innovativität und Schaffenskraft der Selbstständigen, der Künstler, der Coaches und der vielen Freiberufer in diesem Land. Dafür tun Sie zu wenig, und das geht so nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sabine Zimmermann, Die Linke, erhält jetzt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Minister Heil, Sie haben gesagt, dass Kurzarbeit teuer ist. Ja, das ist richtig. Aber hätten Sie nicht den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung in den letzten Jahren so abgesenkt, hätten wir mehr Geld in der Kasse gehabt. Und das haben Sie versäumt. Das Beschäftigungssicherungsgesetz ist jetzt überarbeitet. Es liegt nun auf dem Tisch, und die Verbesserungen erkennen wir als Fraktion Die Linke an. Es gibt aber drei gravierende Leerstellen. Erstens. Arbeitsplätze, die über das Kurzarbeitergeld gefördert werden, müssen erhalten bleiben. Das ist Sinn und Zweck von Kurzarbeit. Aber Kurzarbeit darf nicht zum Selbstbedienungsladen für Unternehmen werden. Und deshalb fordert Die Linke, wer Beschäftigte während oder direkt nach der Kurzarbeit entlässt, muss die erstatteten Sozialversicherungsbeiträge zurückzahlen. Zweitens. Sie wollen die Weiterbildung fördern, unterstützen aber nur die Arbeitgeber. Wir fordern ein Weiterbildungsgeld in Höhe von 90 Prozent des letzten Nettos für die Beschäftigten. Weiterbildung muss sich auch für die Beschäftigten lohnen. Denn Bildung ist das A und O, um auf dem Arbeitsmarkt existieren zu können, meine Damen und Herren. Drittens. Wir sind gerade mitten in der zweiten Welle der Pandemie. Sie verlängern die Sonderregelung bei der Kurzarbeit. Das ist richtig. Aber warum verlängern Sie dann nicht ebenfalls die Sonderregelung beim Arbeitslosengeld, wie es unter anderem auch der DGB empfiehlt? Stocken Sie den Anspruch auf das Arbeitslosengeld auch 2021 auf drei Monate auf, meine Damen und Herren. Helfen Sie auch den Menschen, die gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit erwerbslos wären. Das wäre schon eine richtige Entscheidung. Und weil wir heute über Beschäftigungssicherung reden. Es gibt Unternehmen, deren Geschäft auch in der Pandemie gut läuft. Dazu gehört Haribo. Das Haribo-Werk in meinem Wahlkreis in Wilkau-Hasslau bei Zwickau soll zum Jahresende geschlossen werden. Dabei ist es rentabel. Es ist das einzige Haribo-Werk im Osten. Und die Sauerei, meine Damen und Herren. Und ich spreche das hier auch ganz deutlich an, dass Millionen an Gewinnen in die Haribo-Zentrale abgeführt, aber nicht ins Werk investiert wurde. Jetzt sagt die Geschäftsführung, das Werk sei für künftige Anforderungen nicht modern genug. So, meine Damen und Herren, wickelt man den Osten ab. Und das lassen wir nicht zu. Die Kolleginnen und Kollegen bei Haribo haben hier jahrelang für niedrige Löhne geschuftet und Gewinne erwirtschaftet. Als Dank werden sie nämlich jetzt zum Jahresende einfach vor die Tür gesetzt, direkt vor Weihnachten. In dieser Arbeitsmarktlage, das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. In ganzen drei Minuten wurde die Belegschaft vor zwei Wochen über die Schließung über den Verlust ihrer Arbeitsplätze informiert. Es geht um 150 Arbeitsplätze. Herr Minister Heil, ich fordere Sie auf, persönlich sich für den Erhalt des einzigen Haribo-Werkes im Osten einzusetzen. Auch für die Beschäftigten und für die Familien. Dankeschön. Der nächste Redner in der Debatte ist Stefan Strengmann-Kuhn von Bündnis 90 Die Grünen. Nein, er heißt Wolfgang mit Vornamen. Pardon. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die derzeitigen Beschränkungen, vor allen Dingen die Beschränkungen der sozialen Kontakte, sind für uns alle schwierig. Aber sie sind notwendig. Sie sind notwendig aus gesundheitlichen Gründen vor Schutz, damit die Pandemie nicht weiter vorangeht. Aber sie sind auch aus ökonomischen Gründen wichtig. Ohne die Einschränkungen, die wir jetzt haben, wäre die ökonomische Krise viel größer. Sie sind nicht die Ursache der Krise, wie die AfD immer behauptet, sondern sie sind auch notwendig, um die ökonomische Krise zu begrenzen. Gucken Sie nach Schweden, gucken Sie in die USA. Was passiert, wenn da nicht so stark gegen Corona gekämpft wird? Das macht die ganze Krise viel schlimmer. Und auch deswegen brauchen wir diese Einschränkungen. Und wir sind in einer ganz labilen ökonomischen Phase. Wir wissen nicht, wie das weitergeht mit der Pandemie. Es gibt ein paar Hoffnungsschimmer. Aber wenn man sich die Zahlen bei uns heute anguckt, heute gibt es einen neuen Rekordwert bei den Infektionszahlen. Wir haben die Lage noch nicht im Griff. Und es ist unsicher, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Es ist auch weltwirtschaftlich noch nicht klar. Und deswegen ist es sehr richtig, dass die Kurzarbeiterregelungen verlängert werden, dass die Kurzarbeitsmöglichkeit verlängert wird, dass die leichteren Einstiege in die Kurzarbeit verlängert werden. Das ist ein ganz wichtiges Mittel in dieser Krise. Ich sage das vorweg, weil wir werden diesem Gesetz nicht zustimmen, weil in diesem Gesetz geht es gar nicht darum, die Kurzarbeit zu verlängern und den leichteren Zugang zu Kurzarbeit zu verlängern, sondern das ist durch Verordnungen bereits passiert. Das ist richtig und gut so. In dem Gesetz geht es um viele Detailregelungen. Da teilen wir zum Teil einige, die eben auch schon erwähnt worden sind, die in besondere Ausschussberatung auch dazugekommen sind. Aber bei den Kernpunkten haben wir an den wichtigen Punkten Kritik. Erstens geht es ja darum, dass das Kurzarbeitergeld angehoben wird, und zwar je nachdem, wie lang die Leute in der Kurzarbeit sind. Das geht an den Bedürfnissen der Betroffenen vollkommen vorbei. Das zeigte auch in der Anhörung eine Untersuchung des IAB, die die Leute befragt haben, die gesagt haben, wir brauchen die Leistungen jetzt, und es wäre günstig, wenn Menschen mit geringem Einkommen eine höhere Leistung bekommen würden. Genau das haben wir Grünen vorgeschlagen. Ein Kurzarbeitergeld plus, bei der die Lohnersatzrate für geringe Einkommen höher ist als für die anderen. Das wäre der bessere Weg gewesen. Zweiter Punkt. Sie verlängern die Hinzuverdienstmöglichkeitsregelung, aber Sie verschlechtern sie. Sie begrenzen sie auf geringfügige Beschäftigung. Das ist völlig unzureichend. Sie hätten die alte Regelung einfach verlängern müssen, das auf geringfügige Beschäftigung zu verlängern, zu beschränken. Das ist wieder eine Förderung von geringfügiger Beschäftigung, und das finden wir falsch. Drittens. Anreize für Weiterbildung. Ja, richtig. Auch das, was im Gesetzentwurf drinsteht, ist im Grundsatz richtig. Auch die Veränderungen, die dann auch im Ausschuss passiert sind, sind richtig. Aber es passiert erst ab Mitte nächsten Jahres. Warum das? Wir brauchen das jetzt. Wir brauchen jetzt eine Weiterbildungsoffensive, die mit der Kurzarbeit verknüpft wird. Mit einem Weiterbildungsbonus auf Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II würden Sie jetzt Anreize für Weiterbildung schaffen. Wir brauchen jetzt eine Weiterbildungsoffensive, nicht nur für die Menschen in Kurzarbeit, sondern auch für die Arbeitslosen. Dazu gehört finanzielle Unterstützung, wie das von uns geforderte Weiterbildungsgeld, das für viele eine Weiterbildung erst möglich macht. Dazu gehört aber gerade jetzt auch ein Ausbau der digitalen Infrastruktur, bei den Arbeitsagenturen, bei den Jobcentern, aber auch bei den Trägerinnen und Trägern, damit Beratung, Vermittlung und Weiterbildung auch in diesen Corona-Zeiten besser möglich wird. Herr Kollege Streckweil, das ist gut. Der Kollege Siegert würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein, danke. Menschen in Beschäftigung zu halten, ist wichtig. Deswegen ist die Kurzarbeit ja auch ein gutes Mittel. Wir hatten es eben schon erwähnt worden, den Chef der Bundesagentur für Arbeitsschäle im Ausschuss, der gesagt hat, die Kurzarbeit wirkt, damit die Menschen in Beschäftigung gehalten werden. Er hat aber auch gesagt, der Anstieg der Arbeitslosigkeit entsteht vor allen Dingen dadurch, dass Menschen nicht in Beschäftigung kommen. Deswegen müssen wir das auch unbedingt in den Blick nehmen. Arbeitslosigkeit, die jetzt entsteht, darf sich nicht verfestigen. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, wie wir Einstellungen stärker fördern können, ohne dabei Mitnahmeeffekte zu verursachen. Auch Existenzgründungen können in diesen Zeiten ein Weg aus der Arbeitslosigkeit sein. Mit dem Gründungszuschuss gibt es ein Mittel, das im Grundsatz sehr erfolgreich ist. Wir finden es wichtig, diesen Gründungszuschuss wieder stärker einzusetzen. Wir brauchen doch Ideen für die Zukunft, und die sollten wir stärker fördern. Wir müssen aber vor allem noch mehr für die jungen Menschen machen, die einen Ausbildungsplatz suchen oder nach einer Ausbildung erstmals einen Arbeitsplatz suchen. Wir müssen verhindern, dass es durch die Coronakrise eine verlorene Generation gibt. Da braucht es noch mehr Ansteckung der Bundesregierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen mehr machen, um Arbeitslosigkeit zu beenden. Aber es ist auch klar, für Arbeitslose einen Arbeitsplatz zu finden, ist in diesen Zeiten besonders schwierig und dauert länger. Deswegen ist es für mich völlig unverständlich, dass Sie die Sonderregelung am Arbeitslosengeld I nicht auch verlängert haben. Es ist wichtig, dass Sie auch diese Sonderregelung verlängern. Bitte liefern Sie da noch nach. Schließlich müssen wir auch an diejenigen denken, die nicht vom Kurzarbeitergeld profitieren, aber in einer ähnlichen Situation sind, die vielen Selbstständigen, freiberuflich Tätigen und KünstlerInnen, denen das Einkommen ebenfalls weggebrochen ist. Sorgen Sie endlich dafür, dass Sie ebenfalls eine einfache, unbürokratische Leistung bekommen, die Ihren Lebensunterhalt sichert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Martin Siegert, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Strengmann-Kuhn, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, gerade am Anfang. Ich wüsste gerne von Ihnen, warum Sie Fake News verbreiten, indem Sie behaupten, dass die schwedische Wirtschaft genauso hart getroffen worden wäre oder gar härter als die deutsche durch die aktuelle, momentane Krise. Denn das Gegenteil ist der Fall. Die schwedischen Konjunktur geht es besser als der deutschen. Der Wirtschaftseinbruch in Schweden, natürlich gibt es dort auch einen, weil viele Absatzmärkte momentan problematisch sind. Aber der Einbruch der schwedischen Wirtschaft ist deutlich geringer als in Deutschland. Und es ist eben nicht die Corona-Problematik, sondern es ist die Problematik des Lockdowns, die die Wirtschaft so viel kostet. Warum erkennen Sie das nicht an und verbreiten hier Fake News, indem Sie sagen, die schwedische Wirtschaft wäre genauso stark oder stärker eingebrochen wie die deutsche? Zur Erwiderung, der Kollege Strängmann-Kuhl. Herr Kollege, erstens ökonomisch, was die ökonomischen Zahlen angeht, stimmt das nicht. Zweitens, vor allen Dingen, wenn Sie nach Schweden gucken, und gucken Sie sich da mal die Zahlen der Toten an. Schauen Sie sich das an, die Sterblichkeit. Gemessen an der Bevölkerung sind dort die Zahl der Toten, die durch Corona gestorben sind, fünfmal so hoch wie in Deutschland. Fünfmal so hoch. Das wäre die Konsequenz Ihrer Politik, wenn Sie sich durchsetzen würden. Und das gilt es zu verhindern. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Rützel, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Kurzarbeit ist ein ganz, ganz wichtiger Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Und diese Arbeitslosenversicherung, die gibt es, so wie sie bei uns es gibt, in den allermeisten Ländern dieser Welt nicht. Und deswegen schauen die auch zu uns und sagen, wie macht ihr das? Und Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, sagte ja, dass die auch dafür keinen Begriff haben. Das ist ein Kurzarbeitergeld, das tut sich weltweit etablieren. Und die schauen auf uns, wie wir das meistern. Und sie überbrückt schwierige Phasen, in die Unternehmen gekommen sind, mit diesem Instrument, dass die Menschen an Bord bleiben können und dass die Wirtschaft weiterhin nachher erfolgreich ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn behauptet wird von meinem Vorredner, der AfD, man muss den technischen Fortschritt nur aufhalten, dann wird alles gut, dann will ich einfach sagen, ich war über 30 Jahre Eisenbahner. Und die letzten Dampflokomotiven haben wir im Regelbetrieb 1977 eingestellt. Was hätte es bedeutet, wenn wir gesagt hätten, wir wollen weiterhin Dampflokomotiven? Das wäre zwar ein schönes Bild, mir würde das gefallen, aber das ist doch nicht erfolgreich. Deswegen sind wir nur erfolgreich, wenn wir immer die neuesten und die besten Produkte auf den Markt bringen. Und dafür ist unsere Wirtschaft stark, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 13. März haben wir hier in einer ganz schnellen Aktion das Krisenkuck scharfgestellt. Zwei Monate später, am 14. Mai, mit dem Sozialschutzpaket 2 auch noch einmal die Höhe verändert. Weil wir wissen, die Luft wird dünn, wenn man lang in Kurzarbeit bleibt. Und deswegen gibt es auch höheres Kurzarbeitergeld. Und damals auch schon im Mai habe ich gesagt, hier an diesem Pult, Wenn das nicht reicht, dann machen wir ein Sozialschutzpaket 3 oder 4. Das heißt, unsere Politik ist doch immer darauf ausgerichtet, auch weiterzugucken und zu reagieren. Und das ist doch das Entscheidende in dieser Pandemie. Es gibt kein Lehrbuch dafür. Und heute machen wir genau das. Heute geben wir die Zusage, dass das Kurzarbeitergeld bis Ende nächsten Jahres gilt. Auch in der Höhe gilt das, in dieser höheren Ansetzung bis zum Ende nächsten Jahres. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, dass die Beschäftigten, aber auch die Unternehmen Sicherheit haben, Planungssicherheit haben. Wenn sie es nicht brauchen, umso besser. Ich habe auch bei mir im Wahlkreis welche, die stellen ein, die brummen ohne Ende, die expandieren, weil sie Gewinner sind. Aber andere, ohne dass sie was dazu können, die haben noch eine Durststrecke durchzuwandern. Und deswegen ist es wichtig, dass sie sich verlassen können. Und Wirtschaft ist auch immer Psychologie. Einfach zu wissen, ich habe das, wenn ich es brauche, ist schon besser, wie zu wissen, was die FDP fordert. Das ist dann nach zwei oder drei Monaten Schluss. Und dann wird die Rübe hingehängt. Und gibt es noch einmal was? Oder gibt es noch einmal was nicht? Und dann haben wir nächstes Jahr Bundestagswahl, wo monatelang hier kein Betrieb stattfindet. Von Juli, August, September. Wie es dann weitergeht, wissen wir nicht. Von deswegen schaffen wir heute Sicherheit. Und ich will mich ganz herzlich bedanken beim Arbeitsminister Hubertus Heil, beim ganzen Arbeitsministerium. Und für alle, die in der Koalition mitgemacht haben, Peter Weiß. Wir haben hier was Gutes auf den Weg gebracht. Viel mehr gemacht, wie nur dieses Kurzarbeitergeld. Und darauf geht mein Kollege Martin Rosemann ein. Ich bedanke mich. Ja, der Martin Rosemann wird nachher noch sprechen für die SPD. Aber in der Debatte zunächst für die... Nein? Ah, das Pult wird jetzt sauber gemacht. Ich dachte, es gibt eine Zwischenintervention. Für die CDU-CSU Antje Letzius. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Herr Sichert, ich habe ja gewusst, dass Sie gut im Leugnen sind. Ich habe aber nicht gewusst, dass Sie offensichtlich auch blind sind und nicht sehen, was diese Pandemie weltweit anrichtet. Unser Land, ja die ganze Welt, kämpft mit der Ausbreitung einer Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, aber dank verantwortungsvollem Handeln, gegenseitiger Rücksichtnahme und eines sehr guten Gesundheitssystems ist uns in Deutschland bisher viel Leid erspart geblieben. Dank einer herausragenden Forschungslandschaft durch BioNTech, auch bei mir in Idar-Oberstein, schöpfen wir bereits Hoffnung auf ein Abklingen der Pandemie im kommenden Jahr. Im Bereich Arbeit und Soziales wurde und wird alles unternommen, Beschäftigung zu schützen und denen, die Unterstützung brauchen, diese schnell zu gewähren. Möglich ist alles das, weil wir jahrelang solide gehaushaltet haben und unser Sozialstaat funktioniert. Da es bis zum heutigen Tag trotz der Pandemie und all den damit verbundenen Einschränkungen keinen extremen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gibt, verdanken wir einem sehr wirksamen Instrument unserer Arbeitsmarktpolitik, der Kurzarbeit. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf und Änderung der entsprechenden Regelungen verlängern wir den erleichterten Bezug und die höheren Bezüge bis zum 31. Dezember 2021. Wir verringern damit die Auswirkungen der Pandemie auf die Beschäftigten. Johannes Vogel, die Beschäftigten, die jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, auch Selbstständige, das habe ich selbst als Unternehmerin, als Selbstständige erlebt, konnten in die Arbeitslosenversicherung freiwillig einzahlen. Mit der Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge entlasten wir die Unternehmen. Auch bleibt eine geringfügig entlohnte Beschäftigung weiterhin anrechnungsfrei möglich. Zeitarbeiter können auch im nächsten Jahr Kurzarbeitergeld bekommen. Das alles baut eine wichtige Brücke, das hat der Minister schon gesagt, eine Brücke, die die Pandemiezeit überspannt und bis in die konjunkturelle Erholung hineinreichen soll. Auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist Kurzarbeit von Bedeutung, weil es den Unternehmen erlaubt, ihr qualifiziertes Personal zu halten und die Kapazitäten, sobald sich die Auftragslage verbessert, wieder hochzufahren, zum Aufschwung beizutragen. Uns ist wichtig, dass während der Kurzarbeit Weiterbildungen stattfinden. Deshalb haben wir im parlamentarischen Verfahren dafür gesorgt, dass Qualifizierung während der Kurzarbeit zukünftig deutlich einfacher umgesetzt werden kann. Um weitere Anreize zu schaffen, während der Kurzarbeit in Weiterbildung zu investieren, sieht der Gesetzentwurf neben der 50-prozentigen Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen auch eine pauschale Lehrgangskostenerstattung vor. Ebenfalls erwähnen möchte ich das Budget für eine digitale Weiterbildungsplattform. Zwar haben wir in Deutschland bereits eine Vielzahl von digitalen Weiterbildungsangeboten, es fehlt jedoch an einem Einstiegsportal. Die Bundesagentur erhält durch das Gesetz die nötigen Mittel, um Aufbau und Betrieb eines Weiterbildungsportals zu prüfen und gegebenenfalls zu entwickeln und zu betreiben. Innerhalb der CDU-CSU-Fraktion setzen wir uns bereits seit Längerem für den Aufbau einer übergeordneten Weiterbildungsplattform ein. Ich hätte mir gewünscht, gerade jetzt, während der Pandemie, dass diese Plattform schon Realität wäre. Wenn wir eine Kultur der Weiterbildung erreichen wollen, wenn wir erreichen wollen, dass lebensbegleitendes Lernen digital und über Digitales in der breiten Gesellschaft ankommt, ja zu einer Selbstverständlichkeit wird, muss der Einstieg attraktiver sein, muss die Plattform übersichtlich sein, muss sie Lust auf Lernen machen. Diese Plattform braucht keineswegs zwingend an der Bundesagentur für Arbeit bei Heimaten zu sein. Aber ich bin gespannt, zu welchen Ergebnissen die Projektphase führt. Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf stärken wir unser erfolgreiches Instrument der Kurzarbeit und verbinden es stärker mit der Möglichkeit der Qualifizierung, damit die Krise nicht nur überwunden, sondern auch eine Chance wird. Vielen Dank. Applaus Das Wort hat der Kollege Karl-Julius-Gronnenberg für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kurzarbeit ist ein erfolgreiches Kriseninstrument. Kurzarbeit ist die stabilste Brücke durch die Krise. Kurzarbeit schützt vor Arbeitslosigkeit. Ich könnte den Reigen der Lobeshygnen beliebig lange fortsetzen. Nur eins gerät dabei schnell in Vergessenheit. Wenn Wirtschaft und Arbeitsmarkt bis jetzt einigermaßen durch die Krise gekommen sind, dann ist das nicht allein der Regierung zu verdanken, sondern in erster Linie den Unternehmen und ihren Beschäftigten. Die haben sich blitzschnell über die neuen Arbeitsschutzregeln umgesetzt. Die haben da, wo sie durften, so normal wie irgend möglich weitergearbeitet. Die haben sich nichts ins soziale Netz fallen lassen, sondern Verantwortung gezeigt. Ich finde, denen kann man an dieser Stelle auch einmal Danke sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch etwas. Die ersten 26 Milliarden Euro Kurzarbeitergeld, die ausgezahlt werden, sind keine großzügige Hilfe der Regierung, sondern die Rücklagen der Beitragszahle. Auch das verdient hier in dieser Debatte einmal erwähnt. Drittens. Die Unternehmen am Hellweg und im Sauerland bestätigen mir, dass da, wo Kurzarbeit unvermeidbar war, die Agentur für Arbeit schnell, kompetent und hilfsbereit zur Seite stand. Ich bin sicher, das war überall so. Und deshalb schließe ich mich gern dem Dank meiner Vorredner an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagentur an. Also, lieber Minister Heil, ein wenig mehr Bescheidenheit. Stünde der Regierung gut zu Gesicht. Sonst läuft sie Gefahr, dass sie beim Kurzarbeitergeld das richtige Maß aus den Augen verliert. Denken Sie an Paracelsus, ob Gift oder Medizin. Das ist eine Frage der Dosis. Immer mehr und immer länger Kurzarbeitergeld hilft nicht zwingend, die Krise zu überwinden. Es geht darum, die richtige Balance zu finden zwischen Kurzarbeit und Anreizen für neue Jobs. Johannes Vogel ist darauf eingegangen. Apropos Maß. Sie verlängern für ein weiteres ganzes Jahr das höhere Kurzarbeitergeld. Aber Sie wissen nicht, wie viele Beschäftigte länger als drei Monate in Kurzarbeit sind und erhöhtes Kurzarbeitergeld beziehen. Das ist aber wichtig. Denn längerer Bezug von Kurzarbeitergeld ist nicht zwingend Corona geschuldet. Viele Branchen stecken mitten in der Transformationspolitik. Sie wissen, Corona verdrängt nicht Transformation, sondern beschleunigt Transformation. Deshalb brauchen wir jetzt kurzfristig für die Feinsteuerung eine solide Datenbasis für die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld. Ein Wort zur AfD. Ihr Antrag leistet keinen, auch nur ansatzweise sinnvollen Beitrag zur Überwindung der Krise. Im Gegenteil, eine wie auch immer geartete Schwächung des europäischen Binnenmarkts schwächt die deutsche Wirtschaft sofort und empfindlich. Das ist wirtschaftspolitisches Harakiri, was Sie hier präsentieren, liebe Kollegen von der AfD. Und noch eins. Sie bejubeln den Brexit und Sie bejammern den höheren Anteil der deutschen Anteil am EU-Haushalt. Und das grenzt an Heucheleien. Liebe Bundesregierung, Kurzarbeit hilft, aber reicht nicht. Jobs sichern ist gut. Neue Jobs schaffen ist besser. Jobs sichern und neue schaffen wäre am besten. Freie Handel und kluge Ordnungspolitik sind immer die beste Arbeitsmarktpolitik. Vielen Dank. Karl-Julius Kronenberg war das für die FDP. Sein Vater Dieter Julius Kronenberg übrigens war Bundestagsvizepräsident von 1984 bis 1994. Im Jahr 2013 ist er gestorben. Jessica Tatti jetzt für die Linke, Sprecherin für Arbeit 4.0. Applaus Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also erstmal, der Gesetzentwurf ist gar nicht so schlecht. Sie wollen die Weiterbildung stärken. Und das ist eine richtig gute Sache. Die Transformation steht nicht still während der Pandemie. Digitalisierung, Klimawandel, Demografie sind riesige Herausforderungen. Tatsache bei der Weiterbildung ist doch, sind die Auftragsbücher voll, bleibt in den Betrieben oftmals keine Zeit für Weiterbildung, ist die Auftragslage schlecht, wäre die Zeit da, so wie jetzt. Aber die Unternehmen halten ihr Geld zusammen und investieren nicht in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Das sind reale Widersprüche. Und umso wichtiger ist es jetzt, dass die Politik eingreift, damit die Zeit in der Pandemie genutzt wird, dass die Leute auf die neuen beruflichen Anforderungen vorbereitet werden. Gut, dass wir uns in diesem Ziel einig sind. Jetzt zum Problem Ihres Gesetzes. Also ich kann mir das nur so erklären, dass Sie nicht ganz zu Ende gedacht haben. Sie führen einen Rechtsanspruch auf Finanzierung von Weiterbildung ein, aber nur für die Arbeitgeber, aber nicht für die Beschäftigten. Und das ist ungerecht und falsch. Sie haben wohl nicht darüber nachgedacht, dass, wenn die Arbeitgeber alleine entscheiden, wer in den Genuss von Weiterbildungen kommt, dass dann Sie weiterhin nur die Beschäftigten weiterbilden, die ohnehin schon ziemlich gut qualifiziert sind. So war das schon vor der Pandemie. Also was sollte sich dann daran ändern? Und wieder einmal bleiben dann diejenigen auf der Strecke, die nicht so gut qualifiziert sind. Das Gleiche gilt für die Beschäftigten, die befristet sind. Wenn Ihre Arbeitgeber es alleine entscheiden können, werden Sie sie nicht weiterbilden. Wer investiert denn schon in jemanden, bei dem er sich noch nicht mal sicher ist, ob er ihn behalten wird? Und eins verstehe ich überhaupt nicht. Warum verpennt die Sozialdemokratie den Moment, ein Initiativrecht für Betriebsräte bei der Weiterbildung zu schaffen? Das mit diesem Gesetz zu verbinden, Minister Heil, das wäre klug und ideal gewesen. Und was ist eigentlich mit denen, die in der Pandemie arbeitslos werden? Für sie haben sie nichts. Nach wie vor erhalten doch Erwerbslose kaum Weiterbildungen. Am wenigsten die Menschen in Hartz IV. Und das muss sich endlich ändern. Zudem muss die Qualität der beruflichen Weiterbildung auf den Prüfstand. Die Förderungen kranken doch daran, dass sie zu wenig Geld in die Hand nehmen. Und deshalb kommt Wesentliches zu kurz. Zum Beispiel praxisnahes Lernen, das Menschen individuell begleitet, die schon lange aus dem Lernen raus sind und das ihnen wieder Mut macht, was Neues anzupacken. Herr Minister und liebe Kolleginnen und Kollegen, eine kluge Beschäftigungssicherung ist nicht nur ein Lückenfüller während der Kurzarbeit in der Pandemie. Weiterbildung muss nachhaltig auf den Strukturwandel vorbereiten und den Menschen, und zwar allen Menschen, Zukunftsperspektiven bieten. Ihr Gesetz reicht dafür leider nicht aus. Für die CDU- und CSU-Fraktion hat nun der Kollege Stefan Stracke das Wort. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In Krisenzeiten wird die Zukunft neu verteilt. Das zeigt die Erfahrung, und so wird es auch in dieser Pandemie sein. Die Megatrends der Digitalisierung und Globalisierung verstärken diese Entwicklung. Dazu kommen Transformationsprozesse, beispielsweise was die CO2-Freiheit angeht, oder den demografischen Wandel. Die Welt von morgen wird anders sein wie die von gestern. Das wird alle Lebensbereiche betreffen, auch die Arbeitswelt. Die Beschleunigung nimmt zu, die Veränderung nimmt zu. Das bedeutet für den Wandel in der Arbeitswelt beispielsweise ein immer breiteres Qualifikationsniveau, das entscheidend sein wird für die Zukunft in Bildung, in Ausbildung und Weiterbildung. Weiterbildung ist daher ein zentrales Handlungsfeld für Beschäftigte und Unternehmen. Deshalb engagieren sich über 85 Prozent aller Unternehmen in Deutschland in der betrieblichen Weiterbildung mit einem jährlichen Investitionsvolumen um die 34 Milliarden Euro. Denn erfolgreiche Unternehmen wissen, sie brauchen Mitarbeiter, die über ein stets aktuelles und bedarfsspezifisches Fachwissen verfügen. Nur so gelingt es, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Beschäftigte wissen, dass die betriebliche Weiterbildung ein wichtiger Baustein zum persönlichen Erfolg ist und auch die Beschäftigungsfähigkeit im Unternehmen sichert. Unsere Aufgabe als Politik ist es, die Weiterbildung, die Bereitschaft zur Weiterbildung und die Beteiligung an Weiterbildung zu unterstützen. Diese Aufgabe nehmen wir gerne an. Wir haben in den letzten Jahren deshalb mehrfach und spürbar die Angebote der Bundesagentur für Arbeit ausgebaut. Ich denke hier beispielsweise an die Lehrgangskosten, an die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für die Unternehmen. Ich meine auch die Höhe der Fördersätze, die wir mehrfach verändert und verbessert haben. Und wir wollen, dass Kurzarbeit nun mehr mit Qualifizierung verbunden wird. Dafür setzen wir auch einen starken Anreiz. Wir erstatten beispielsweise für die Unternehmen den Sozialaufwand komplett, wenn sie im zweiten Halbjahr 2021 eine Weiterbildung durchführen. Und danach wird der Sozialaufwand zu 50 Prozent bis längstens Mitte 2024 erstattet, wenn während der Kurzarbeit Weiterbildung erfolgt. Und zudem schaffen wir eine transparente, pauschale und deutlich weitergefasste Weiterbildungsförderung als heute. Wir entrümpeln die Förderkriterien und machen sie schlanker und einfach handhabbarer. Und dabei stellen wir insgesamt auch sicher, dass eine einmalbezogene Fortbildungsmaßnahme auch beendet wird. Und erstatten auch die Lehrgangskosten über die Zeit der Kurzarbeit hinaus für die gesamte Zeit der Teilnahme an der Weiterbildung. Der Ersatz von Sozialaufwand und der Lehrgangskosten sind ein starker Bonus. Wir hoffen, dass dieser auch entsprechend genutzt wird von den Unternehmen und von den Beschäftigten. Von entscheidender Bedeutung bleiben zwei Dinge. Erstens. Die Motivation eines jeden Arbeitnehmers muss gegeben sein, in Kurzarbeit auch an Tagen des Arbeitsausfalls den Angeboten der Weiterbildung teilzunehmen. Weiterbildung lässt sich in den wenigsten Fällen erfolgreich befehlen. Unternehmen müssen die Belegschaften begeistern, ihnen klar machen, welche Chancen für jeden Einzelnen in der Weiterqualifizierung liegen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Begeisterung. Und zweitens. Wir brauchen eine intensive Beratung der Betriebe. Deshalb ist es gut, dass die Qualifizierungsberatung Pflichtaufgabe der BA ist. Und diese Beratungsangebote müssen auch noch weiter ausgebaut werden. Wir wollen, dass Weiterbildung gerade vermehrt in kleinen und mittleren Betrieben und Unternehmen stattfindet. Bislang ist das seltener der Fall im Vergleich zu den größeren. Und das wollen wir und das müssen wir ändern. Deswegen ist Beratung so wichtig. Denn kleine Unternehmen verfügen seltener über entsprechende Personalexperten. Und die Ausweitung der Beratungsangebote ist daher entscheidend. Es ist gut, dass hier auch von staatlicher Seite unterstützt wird, wie beispielsweise Länder wie Bayern dies auch zeigen. Neben dieser Beratungsangeboten ist auch noch ein zweites wichtig, Kooperation. Weiterbildungsaktivitäten müssen viel stärker in Verbünden organisiert werden. Regionale Weiterbildungsverbünde sind gerade für kleine und mittlere Unternehmen extrem wichtig, um passgenaue Bedarfe zu erheben und Qualifikationsmaßnahmen zu organisieren. Begeisterung, Beratung, Kooperation sind drei zentrale Bausteine, dass Weiterbildung in den Betrieben noch besser gelingt als bisher. Dafür wollen wir weiterarbeiten. Der nächste Redner hier in der Debatte zur Beschäftigungssicherung Covid-19, Verlängerung des arbeitslosen Geldes, ist Martin Rosemann für die SPD. Er ist Sprecher unter anderem für Arbeit und Soziales, der Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit hat vom April von über 6 Millionen auf rund 2 Millionen abgenommen. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit nicht weiter gestiegen. Das zeigt, Kurzarbeit verhindert Arbeitslosigkeit. Kurzarbeit ist die stabile Brücke über diese Krise. Und das zeigt, wenn wir, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, vom Recht auf Arbeit sprechen, dann liefern wir auch. Meine Damen und Herren, vor allem wegen der internationalen Dimension, der internationalen Verflechtung vieler Unternehmen, besteht in vielen Branchen weiter Bedarf nach Kurzarbeit. Deshalb machen wir diese Brücke breiter, länger und noch stabiler. Mein Kollege Bernd Rützel hat das ja im Einzelnen ausgeführt. Gleichzeitig unterstützen wir Unternehmen bei Weiterbildung in Kurzarbeit. Das ist wichtig vor allem für Unternehmen im Strukturwandel, aber nicht nur, sondern auch angesichts der großen Veränderungen durch die Digitalisierung oder so, wie der Minister Hubertus Heil es gesagt hat, damit die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen können. Lange Zeit hatten die Beschäftigten in vielen Unternehmen gar keine Zeit für Weiterbildung. Die Auslastung war so hoch. Deshalb müssen wir jetzt die Phase der Kurzarbeit für Weiterbildung nutzen. Deshalb setzen wir die Anreize, ab dem 01.07.2021 wird die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge an die Teilnahme von Weiterbildung geknüpft. Heute, meine Damen und Herren, regeln wir das konkret. Wir wählen bewusst einen breiten Ansatz. Jede Weiterbildung, die in Kurzarbeit beginnt, die mindestens 120 Stunden umfasst, wo der Maßnahmenträger und die Maßnahme zertifiziert sind, wird berücksichtigt. Auch Fortbildungen zu Meistern und Technikern werden anerkannt. Wir sorgen, meine Damen und Herren, für einen einfachen Ansatz für alle Beteiligten, denn die Unternehmen und die BA müssen das ja auch umsetzen. Deshalb schaffen wir ein eigenes und ein einfaches Förderregime für die Schulungskosten während der Kurzarbeit. Und wir schaffen Verlässlichkeit, denn wir sorgen dafür, dass die Förderung der Schulungskosten auch weiterläuft, wenn die Kurzarbeit beendet wird. Dieser Weg hat in der Anhörung am Montag große Zustimmung gefunden. Herr Strengmann-Kuhn, ich habe sehr wohl Ihre Kritik vernommen, dass wir damit früher anfangen müssten. Ja, gefühlt gebe ich Ihnen recht, aber ich will Ihnen auch sagen, wir müssen da Weiterbildungen am Markt haben, die so flexibel sind, dass sie sich leicht mit dem flexiblen Instrument der Kurzarbeit verbinden lassen, die gleichzeitig eine hohe Qualität aufweisen und deswegen zertifiziert sind. Das muss man erst mal hinkriegen bei den Weiterbildungsträgern und in den Unternehmen. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Unternehmen und den Weiterbildungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit die Zeit geben, sich genau darauf einzustellen und diese Angebote an Weiterbildung in den kommenden Monaten auch zu schaffen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Große Koalition schafft mit dem heutigen Gesetz, mit dem Änderungsantrag aus dem Ausschuss zugleich die Voraussetzung dafür, dass wir kollektive Beschäftigungssicherungsvereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten attraktiver machen. Wir stellen sicher, dass solche kollektiven Beschäftigungssicherungsvereinbarungen, die ja häufig mit einer geringeren Arbeitszeit und einem geringeren Entgelt verbunden sind, dass die sich nicht negativ für die Höhe des Arbeitslosengeldes bei den Beschäftigten auswirken. Das ist ein wichtiges Kriseninstrument in dieser Pandemie. Mit all dem, meine Damen und Herren, sorgen wir dafür, dass wir gut durch die Krise und gut aus der Krise herauskommen, mit dem Sozialstaat als Partner an der Seite der Beschäftigten. Ich will schließen mit einem Dank an die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Das war Martin Rosemann. Und der letzte Redner hier in der Debatte kommt jetzt von der CDU-CSU. Hier sehen wir ihn schon im Bild von hinten nach vorne gelaufen, damit es dann auch schneller geht. Christoph Ploss hat jetzt als Letzter in dieser Debatte das Wort, bevor dann abgestimmt wird. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie überstehen wir den harten Corona-Winter? Ist unser Job in Zukunft oder in den nächsten Monaten noch sicher? Kann ich in den nächsten Jahren noch meine Familie ernähren? Das sind viele Fragen, die sich die Menschen im Moment in unserem Land stellen. Und jeder von uns, der in seinem Wahlkreis aktiv unterwegs ist und sich mit den Menschen dort austauscht, der wird häufig auf eine gewisse Hoffnungslosigkeit im Moment treffen, auf Verzweiflung und genau diese Fragen hören. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Politik in diesen Zeiten starke Signale setzt, dass sie in diesen Zeiten Maßnahmen einleitet, um die Jobs zu sichern und um Perspektiven zu schaffen. Und das machen wir mit dem Kurzarbeitergeld, das machen wir mit den auch eben erwähnten Beschäftigungs- und Fortbildungsmaßnahmen. Aber das machen wir auch, indem wir in dieser Krise einen Schwerpunkt in Investitionen in die Infrastruktur setzen. Das sind Maßnahmen, um Antworten auf diese Fragen zu geben, meine Damen und Herren. Und jetzt hat die AfD mit ihrem Antrag gesagt, ja, das macht die Regierung, das machen CDU und CSU gar nicht so schlecht. Und wenn man sich ins europäische Ausland schaut, dann sieht man ja auch, dass wir in Deutschland sehr, sehr gut im Vergleich durch die Corona-Krise kommen. Und Sie sagen jetzt, das Kurzarbeitergeld, das ist ja durchaus richtig. Aber wäre es nicht sinnvoll, wenn wir sagen, wir investieren nur ins Kurzarbeitergeld und nicht mehr in Europa? Sie stellen hier die Frage, wollen wir in Deutschland investieren oder wollen wir in Europa investieren? Und diese Frage, meine Damen und Herren, das ist doch die absolut falsche Frage in diesen Zeiten. Die Frage muss lauten, wie können wir sowohl Deutschland als auch Europa stärken? Und ich halte deswegen Ihren Ansatz auch für brandgefährlich, weil er nämlich eine Axt an ein Fundament legt, was nicht nur uns in Europa, sondern auch uns in Deutschland mittlerweile seit Jahrzehnten stark macht. Die europäische Einigung hat uns Frieden gebracht, Demokratie, Wohlstand, soziale Marktwirtschaft. Sie hat uns die Etablierung von Menschenrechten gebracht. Und deswegen müssen wir in Europa auch gerade in dieser Corona-Pandemie investieren. Kollege Ploss, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Sichert? Sehr gerne, bitteschön. Martin Sichert von der AfD. Vielen Dank, Herr Kollege. Ist Ihnen bewusst, dass man Geld nur einmal ausgeben kann, dass wir unser Geld nur einmal ausgeben können, entweder zur Stärkung der deutschen Wirtschaft oder, um es an die EU zu geben, in andere Länder? Das heißt, dass wir dieses Geld nicht beliebig oft zur Verfügung haben, sondern nur ein einziges Mal und da weise entscheiden müssen, wofür wir dieses Geld einsetzen? Herr Kollege, wenn Sie sich einmal Zahlen anschauen, wohin gehen die Exporte Deutschlands? Dann werden Sie feststellen, über 60 Prozent der deutschen Exporte gehen in die Europäische Union. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen Europa stärken, wir wollen auch in europäische Infrastruktur investieren, dann ist das nicht nur eine Stärkung und ein Zeichen der Solidarität mit unseren europäischen Partnern, sondern dann investieren wir da auch in Deutschland und tun das Beste für Deutschland. Und deswegen muss ich eines sagen, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass Sie immer wieder diese Frage stellen, wollen wir das nur deutsch oder nur national betrachten oder nur europäisch? Wir müssen beides zusammenführen, und das wird auch der Ansatz der CDU-CSU-Fraktion in den nächsten Monaten sein. Und da kommen wir auch schon zu den nächsten Themen, nämlich wie können wir Arbeitsplätze in Europa sichern? Wir haben darüber hinaus weitere Fragen, wie können wir die Klimaschutzziele erreichen? Wir haben in dem Zusammenhang auch die Frage, was können wir tun, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken? Und die Antwort auf all diese Fragen, die lautet, dass wir in die europäische Infrastruktur investieren, dass wir auch in neue Technologien investieren und dass wir Klimaschutz mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik verbinden. Häufig fällt in diesen Tagen der Satz, die Krise ist auch eine Chance. Und zugegebenermaßen, der Satz ist natürlich etwas abgedroschen und vielleicht auch zu einer Phrase verkommen. Aber dieser Satz ist genauso wahr in diesen Tagen. Denn die Krise bietet natürlich auch eine Chance, zum Beispiel eine Wasserstoffinfrastruktur nicht nur in Deutschland zu errichten, sondern in Europa. Sie bietet die Chance, dass wir in Deutschland ein weltweit führender Standort werden für klimaneutrale Kraftstoffe, um die Mobilität klimafreundlich zu machen, um Fliegen nicht zu verbieten, sondern um Fliegen klimaneutral zu machen. Das sind doch die Ansätze, die wir jetzt gerade in dieser Krise forcieren müssen. Und das wird nicht gelingen, wenn wir das Ganze nur auf Deutschland bezogen betrachten. Oder gehen Sie davon aus, dass ein Lkw, der Pasta, Toilettenpapier oder welche Güter auch immer von Italien nach Deutschland bringt, dass wir da kein Wasserstofftankstellnetz bräuchten, was Italien, was Österreich, was Deutschland mit einbezieht, sondern dass wir ein Wasserstofftankstellnetz nur auf Deutschland bezogen bauen können. Das glaubt doch keiner. Und deswegen müssen wir gerade in diesen Tagen, wo wir eine funktionierende Logistik brauchen, wo wir darauf angewiesen sind, dass auch in anderen europäischen Ländern die Logistik funktioniert, diese Fragen europäisch betrachten. Meine Damen und Herren, wir werden deswegen unterschiedliche Maßnahmen auch in den nächsten Monaten weiter forcieren. Das Kurzarbeitergeld, Fortbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, damit es nach der Corona-Pandemie schnell wieder aufwärts geht. Und wir werden vor allem auch einen Schwerpunkt in Investitionen in die deutsche, aber auch europäische Infrastruktur legen. Und dafür darf ich Sie ganz herzlich um Unterstützung bitten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Beschäftigungssicherung infolge der Covid-19-Pandemie. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.481 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 23.480 und 24.219 in der Ausschussfassung anzunehmen. Das bedeutet übersetzt, die Corona-Sonderregeln sollen für die Kurzarbeit bis Ende kommenden Jahres verlängert werden. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die Fraktionen der AfD, der FDP, die Linke und Bündnis 90 die Grünen. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind folgerichtig natürlich die Abwanden der Koalitionsfraktionen. Interessant ist, dass die Oppositionsfraktionen dann doch sich nicht trauen, dagegen zu stimmen, sondern alle Fraktionen enthalten sich. Alle vier. Der Gesetzentwurf ist die Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Oppositionsfraktionen angenommen. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Drucksache 24.481 fort. Tagesordnungspunkt 24b. Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 23.169 mit dem Titel Neben der Sonderregelung für Kurzarbeit auch Sonderregelung für Arbeitslosengeld I verlängern und ein Weiterbildungsgeld einführen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen, die AfD-Fraktionen und die FDP-Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Das bedeutet übersetzt, dass der Antrag der Linken abgelehnt wurde. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Finanzierung des Kurzarbeitergeldes durch Kürzung des deutschen Anteils am EU-Haushalt. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.480 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 23.724 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Linken und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 25a und 25d. Beratung der Anträge der Fraktionen der AfD mit dem Titel Reaktivierung der Wehrpflicht sowie gesundheitliche Beschwerden bei Soldaten durch Druckwellen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Und da steht die Bundeswehr erneut im Mittelpunkt. Gestern gab es ja den Bericht der Wehrbeauftragten aus dem Jahre 2019, der nochmal konstatierte, dass die Bundeswehr große Probleme hat, große finanzielle Probleme bei der Ausrüstung und Ausstattung. Und die Diskussion, die jetzt die AfD mit ihrem Antrag hier vorlegt, ist so neu nicht. Da geht es um die Frage der Wehrpflicht. Ich eröffne die Ausstattung. Das Wort hat der Abgeordnete der Rüdiger Lukassen für die AfD-Fraktion. Rüdiger Lukassen, der heute Morgen auch schon im Phoenix-Interview war, verteidigungspolitische Sprecher der AfD, stellt jetzt den Antrag der AfD-Fraktion hier im Plenum vor. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Konservative schützen Dinge, die funktionieren. Die Wehrpflicht in Deutschland hat funktioniert. 200 Jahre lang. Sie verband die Streitkräfte mit unserem Volk. Sie lüftete die Kasernen in unserem Land mit frischem Geist. Junge Männer aus allen Regionen und Schichten Deutschlands kamen so zur Bundeswehr. Viele Generale von heute fingen als Wehrpflichtige an. Ohne den Wehrdienst hätten sie den Weg in die Streitkräfte nie gefunden. Die militärische Führung unterstützt in weiten Teilen den heutigen Antrag der AfD zur Reaktivierung der Wehrpflicht. Der Antrag ist die Chance, einen Kapitalfehler der Bundesregierung zu korrigieren. Die Wehrpflicht war viel mehr als nur die Personalsicherung der Bundeswehr. Sie war Wesenskern unserer Streitkräfte. Ganze Generationen von jungen Deutschen fanden so zusammen, dienten einer höheren Aufgabe, spürten, was es bedeutete, sich in den Dienst unseres Landes zu stellen, lernten, sich in eine Gemeinschaft zu integrieren. Für ein paar Monate im Leben waren alle gleich. Keine Unterschiede durch Geld, teure Kleidung und die Herkunft. Eine wertvolle Sache. Die Wehrpflicht war nicht nur Wesenskern der Bundeswehr, sie schuf ein gesellschaftliches Band für viele Generationen. Die Wehrpflicht war Teil der DNA unseres Landes. Wer so etwas aufgibt, der ist nicht konservativ. Wer so etwas aufgibt, der ist verantwortlich für die Zerstörung eines Grundpfeilers unseres Staates und unserer Gesellschaft. Und das, meine Damen und Herren, machen Konservative nicht. Die Aufgabe der Wehrpflicht im Jahre 2011 ist Teil einer destruktiven Politik in Deutschland. Sie ist Teil einer Politik, an deren Ende die Abschaffung unseres Nationalstaates steht. Diese Politik zerstört die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr genauso, wie sie die Energiesicherheit, die kulturelle Identität und jetzt die wirtschaftliche Basis Deutschlands zur Disposition stellt. Die CDU trägt dafür die alleinige Verantwortung. Denn es war immer die Pflicht der Union, den linken radikalen Kräften in Deutschland entgegenzutreten, deren Geschäftsmodell der Kampf gegen den eigenen Nationalstaat ist. Stattdessen opferte die CDU einen Schatz unseres nationalen Bürgerstaats, die Wehrpflicht. Für die Gier nach Posten und Macht, meine Damen und Herren, wurde bereits zu viel Tafelsilber unserer Republik geopfert. Das ist nicht konservativ. Das ist gefährlich. 65 Jahre ist unsere Bundeswehr nun alt. Ich danke allen Soldaten für ihren treuen Dienst für Deutschland. Es ist nicht leicht für Sie in diesen Zeiten. Der Außenminister gratuliert zu diesem Jubiläum einem Belgier auf Twitter. Die Verteidigungsministerin gendert in einem Grußwort die ersten Soldaten der Bundeswehr des Jahres 1955. Und der Bundespräsident ändert eigenmächtig die Eidesformel bei seiner Ansprache. Eine solche Regierung haben unsere Soldaten nicht verdient. Rüdiger Lukassen, der verteidigungspolitische Sprecher der AfD, die heute den Antrag einbringt, Rückkehr zur Wehrpflicht 30.000 Mann. Die Wehrpflicht soll zwölf Monate betragen. Das muss aber nicht am Stück abgeleistet werden. Parallel soll es auch einen freiwilligen Wehrdienst geben. Und auch Frauen können diesen ausüben. So dieser Antrag Henning Otte jetzt für die CDU, CSU, der verteidigungspolitische Sprecher. Sehr geehrte Damen und Herren, bereits um wiederholt Male stellt die AfD in dieser Woche hier Anträge zur Bundeswehr. Gestern einen sicherheitspolitischen Antrag, der aber zu kurz gesprungen war. Heute ein Antrag auf Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, rückwärts gewandt mit romantischen und verklärten Vorstellungen. Vor allem bieten die AfD-Anträge keinen Beitrag zur Lösung, sondern die AfD selbst stellt eher ein Problem dar. Wer an den Grundpfeilern unserer Verfassung wirklich, sehe ich. Das konnte man am Mittwoch bei der Diskussion und Debatte zum Infektionsschutzgesetz sehen. Und dadurch, dass die Demonstranten Zutritt verwehrt haben, in dieses Haus die Parlamentsdebatte zerstören. Das, meine Damen und Herren, ist nicht konservativ. Konservativ heißt für uns, werteorientierte Politik zu machen, für die Bürgerinnen und Bürger. Und das sind die Antworten, die wir heute in unserer Politik brauchen. Die Aussetzung der Allgemeinen Wehrpflicht 2011 war richtig und notwendig. So hieß es im Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011, auf diese Weise sollen Freiheit und Verantwortung neu austariert werden. Darum geht es. Es geht um Freiheit und Verantwortung. Und als Sie, Herr Lukasen, als Vorredner eben die Bundeswehr verlassen haben, das musste ungefähr 2005 gewesen sein, bin ich in den Deutschen Bundestag gekommen. Und seitdem hat sich vieles geändert. Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Sie ist weitergegangen. Wir leben in einer offenen Gesellschaft. Wir wollen appellieren an Freiheit und Verantwortung. Nicht Menschen zwingen, sondern sie überzeugen, freiwillig einen Dienst zu leisten. Das ist werteorientierte und konservative Politik. Und 8000 Soldatinnen und Soldaten leisten heute einen freiwilligen Wehrdienst aus Überzeugung. Nicht Pflicht und Verpflichtung, sondern Freiwilligkeit. Das ist unser Koordinatensystem. Und das ist Grundlage für Professionalität. Und nicht immer die Arbeit der Soldaten schlecht reden, sondern mal sagen, wofür sie einstehen. Nämlich, sie stehen ein für die Landes- und Bündnisverteidigung. Sie stehen ein für die Einsätze in den Ländern im Kosovo, in Afghanistan, Mali beispielsweise. Und sie stehen einen Einsatz gleichen Verpflichtungen im Baltikum, meine Damen und Herren. Wir als CDU und CSU haben Hochachtung vor der Arbeit, vor der professionellen Arbeit unserer Truppe. Und wir danken den Soldatinnen und Soldaten sehr herzlich für ihren Dienst für unser Land. Sie als AfD bezweifeln offensichtlich diese Leistungen, wenn Sie die Grundsätze anzweifeln und infrage stellen. Die Bundeswehr von heute ist eine moderne Armee mit modernen Waffensystemen, mit digitalen Führungssystemen. Supply and Change Management ist der feststehende Begriff in der Logistik. Und dafür braucht man eben auch eine gute und auch teure Ausbildung. Und wir gehen diesen Weg weiter, den auch unsere internationalen Partner gehen, nämlich hin zur Professionalität. Die Bundeswehr, meine Damen und Herren, ist nicht die Schule der Nation. Sie ist kein Erziehungsheim. Sie hat einen sicherheitspolitischen Auftrag, die Landes- und Bündnisverteidigung sicherzustellen. Und deswegen brauchen wir eine professionelle Streitkraft mit einem Attraktivitätsprogramm, meine Damen und Herren. Und da setzen wir an. Wir sagen, wir wollen eine freiwillige Form des Wehrdienstes. Wir wollen den freiwilligen Wehrdienst für den Heimatschutz. Der beginnt ab April 2021. Frage, was du tun kannst für dein Land. Das ist eine Geisteshaltung, die wir erreichen wollen, unserem Land zu dienen. Und wir werben für dieses freiwillige Deutschlandjahr nicht im Konflikt mit dem Grundgesetz oder den europäischen Regeln. Und deswegen geht auch ihr Antrag auf Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in die falsche Richtung. Und auch der zweite Antrag ist entbehrlich, nämlich Breacher Brain. Hier können wir deutlich sagen, den Spezialkräften ist dieses Problem bewusst. Es gibt wissenschaftliche Publizierungen hierzu. Und vor allem, es gibt einen Wehrmedizinischen Forschungskorridor im BMVG. Er ist etabliert. Und es gibt bisher keinen einzigen Fall. Und deswegen sage ich noch einmal, wir müssen deutlich machen, der Beruf des Soldaten ist eben kein Beruf wie jeder andere. Und deswegen muss ja umso mehr auch Attraktivität erfahren. Attraktivität auch durch Geld. Wir haben seit 2014 den Verteidigungshaushalt um 30 Prozent erhöht, um 10 Milliarden Euro. Aber Geld ist eben auch nicht alles. Wir haben das Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz durchgesetzt. Wir haben das Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz verabschiedet. Und wir haben freie Bahnfahrten erreicht. Das ist Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten. Nicht ein Aktionismus, der rückwärts gewandt ist, ist für uns maßgeblich. Sondern für uns steht der Mensch im Mittelpunkt unserer christdemokratischen Politik. Für uns steht der Soldat und die Soldatinnen als Staatsbürger in Uniform im Mittelpunkt. Wir halten Ihren Antrag und beide Anträge für obsolet. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Henning Otte war das für die Union. Der nächste Redner hier in der Debatte über die Bundeswehr wird sein. Alexander Müller von der FDP ist Mitglied im Ausschuss für Verteidigung. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 32 Jahren wollte ich nach dem Abitur Informatik studieren. Die jungen Damen aus meinem Abiturjahrgang durften sofort an die Uni. Und ich wurde für 15 Monate einkaserniert. Die Antragsteller der AfD will heute diese Ungerechtigkeit wieder einführen. Und sie geriert sich ja immer als die Beschützerin der Grundrechte, als die Bewahrerin der Freiheit. Und heute zeigt sie ihr wahres Gesicht. Sie wollen den jungen Leuten ein Jahr Zwangsdienst aufbohlen. Sie wollen wieder ein Jahr ihres Lebens rauben. Die Bundeswehr hat heute hochtechnisierte Waffensysteme, die man nicht mal eben im Schnelldurchgang erlernen kann. Unsere Parlamentsarmee ist eine Armee von Profis. Das sind Experten auf ihrem Gebiet, die anständig bezahlt werden und die auch entsprechend motiviert ihre Arbeit machen. Was für eine Verschwendung ist es, Leute wie mich ein Jahr einzusperren? Als IT-Experte zahle ich Steuern, Unmengen, Sozialabgaben. Als Rekrut muss mich der Staat durchfüttern, hat aber von mir überhaupt keinen militärischen Mehrwert. Also, das macht volkswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, die Wehrpflicht. Lassen wir doch den jungen Menschen in Deutschland ihre Freiheit, den Beruf auszuüben, ihren Traumberuf, den sie lernen wollen und ausüben wollen, für sich selbst ausgesucht haben. Das ist gesamtwirtschaftlich viel besser als eine Wehrpflicht. Als die erste Wehrpflicht 1956 kam, da war Frauen nach jeglicher Dienst an der Waffe verboten. Und deswegen war auch die Wehrpflicht nur für Männer damals noch widerspruchsfrei. Heute dürfen Frauen jeden Job bei der Bundeswehr machen. Und es ist auch richtig so, weil Frauen alles können, was Männer auch können. Aber das hat dann auch natürlich Konsequenzen. Denn das wäre dann Rosinenpickerei, wenn man eine Wehrpflicht nur für Männer einführt, so wie sie das wollen. Das heißt, Frauen dürfen alles und Männer werden gezwungen. Wie wollen Sie das denn in Karlsruhe durchkriegen? Das Verfassungsgericht wird Ihnen das rechts und links um die Ohren hauen. Wenn Sie einen Zwangsdienst einführen wollen, dann muss der geschlechtergerecht sein, dann muss der für alle gelten. Und dann sind wir bei einer Stärke von 800.000 Jugendlichen im Jahr, die die Schulen in Deutschland verlassen. Und bei ungefähr 180.000 Bundeswehrsoldaten insgesamt, die sich dann um die Ausbildung kümmern müssen. Na, da wünsche ich fröhliche Verrichtung. Und dann haben wir noch nicht gesprochen über die fehlenden Unterkünfte, über fehlende Uniformen, über persönliche Ausrüstung. Das alles muss doch geklärt werden. Das weiß die AfD. Und deswegen hat die AfD einen Plan und will nur 30.000 Jugendliche im Jahr zum Wehrdienst heranziehen. Na, da bin ich schon mal gespannt, wie das verfassungsgerecht funktionieren soll. Das heißt, Sie wollen jeden 27. wollen Sie zwingen, Wehrdienst zu machen. Aus jeder Klasse einen rausnehmen. Wie wollen Sie das denn gerecht hinbekommen? Und vor allen Dingen, was wollen Sie denn mit den anderen 26 aus dieser Klasse machen? Wollen Sie die alle als Pflegekräfte, als Billigarbeiter in die Krankenhäuser schicken? 770.000 Jugendliche im Jahr. So viele Krankenhäuser haben wir in Deutschland gar nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und dann, die Befürworter der Wehrpflicht argumentieren ja immer, dass der Wehrdienst so eine erzieherische Komponente hätte. Also den jungen Männern Disziplin und Ordnung beibringen soll. Und ist das wirklich... Kollege Müller, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Lukassen? Ja. Dankeschön, Herr Kollege Müller. Sie sprachen eben an, das Problem, wenn wir unseren Antrag umgesetzt sehen, es in Karlsruhe durchzubekommen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass gemäß Artikel 12a 1 und 116 Grundgesetz alle jungen Männer, alle Männer wehrpflichtig sind und dass diese Pflicht nur durch den Paragraf 53 Wehrpflichtgesetz ausgesetzt worden sind. Die müssten also nur aktiviert werden. Karlsruhe ist hier gar nicht gefragt. Und zweitens, wenn Sie schon so ein monströses Zahlenspiel bezüglich 30.000 Wehrpflichtigen anstellen, dann lesen Sie bitte unseren Antrag, in dem steht, mindestens 30.000 Wehrpflichtige. Und damit wollen wir der demografischen Entwicklung jeweils entsprechend reagieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr lieber Kollege Lukassen, das ist der 12a. Ich habe es ja eben erklärt. Herr Abgeordneter Lukassen, Sie müssten bitte stehen bleiben. Der Artikel 12a ist ins Grundgesetz gekommen, 1956. Ich habe es erklärt. Da war Frauen der Dienst an der Waffe verboten. Das ist heute anders. Jede Frau kann jeden Job in der Bundeswehr machen, wenn sie die Qualifikation erbringt und die Tests besteht. Jeder Frau ist das offen. Der erste Mann, den Sie jetzt wieder zwingen wollen, Wehrdienst zu machen, der wird klagen in Karlsruhe. Und der wird das durchbekommen, weil das kann nicht sein, dass Frauen dürfen und Männer gezwungen werden. Also insofern sehe ich das sehr optimistisch. Das wird nicht kommen. Wenn man heute eine Wehrpflicht machen will, dann muss die für beide Geschlechter gelten. Wir wollen, dass junge Menschen ihren Job sich selbst aussuchen dürfen und alle Freiheiten haben, sich ihr Berufsleben selbst zu gestalten. Ohne Zwangsjahr. Wir wollen eine professionelle Bundeswehr mit Spezialisten, die ihre Technik aus dem FF beherrschen und die wie Profis auch bezahlt werden. Wer hier im Saal Verteidiger der Freiheit ist und wer es nicht ist, wird sich ja gleich bei der Abstimmung zeigen. Vielen Dank. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor einer guten Woche bei dem sehr kleinen Festakt zum 65-jährigen Bestehen der Bundeswehr gesagt, es drohe ein freundliches Desinteresse, ein Nebeneinander von Armee und Gesellschaft. Das ist auch ein Problem, auf das die Verteidigungspolitiker eine Antwort finden müssen. Der nächste Redner kommt jetzt von der SPD, Karl-Heinz Brunner. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich bin ich am heutigen Tage schon verwundert, dass wir im 65. Jahr der Bundeswehr, nach 65 Jahren Erfolgsgeschichte Bundeswehr, so einen Antrag, wie er heute eingebracht wurde, wieder einmal diskutieren müssen, diskutieren können. Und darüber sprechen wir, oder genauer gesagt, zwei Anträge. Zum Ersten, zur Frage der Wehrpflicht, wird mein Kollege Fritz Felgentreu sich umfangreich mit äußern. Und ich darf an meiner Stelle nur sagen, ich kann die Aussage unserer Wehrbeauftragten, die ich dort hinten als kleiner Mann mit Zehenspitzen sehen darf, nur voll und ganz unterstreichen. Ich möchte mich allerdings auf die Erfolgsgeschichte als solch berufen, die Erfolgsgeschichte, die im Inhalt dieser Bundeswehr seit 65 Jahren das Dienst- und Treueverhältnis hat. Und das Herauspicken eines Einzelnen im Bereich, das Breachbrain, zeigt noch nicht auf, in welcher Erfolgsgeschichte dieses Dienst- und Treueverhältnis war. Und zu diesem Dienst- und Treueverhältnis gehört nicht, wie der erste Redner dieser Debatte sagt, sich als Konservativer an Regeln zu halten. Ich halte mich immer an Regeln. Ich müsste also ein Urkonservativer sein. Der Redner kann es offensichtlich nicht sein, weil ich das unter der Reflexion des Mittwochs so sehe, wo man sich nicht an Regeln gehalten hat. Also bitte nicht überbewerten, wenn jemand meint, er müsse Konservativismus mit Regeln halten sehen. Aber unsere Bundeswehr hat in diesen 65 Jahren etwas geleistet, was, glaube ich, keine Parlamentsarmee, keine Armee dieser Welt geleistet hat, sich fortzuentwickeln, Fehler einzugestehen, aus Fehlern zu lernen und im Sinne des Dienst- und Treueverhältnisses zu guten und vernünftigen Lösungen zu kommen. Drei Beispiele, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich dabei mit anführen. Einmal eine Geschichte, die uns Parlamentarier und Parlamentarier schon länger beschäftigt und die Bundeswehr beschäftigt und zeigt, wie die Bundeswehr in der Lage ist, sich zu ändern, zu reflektieren und im Sinne des Dienst- und Treueverhältnisses für Soldatinnen und Soldaten die richtige Lösung zu finden. Radargeschädigte. Eine oder andere erinnert sich noch gerade der älteren Menschen, dass die Schädigungen durch an Radargeräten arbeitende Soldaten – es waren damals eigentlich nur Männer – über lange Jahre belächelt und nicht wissenschaftlich ergründet, nicht entsprechend der Fürsorge des 31-Soldatengesetzes betrachtet wurde. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind die Anerkennungsquoten für die zum Teil auch den bunten Radar strahlend geschädigten Soldatinnen und Soldaten immer noch unter 20 Prozent. Wir haben Verfahrenszeiten gehabt von 37 Jahren und längern, bei denen beispielsweise in einem noch laufenden Fall bereits im Jahr 2019 der Antragsteller verstorben ist. Und die Verwaltung in Eigendynamik zwar rechtlich absolut korrekt bearbeitet hat, aber das Wort Fürsorge noch nicht verinnerlicht hat. Und unser Parlament, sprich der Verteidigungsausschuss, hat gemeinsam mit der Bundeswehr den Weg gefunden durch Einrichtung eines, durch die Forderung eines runden Tisches mit Institutionen und Verbänden. Und der klaren Aussage, dass wir sofortige Entschädigung wollen für die Menschen in Fürsorge, ist nicht nur während des Dienstes, sondern insbesondere nach dem Dienst als solches erforderlich. Und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam Parlament und Bundeswehr dies auf den Weg bekommen. So wie wir in der ersten Phase nach Feststellung der Schädigungen von Radargeschädigten damals die Bundesunmittelbare Härtefallstiftung als solch auf den Weg gebracht haben, die heute als rechtsfähige Stiftung sich auch zum Beispiel mit den Folgen von Breacher Brain beschäftigt. Sie kann soziale und finanzielle Helfen über Jahre hinaus ermöglichen. Und ich zitiere, Frau Präsidentin, mit ihrer Erlaubnis aus dem Bericht des Wertebeauftragten 2019, in besonders gelagerten Problemfällen auch schnell Abhilfe schaffen. Sie übernimmt damit Aufgaben und Leistungen, die der Dienstherr vielleicht oder teilweise aus rechtlichen Gründen nicht erbringen kann. Allein diese Woche, in der 49. Sitzung des Vergabeausschusses, sind nunmehr festzustellen, dass 721 abgeschlossene Fälle, 466 positive Entscheidungen und Entschädigungen in der Größenordnung von 10 Millionen Euro ermöglicht haben. Dies ist eine Erfolgsgeschichte unserer Bundesheer. Und dieses Gemeinschaftsprojekt, das jetzt auch mit der katholischen Familienstiftung für Soldatinnen und Soldaten eben genau wissenschaftlich das Thema Angst, Depression, Suizid und Einsatzfolgen bearbeitet, bei dem ich mit der Kollegin Gisela Mandala die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen habe, zeigt dies in besonderer Weise noch einmal. Und lassen Sie mich als Letztes sagen, der Umgang mit den homosexuellen Soldaten der Bundeswehr während vieler, vieler Jahre ist in meinen Augen ein exzellentes Beispiel zu zeigen, nicht nur wie die Bundeswehr mit eigenem Verhalten, manchmal gesellschaftstypischen Verhalten, später Fehlverhalten in der Lage ist umzugehen. Seit dem 3. Juli 2000 der damit formellen Ende der Diskriminierung von homosexuellen Soldaten in der Bundeswehr durch Aufhebung des Erlasses hat es noch eine Zeit gedauert. Aber eine gute Studie, die Studie Tabu und Toleranz, die in Zusammenarbeit mit dem Militärhistorischen Institut erarbeitet wurde, hat den Umgang der Bundeswehr von 1955 bis zur Jahrtausendwende, so am 17.09.2020 vorgestellt, in den Mittelpunkt gestellt. Ein guter und überfälliger Gesetzentwurf, der nunmehr am 18. November im Kabinett und im Frühjahr 2021 dann im Bundestag eingebracht werden wird, zeigt ein gutes Ende und die Möglichkeit, diese Geschichte für ein gutes Ende abzuschließen. Die symbolische Entschädigung folgt dem Gedanken, dass die Benachteiligungen und deren Folgen aus heutiger Sicht grundgesetzwidrig sind und grundgesetzwidrig waren. 65 Jahre Bundeswehr brachten große Veränderungen mit sich. Kollege Brunner, das wäre jetzt der Punkt gewesen. Ich komme zum Ende. Ich darf mich bei dieser Integration der Bundeswehr in der NATO, in der Europäischen Union und vor allen Dingen in diesem Parlament recht herzlich bedanken. Ich hätte mir gewünscht, dass wir heute diesen Anlass nehmen, mehr zu feiern als neu. Sie können weitermachen, aber dann auf Kosten des Kollegen Felgenthol. Das mache ich nicht, liebe Frau Präsidentin. Deshalb sage ich vielen Dank. Karl-Heinz Brunner war das. Er ist auch queerpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Der nächste Redner ist verteidigungspolitischer Sprecher. Er kommt aus der Fraktion der Linken, Tobias Pflüger. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst zwei Vorbemerkungen. Eigentlich hat die AfD hier vier Anträge im Kontext der Bundeswehr angekündigt, aber dann offensichtlich nur zwei auf die Reihe gebracht. Das ist auch irgendwie typisch. Aber ehrlich gesagt ist es auch besser so. Einer der Anträge, den die AfD angekündigt hat und dann nicht auf die Reihe gebracht hat, wäre der Antrag gewesen zur einsatzbedingten psychischen Erkrankung von Bundeswehrsoldaten. Und das ist ein sehr ernstes Thema. Bei nicht wenigen Soldatinnen und Soldaten treten durch das Agieren von Auslandseinsätzen sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen auf. Ein Thema, dem sich das Verteidigungsministerium widmet, aber nicht genug. Unabhängig davon, dass wir als Linke Auslandseinsätze der Bundeswehr grundsätzlich ablehnen, ist uns das Thema wichtig. Der Bundeswehrverband hat dazu jüngst eine wichtige Studie vorgelegt mit einer Reihe von sinnvollen Vorschlägen, darunter auch, dass nicht nur Menschen in den Einsatzgebieten selbst BTBS haben können, sondern zum Beispiel auch Drohnenpiloten, die in Jagel, Schleswig-Holstein stationiert sind. Auch hier ist eine Anerkennung von BTBS durch die Einsatzmitwirkung dringend notwendig. Kümmern Sie sich mehr um die Soldatinnen und Soldaten, die nach einem Auslandseinsatz unter den Einsatzerfahrungen leiden. Noch besser wäre es natürlich, die Soldatinnen und Soldaten erst gar nicht in die Auslandseinsätze zu schicken. Nun zu den Anträgen der AfD, die sie geschafft hat, vorzulegen. Was wir lesen mussten in den Anträgen, ist AfD in Reinform zurück zur vermeintlich guten alten Zeit. Die AfD will die Wehrpflicht reaktivieren für Männer. Für Frauen soll jetzt die Verpflichtung zu einem Sanitätsdienst für den Verteidigungsfall ausgeplant werden. Was ein Unsinn! Das ist ein völlig überkommenes Rollenverständnis. Und da steht doch tatsächlich, ich zitiere, wer aus Gewissensgründen den Ehrendienst nicht antreten kann, hat seinen Beitrag zur zivilen Verteidigung Deutschlands zu leisten. Die AfD hat offensichtlich bis heute nicht kapiert, warum es richtigerweise Kriegsdienstverweigerungen in der damaligen Wehrpflichtarmee gegeben hat. Bis heute ist die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung wichtig. Wenn auch die Bundesregierung durch Rückforderung von Ausbildungskosten dies immer schwieriger macht. Aber der Artikel 4.3 im Grundgesetz ist im Übrigen älter als die Bundeswehr selbst. Die Bundeswehr wurde erst durch die Wiederbewaffnung eingeführt. Und das, was Sie quasi mit den Zivildienstleistenden machen wollen, Sie wollen sie zu zivilen Helfern der Bundeswehr degradieren. Das war nie Gedanke bei den Zivildienstleistenden. Was die AfD will, ist zurück in die alte Zeit, diesmal mit Kasernierung, zwölf Monate Drill für alle jungen Männer. Und das ist schon interessant, was im Antrag nicht drinsteht. Dort steht, ich habe mir extra mal Ihre Broschüre Streitkraft Bundeswehr angeguckt, ich musste sie lesen, und dort steht drin, warum Sie das Ganze wollen. Da sagen Sie nämlich, Deutschland erhebt Anspruch auf eine militärische Führungsrolle in Europa. Aha, dafür will also die AfD mehr Soldaten. Und da sagen wir als Linke klipp und klar, solche deutschen Großmachtfantasien lehnen wir ab. Das hat schon mehr als einmal zu Tod und Verderben geführt. Was hier die AfD propagiert, ist der alte Militarismus. Die Bundesregierung hat ja leider einen Rekordmilitäraushalt von 53,1 Milliarden Euro nach NATO-Kriterien vorgelegt. Aber selbst das ist der AfD nicht genug. Jetzt sollen es noch mehr Soldaten und ein paar Soldatinnen werden. Die AfD ist eine Partei der Aufrüstung. Wie heißt es in dem Antrag, Zitat, der Personalkörper muss unter Bedrohung aufwachsen und im Extremfall die Bundeswehr auf Kriegsstärke bringen zu können. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir als Linke fordern. Wir wollen keine Aufrüstung, keine Militarisierung der Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Broschüre steht zum Beispiel auch, mit dem Wehrdienst wird auch der Wehrwille des deutschen Volkes gestärkt. Es ist schon interessant, was Sie hier so als Ihre Positionen formulieren. Und was sagte Herr Gauland? Die Deutschen haben ein gestörtes Verhältnis zur militärischen Gewalt. Und warum? Weil Sie, ach wie schlimm, Gewalt nicht als legitime Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln betrachten wie Klausewitz. Da wird es doch ganz deutlich. Die AfD will die Remilitarisierung der Gesellschaft und sie will das Militär als ganz normales Mittel der Politik etablieren. Dazu sagen wir klieb und klar Nein. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Das ist gut. Das wieder umzukehren hilft niemandem. Die Bundeswehr wäre auf eine Wehrpflicht nicht vorbereitet. Was wir wollen, ist, dass die Wehrpflicht nicht nur ausgesetzt wird, sondern abgeschafft wird. Die Bundeswehr jetzt zu vergrößern, wäre eine Gefahr für Frieden in Europa. Es wäre das grundfalsche Signal. Was wir brauchen, ist Abrüstung und Rüstungskontrollverträge. Aber davon versteht die AfD sowieso nichts. Das kann sie nicht. Und das sollte sie auch besser lassen. Die Wehrpflicht ist aus der Zeit gefallen, so wie die Antragsteller auch. Wir lehnen diesen AfD-Zwangsdienst selbstverständlich ab. Vielen Dank. Tobias Pflüger war das, der verteidigungspolitische Sprecher der Linken. Von 28 NATO-Staaten haben nur noch vier NATO-Staaten die Wehrpflicht. Ein Modell, was eben in den meisten Staaten nicht mehr gewünscht ist. Dennoch beantragt es hier die AfD. Die Einführung der Wehrpflicht und die nächste Rednerin in dieser Debatte ist jetzt Agnetika Brugger für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das erste Gesetz, das ich hier im Bundestag begleiten durfte, war die Aussetzung der Wehrpflicht. Und jetzt kommen schon wieder welche mit dieser verstaubten Debatte um die Ecke, ganz so, als ob sie die letzten zehn Jahre verschlafen hätten. Wobei hier auch zu Recht noch mal gezeigt wurde, dass sie eigentlich nicht zurück in vor zehn Jahren wollen, sondern noch in viel dunklere Zeit. Aber ich bin mir sicher, das ist hier nicht der Hintergrund für die Forderung der AfD. Ich höre die Frage besorgt, aber auch aus einer sehr anderen Ecke. Würde die Einführung der Wehrpflicht nicht gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr helfen? Ich glaube nicht. Die Lehre der letzten Jahre muss doch sein, dass eben nicht jeder dort richtig ist, sondern dass man vielmehr genauer hinschauen muss, wer und mit welcher Motivation den Dienst bei den Streitkräften leistet. Wer in unserer Demokratie das Gewaltmonopol ausübt, an den stellt die Gesellschaft zu Recht sehr hohe Anforderungen. Und ich kann aus vielen Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten sagen, die große Mehrheit der Menschen in der Bundeswehr erfüllt diesen Anspruch mit Bravour. Es ist gerade auch in Ihrem Interesse, dass klargemacht wird, dass für Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, für Rechtsextremisten und Reichsbürger, für Spione und Islamisten kein Platz in der Bundeswehr sein darf. Da ist jeder Fall ein Fall zu viel, jeder Fall eine große Gefahr für Sicherheit und Demokratie. Wenn Rechtsextremisten in unseren Sicherheitsbehörden entdeckt werden, dann braucht es schnellere Verfahren und klarere, härtere Konsequenzen. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren mit vielen tapferen Soldatinnen und Soldaten gesprochen, die Probleme aufgedeckt haben, ob es um Auslandseinsätze, um Rechtsextremismus oder um Rüstungsskandale ging, die eben nicht wegschauen und ein hohes Verantwortungsgefühl zeigen. Und die müssen wir stärker in dieser Haltung unterstützen. Wir entscheiden als Parlament am Ende darüber, ob Soldatinnen und Soldaten in gefährliche Einsätze geschickt werden. Und in elf Jahren im Verteidigungsausschuss habe ich eine Sache an unserer Arbeit besonders zu schätzen gelernt. Man sieht es seltener hier im Plenum, man erlebt es eher hinter den verschlossenen Türen des Ausschusses. Am Ende wollen alle demokratischen Fraktionen dieser Verantwortung gerecht werden, egal ob sie Auslandseinsätzen zustimmen oder sie kategorisch ablehnen. Zum Beispiel, als uns die Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan und auch aus anderen Auslandseinsätzen erzählt haben, dass sie keine Möglichkeit haben, mit ihren Familien in Deutschland mit Video zu telefonieren. Das Verteidigungsministerium meinte damals, das geht technisch gar nicht, obwohl nahezu alle anderen Staaten das ermöglicht haben. Und der Verteidigungsausschuss hat über Fraktionsgrenzen hinweg nicht locker gelassen. Und gegen alle geht-doch-nicht-Bedenkenträger das möglich gemacht, auch wenn sicherlich noch nicht alles perfekt ist. Und wenn es um an Körper und Seele verwundete Soldatinnen und Soldaten geht, haben wir gemeinsam die ursprüngliche Rechtsauffassung des Ministeriums widerlegt. Wir haben auch hier gegen die geht-nicht-Front, die Beweislast zugunsten der Betroffenen umgekehrt. Und wir machen weiter Druck, dass sich Behandlung und Betreuung verbessern und die belastenden Wartezeiten geringer werden. In diesem Sinne werden wir von den demokratischen Fraktionen weiter zusammenarbeiten. In der Verantwortung gegenüber unserer Parlamentsarmee. Schaufensteranträge, selbsternannte Fürsprecher und verstaubte Antworten aus der Mottenkiste hat es dafür in den letzten Legislaturperioden nicht gebraucht. Und die braucht es auch jetzt nicht. Vielen Dank. Der nächste Redner kommt wieder von der CDU-CSU, Ingo Gäthiens. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und war vor seiner Zeit hier im Deutschen Parlament Berufssoldat, genauso wie der Kollege Lukassen von der AfD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat sich in dieser Woche ja wieder so einiges geleistet, was lichternäher als an einem Freitagvormittag über zwei inhaltslose Anträge dieser Fraktion zu debattieren. Nach ihrer Auffassung soll durch die Reaktivierung der allgemeinen Wehrpflicht endlich wieder eine Armee von Bürgern in Uniform entstehen. Aus welcher Mottenkiste, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion, stammt denn bitte dieser Satz? Merken Sie gar nicht, dass Sie damit den jetzt aktiven Zeit- und Berufssoldaten unserer Bundeswehr attestieren, dass Sie nach Ihrer Diktion keine Bürger in Uniform sind, sondern nach Ihrer Meinung dafür dringend eine Wiedereinführung der Wehrpflicht notwendig ist. Nein, ich stelle mich vor, die Soldatinnen und Soldaten, die jetzt in der Bundeswehr aktiv ihren Dienst leisten, das sind Bürger in Uniform. Wie rückwärtsgewandt und aus der Zeit gefallen Ihre Formulierungen im Antragstext sind, erkennt man an nur wenigen Sätzen. Mir scheint, die AfD hat sich das Ziel gesetzt, die Lufthoheit über Stammtische zu erreichen, die es in Wirklichkeit gar nicht mehr gibt. Alles getreu dem Motto, früher war alles besser. Meine Damen und Herren, früher war nicht alles besser. Ich habe weit über 30 Jahre in dieser unserer Bundeswehr gedient, habe Wehrpflichtige kommen und gehen sehen. Ich habe viele positive Erfahrungen hinsichtlich der unterschiedlichen Charaktere, die aus den unterschiedlichsten sozialen Verhältnissen kamen und ganz unterschiedliche geistige Fähigkeiten in die Truppe mit eingebracht haben. Der hochintelligente Abiturient merkte schnell, dass auch der nicht so schlaue Hauptschülerfähigkeiten in die Gruppe, in den Zug, in die Kompanie mit einbrachten, die für ein gut funktionierendes Team von elementarer Bedeutung waren. Ja, es stimmt, die Bundeswehr, aber auch der Zivildienst waren so etwas wie eine Schule der Nation, in der man Rücksichtnahme, Toleranz und Teamfähigkeit erlernen konnte. Ein wunderbarer Nebeneffekt für einen anspruchsvollen Dienst und fordernden Dienst an der Waffe. Ein Nebeneffekt, an den sich noch viele Männer, sehr gerne mittlerweile, Herr Lukassen, älter werdende Männer erinnern. Und in den Erinnerungen bleibt bekanntlich oftmals nur das Gute haften. Und es stimmt, die Wehrpflicht oder der Zivildienst war das letzte Element in unserer Gesellschaft, welches sehr deutlich verdeutlichte, dieser Staat gibt dir nicht nur etwas, sondern er kann dir für die Sicherheit Deutschlands auch eine Pflicht auferlegen. In meinen aktiven Dienstjahren war ich ein starker Befürworter der Wehrpflicht, aber die Zeiten haben sich rasant geändert. Die Anforderungen an modernes Gerät, eine immer anspruchsvollere Ausbildung, beförderten schon damals die Wehrpflichtigen immer mehr ins Abseits. Als sich nach der Bundestagswahl 2009 die FDP mit der CDU und CSU einigten, die Wehrpflicht auf nur noch sechs Monate zu reduzieren, war mir bewusst, dass diese Wehrpflichtigen die aktive Truppe mehr be- als entlasten würden. Der eigentliche Auftrag der Bundeswehr lautete damals wie heute Bündnis- und Landesverteidigung und nicht Schule der Nation, um eventuell vorhandene Defizite aus der Jugend- oder Schulzeit zu reparieren. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht vor zehn Jahren wurde der gesamte Apparat an freiwillig dienstleistende Zeit- und Berufssoldaten angepasst. Kreiswehrersatzämter mussten nicht mehr Herrscham von jungen Männern auf Diensttauglichkeit untersuchen. Die Anzahl von Ein- und Auskleidekammern wurden dezimiert, Ausbildungskapazitäten angepasst und individualisiert. Die Grundausbildung konnte professionalisiert werden, weil man heute weiß, dass sie nicht nur einem begrenzten Zeitrahmen zur Verfügung stehen, sondern für die Soldatinnen und Soldaten die Ausbildung dann weitergehen kann. Eine seriöse Antwort, wie und mit welchem finanziellen Aufwand das Rad nun wieder zurückgedreht werden soll, bleibt uns die AfD als Antragsteller natürlich schuldig. Meine Damen und Herren, machen Sie weiter in Ihren rückwärtsgewandten Träumereien. Meine Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion, wird sich um die wirklichen, um die zukunftsfähigen Aufgaben für die Bundeswehr kümmern. Darin sehen wir unsere Aufgabe. Deshalb lehnen wir diesen Antrag in konsequenter Art und Weise ab. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der zweite Redner in dieser Debatte von der AfD jetzt hier schon zu sehen, Jan-Ralf Nolte. Und er wird das natürlich noch einmal verteidigen, die beiden Anträge der AfD, die hier vorgelegt werden. Unter anderem fordert die AfD ja die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Derzeit sind mehr als 21.000 Stellen in der Bundeswehr unbesetzt. Das klingt schlimm, aber die Realität ist noch schlimmer. Die Musterungskriterien wurden gelockert, damit man heute auch Bewerber zu Soldaten machen kann, die man früher nicht genommen hätte. Es ist seit Aussetzung der Wehrpflicht auch deutlich schwerer geworden, ungeeignete Rekruten wieder loszuwerden. Sprechen Sie mal mit den Ausbildern. Die Soldaten sollen länger in der Bundeswehr bleiben, also die Bundeswehr soll älter werden. Und es sind teils auch von vornherein viel zu wenig Stellen ausgeplant. Es gibt Bataillone, die auf dem Papier eine gute Personallage haben und die trotzdem mit ihren Leuten nur deswegen klarkommen, weil das Material, das ihnen zustünde, ja auch nicht da ist. Die Wehrpflicht bringt jungen Menschen wichtige Tugenden für das ganze Leben bei und vereint Bundeswehr und Gesellschaft. Und Frank-Walter Steinmeier, den ich sicherlich nicht oft zitiere, beklagt in seiner Rede zum 65. Geburtstag, dass das Wissen über die Bundeswehr abgenommen habe mit Aussetzung der Wehrpflicht. Und hier sehen Sie, liebe SPD, dass eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht auch direkt Ihnen zugute käme. Dann würde in Zukunft nämlich wieder jeder den Unterschied zwischen deutschen und belgischen Soldaten erkennen. Wer im Bundestag regelmäßig die Solidarität mit der Bundeswehr betont, der kann sich vor der Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht länger drücken. Und ja, dafür brauchen wir Einheiten, Infrastruktur und Ausrüstung. Wir können die Wehrpflicht nicht übermorgen wieder einführen. Das ist vollkommen klar. Aber wenn wir heute planen, wie das deutsche Heer im Jahre 2032 aussehen soll oder welches Kampfflugzeug wir im Jahr 2040 haben wollen, liebe Kolleginnen, können wir uns auch jetzt für die Wiedereinführung der Wehrpflicht entscheiden. Und dass das noch ein paar Jahre dauert, bis es dann umgesetzt ist, ist überhaupt kein Hinderungsgrund. Und wer meint, dass man aufgrund von moderner Technik heute keine Wehrpflichtigen mehr brauche, der möge das bitte auch. Staaten wie Russland, China oder Israel erzielen. Alles Staaten, die Streitkräfte haben, die uns in vielen Punkten technisch voraus sind und die Wehrpflichtarmeen sind. Tun wir Gesellschaft und Bundeswehr etwas Gutes und führen wir die Wehrpflicht wieder ein. Kurz noch zu unserem zweiten Antrag. Der bezieht sich auf die gesundheitlichen Risiken, denen Soldaten ausgesetzt sind, die regelmäßig mit Druckwellen zu tun haben, leichten Druckwellen. Hier kann man die Breacher der Spezialkräfte nennen. Und der Orte, wenn Sie sagen, es gibt noch keinen einzigen Fall, dann zeigt das, dass Sie sich damit nicht so richtig befasst haben. Denn das gehört ja zu dem, was man eben noch erforschen muss. Wie wirken sich diese ständigen, wiederholten Druckwellen aus? Was sind die Symptome dessen? Und das war also der beste Beweis dafür, dass diese Forschung nötig ist. Das fordern wir. Wir möchten nur, dass herausgefunden wird, welchem Risiko unsere Soldaten ausgesetzt sind. Das nicht zu wollen, hieße ja, ich will gar nicht wissen, was hier für Risiken entstehen für unsere Soldaten. Und das, liebe Kollegen, wäre ja völliger Wahnsinn. Deswegen rechne ich mit breiter Zustimmung zu unserem Antrag nachher. In der Debatte erhält jetzt für die SPD Fritz Felgentreu das Wort. Sehen wir hier schon sitzen, noch auf seinem Platz. Vorne wird wieder gereinigt, Sie kennen das schon. Fritz Felgentreu ist der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zum wiederholten Mal ruft die AfD-Fraktion das Thema Wehrpflicht auf. Sie wollen die Reform von 2011 rückgängig machen, mit der die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Lassen Sie mich eine Anmerkung vorausschicken. Die Jahre der schwarz-gelben Koalition, lieber Ingo Gedichens, von 2009 bis 2013, waren schlechte Jahre für die Bundeswehr. Der Verteidigungsetat stagnierte. Kurzsichtige Sparmaßnahmen, zum Beispiel der weitgehende Verzicht auf die Bevorratung von Ersatzteilen hat die Einsatzbereitschaft massiv geschwächt. Und auch die Wehrpflicht wurde mit einer nicht durchdachten Reform ausgesetzt, bei der es vor allem darum ging, dass sich der damalige Verteidigungsminister in der Öffentlichkeit als mutiger Modernisierer stilisieren wollte. Die SPD hat dem Gesetz damals aus gutem Grund nicht zugestimmt. Seitdem wir wieder ein Teil der Regierungsmehrheit sind, arbeiten wir daran, die Erblast dieser vier Jahre abzutragen, und wir sind immer noch nicht am Ziel. Mit dem AfD-Antrag könnte ich es mir trotzdem einfach machen. Denn Sie gehen mit keinem einzigen Wort auf die verfassungsrechtlichen und praktischen Probleme ein, die mit der Rückkehr zur Wehrpflicht zusammenhängen. Die Voraussetzungen sind einfach nicht da. Die Wehrpflicht muss nach dem Grundgesetz mit den Erfordernissen der Sicherheit Deutschlands begründet werden. Das kann in der gegenwärtigen Lage nicht gelingen. Und wir sollten uns hier auch alle keine Lage wünschen, in der es doch wieder gelingen könnte. Und was die Praxis angeht, der Umbau der Bundeswehr zur Freiwilligen Armee ist abgeschlossen. Das bedeutet, sie hat keine Unterkünfte für Wehrpflichtige mehr, keine Ausbilder, keine Waffen, kein Gerät. Die gesamte Struktur müsste neu aufgebaut werden. Die dafür notwendige Anstrengung wäre gerade kein Beitrag zur Stärkung von Bündnis- und Landesverteidigung. Im Gegenteil, die Wiedereinführung der Wehrpflicht würde die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr um 10 bis 15 Jahre zurückwerfen und behindern. Sie zitieren ja in Ihrem Antrag Hans-Peter Bartels, kluger Mann. Der ist exakt dieser Meinung. Dem sollten Sie besser zuhören. Dazu kommt, dass ein solcher Schritt die Bündnisfähigkeit Deutschlands schwächen würde. Um heute als Bündnispartner bestehen zu können, braucht die Bundeswehr sowohl in den Einsätzen als auch bei Übungen und einsatzgleichen Verpflichtungen in der Bündnis- und Landesverteidigung hochprofessionelle Streitkräfte. Der notwendige Ausbildungsstand ist mit einer einjährigen Wehrpflicht nicht zu erreichen. Die im Vergleich oberflächliche Ausbildung der Wehrpflichtigen aber würde der Truppe Personal mit gutem Ausbildungsstand entziehen für Führung und Ausbildung. Ein weniger bündnisfähiges Deutschland, meine Damen und Herren, ist aber auch ein weniger sicheres Deutschland. Die AfD würde mit ihrer Politik genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie angeblich erreichen will. Es wäre also relativ leicht, Ihren Antrag aus sachlichen Gründen zurückzuweisen. Ich will es dabei aber nicht bewenden lassen. Wenn ich Ihren Antrag lese, erkenne ich neben der nationalkonservativen Verklärung wehrpolitischer Ideen des 19. Jahrhunderts auch Motivationen, die eine eigene Auseinandersetzung verdienen. Lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Bei meinen Standortbesuchen mache ich immer wieder die Erfahrung, dass das Thema Wehrpflicht die Soldaten und Soldatinnen beschäftigt. Gerade die Dienstälteren, oft vor allem Portopé-Unteroffiziere, empfinden die Lücke durchaus und auch schmerzlich, die die Aussetzung der Wehrpflicht gerissen hat. Sie vergleichen die Bundeswehr von heute mit der Bundeswehr, in der sie selber groß geworden sind, und stellen fest, dass sie die Zeiten der Wehrpflicht in guter und im Vergleich oft in besserer Erinnerung haben. Manch einer hat seinen Weg zum Berufssoldaten als Wehrpflichtiger begonnen. Das kommt dazu. Die Stichworte, die in dem Zusammenhang fallen, haben in der Regel wenig mit Einsatzbereitschaft und Bündnisfähigkeit zu tun. Die Wehrpflicht steht hier für eine tiefere Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft als Ganzer. Denn natürlich, wenn jede Familie sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, ob ihre jungen Männer Wehr- oder Zivildienst leisten, dann wird die Bundeswehr viel stärker als integraler Bestandteil des großen Ganzen wahrgenommen. Und die Wehrpflicht fehlt vielen auch als Talentreservoir. Wie oft haben junge Männer erst als Wehrpflichtige gemerkt, dass der Beruf des Soldaten ihre Berufung ist, und haben dann ihr Berufsleben in den Dienst der Landesverteidigung gestellt. Diesen Weg in die Truppe gibt es nicht mehr, und ich würde gar nicht bestreiten, dass er fehlt. Ihr Lösungsweg aber, meine Damen und Herren, ist entweder eine Illusion oder, nämlich wenn es Ihnen klar ist, dass es so nicht geht, eine Scharade. Es ist ein Gebot der Ehrlichkeit, denen, die aus absolut verständlichen Gründen der Wehrpflicht nachtrauern, die Wahrheit zu sagen. Es gibt kein Zurück in die 80er oder auch nur in die 90er Jahre. Diese Bundeswehr gibt es nicht mehr, und sie kommt auch nicht mehr zurück. Ich rekapituliere kurz, warum das so ist. Erstens. Rekrutierungssorgen und die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft sind keine Begründungen, die sich aus dem Grundgesetz ableiten lassen. Dort sind die Erfordernisse der Sicherheit ausschlaggebend. Zweitens. Die Gründe für die Aussetzung der Wehrpflicht sind inzwischen nicht entfallen. Vor allem ist auf der Basis einer zwölfmonatigen Wehrpflicht Wehrgerechtigkeit nicht zu erreichen. Eine noch kürzere Wehrpflicht wäre militärisch sinnlos. Drittens. Der von Ihnen geforderte Weg ist nicht praktikabel. Die Rückkehr zur Wehrpflicht würde die Bundeswehr auf unabsehbare Zeit nicht stärker, sondern schwächer machen. Eine denkbare Perspektive besteht allenfalls in dem immer wieder heiß diskutierten Modell einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Menschen beiderlei Geschlechts. Darüber gibt es im Lande und auch in meiner Partei unterschiedliche Meinungen. Die einen sehen es als unzulässigen Eingriff in die individuelle Freiheit, die anderen als sinnvollen Beitrag zu mehr Gemeinsinn, der unserer fragmentierten Gesellschaft guttun würde. Dazu gehöre ich auch eher. Beide Seiten haben starke Argumente. Die Sicherheit Deutschlands aber, und das ist entscheidend, wird normalerweise weder pro noch contra allgemeine Dienstpflicht angeführt. Die Voraussetzung für eine so große Reform wäre in jedem Falle ein so breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens, dass er eine Änderung des Grundgesetzes möglich macht. Das zeichnet sich aber noch nicht einmal ansatzweise ab. Lassen Sie uns also deshalb vor allem daran arbeiten, wie wir die Probleme der Bundeswehr mit den Mitteln lösen, die uns realistischerweise zur Verfügung stehen. Bekennen wir uns zu unserer Parlamentsarmee, die aus Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen in Uniform besteht. Gerade in diesen Tagen der Corona-Pandemie sprechen wir davon, wie wichtig der Dienst der Soldaten und Soldatinnen für unser Land ist. Lassen Sie uns diese Bundeswehr so ausstatten, dass alle, die darin dienen, ihren Dienst als sinnvoll und erfüllend erleben und diese Zufriedenheit in Ihrem persönlichen Umfeld auch ausstrahlen. Dann ist mir um geeigneten und motivierten Nachwuchs für die Bundeswehr auch ohne Wehrpflicht überhaupt nicht bange. Dankeschön. Ich nutze die Zeit, in der das Pult gereinigt wird, um meine Entscheidung gerade eben zu erläutern. Der Abgeordnete Lukassen hatte sich eben noch einmal gemeldet zu einer Frage und Bemerkung. Ich kann das natürlich zulassen, aber der Abgeordnete Lukassen hat für seine Fraktion in der Debatte gesprochen, hat eine Frage entsprechend gestellt. Und ich bin gehalten, auch dafür zu sorgen, dass die Debatte entsprechend weitergeht und sich nicht Redezeiten verdoppeln und verdreifachen. Deshalb der Hintergrund meiner Entscheidung gerade eben. Das Wort hat nun Dr. Markus Faber für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Werte rechtsextreme Fraktion! Sie beginnen Ihren Antrag mit Bezug auf die preußische Heeresreform von 1807 und übersehen dabei, dass dazwischen 200 und über 200 Jahre auch militärtechnische Entwicklungen liegen. Und dass dazwischen auch zwei verlorene Weltkriege liegen. Die Zeit hat sich weiterentwickelt. Das sollte auch bei Ihnen ankommen. Was steht in Ihrem Antrag? In Ihrem Antrag steht, wie man die Bundeswehr noch ineffektiver machen kann. Wenn man die Bundeswehr nachhaltig schädigen möchte, dann führt man jetzt die Wehrpflicht wieder ein. Das ist der sicherste Weg, um die Bundeswehr nachhaltig zu schädigen. Das sage nicht nur ich. Das sagt der oberste Soldat in Deutschland, der Generalinspekteur der Bundeswehr. Vielleicht hören Sie da mal zu. Sie wollen wieder Wehrpflichtige auf den Kasernenhöfen und übersehen dabei, dass es viele dieser Kasernenhöfe gar nicht mehr gibt. Dass es auch die Ausbilder nicht mehr gibt. Und was man denn auch mit diesen Wehrpflichtigen in einer modernen, spezialisierten Bundeswehr macht, das sagen Sie auch nicht. Deswegen steht in Ihrem Antrag eben nicht, wie man die Bundeswehr ins 21. Jahrhundert führt, wie man daraus eine moderne Armee macht, die auch in Zukunft ein intensives Gefecht bestehen kann. Was braucht also die Bundeswehr? Die Bundeswehr braucht nicht noch weitere Grundsatzreden. Davon haben wir genug gehört. Die Bundeswehr braucht drei Dinge. Erstens Geld. Sie wollen bei der AfD Milliarden in die Wiedereinflügelung der Wehrpflicht stecken, um dann mit dem Volkssturm Interkontinentarraketen abzufangen und mit wehrpflichtigen Cyberangriffe abzuwehren. Dass das irre ist, kann, glaube ich, jeder erkennen. Das ist allerdings kein Grund, warum das Verteidigungsministerium sich hinter Rechenspielen zur NATO-Quote versteckt. Der jetzt hinterlegte Haushalt, der sich gerade in der Abstimmung beschäftigt, der kann den Investitionsbedarf nicht decken. Der kann auch die Bündnisverpflichtung in der NATO nicht decken. Deswegen sehen wir hier keine Zukunftsfähigkeit bei Ihrer Politik. Und zweitens Beschaffungsdebakel. Bringen Sie Ihre Strukturen in Ordnung. Sie brauchen über Jahre, um ein Sturmgewehr zu beschaffen, und schaffen es dennoch nicht, das Projekt über die Ziellinie zu bringen. Frankreich braucht dafür ein Jahr und ist dabei erfolgreich. Vielleicht nehmen Sie sich daran mal ein Beispiel. Dann müssen Sie sich auch nicht mehr wundern, wenn der französische Staatspräsident Ihnen mit Anlauf vor das Schienbein tritt. Es heißt nämlich jetzt nicht mehr Grundsatz reden, sondern es heißt machen, machen, machen. Das ist der dritte Punkt. In der Truppe heißt es, machen ist wie wollen, nur krasser. Ich glaube, daran kann sich das Bundesverteidigungsministerium mal orientieren. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn die Ministerin sich mehr mit Soldatinnen und Soldaten unterhält und etwas weniger mit Herrn Laschet und Herrn Merz. Vielen Dank. Herr Abgeordneter Faber, ich werde mir das Vorabprotokoll bringen lassen und werde Ihre Anrede nach der Begrüßungsformel prüfen, inwieweit dort eine entsprechende Rüge- oder Ordnungsmaßnahme angesagt ist. Ich behalte mir das vor. Wegen Verharmung? Herr Kollege Trittin, Sie sind hier ja gerade auf dem schmalen Grat, ganz egal, wie die Abgeordnete Pau sich verhalten würde, wenn sie für ihre Fraktion hier im Moment unterwegs ist. Aber im Moment gibt es hier die Vizepräsidentin Pau, die entsprechend die Verhandlungen führt. So, das Wort hat Dr. Tobias Lindner. Ja, so viel Zeit muss sein. Die Anrede von Markus Faber war mir jetzt nicht aufgefallen, aber der Bundestagsvizepräsidentin. Tobias Lindner jetzt, der verteidigungspolitische Sprecher der Bündnis Grünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, reden wir mal über die Probleme, die die Bundeswehr heute tatsächlich hat. Die Probleme, die sind eine unklare politische Strategie. Träume über den Indopazifik, während man es noch nicht mal schafft, ein Sturmgewehr zu beschaffen, was jetzt wirklich nicht unbedingt Rocket Science ist, um es neudeutsch zu sagen. Die Probleme liegen in Material, das lange dauert, noch mehr kostet, und am Ende des Tages doch nicht funktioniert. Und ja, die Probleme liegen auch im Personal und in Stellen, die nicht besetzt sind. Aber was braucht es denn dazu? Dazu braucht es eine verantwortungsbewusste, eine verantwortliche Art der Rekrutierung. Dazu braucht es Verlässlichkeit seitens des Dienstherrn. Dazu braucht es eine Planbarkeit des Dienstes in der Bundeswehr und eine Perspektive für die Zeit nach dem Dienst danach. Das alles braucht es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darüber hätte die AfD heute in ihrem Antrag ja sprechen können. Und was machen Sie stattdessen? Sie wollen die Probleme der Bundeswehr von heute und von morgen mit den Ideen von gestern und vorgestern lösen. Das verrät vieles über Ihre Kompetenz auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik. Und Sie nehmen ja in einem Antrag Bezug auf die preußischen Heeresreformer, auf Kneisenau, auf Klausewitz, auf Scharnhorst. Ja, das waren Menschen Ihrer Zeit, die die Probleme Ihrer Zeit mit Mitteln Ihrer Zeit beantworten wollten. Und wenn heute Soldatinnen und Soldaten einem demokratischen Deutschland, um Bundespräsident Gauck zu zitieren, das Beste, das wir kennen, dienen, dann muss der Dienstherr, dann muss dieses Hohe Haus ja vor allem eine Frage beantworten, wofür kämpfen. Wenn Soldatinnen und Soldaten schwören und geloben, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, dann ist das der Kern dessen, wofür man kämpft, dass man nicht irgendwie einen Ehrendienst, so wie Sie schreiben, leistet, der irgendwie inhaltsleer ist, sondern Soldatinnen und Soldaten eines demokratischen Deutschland sind dem Grundgesetz sein, Institutionen und den Werten, auf denen es basiert, verpflichtet. Und ich finde es schon, Herr Lukas und Herr Gauland, von Ihrer Fraktion ein starkes Stück nach dem, was wir am Mittwoch hier in diesem Haus erlebt haben, durch Schleuser in Ihrer Fraktion, Nachdem, was heute Morgen hier abging, mit einer geheuchelten Entschuldigung von Ihnen, dass Sie sich allen Ernstes an dieses Pult stellen und heute über Sicherheit und Sicherheitspolitik reden wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jeden Anspruch verspielt, hier irgendwie Soldatinnen und Soldaten Tipps geben zu wollen, wie man anständig und aufrecht für dieses Land seine Werte und seine Institutionen dient. Deswegen ziehen Sie am besten Ihren Antrag zurück. Hierzu ist alles gesagt. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Jens Lehmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die AfD-Fraktion arbeitet sich ja nun schon länger an der Wehrpflicht ab. Selbst wenn Sie Scharnhorst zitieren, wären Ihre Argumente nicht besser. Dabei sollten Sie die Signale aus der Bundeswehr einfach mal richtig deuten. Die Truppe selbst sagt, dass sie einer Reaktivierung der Wehrpflicht sehr kritisch gegenübersteht. Wer so wenig am Puls der Truppe ist, sollte nicht von sich behaupten, die Partei der Soldaten zu sein. Meine Damen und Herren, der Bundestag hat vor knapp zehn Jahren beschlossen, die Wehrpflicht auszusetzen. Dieser Schritt war schmerzhaft. Die Wehrpflicht war zu Zeiten des Kalten Krieges sinnvoll und hat sich damals bewährt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Darauf hat die Politik reagiert. Steigende Einsatzverpflichtungen und die sinkende Zahl der Wehrpflichtigen in Deutschland waren damals der wesentliche Treiber, die Wehrpflicht auszusetzen und stattdessen das System der freiwilligen Wehrdienstleistenden zu installieren. Der Grundgedanke von damals ist auch heute noch richtig. Ein längerer, freiwilliger Dienst ermöglicht die Ausbildung für das gesamte aktuelle Einsatzspektrum der Bundeswehr was mit einem Wehrdienst in seinem klassischen Sinne nicht mehr möglich war. Werte Kolleginnen, wir alle wissen, dass die Bundeswehr ihrer originären Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung wieder mehr Aufmerksamkeit widmen muss. Die geopolitischen Verhältnisse haben sich nicht zum Besseren verändert. Im Gegenteil. Wir sehen, dass Russland unverhohlen seine alte Stärke wieder aufleben lassen will. und wir sehen, dass China mehr und mehr Einfluss nimmt. Dennoch ist der Weg, den die AfD mit ihrem Antrag gehen will, nicht der richtige. Denn die Antwort auf die Frage, warum mindestens 30.000 Wehrpflichten, wie kommen Sie auf diese Zahl, bleibt die AfD schuldig. Wir hatten zuletzt 2009 68.000 Grundwehrdienstleistende und freiwillig länger Dienstleistende Soldaten eingezogen. Schon damals hieß es, die Wehrgerechtigkeit ist nicht mehr gegeben, da der überwiegende Teil eines Jahrgangs nicht mehr eingezogen wurde. Meine Damen und Herren, diese Ungerechtigkeit würde der AfD-Antrag sogar noch vergrößern. Denn wie wollen Sie den 30.000 jungen Männern erklären, warum diese jetzt ihren zwölfmonarigen Dienst antreten müssen, die überwiegende Mehrheit aus ihrem Jahrgang aber eine Ausbildung oder ein Studium beginnen kann? Mit Ihrem Antrag zementieren Sie die Ungleichheit eines Jahrgangs. Das kann niemand wollen. Lassen Sie uns viel mehr darüber diskutieren, die Bundeswehr attraktiver für junge Menschen zu machen, dass die Leute freiwillig zur Bundeswehr gehen. Diesen Punkt haben Sie richtigerweise in Ihrem Antrag erkannt. Ich zitiere mit Genehmigung der Präsidentin, Zitat, die Bedingungen und Chancen des Wehrdienstes müssen so beschaffen sein, dass sich idealerweise die jungen Männer um die Wehrpflicht stellen bewerben. Zitat Ende. Das kommt ja faktisch einer Freiwilligkeit gleich und damit würden wir viel mehr erreichen. Denn wer sich freiwillig meldet und um den Dienst in der Bundeswehr bewirbt, macht dies aus Überzeugung. Diese Motivation brauchen wir. Wir müssen dafür sorgen, dass der Dienst in der Bundeswehr so attraktiv und in der Gesellschaft anerkannt wird, dass sich viele junge Menschen freiwillig für den Dienst in der Bundeswehr entscheiden und damit aktiv unsere Werte verteidigen und unser Land in Frieden und Freiheit bewahren. Um den Dienst in den Streitkräften für junge Menschen so attraktiv wie möglich zu machen, haben wir nunmehr zwei Säulen, die sich sehr gut ergänzen. Das bewährte System des freiwilligen Wehrdienstleistenden mit bis zu 23 Monaten Dienstzeit am Stück sowie das neu eingeführte Jahr für Deutschland, welches Sie ja wieder abschaffen wollen. Das Konzept des freiwilligen Jahres zielt gerade effektiver auf die langfristige und emotionale Bindung der Wehrdienstleistenden an die Streitkräfte. Mit der diskutierten Wiedereinführung ist nach zwölf Monaten Schluss. Im freiwilligen Jahr dienen die Menschen sieben Monate am Stück. Die restlichen fünf Monate werden in einzelnen Abschnitten innerhalb von sechs Jahren geleistet. Werte Kollegen, den vorliegenden Antrag ist aus vielen Gründen abzulehnen, nicht zuletzt, weil einige Forderungen darin bereits umgesetzt sind. Daher sollten wir unsere Anstrengungen lieber darauf verwenden, den Dienst in der Bundeswehr attraktiver zu machen, denn dadurch gewinnen wir motivierte, junge Menschen für den Dienst in den Streitkräften. Danke. Applaus Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Florian Hahn für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin 1995 im Oktober meinen Wehrdienst bei der Ersten Gebirgsdivision angetreten. Ich habe dort gerne gedient. Ich war einer von zwei Abiturienten in meinem Zug. Wir waren acht Mann auf der Stube. Ich habe da Erfahrungen gemacht, die ich wahrscheinlich ohne die Bundeswehr nie gemacht hätte. Ich habe Freundschaften geknüpft, die bis heute festhalten und möchte diese Erfahrung tatsächlich nicht missen. Deswegen war ich 2010, als zum ersten Mal diskutiert wurde, ob wir möglicherweise die Wehrpflicht aussetzen, auch tatsächlich ein Stück weit geschockt von meinem eigenen Parteikollegen und damaligen Verteidigungsminister und habe stark gestritten mit ihm. Er hat gesagt, Florian, tu mir einen Gefallen, nutze die Möglichkeiten als Abgeordneter, gehe in die Truppe, schau dir an, wo heute die Wehrpflicht ist, damals 2010. Und ich habe das gemacht. Und die Erfahrungswelt der Wehrpflichtigen 2010 war nicht mehr die Erfahrungswelt von 1995, war nicht mehr meine. Mit Blick auf die Organigramme, wo Wehrpflichtige tatsächlich eingesetzt waren, hatte das nichts mehr damit zu tun, tatsächlich die Truppe zu unterstützen und notwendig zu sein, um verteidigungsfähig zu sein. Und deswegen war es richtig, damals die Wehrpflicht auszusetzen. Sie hätte vermutlich einer nächsten Überprüfung auch vor dem Bundesverfassungsgericht nicht mehr standgehalten. Jetzt zum Antrag der AfD. In dem Antrag der AfD wird klar, es soll die Wehrpflicht nur für Männer geben. Es soll dezidiert kein Zugang für Ausländer da sein. Auch nicht deutsche Freiwillige haben keinen Zugang. Die Damen, die Frauen sollen bitte einen Sozialdienst ableisten. auch hier eine Verpflichtung. Und es wird vom Ehrendienst gesprochen. Schon in DDR-Zeiten wurde im Übrigen die Wehrpflicht mit der Bezeichnung Ehrendienst tituliert und auch im Dritten Reich der Reichsarbeitsdienst als Ehrendienst bezeichnet. All das ganze Paket zeigt, welches Geisteskind die AfD bis heute ist. Und das hat, lieber Herr Lukasen, auch nichts mit konservativ zu tun. Denn konservativ sein, das hat schon Franz Josef Strauß gesagt, bedeutet, an der Spitze des Fortschritts zu sein. Und das sind sie definitiv nicht. Die AfD hätte es uns viel schwerer machen können. Die AfD hätte beispielsweise diskutieren können, tatsächlich, ob man einer allgemeinen Dienstpflicht näher tritt. Und der Kollege Felgentreu hat viele positive Dinge aufgezählt, die einer solchen Idee tatsächlich entspringen. Aber ich will sagen, was Gründe sind, die gegen eine allgemeine Dienstpflicht sprechen, wie sie auch oftmals in meiner Partei noch diskutiert wird. Es gibt einfach keine militärische Notwendigkeit. Um verteidigungsfähig zu sein, brauchen wir keinen Zwangsdienst. Die aktuellen Bedrohungen müssen wir gegenübertreten, nicht mit einer riesigen Anzahl von Köpfen, sondern mit entsprechenden Fähigkeiten, mit Waffensystemen, mit modernen IT-Systemen, die resilient sind. Wir müssen verteidigungsfähig sein im Sinne von Verfügbarkeit und Durchhaltefähigkeit, aber nicht die schiere Anzahl von Köpfen. Und die Gefahr eines großen vaterländischen Krieges, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die sind so nicht da. Die Gefahren lauern woanders und hier müssen wir uns tatsächlich besser rüsten. Es gibt aber rechtliche Gründe, die dagegen sprechen. Eine Grundgesetzänderung wäre notwendig und eine allgemeine Dienstpflicht verstößt außerdem gegen völkerrechtliche Verpflichtungen, da sei das ILO-Abkommen entsprechend genannt, oder auch europäische Abkommen bis hin zum internationalen Pakt für die bürgerlichen und politischen Rechte. Weiteres Argument, eine allgemeine Dienstpflicht wäre wichtig, zum Beispiel für das Gesundheitswesen, für die sozialen Dienste. Da kann man auch nur den Hinweis, dass beispielsweise Paritätischer Wohlfahrtsverband, das Arbeiterwohlfahrt, VdK, alle sich gegen einen solchen Dienst aussprechen. Weitere praktische Gründe. Eine Wehrpflicht mit 30.000 Wehrpflichtigen, wie die AfD es vorschlägt, würde bedeuten, einen Faktor von 3,5 Personen, die notwendig sind zur Betreuung eines Wehrpflichtigen. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben in der Zeit unserer Wehrpflicht. Das würde bedeuten, dass wir 105.000 Soldatinnen und Soldaten mehr bräuchten, um diese 30.000 Soldaten entsprechend auszubilden. Ich weiß gar nicht, wie mit Blick auf den Fachkräftemangel, den wir haben, und mit Blick auf die tatsächlich schwierige Situation, auch für die Bundeswehr, entsprechend Leute zu rekrutieren, wie uns das gelingen soll, zusätzlich zu den 30.000 Wehrpflichtigen noch 105.000 Soldatinnen und Soldaten zu rekrutieren. Es müsste ein riesen Verwaltungsapparat aufgebaut werden, der dann entsprechend über 700.000 je Alterskohorte verwaltet. Auch das ist ein totaler Irrsinn und würde es sicherlich den Fachkräftemangel massiv in unserem Land verstärken. Deshalb setzen wir als CSU auf eine attraktive, eine freiwillige Bundeswehr, auf eine motivierte Reserve und auch freiwillige Angebote, die attraktiv sind, wie beispielsweise das Deutschlandpraktikum oder das Jahr für Deutschland. Herzlichen Dank. Sagt Florian Hahn hier als letzter Redner in dieser Debatte. Es ging um diese AfD-Anträge, die die Wiedereinführung der Wehrpflicht forderten. Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 24.401 und 24.392 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsfragen? Die AfD-Anträge, die gehen zur weiteren parlamentarischen Beratung entsprechend jetzt in die Ausschüsse und dann kommen wir direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Den Außenminister Heiko Maas sehen Sie schon hier, der wird jetzt auch gleich zum Auftakt dieser Debatte sprechen. Es geht um die Reform der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Zu den Hauptaufgaben der OSZE gehören die Konfliktverhütung, die Krisenbewältigung, die Wahrung von Demokratie- und Menschenrechten sowie die Wahlbeobachtung. Zuletzt ja auch anlässlich der US-Wahl gab es Wahlbeobachter der OSZE, die in den USA diesen Wahlvorgang begleitet haben. Aber das Betätigungsfeld der OSZE ist noch viel größer. Es gibt auch einen historischen Anlass für dieses Datum. Die OSZE ist ja aus der KSZE hervorgegangen. Vor 25 Jahren war das. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, ein bisschen Bilanz zu ziehen, aber auch Ausblick zu wagen und zu schauen, was an Reform für die OSZE, die hat 57 Mitgliedstaaten derzeit nötig sein könnte. Aus der Sicht jetzt erst mal der Bundesregierung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die deutsche Wiedervereinigung und die Unterzeichnung der Charta von Paris vor 30 Jahren, das war ein Glücksmoment für Deutschland, es war aber auch vor allen Dingen ein Glücksmoment für Europa. Denn dieser Moment bedeutete nicht nur das Ende der Teilung so, wie es die Charta formuliert hat, vor allen Dingen auch die Hoffnung auf ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit in Europa. Und tatsächlich war dieses Europa in den vergangenen 30 Jahren das demokratischste, das stabilste und auch das wohlhabendste seiner Geschichte. Und das auch dank der Institutionen, die es dazu gemacht haben, der Europäischen Union, der Europarat, die NATO und auch die OSZE. Aber der Optimismus von 1990, der scheint an vielen Orten verflogen zu sein. Konflikte wie zuletzt zwischen Armenien und Aserbaidschan werden mittlerweile wieder mit Waffengewalt ausgetragen und Aufrufe, die Waffen schweigen zu lassen, von Konfliktparteien abgelehnt. Russland hat mit der Annexion der Krim die Friedensordnung von Helsinki und Paris ganz eindeutig gebrochen. Doch gerade für Krisenzeiten haben uns die Schlussakte und die Pariser Charta eine ganz klare Botschaft hinterlassen. Europäische Sicherheit braucht neben Verteidigungsfähigkeit und Stärke auch immer Dialog und Kompromissbereitschaft. Für diesen doppelten Ansatz brauchen wir Organisationen wie die Europäische Union, die NATO und eine starke OSZE. Letztlich sorgt gerade die OSZE für Stabilität in Krisenzeiten und an Krisenorten. Ihre Sonderbeobachtermission in der Ukraine hilft, den aktuellen Waffenstillstand, den längsten, den wir bisher hatten, zu sichern. Im Konflikt um Berg-Karabach bietet die MINZ-Gruppe der OSZE die zentrale Verhandlungsplattform für eine wirklich nachhaltige politische Lösung. Die OSZE ist auch zentral für die Rüstungskontrolle in Europa. Der von Deutschland 2016 angestoßene strukturierte Dialog soll Gespräche über Frieden und Sicherheit in Europa fördern, im Übrigen auch und gerade mit Russland. Dazu sind Fortschritte im Dialog zwischen den USA und Russland gerade zur nuklearen Rüstungskontrolle und vor allen Dingen New Start notwendig. Dafür setzt sich die deutsche Bundesregierung mit vielen Partnern, die wir in unterschiedlichen Organisationen auf der internationalen Bühne haben, gerade jetzt ganz besonders ein. Wir glauben, dass auch die Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten dafür eine große Chance bietet. Wie keine andere Organisation steht die OSZE für umfassende Sicherheit. Frieden und Wohlstand in Europa in den vergangenen 30 Jahren sind eben auch ein Produkt wirtschaftlichen Fortschritts von Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung von Menschenrechten. Das muss man gerade heute und in diesen Tagen wieder betonen, gerade in Richtung nach Belarus, wo Herr Lukaschenko endlich zur Kenntnis nehmen muss. Ohne freie und faire Wahlen, ohne Gerechtigkeit und Respekt vor dem eigenen Volk gibt es eben keine Stabilität. Deshalb werden wir nicht aufhören, die OSZE auch in ihren menschlichen und wirtschaftlichen Dimensionen zu unterstützen, gerade auch mit Blick auf diesen Konflikt. Meine Damen mehr als 1975 oder 1990. Aber die Grundidee der Schlussakte von Helsinki und der Charta von Paris, nämlich kooperative Sicherheit als bleibende europäische Aufgabe zu verstehen, das dürfen wir auch heute nicht aus den Augen verlieren. So steht es auch im vorliegenden Antrag. In dieser Überzeugung wird die Bundesregierung überall, wo sie kann, in den unterschiedlichen Organisationen auf der internationalen Ebene sich einsetzen und weiter danach handeln. Herzlichen Dank. Herr Heiko Maas hier zum Auftakt dieser Debatte und in der Tat ein aktuelles Beobachtungsfeld oder Betätungsfeld der OSZE. Er hat es angesprochen, das wird sicher noch häufiger erwähnt werden in der jetzt laufenden Debatte, ist eben die Minsk-Gruppe der OSZE, die wurde eigens 1992 schon gegründet von der OSZE, um im Berg-Karabach-Konflikt zu vermitteln. Und wird natürlich derzeit umso mehr wieder gefragt. Paul-Victor Pudula jetzt für die AfD-Fraktion. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 45 Jahre Schlussakte von Helsinki und 30 Jahre Charter von Paris. Das ist lange Zeit, um sich heute folgende Frage zu stellen. Was haben diese beiden Regelwerke eigentlich gebracht? Die Antwort darauf fällt ernüchternd aus. Europa steht heute von einem Neuen Ost-West- Konflikt. Wann also, wenn nicht heute, ist der richtige Zeitpunkt dafür, sich auf die Kernprinzipien der KSCD und ihre Nachfolgerin der OSCD zu besinnen. Bei dieser Besinnung sollten wir die Entwicklung der OSCD in den letzten Jahrzehnten und vor allem ihre Strukturen kritisch hinterfragen. Was ist so schief gelaufen, dass wir heute in einem Europa leben, dessen Sicherheitslage fragiler ist, als sie noch vor 20 oder 30 Jahren war? Die knappe Antwort hierauf lautet, wir haben das Vertrauen zwischen Ost und West zerstört. Wir stecken in einer tiefgreifenden Vertrauenskrise auf dem europäischen Kontingent. dabei ist Vertrauen eine Grundbedingung für eine langfristige Friedenssicherung. Das fehlende Vertrauen kann man vor allem in unserem Verhältnis zu Russland feststellen. Bis jetzt haben wir es nicht geschafft, unsere strategischen Interessen im Umgang mit diesem Land zu definieren. Davon haben wir aber eigentlich alle notwendigen Voraussetzungen. Denn die OSCD ist mit ihren 57 Teilnehmerstaaten das größte Sicherheitsforum der Welt. Liebe Kollegen, in einem solchen Einsatz für die erste Dimension der Schlussakte von Helsinki, also für die politisch- militärische Zusammenarbeit, vermisse ich in Ihrem Antrag. Ein Überfluss nachgeordneter Themen zeichnet Ihr Vorhaben aus. Wir müssen jedoch zurück zur DNA der OSCD, zu ihren grundlegenden Prinzipien. Wir brauchen eine neue europäische Sicherheitsarchitektur auf Basis der Ursprungprinzipien der KSC und ihres inklusiven Charakters, vor allem das Prinzip Nicht-Einmischung in die inneren anderen Staaten. Dafür müssen wir die Themen Rüstungskontrolle und Krisenbewältigung ins Zentrum unserer Arbeit stellen. Dazu gehört in erster Linie unser Bemühen um ein Nordstaat der Beziehungen mit Russland. Nur gemeinsam mit Russland können wir die neuen und zugleich alten Konflikte in Europa angehen und entschärfen. Dafür müssen wir das System der kollektiven Sicherheit im Rahmen der OSCD substanziell erweitern. Meine Damen und Herren, Deutschland als größter Beitragszahler der OSCD in Europa sollte aktiv und zusammen mit seinen Partnern den Reformprozess der OSCD anstreben. Dabei muss Deutschland die Rolle als Vermittler zwischen Ost und West wahrnehmen. Die AfD fordert die Bundesregierung daher auf, in Deutschland ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschef der OSCD zu einer künftigen strategischen Ausrichtung zu realisieren. Der letzte Gipfel fand vor zehn Jahren statt. Bis jetzt waren alle Debatten darüber ergebnislos. Wachen Sie bitte auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachdem das Rednerpult hier ordnungsgemäß wieder desinfiziert wird, hören wir den nächsten Redner. Hier ist er schon im Bild. Jürgen 45 Jahre KSZD-Schlussakte, 30 Jahre Kater von Paris. Das ist der Jahrestag, den wir morgen, am 21. November begehen. Das war für die Koalition Grund und Anlass genug, das Thema OSZE in diesem Antrag zu formulieren. Ich freue mich, dass dieser Antrag über die Grenzen der Regierungskoalition hinaus in diesem Hause Zustimmung finden wird. Ich finde es wichtig, dass wir uns einmal rückblaschauend versichern, was die OSZE für uns geleistet hat. Ich denke speziell an die deutsche Geschichte. Ich glaube, dass die Veröffentlichung der KSZE-Schlussakte von Helsinki in allen ihren drei Paketen Sicherheit, Wirtschaft, aber eben auch politische und menschliche Freiheiten die Veröffentlichung dieser Schlussakte im neuen Deutschland eben auch 1975 ein erster Schlag zur Überwindung der Mauer gewesen ist. Das hat zwar dann noch lange gedauert, bis zum Beispiel der Schießblitzfehler ausgesetzt wurde, aber ich glaube, es haben viele Bürgerinnen und Bürger in der DDR diesen Abdruck in neuen Deutschland in ihrer Schublade im Nachtkasten gehabt und gesagt, eines Tages werden wir uns darauf berufen können. Allein deswegen ist das eine großartige Sache gewesen. Die Charta von Paris ist tatsächlich so etwas geworden, wie das Fundament der europäischen Friedensordnung nach Überwindung des Kalten des Kalten Krieges. Demokratie, Unverletzlichkeit der Grenzen, Bündnissouveränität, das sind die Prinzipien, die die Charta von Paris tragen. Die OSZE ist auch insofern einzigartig, als dass sie tatsächlich auch Kanada und die USA, aber eben auch alle Staaten der früheren Sowjetunion und Mogollai und Türkei umfasst. Also letztlich ein Band des Friedens und der Demokratie von Nordamerika über den Atlantik, über Europa bis nach Asen hinein. Das ist ein besonderes, ein einzigartiger multilateraler Ansatz, den wir auf jeden Fall pflegen und schützen sollten. Es gibt eine starke parlamentarische Vertretung. Ich vermute, dass Doris Barnett, die auch auf der Tagesordnung steht, dazu sprechen wird. Deswegen werde ich mich da zurückhalten. Ich freue mich, dass das eben ein Forum ist, in dem man ganz offen und energisch darüber reden kann. Wir haben dort hitzige Debatten, aber es ist eben auch einer der wenigen Orte, wo tatsächlich unterschiedliche Konfliktparteien aufeinandertreffen und unter dem Schutz des Daches der OSZE in der Wiener Hofburg, oder wo wir dann jeweils immer tagen, die Dinge auch entsprechend ausstragen kann. Was ich mir für die Zukunft wünsche, und das ist jetzt der Blick nach vorne, das haben wir im Rahmen der Haushaltsberatung für den Bundeshaushalt natürlich auch immer im Auge. Die OSZE ist stark beim Monitoren von Wahlen, von demokratischen Prozessen in den Mitgliedstaaten, sie ist stark bei der Überwachung von Waffenstillständen oder der Einhaltung von entsprechenden Verträgen. Sie könnte auch stark sein dort, wo es um die Moderation von Friedensprozessen geht. Berg-Karabach, der Konflikt, dass er so lange ungelöst blieb, muss uns auch in der OSZE dazu bringen, die Frage zu stellen, warum es eigentlich nicht gelungen ist, in den letzten 25 Jahren mehr zu tun, als wir getan haben. Aber es ist auch erforderlich, dass es eine entsprechende Ausstattung dafür gibt. Wenn wir zum Beispiel in Belarus möglicherweise schon bald neue Wahlen haben könnten, dann muss eben auch die OSZE personell und inhaltlich aufgestellt sein, um das auch technisch einfach zu machen. Und ich glaube, dass Deutschland das Jubiläum zum Anlass nehmen sollte, dann auch zu prüfen, ob wir ausreichend Mittel bereitstellen, damit diese Fähigkeiten der OSZE sozusagen auf Knopfdruck abrufbar dann auch verfügbar sind. Ich wünsche der OSZE noch eine gute Zukunft, dass sie die zentrale Dialogplattform für Sicherheit, Freiheit und Demokratie über die Kontinente hinweg bleiben wird. Herzlichen Dank. Jürgen Hart war das der Außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Die Schlussakte von Helsinki, aber vor allem die Charta von Paris hat hier Jürgen Hart ja auch noch mal erwähnt. Ich komme zurück auf meine Ankündigung im vorherigen Tagesordnungspunkt. Wir hören jetzt erst mal Petra Pau noch mal. Ich habe jetzt den Vorabauszug des Protokolls der Rede des Abgeordneten Dr. Markus Faber hier und ich fordere Sie auf, Herr Dr. Faber, sich zukünftig bei der Anrede und natürlich auch im Redebeitrag einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen und hoffe, dass sich das nicht wiederholt. Das Wort hat der Abgeordnete Michael Link für die FDP-Fraktion. Michael Link für die FDP, er war mal Direktor der OSZE von 2014 bis 2017 in Warschau, war auch jetzt als Wahlbeobachter in den USA ganz aktuell unterwegs. 30 Jahre Kopenhagener Dokument, viele andere Grunddokumente der OSZE. Das war, man sagt, eine andere Zeit. Manche sagen vielleicht, da gingen Dinge, die sonst nicht gingen, aber sie gingen und sie wurden genutzt. Damals wurde etwas geschaffen, weil man bewusst noch mit dem Kalten Krieg in den Knochen sozusagen auch wollte, dass Institutionen geschaffen werden, die in der Zukunft Menschenrechtsverletzungen ganz konkret dokumentieren und ansprechen. Es sind drei Dinge eingerichtet worden, die wirklich eine Art früher Rechtsstaatsmechanismus sind, wenn wir mal so wollen. Da wurde Institutionen geschaffen, wo Staat der Spiegel vorgehalten wird, wenn etwas schiefläuft. Freimuth Duwe, der erste Medienbeauftragte der OSZE, das war zum Beispiel so ein Punkt, der Kollege von der SPD damals vorher, der Medienbeauftragte oder der Hochkommissar für nationale Minderheiten, das waren Watchdogs, das waren Alarmglocken, die sprechen deutlich sollten, wenn etwas schiefläuft. Und natürlich, das sei mir erlaubt, das auch deutlich anzusprechen, auch ODIR, mit dem schönen Namen des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, dass die damals geschaffen wurden und dass sie bis heute gibt, das ist eine der größten Errungenschaften der OSZE. Wir würden sie heute nicht mehr wahrscheinlich einstimmig schaffen können. Die Einstimmigkeitsregel ist ein großes Problem der OSZE. Aber deshalb müssen wir diese menschenrechtlichen Institutionen dringend schützen und das tun wir auch mit diesem Antrag heute hier gemeinsam. Diese Institutionen müssen wir auch deshalb so schützen, weil viele sie schwächen wollen, ganz eindeutig schwächen wollen. Und es geschieht schon lange Zeit, dass sie eben auch finanziell ausgehöhlt werden. Denn auch der Haushalt der OSZE muss einstimmig gemacht werden. Denn es gibt genügend Staaten, die das immer wieder torpedieren aus dem Bereich, wie zum Beispiel Russland, Türkei, Aserbaidschan und andere aus dem zentralasiatischen Bereich. Es ist deshalb gut und wahnsinnig wichtig, dass wir diesen Antrag haben. Den Antrag der Linken, der ganz deutlich sich sozusagen abarbeitet an NATO und an europäischer Verteidigungsinitiative, lehnen wir ab, weil er einfach aus unserer Sicht die falschen Akzente setzt. NATO und OSZE werden beide gebraucht. Die Bündniskritik vereint sie interessanterweise hier mit der AfD. Herr Kollege Podolay, auch Sie, auch Ihr Antrag kritisiert ganz massiv die Europäische Verteidigungsinitiative, auch die NATO. Ich muss Ihnen ehrlich gesagt sagen, kein einziges Mal bringen Sie hier die menschliche Dimension. Sie haben Wurzeln in der Slowakei. Václav Havel, die Kata 77, all die Helsinki-Gruppen in den Staaten des ehemaligen Ostblocks, die drehen sich im Grabe rum, wenn Sie das heute hier hören, was Sie hier gesagt haben. Ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass die Bundesregierung Kandidaten auch selber stellt. Helga Schmidt für den Generalsekretär der OSZE. Das ist ein sehr, sehr gutes Signal. Es ist aber auch wichtig, dass Sie, Herr Minister, nicht nur heute hier reden, sondern auch zum Ministerrat reisen. Wenn Sie nicht können, Sie haben drei Staatsminister, wenigstens einer der Staatsminister sollte da sein. Beim letzten Ministerrat in Tratislava war die Bundesregierung durch die zwar sehr gute Botschaft drin, aber eben nicht politisch vertreten. Das geht halt auch nicht. Herr Lavrov hat sich drei Tage Zeit genommen. Die Bundesregierung war politisch überhaupt nicht vertreten. Das geht nicht. Also, mein letztes Wort. Lassen Sie mich das, Frau Präsidentin, sagen. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die bei der Wahlbeobachtung dabei waren. Ich sehe hier zum Beispiel die Kollegin Keul. Danke an all denen, die das auf sich genommen haben. Danke auch, dass wir das mit der Dienstreisegenehmigung hingekriegt haben. Das war wichtig. Das Instrument der Wahlbeobachtung ist, glaube ich, für uns alle fraktionsübergreifend entscheidend wichtig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael Link. Ja, Michael Link war der deutsche Leiter der OSZE-Wahlbeobachter in den USA. Und er hat ja auch die bezeichnet, er hat die Wahlfälschungsvorwürfe ja auch sehr deutlich als Unwahrheit bezeichnet. Dankeschön. Wechselrednerin für die Fraktion Die Linke. Als er da vor Ort war mit noch anderen Abgeordneten hier aus dem Bundestag, hat Herr Keul für die Grünen auch dabei. Die werden wir gleich noch hören hier am Rednerpult. Jetzt spricht erst mal Hedin Evrim Sommer für Die Linke. Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen, heißt es in der Präambel der Pariser Charta. Und weiter, wir erklären, dass sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen werden. Ja, diese Worte klingen heute wie aus der Zeit gefallen. Aktuell sind Frieden und Sicherheit bedroht, und das auch durch die Aufkündigung der internationalen Verträge, meine Damen und Herren. Im INF-Abkommen von 1987 vereinbarten die USA und die UdSSR die Vernichtung nuklearer Mittelraketen, Mittelstreckensysteme. Und dann kommt da ein inzwischen abgewählter America First Präsident und sagt, was interessiert mich die Welt, ich kündige den Vertrag. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in Europa schlagen ungelöste Langzeitkonflikte in heiße Kriege um, wie im Südkaukasus zwischen Aserbaidschan und Armenien. Wir Linke fordern den OECD-Etat in den kommenden fünf Jahren zu verzehnfachen, statt Milliarden Steuergelder für fliegende Festungen zu verpulvern. Meine Damen und Herren, so kostet ein einziger B2-Stars-Bomber der US Air-Frost umgerechnet eine Milliarde Euro. Der OECD standen im vergangenen Jahr für ihre Arbeit lediglich ein Fünftel zur Verfügung. Ein Fünftel, meine Damen und Herren. Ja, und was macht die Bundesregierung? Sie will die hirntote NATO wie Frankreichs Präsident Macron sie bezeichnete, wiederbeleben. In der OECD sind stattdessen als einzigen Forum fast alle europäischen Staaten Russland, die Nachfolgestaaten der UdSSR, zusammengefasst. Dazu USA und Kanada. Eine nicht-militärische Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit ohne Veto, meine Damen und Herren. Und deswegen sagen wir Linke OSZE first. Das muss das Motto sein. Das Völkerrecht muss wieder Vorrang haben, meine Damen und Herren. Militärische Besetzungen und einseitige Sezessionen sind immer völkerrechtswidrig. Das muss für die USA gelten, die Türkei, Russland und alle anderen, meine Damen und Herren. Noch einmal zurück zu Pariser Charta. Wir erkennen, dass sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen. Hierfür brauchen wir wieder ein besseres Verhältnis zu Russland und eine neue Entspannungspolitik im Geiste von Willy Brandt. In diesem Sinne vielen Dank. Vielen Dank, Helene Efreni Sommer. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katja Keul. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gerade in der heutigen Zeit wichtig und richtig, dass wir anlässlich des 30. Jahrestages an die Charta von Paris erinnern. Mit dem gemeinsamen Antrag fordern wir einen Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle und neue vertrauensbildende Maßnahmen. Leider ist dieser Appell nötiger denn je. 30 Jahre nach der Charta von Paris erleben wir einen neuen Kalten Krieg und eine beispiellose Aufrüstungsspirale. Dem müssen wir endlich Einhalt gebieten. Ich will dazu mal aus der Primärquelle zitieren, die wir heute feiern. Wir begrüßen die Unterzeichnung des Vertrages über konventionelle Streitkräfte in Europa, der zu niedrigeren Niveaus der Streitkräfte führen wird. Und weiter, die beispiellose Reduzierung der Streitkräfte in Europa wird unser Verständnis von Sicherheit in Europa verändern und unseren Beziehungen eine neue Dimension geben. Zitat Ende. Wenn es nicht schon vor 30 Jahren aufgeschrieben worden wäre, müsste man es jetzt aufschreiben. Stattdessen glauben einige heute ernsthaft, man könne die Probleme lösen, indem wir den Verteidigungshaushalt immer weiter erhöhen und uns zu einem 2-Prozent-Ziel verpflichten. Mit der Grundidee der Charta von Paris hat das allerdings wenig zu tun. Ich will aber noch auf eine andere Stelle der Charta aufmerksam machen, die bislang leider nicht die angemessene Aufmerksamkeit bekommen hat. Zitat Wir werden nicht nur darum bemüht sein, nach wirksamen Verfahren zur Verhütung immer noch möglicher Konflikte durch politische Mittel zu suchen, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht auch geeignete Mechanismen zur friedlichen Beilegung eventueller Streitfälle festzulegen. Zitat Ende. Auf dieser Grundlage wurde der OSZE Streitschlichtungsmechanismus auf den Weg gebracht, den wir leider bis heute zu wenig genutzt haben. Anders als beim Internationalen Gerichtshof müsste hier nicht eine Seite die andere verklagen, sondern man könnte sich auf die Schlichtung einigen. Mir würden da einige geeignete Fälle einfallen, beispielsweise die offenen Grenzfragen im östlichen Mittelmeer, aber auch der Konflikt um Berg-Karabach, der schon angesprochen worden ist. Es ist eine Stärke des Linken Antrages, diesen OSZE-Schiedsgerichtshof ausdrücklich zu erwähnen. Für eine Zustimmung reicht es leider trotz der guten Ansätze nicht, weil die Linke es sich doch wieder nicht verkneifen konnte, OSZE und NATO gegeneinander auszuspielen. Als dritten und letzten Punkt möchte ich noch einmal auf den Vertrag über den offenen Himmel zurückkommen, den die USA leider ohne Not einseitig gekündigt haben. Der Austritt aus diesem letzten funktionierenden Rüstungskontrollabkommen wird am 22. November, also dieses Wochenende, rechtswirksam. Der Wiedereintritt durch den neuen Präsidenten Biden ist mit erheblichen Risiken verbunden, sollte es keine demokratische Mehrheit im Senat geben. Professor Peter Jones, langjähriger OSZE-Diplomat, hat kürzlich darauf hingewiesen, dass die Vertragsstaaten sich darauf einigen könnten, den Fristablauf am 22. November zu unterbrechen, bis die neue Biden-Administration nach dem 20. Januar die Kündigung einfach zurücknehmen kann. Ich rege dringend an, dass die Bundesregierung Vertragspartnern kurzfristig prüft und wahrnimmt, auf das wir retten, was noch zu retten ist von dieser großartigen Idee von Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Keul. Katja Keul war das für die Grünen. Die nächste Rednerin wird sein Doris Barnett für die SPD-Fraktion. Sie ist die Schatzmeisterin der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, diese Parlamentarische Versammlung. Da sitzen 320 Parlamentarier aus 57 Ländern zusammen in regelmäßigen Abständen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in fünf Jahren feiern wir sogar 50 Jahre OSZE. Und vor 50 Jahren, vor 45 Jahren war das mit Sicherheit ein Anlass zur Freude. Denn es hat etwas eingeleitet, was schließlich auch zur deutschen Einheit führte. Das sollten wir auch nicht vergessen. Aber in der Zwischenzeit ist die OSZE in die Tage gekommen. Also ist älter geworden und die Probleme sind leider auch nicht kleiner geworden. Im Gegenteil. Wir befinden uns hier auch in einer Art Krise. Denn wir erleben eine Renationalisierung der Staaten. Und so beginnt langsam auch die OSZE wie auch die UNO unter die WHO und andere internationale gibt auch zahlreiche Konflikte innerhalb des OSZE Raums und die Werte und Prinzipien werden gefährdet. Das erschwert die Zusammenarbeit. Zum Beispiel in Bergkarabach hätte ich mir auch gewünscht, dass die Minsk Gruppe viel früher hätte eingreifen können und was erledigen und was errichten können. Das hat leider nicht geklappt. Aber deswegen hängt es auch ein Stück weit an uns. An den Regierungen das ist richtig. Aber wie Kollege Hart sagt es hängt auch an uns Abgeordneten. Wir können hier viel dazu beitragen. Wir brauchen einfach eine Stärkung der parlamentarischen Vertretung, der parlamentarischen Versammlung. Da gibt es gute Ansätze. Wir treffen uns natürlich dreimal im Jahr und wir können auch Danke sagen an den Außenminister, dass wir jetzt fest installiert haben, auch Mittel, dass wir hier in Deutschland jedes Jahr mindestens ein Seminar für die OSZE mit unseren Kollegen aus den OSZE Staaten machen können, um genau die Konflikte anzusprechen, die uns am Herzen liegen, ob das Berg Karabach ist, ob das die Ukraine ist, ob das Belarus ist und so weiter. Wir arbeiten hier kräftig daran, dass wir zu Verbesserungen kommen. Ich kann nur sagen, ich bin auch ein Stück weit stolz auf ODIR. ODIR hatte es sehr lange schwer, das ist die Wahlbeobachtung, auch die Organisation für Menschenrechte, sehr lange schwer, Beachtung zu finden. Aber ich glaube, mit dem, was sie jetzt geschaffen haben, mit der Wahlbeobachtung in den USA, haben sie sich einen festen Platz innerhalb der Organisation geschaffen. Sie waren wirklich neutral, haben neutral beobachtet und haben auch eine gute Stellungnahme abgegeben. Ich glaube, das könnte helfen zur Befriedung der Lage, wenn den nur alle hören würden. Es kann nicht nur sein, dass ODIR auf USA als auch für Russland und andere Länder. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir im Rahmen der Reformen, die wir angestoßen haben, auch tatsächlich zu Verbesserungen kommen. Ich würde mir als Parlamentarier wünschen, dass wir zum Beispiel als parlamentarische Versammlung öfter mal mit dem Ministerrat tagen. Wir tagen gar nicht mehr mit dem zusammen. So könnten wir nämlich auch Meinungen austauschen. Das würde mit Sicherheit auch die Arbeit erleichtern. Ich würde mir auch wünschen, dass wir unsere Missionen in den konfliktbeladenen Gebieten erweitern, verbessern können. Ein kleiner Herzenswunsch, den habe ich, den lege ich Ihnen sozusagen in die Hand. Wir haben eine OSZE-Akademie in Bischkek. Die bietet unter anderem auch jungen Studenten aus Afghanistan die Möglichkeit, dort mit Kollegen aus dem ganzen OSZE-Raum zusammenzukommen, zu studieren. Vielleicht könnten wir, aber ich weiß, Sie haben ja das Einheit, Sie müssen da immer mit einer Stimme sprechen, aber vielleicht kriegen Sie Ihre Kollegen dazu, dass man hier etwas anhebt. Das wäre mir im Moment wichtiger, als die OSZE zu einer Art NATO auszubauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Doris Banett. Ja, Doris Banett für die SPD-Fraktion. Und jetzt hören wir als nächsten Redner Peter Bayer für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist auch der Koordinator der Bundesregierung für transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, meine Damen und Herren, es ist nicht ganz ohne Witz, dass ich mit Russland beginne, aber ich kann es nicht ändern. Genauso war es vor gestern, genau vor einem Jahr in Sankt Petersburg war eine kleine Gruppe junger, deutscher, politisch interessierter Menschen, haben sich getroffen mit einem russischen Menschenrechtler, Herrn Gutnikow. Und er schilderte in diesem Gespräch sehr intensiv über seine eigenen Erfahrungen, über die Erfahrungen der dortigen Opposition und auch der Medien, wie sie behandelt worden sind, mit ihren Freiheiten oder auch eben nicht und wie es um die Rechtsstaatlichkeit bestellt ist. Und noch Stunden nach Beendigung dieses Gesprächs in Sankt Petersburg haben die jungen Deutschen miteinander und untereinander diskutiert und waren tief noch beeindruckt von diesen Schilderungen von Herrn Gutnikow. Sie kommen zu dem Ergebnis, ja, es ist nicht nur in Russland, sondern in vielen anderen Ländern der Region nicht eben zum Besten bestellt um die Sicherheit, um Rechtsstaatlichkeit, um die Menschenrechte und um die Demokratie und die Freiheitsrechte. Meine Damen und Herren, die jungen Menschen sind überzeugt, das können wir doch gar nicht so stehen lassen, wir müssen da was tun. Und als sie dann zurückkommen zu uns, treffen sie sich mit meinem hochgeschätzten Kollegen Roderich Kiesewetter und mit mir und unterhalten sich über das, was sie dort in Sankt Petersburg erlebt haben und was sie sich so gedacht haben. Und Roderich und ich sind dann zu dem Schluss gekommen, wir müssen was tun und das war sozusagen die Geburtsstunde der Initialzündung für diesen Antrag, den wir heute hier miteinander verhandeln und gleich auch verabschieden werden mit einer breiten Mehrheit dieses Hauses. Und ich bin ausdrücklich allen Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen dankbar dafür, dass wir das heute tatsächlich auf den Weg bringen können. Meine Damen und Herren, die OSZE hat schon viel zu lange nicht den Stellenwert beigemessen bekommen, den sie wirklich verdient. Von den 57 Teilnehmerstaaten möchte ich hier die besondere Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika hervorheben. Und der Herr Bundesminister hatte zu Recht auch vorhin darauf hingewiesen, der Regierungswechsel, der sich jetzt vollziehen wird, in den USA, bietet eine Chance, die OSZE auch in dem Sinne zu stärken, wie wir es hier in dem Antrag niedergeschrieben haben. Denn Joe Biden, der gewählte Präsident, hat sich dazu bekannt, die internationale Weltordnung, die regelbasierte Weltordnung und die internationalen Organisationen, eben auch wie es die OSZE ein ist, weiter zu stärken. Meine Damen und Herren, und zwar in vielen verschiedenen Feldern, die haben wir hier niedergeschrieben, ich nenne nur Rüstungskontrolle, bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, bei den Menschenrechten, die so wichtig sind, bei Demokratie und auch Rechtsstaatlichkeit. Und der gewählte Präsident Joe Biden hat immer wieder betont, und ich darf das jetzt auch noch einmal ganz bewusst wiederholen, es geht um die Stärkung der regelbasierten Weltordnung, um den Multilateralismus, um die Stärkung internationaler Organisationen, die handlungsfähig werden müssen. Meine Damen und Herren, es darf aber auch nicht sein, dass wir diese Organisationen überfordern. Sie müssen ertüchtigt werden, und das geht natürlich auf vielfältige Weise, es geht mit Geld, es geht mit Personal, aber vom Inhalt her kommt, muss ich sagen, wir müssen Prioritäten setzen, es muss die Rolle des Generalsekretärs gestärkt werden, ja und Doris Barnett, du hattest es auch angesprochen, die parlamentarische Versammlung, die muss wieder mehr mit eingebunden werden, ich glaube, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass von uns Parlamentariern hier mehr Eingebundenheit kommt und dass wir hier mehr Arbeit leisten können, aber auch zwischen den anderen supranationalen Organisationen, wie es der Europarat, wie es die Europäische Union darstellt, hier können in verschiedenen Gebieten, Themenfeldern, mehr kann die Zusammenarbeit erfolgen, beim Klimawandel, in der Cyberkriminalität, Desinformationskampagnen, Bekämpfung des Terrorismus, meine Damen und Herren, schaffen wir doch wirklich die Perspektive, die es den Menschen von Wladivostock bis Vancouver oder auch von Vancouver bis Wladivostock, die diese Menschen sich erhoffen, die sie verdient haben, reformieren wir die OSZE, stärken wir sie, die Menschen brauchen sie und haben es verdient. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Peter Bayer. Ja, die OSZE für künftige Aufgaben stärken, so haben dann eben auch CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Grüne ihren Antrag überschrieben, also ein interfraktioneller Antrag, über den ja hier im Anschluss an diese Debatte auch abgestimmt werden soll, aber einen Redner haben wir noch zuvor. Christian Schmidt ist es für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Klausewitz, richtig verstanden, führt zur OSZE. Falsch verstanden führt zu dem, was wir im Berg Karabach im Augenblick sehen und wir spüren, dass sehr viel mehr getan werden muss, damit der richtige Klausewitz verstanden wird. Die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln als Definition oder Legitimierung eines Krieges, eines bewaffneten Konfliktes ist eben gerade nicht der Punkt, sondern der Weg durch Kontrolle, durch Vertrauensbildung, durch Einvernehmen, durch Anerkennung von Prinzipien, diesen überflüssig zu machen. Gerade Berg Karabach, ich will es noch mal sagen, hat man den Eindruck, dass da jemand versucht hat, die Politik und die Diplomatie, die sehr, sehr viel, gerade die OSZE investiert hatte, durch bewaffnete Vorgehensweise zu konterkarieren. Wir hatten mit dem Vertrag, mit der Charta von Paris, den Ansatz Gewaltverzicht, Menschenrechte, staatliche Selbstbestimmung, internationale Kooperation zur rechten Zeit, denn er trug dazu bei, dass in Osteuropa der Übergang friedlich gewesen ist. Aber, und das ist der Punkt, weswegen wir nicht nur eine Jährlichkeit feiern, sondern indem wir einen neuen Aufbruch in diesem Bereich der Rüstungskontrolle, der gegenseitigen Vertrauensbildung natürlich brauchen, international und regional. Sie gestatten, dass ich daran erinnere, dass morgen vor 25 Jahren wir einen weiteren Vertrag, der im Geiste der OSZE, übrigens damals stark inspiriert von Ihrem Vorgänger, Herr Bundesaußenminister, von Hans-Jedrich Genscher als KSZE-Vorsitzender in den beginnenden 90er-Jahren mitgeprägt war und dann amerikanisch unterstützt und formuliert wurde, der Vertrag von Dayton. Er nähert sich um 25 Jahre nach dem schrecklichen Opfern, die in Srebrenica den Menschenrechtsverbrechen stattgefunden hatten. Und wir stellen fest, dass die Herausforderungen, die damals bestanden, heute nicht mehr so bestehen, dass es aber eine völlige Fehleinschätzung von geschichtlichen und faktischen Risiken wäre, zu glauben, dass das gegenseitige Vertrauen gerade im Balkan so weit wäre, dass man ausschließen könne, dass wir bei weiteren Jubiläen von Verträgen schlimme Erkenntnisse wieder berichten müssten. Deswegen darf es keinen politischen Ermüdungsbruch geben. Deswegen muss in OSZE und in Dayton und in anderen Formaten weiter daran gearbeitet werden. Ich darf nicht verhehlen, ich darf mich gerne denen anschließen, die sagen, da erwarten wir von einer Administration Joe Biden sehr, sehr viel und gute Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christian Schmidt. Damit schließe ich die Aussprache. Tagesordnungspunkt 26a. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU-CSU SPD-FDP und Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 24 390 mit dem Titel 45 Jahre Schlussakte von Helsinki 30 Jahre Charta von Paris die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für künftige Aufgaben stärken. Wer stimmt für diesen Antrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen keine? Der Antrag ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD, von Bündnis 90 die Grünen, CDU, CSU und FDP. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der AfD und der Linken. Ja, also dieser interfraktionelle Antrag, das hatte sich natürlich abgezeichnet, bekommt hier eine deutliche Mehrheit. Die Bundesregierung wird ja unter anderem darin aufgefordert, sich für ein OSZE-Gipfeltreffen zum 50. Jahrestag, dann ist das 2025 einzusetzen und als Perspektive für die Revitalisierung sich einzusetzen. Die Linke auf Drucksache 22 917 mit dem Titel 30. Jahrestag der Pariser Charta für ein neues Europa als Verpflichtung für Frieden und Sicherheit fürreien. Wer stimmt für diesen Antrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Bei Zustimmung der Fraktion Die Linke und Ablehnung aller anderen Fraktionen im Haus ist der Antrag abgelehnt. Also der Antrag abgelehnt, darin hat Die Linke gefordert, sozusagen OSZE first und hat eine Verzehnfachung des OSZE Haushaltes gefordert, sowie eine Umwidmung von NATO-Mitteln. Das hat hier im Bundestag keine Mehrheit gefunden. Jetzt der zweite Linken Antrag. Drucksache 22 287 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 7.121 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Gegenstimme der Fraktion Die Linken und Zustimmung aller anderen Fraktionen im Haus. Wenn die Beschlussempfehlung angenommen ist, ist in diesem Fall der Antrag abgelehnt. Die Linke wollte darin noch einmal deutlich machen, dass sie sich dafür einsetzt, eine sicherheitspolitische Alternative zur NATO-Erweiterung anzustreben und NATO-Kooperation mit den Anrainerstuten Russlands sich vorstellen kann. Aber das hat auch keine Mehrheit gefunden. der FDP mit dem Titel Minijobs dynamisieren. Der nächste Tagesordnungspunkt ist jetzt aufgerufen. Dabei geht es um Minijobs. Die Beschäftigte in Minijobs, die zählen zu den Verlierern der Corona-bedingten Wirtschaftsrezession. Die Krise, die hat für viele geringfügige Beschäftigte nämlich gravierende Folgen. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung aktuell in einer Studie analysiert. Die Zahl der Minijobber ist wesentlich geringer als vor einem Jahr im gleichen Zeitraum sind die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten gar nicht so stark gesunken. Das DEW verweist eben auch darin auf einen entscheidenden Unterschied. Beschäftigte in Minijobs haben nämlich keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld beispielsweise. Die Linke hat einen Antrag vorgelegt und fordert, dass Minijobs sozialversicherungspflichtig sein sollen. Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, keine Stunde Arbeit ohne soziale Absicherung, das muss doch die Lehre aus dieser Krise sein. Regulär- und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte konnten in großen Teilen Kurzarbeit in Anspruch nehmen, und das ist gut so. Auf der anderen Seite wurden Tausende Minijobber sofort vor die Tür gesetzt, zuverdienende Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Menschen im Niedriglohnbereich, die sich ihr Einkommen durch einen Minijob aufstocken und so weiter. 850.000 Menschen haben so ihren Job verloren. Das Minijob-Versprechen, brutto ist gleich netto, wurde für diese Beschäftigten zum Bumerang. Es besteht kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Sie sind sofort dem Sanktionsregime von Hartz IV ausgeliefert. Und ausreichende Rentenansprüche kann man so auch nicht erwerben. Diese Beschäftigungsform ist frei von sozialem Schutz, und deswegen muss hier endlich Einhalt geboten werden. Wenn man genauer hinsieht, dann stellt man fest, dass Minijobs in mehrerer Hinsicht zum Nachteil der Beschäftigten sind. Denn sie sind doppelt und dreifach prekär. Fast die Hälfte der Minijobber hat nun den befristeten oder gar keinen Arbeitsvertrag. Die Löhne liegen häufig unter denen von regulär Beschäftigten. Als Betriebsrätin habe ich oft genug mitbekommen, dass die Arbeitgeber den Minijobbern Urlaubsansprüche und Sonderzahlungen, zum Beispiel das Weihnachtsgeld, verweigern. Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, alles Dinge, die für Minijobber häufig nicht gelten. Und deswegen haben Arbeitgeber trotz der höheren pauschalen Sozialabgaben ein so großes Interesse daran. Beschäftigte im Minijob werden nämlich so oft als billige Arbeitskräfte missbraucht. Und damit muss Schluss sein. Manche Arbeitgeber splitten bisweilen auch noch Vollzeitstellen in mehrere Minijobs auf. Und so werden reguläre Jobs verdrängt. Die Zahl der Minijobs ist seit 2003 um 43 Prozent gestiegen. Und so entgeht auch der Sozialversicherung jährlich mehrere Millionen Euro. Und was macht die Regierung jetzt in der Krise, in der doch 40 bringen, weitet sie als eine der ersten Krisenmaßnahmen Minijobs auch noch aus. Das ist doch absurd. Und die Union schlägt dem Ganzen den Boden aus. Aber es ist ja wie immer so, wenn es um Arbeitnehmerschutz geht. Sie will die Verdienstgrenze von Minijobs auch setzt mit Ihrem Antrag noch eins oben drauf. Sie will die Verdienstgrenze mit dem Mindestlohn mitwächst. Den Antrag haben Sie doch vor zwei Jahren auch schon gestellt. Das ist der immer gleiche Griff in die neoliberale Mottenkiste. Durch eine Erhöhung des Mindestlohns reduziert sich die Stundenzahl der Beschäftigten. Ja, das haben Sie richtig erkannt. Aber das ist auch gut so, meine Damen Herren, weil wenn Arbeitgeber mehr Stunden brauchen, dann sollen sie die Menschen in sozialversicherungspflichtigen Jobs anstellen. Bei einer Anhebung der Verdienstgrenze verliert eine halbe Million sozialversicherungspflichtiger Beschäftigte den Schutz. Das ist die Arbeitsmarktpolitik von Union und FDP. Und ich will Ihnen mal was sagen, meine Damen und Herren von der FDP. Ich habe mir ja einen Antrag angeguckt. Ich habe schon im ersten Satz einen dicken Hals und Bluthochdruck bekommen. Ich zitiere mal, Minijobs sind für viele Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit, im geringen Umfang zu arbeiten und trotzdem ein gutes Einkommen zu erzielen. Und das, obwohl genau bekannt ist, dass 70 Prozent der Minijobbenden einen Stundenlohn unterhalb der Niedriglohnschwelle haben, das ist wirklich zynisch, meine Damen und die Frauen in der Union sind dann einen Schritt weiter. Ich zitiere aus dem Beschluss des Vorstands der Frauenunion der CDU Deutschlands mit dem Titel Lessons Learned, jetzt handelnd vom 29. 6. 2020. Zitat Minijobs fallen in Krisenzeiten zuerst weg. Gegen diesen Verdienstausfall gibt es keine Absicherung. Die sozialversicherungsrechtlichen Sonderregelungen für auf Dauer angelegte Minijobs müssen entfallen. Das trägt auch zu einer eigenständigen Altersvorsorge bei. Zitat Ende. Ja, da hat die Frauenunion recht. Und ja, es ist ein Frauenthema, denn 60 Prozent der Minijobbenden sind Frauen. Und für die ist es ein Weg in die Sackgasse, denn Minijobs sind eben keine, wie Sie auch fälschlicherweise von der FDP in Ihrem Antrag behaupten, Brücke in einen regulären Job. Deswegen sagen wir Schluss damit. Unsere Position ist klar, Beschäftigte, egal ob im Hauptjob oder im Dazuverdienst, neben Studium und Rente, brauchen sozialen Schutz. Und die Bundesregierung sollte endlich anfangen, die Weichen richtig zu stellen, weil es gibt doch gerade in der Krise den Menschen die entsprechende Sicherheit. Jede Beschäftigung ab dem ersten Euro muss sozialversicherungspflichtig sein und der Mindestlohn muss auf wenigstens 12 Euro erhöht werden. Soziale Sicherheit und gute Arbeit, meine Damen und Herren, dafür steht die Linke. Vielen Dank. Sagt Susanne Ferschel und die Linke legt das in einem Antrag vor. Soll die Verdienstgrenze erhöht werden? Die Frage gibt es beispielsweise derzeit auch in der Großen Koalition und dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, den Sie gerade schon gesehen haben, der lehnt eine Anhebung der Verdienstgrenze bei Minijobs ab, damit sich gerade diese Jobs nicht verhärten und Sozialversicherungspflichtige dadurch ersetzt werden. Hubertus Heil reagiert damit auf Vorschläge der Unionsfraktion, die für eine Anhebung der Grenze für sozialversicherungsfreie Minijobs ist. Hören wir für die Unionsfraktion Torbjörn Kates. Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, ich möchte zu Beginn, sind zwar nur wenige da, aber trotzdem, ich möchte zu Beginn ganz deutlich sagen, unser gemeinsames Ziel ist und bleibt, dass möglichst viele Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, für die Rente ansparen können, auf eigenen Füßen stehen, im Erwerbsleben Halt finden, ihren Kindern ein Vorbild sind. Das beste Mittel gegen Armut ist, die Menschen in Arbeit zu bringen, und zwar in sozialversicherungspflichtige Arbeit. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dafür muss Politik die Rahmenbedingungen schaffen, und das haben wir in den letzten Jahren, das kann man, glaube ich, so sagen, auch äußerst erfolgreich so getan, meine Damen und Herren. Und der Minijob, das unterscheidet uns dann, glaube ich, der Minijob ist ein wichtiger und er ist auch ein richtiger Teil unseres deutschen Arbeitsmarkts. Er wird von vielen Menschen in unserem Land auch gewollt und genutzt. Das gilt für Schüler, für den Rentner, für die Studentinnen, die sich etwas dazuverdienen wollen. Hunderttausende Menschen, wie Sie haben darum dieses Modell gewählt, und Sie sind damit auch sehr zufrieden. Ihre Darstellung in Ihrem Antrag, die ist also einmal mehr sehr einseitig, und sie wird der Realität in unserem Land nicht gerecht. Der Unterschied zwischen uns ist, wir verschließen die Augen auch nicht davor, dass es sehr viele Menschen gibt, die einen Minijob ausüben, weil sie das müssen, weil ihr reguläres Einkommen nicht ausreicht oder weil sie überhaupt kein anderes Einkommen haben. Das gehört zur Wahrheit, und das beschreiben Sie auch zutreffend in Ihrem Antrag, aber es gibt eben beide Seiten, und Sie glauben doch nicht wirklich, dass Sie mit der faktischen Abschaffung des Minijobs, die Sie hier ja heute ins Plenum gebracht haben, dass dann alle diese Menschen plötzlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt würden. Und dann wollen Sie mit sofortiger Wirkung parallel dazu auch noch den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen, und das in dieser Zeit. Da kann ich Ihnen nur sagen, ich halte das für unverantwortlich. Ich glaube auch, das konterkariert am Ende unsere Bemühungen, dass in dieser Krise möglichst wenig Menschen ihren Job verlieren, und daher werden wir das auch ablehnen. Deswegen haben wir die Feststellung der Mindestlohnhöhe ja auch bewusst einer unabhängigen Kommission anvertraut, insbesondere auch, um politischen Überbietungswettbewerb zu verhindern. Und in diesem Sinne ist die weitere Entwicklung des Mindestlohns ja auch schon festgelegt. Da wird von derzeit 9,35 Euro bis Mitte 22 auf 10,45 Euro steigen. Also so weit sind wir dann auch nicht mehr auseinander. Aber das zeigt aus meiner Sicht in die richtige Richtung und das Ergebnis einer Gesamtabwägung. Und ich halte das insgesamt für vernünftig. Das ist sicher nicht so populär wie Ihr Vorschlag, aber ich glaube es ist im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung auch unseres Arbeitsmarkts. Und jetzt kritisieren Sie im Antrag auch noch andere Punkte. Man kann gar nicht auf die alle eingehen, aber Sie sagen, die sogenannte Landwirtschaftslobby hätte durchgesetzt, dass die sogenannte 70-Tage-Regelung temporär auf 115 Arbeitstage ausgeweitet worden ist. Schlimmer noch, Sie wollen diese Regelung ja eigentlich im Ganzen abschaffen. Wenn Sie jetzt sagen, jede Beschäftigung muss ab dem ersten Euro der vollen Sozialversicherungspflicht unterliegen. Und da kann ich Ihnen nur das Folgende dazu sagen, die 70-Tage-Regelung ist für unsere heimische Landwirtschaft von existenzieller Bedeutung. Jeder, der mal auf so einem Hof war, der weiß das auch. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist. Ich sage das ganz deutlich, dass diese Regelung Anfang 2019 unbefristet durch diese Koalition im SGB 4 verankert worden ist. keinen sozialpolitisch bedenklichen Entwicklungen geführt. Die Anzahl der kurzfristigen Beschäftigungen hat sich auch kaum verändert. Und deswegen hat sich diese Regelung bewährt. Und insbesondere Saisonarbeitsbetriebe haben so die Chance, ihren saisonalen Bedarf auch an Arbeitskräften zu decken. Ohne diese Saisonarbeitskräfte könnten Betriebe wie zum Beispiel wie bei mir zu Hause im Rhein-Pfalz-Kreis, wo ganz viel Gemüse angebaut wird, mit arbeitsintensiven Kulturen, die könnten dicht machen. Und das müssen die Menschen einfach wissen. Denn der Bedarf, den diese Betriebe haben, den können sie mit Mitarbeitern aus Deutschland überhaupt nicht decken. Und deswegen ist es gut und richtig, dass die sozialversicherungsfreie, dass die kurzfristige Beschäftigung von Saisonarbeitskräften dauerhaft verankert worden ist. Denn wir wollen, dass unsere Landwirte weiterhin in Deutschland auch regionale Produkte erzeugen, anbauen und erden können. Dafür brauchen wir auch den Einsatz von Saisonarbeitskräften. Das gehört zur Wahrheit. Und wir werden das auch, das kann ich Ihnen sagen, in Zukunft sicherstellen. Jetzt kritisieren Sie, ich möchte noch kurz was dazu sagen, jetzt kritisieren Sie und sagen auch die Ausweitung auf 115 Tage. Das ist eine weitere Aushöhlung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Ich bin der Meinung, das kann man so auch nicht stehen lassen. Das war eine temporäre Lösung, die ist mittlerweile auch Wir hatten große Schwierigkeiten, doch, so war das, Saisonarbeitskräfte nach Deutschland zu bekommen im März und im April. Und dann war es sinnvoller, dass die Temporo ja länger geblieben sind und wir nicht so oft diese Arbeitskräfte auswechseln mussten, um am Ende auch die Ernte einfahren zu können. Das ist genauso gewesen. Und wenn Sie in die Höfe gehen, dann werden Sie das auch hören. Das war Infektionsschutz und auch nicht Aushöhlung der sozialversicherungspflichtigen Bestätigung. Wir stehen also vor großen Herausforderungen, kann ich Ihnen sagen. Wir kämpfen dafür, dass möglichst wenig Menschen ihren Job in dieser Krise verlieren und unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Ihren Antrag, glaube ich, brauchen wir in dieser Krise nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Torbjörn Katis. Ja, und er sagt das in Richtung des Antrags der Linksfraktion. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion Jürgen Pohl. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer an den TV-Geräten, die wirtschaftliche Fehlentscheidung der Bundesregierung haben längst den Arbeitsmarkt erreicht und eine Beschäftigungskrise ausgelöst. In der Lockdown-Krise sind Hunderttausende Minijobs weggebrochen. Am härtesten hat es die Arbeitnehmer wohl im Gastgewerbe getroffen. Doch auch in den anderen Branchen sind viele Minijobs weggefallen, wie die Arbeitsmarktstatistik zeigt. Die Zahlen sprechen hier eine klare Sprache. Minijobs ist eigentlich ein ziemlich misslungener und herabwürdigender Begriff für menschliche Arbeit. Diese Minijobs sind in jeder Hinsicht prekär, das heißt eine unsichere Beschäftigungsform. Diese Arbeitnehmer sind die Ersten, die in einer Krise fallgelassen werden. Darunter leiden jetzt Hunderttausend Arbeitnehmer, denen persönlich keine Schuld zuzurechnen ist. Die Auswirkungen sind fatal. Minijobber erwerben keinen Anspruch auf Arbeits- oder Kurzarbeitergeld. Diese Diskriminierung trifft gerade viele geringfügig Beschäftigte hart. Menschen, die sich etwas durch Minijob hinzuverdienen, sind zumeist auf dieses Geld angewiesen. Folglich müssen sie in der Krise doppelt um ihr Auskommen kämpfen. Einerseits durch das geringe Einkommen aufgrund Kurzarbeit bei ihrem Hauptarbeitgeber, andererseits durch den Wegfall des Hinzuverdienstes in Höhe von 450 Euro. Herr Minister, ich rege dringend an, zur Überwindung der Benachteiligung von geringfügig Beschäftigten sollte eine Anpassung der Sonderregelung im SGB 3 erfolgen, sodass auch den Minijobbern ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld gewährt wird. Die Präkarisierung menschlicher Arbeit ist wahrscheinlich kein Rubelsblatt der Regierung Merkel, aber sie gehört zu einer ehrlichen Bilanz einer endlich endenden Kanzlerschaft. Schauen wir zurück in die vorangegangenen Kanzlerschaften des Genossen Gerhard Schröder. Er war total politisch verkorkst, was dort in Sozialpolitik organisiert und erlassen worden ist. Denn was wir heute an den Minijob-Regeln herumdoktern, hat seine eigentliche Ursache in den unsäglichen Regelungen der Agenda 2010 vor 15 Jahren. Den unsozialen Sozialdemokraten unter Kanzler Schröder haben wir dieses Elend zu verdanken. Die damals politisch gewollte brutale Deregulierung des Arbeitsmarktes plus Hartz IV führte zu einem dramatischen Anstieg der atypischen und der prekären Beschäftigung, zu einer massiven Ausweitung von Leiharbeit, meistens zu Hungerlöhnen, und zu Ausweitung von Teilzeit, Mini- und befristeten Jobs. Das führt, und das ist das Entscheidende, zu einer Senkung des Realeinkommens. Da liegt nämlich der Kern des Problems. Mit ehrlicher Arbeit kann sich heute keiner mehr Wohlstand erarbeiten für sich und seine Kinder. Eine weltweite einmalige Abgabenlast frisst jeden Verdienst gnadenlos weg. Arbeit schützt nicht mehr vor Armut. Das ist das, was diese Regierungen verbrochen haben. Ich sage Ihnen, die Bürger draußen im Land spüren das. Sie spüren täglich die Arbeitnehmer in unserem Land, und sie verlieren immer mehr das Vertrauen in diese Regierung. Und wenn ich die Reaktion hier im Hohen Haus sehe, dann kann es dann auch nicht mehr so weit her sein mit dem Vertrauen in die Vertreter dieser Parteien. Fakt ist, die soziale Sicherheit sank unter dem Kanzler Schröder und Merkel, und das belegen die Armuts- und Reichtumsberichte. Können Sie einfach nachlesen. Die Konkurrenz zwischen den Arbeitnehmern verschärfte sich, und dies sogar europaweit. Das Wort Lohndumping kann diese Misere und den sozialen Abstieg von Millionen Arbeitnehmern und ihren Familien kaum zum Ausdruck bringen. Sehr geehrte Kollegen, kommen wir zu den Anträgen selbst. Alle plakativ und sämtlich aus der Abteilung Propaganda der jeweiligen Partei. Es liest sich wie das Who is Who der Forderung im Sozialen betreffend der Arbeitszeit, betreffend der Minijobs. Wir haben wieder der ökonomischen Vernunft Vorschläge, die volle Sozialversicherungspflicht, geringfügige Beschäftigung, ab dem ersten Euro zu beginnen. Viele Minijobs werden für den Arbeitgeber finanziell unattraktiv. Sie werden abgeschafft und da mit diesem Ergebnis ist niemand gedient. Das wissen Sie. Die Festschreibung einer Mindestwochenarbeitszeit in Höhe von 22 Stunden ist viel zu unflexibel. Sie erzeugt höhere Lohnkosten und die Umsetzung würde dazu führen, dass wir eine Entlassung und eine Pleitewelle haben. Das Modell der FDP führt zu einer Ausweitung des Heeres der unsicher Beschäftigten. Wenn Sie noch mehr investieren wollen in diesem Bereich, noch mehr Zeit, was dann dazu führt, dass wir noch mehr Prekär Beschäftigte haben. Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns, liebe Kollegen, liegt, wie Sie wissen, aus guten Gründen im Verantwortungsbereich der Mindestlohnkommission und soll ganz bewusst nicht einem politischen Überbietungswettbewerb anheimfallen. Werte Kollegen, in den Jahren der Sozialdemokraten, Christdemokraten, Grünen und Liberalen nun regieren, geht die soziale Schere immer weiter auseinander. Der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt. Darum sollten Politik und Staat die aktuelle Krise auch als Chance begreifen, eine Wiedergeburt der sozialen Marktwirtschaft einzuleiten. Die AfD als Partei der Arbeitnehmer und des kleinen Mittelstandes fordert eine Wirtschaft und Sozialpolitik, in der das sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnis zu Tariflöhnen, lachen Sie jetzt immer noch, die das normale Arbeitsverhältnis mit anständigen Tariflöhnen, also Wohlstandslöhnen, wieder der Regelfall wird. Warum lachen Sie, wenn wir diese Forderung erheben? Gemeint sind Löhne, in denen man in seinem Arbeitsleben wieder ein Haus bauen kann, eine Familie gründen und eine Familie unterhalten kann. Und jetzt lachen Sie bitte weiter, damit Ihre Wähler sehen, was Sie für soziales Gewissen haben. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigung. Maske an. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Gabriele Hiller-Ohm. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist sicherlich das Recht, der Opposition zu kritisieren, aber es wäre auch schon mal gut gewesen, wenn man alternative Vorschläge gehört hätte. Aber da bleiben Sie zurück. Sie pöbeln hier nur rum und geben keine realistischen Lösungsmöglichkeiten, zeigen Sie hier auf. Und das ist ein großer Fehler, den Sie machen. Damit machen Sie sich, damit machen Sie sich unglaubwürdig, denn pöbeln alleine reicht nicht und wird die Menschen langfristig auch nicht überzeugen. Und Herr Pohl, ich will Ihnen sagen, mir reichen schon die Fake News, die ich von Trump ertragen musste. Sie sollten damit aufhören, es ist nicht die Bundesregierung, sondern das Virus, das jetzt zu den Problemen auch in der Wirtschaft beigetragen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon in dieser Legislaturperiode mehrfach über den Niedriglohnsektor und insbesondere über die Minijobs hier gesprochen. Ich finde es richtig, Frau Kollegin Ferch, dass wir heute dieses Thema auch wieder auf der Tagesordnung haben. Denn gerade in der Pandemie wird doch ein Schlaglicht auf die Situation der Minijobberinnen und Minijobber geworfen. Und wir sehen, dass Sie zu den großen Verliererinnen und Verlierern der Krise sehnen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es wichtig, dass wir darüber debattieren und dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Situation der sieben Millionen Minijobberinnen und Minijobber verbessern können. Sie haben darauf hingewiesen. 850 000 Menschen haben alleine bis Juni ihren Job verloren. Und wenn ich an die Gastronomie denke, da sind 330 000 Menschen allein in der ersten Corona-Welle von Arbeitslosigkeit betroffen. Sie wurden von ihrem Job direkt in die Arbeitslosigkeit katapultiert. Das können wir so nicht hinnehmen. Wir brauchen deshalb dringend eine Ausstiegsstrategie für die Minijobs. Heute liegen uns nun zwei völlig unterschiedliche Anträge vor. Sie fordern die Abschaffung der Minijobs. Die FDP will die Ausweitung der Minijobs. Und das ist ein alter Hut. Den Antrag haben Sie hier schon öfter gestellt, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Und Sie kommen immer wieder mit denselben falschen Argumenten. Sie sagen, die Ausweitung der Minijobs wäre eine Gerechtigkeitsfrage. Und es würde den Menschen auch zu dem Sprung, es wäre ein Sprungbrett in den regulären Arbeitsmarkt, in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das ist durch viele Studien widerlegt. Da sind Sie vollkommen auf dem Holzweg. Das ist nicht richtig. Und, meine Damen und Herren, was würde passieren, wenn wir die Minijoblohnobergrenze auf 660 Euro hochschrauben würden, wie Sie das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP wollen, was würde dann passieren? Das würde bedeuten, dass eine knappe halbe Million, die derzeit nicht im Minijob arbeitet, zu Minijobberinnen und Minijobber degradiert werden würden. Das können wir doch nicht wollen. Denn die Nachteile der Minijob sind uns ja allen bestens bekannt. Also ein Sprungbrett in reguläre Arbeit ist es nicht. Und es ist auch keineswegs so, dass Minijobberinnen und Minijobber im Minijob dann besser qualifiziert werden. Im Gegenteil. Es ist doch so, dass viele Minijobberinnen und Minijobber vollkommen unter ihrem Wert arbeiten. Sie haben gute Ausbildung zum Teil, aber sie arbeiten, führen Hilfstätigkeiten oft aus und machen nicht das, was sie einmal gelernt haben, und das für sehr, sehr geringen Lohn. Das können wir auch nicht hinnehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Frauen wurden schon angesprochen. 3 Millionen Frauen stecken in der Minijob-Falle. Das kann doch nicht ihr Ernst sein, dass sie das noch jetzt noch weiter ausweiten wollen. Der Minijob und Altersarmut, das wissen wir alle, sind zwei Seiten genau derselben Medaille. Und sie zeigen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, hier wieder einmal, für wen sie hier Politik machen. Und das sind eben nicht die Minijobberinnen und Minijobber und die Menschen, die für wenig Geld arbeiten müssen. Dafür machen sie keine Politik. Sie machen die Politik für die Arbeitgeber, für die Minijobberinnen und Minijobber eben auch oft eine flexible Arbeitsmarktrezerbe sind. Ich will es mal so ausdrücken. Und da machen wir nicht mit. Wir wollen, dass das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis wieder voll im Mittelpunkt steht und die Basis hier für den Arbeitsmarkt ist. Aber ich will auch sagen, dass auch volkswirtschaftlich es ein großer Fehler ist, Minijobs weiter auszubauen. Sie verschärfen nämlich den Fachkräftemangel. Auch das wird oft gar nicht so richtig gesehen. Denn wir klagen über Fachkräftemangel. Und die vielen Minijobberinnen und Minijobber, die nicht nach ihrer Ausbildung dann arbeiten können, hängen dann im Minijob fest und können nicht als Fachkräfte dann eingesetzt werden. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte sich ein Land, das händeringend nach Fachkräften sucht, auf keinen Fall leisten. Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch der Niedriglohnsektor nicht weiter zunehmen kann. Wir werden das verhindern, dass sie ausgeweitet wird und sind da auf einem guten Weg. Bislang stand eher der Antrag der Linken hier im Fokus, der der Debatte zugrunde liegt. Aber es gibt auch einen zweiten Antrag, nämlich einer der FDP-Fraktion. Und darauf hat Gabriele Heller-Ohm in ihrer Rede auch noch abgezielt. Nein, ich mache es jetzt nicht, aber es ist nicht zum ersten Mal. Es gab jetzt noch mal die Ermahnung von Claudia Roth, doch die Redezeiten einzuhalten. Also der zweite Antrag, wie gesagt, von der FDP-Fraktion. Minijobs dynamisieren, fordert die FDP-Fraktion. Gabriele Heller-Ohm hat es ja schon angesprochen. Und wir hören jetzt für die Liberalen Pascal Kober, den sozialpolitischen Sprecher der Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Minijobs sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir freuen uns alle über die Zeitung am Morgen in unserem Briefkasten. Wir freuen uns, wenn die Regale auch in Stoßzeiten in den Supermärkten voll sind, wenn sich die Schlangen vor den Kassen auflösen und eine neue Kasse öffnen kann. Wir freuen uns, wenn die Sonne scheint und die Biergärten und die Straßencafés spontan öffnen können. Viele Familien freuen sich über Unterstützung in ihrem Haushalt, durch haushaltsnahe Dienstleistungen, Singles auch. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Minijobs sind ein Erfolgsmodell, und wenn wir sie nicht hätten, müssten wir sie erfinden. Das gilt auch für Kunst und Kultur, die wir in der Freizeit genießen, vom Kartenabreißer bis zur Unterstützung an der Technik und der Sicherheitsdiensten, häufig Minijobs, die uns allen den Alltag verschönern. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und was will die Linke? Sie möchte dieses Erfolgsmodell beerdigen. Aber wie würde sich denn dann die Arbeit von den Vollzeitbeschäftigten, Vollsozialversicherungspflichtigen in den Branchen Hotellerie, Gastronomie, Kunst und Kultur dann ändern, wenn sie keine Unterstützung mehr hätten? Fragezeichen. Erlauben Sie eine Zwischenbemerkung oder eine Frage von Herrn Schleppmann? Weil es eher ist. Herzlichen Dank, Herr Kober, dass Sie die Anmerkung von mir zulassen. Ich schätze Sie als Mensch sehr. Aber ich kann das, was Sie jetzt hier mit Ihrem Antrag hier vor uns entfalten, als soziales Potpourri des Lebens in Deutschland so nicht unkommentiert stehen lassen. Sie haben Ihren Redebeitrag begonnen, dass sich jeder freut über die Tageszeitung. Wissen Sie, das kann man vertreten, wenn man vielleicht in einer Partei ist, die solche Mitglieder nicht hat. Ich bin in einer Partei Mitglied, wo ich den Altersrentner habe, der als Minijob zum Aufstocken das machen muss und der sich morgens aus dem Bett quält. Ich habe in meinem Kreisverband Mitglieder, die sind auch aus anderen Gründen auf den Minijob angewiesen und können nicht aufstocken. Deshalb möchte ich vielleicht das Ganze auch noch mal mit einem anderen Punkt garnieren. Der Minijob, wenn er denn sozialversicherungspflichtig wäre, würde ja auch den Betroffenen helfen, die Rentenvoraussetzungen für bestimmte Altersrenten zu erfüllen, wo wir bei einigen Altersrentenarten 35 Jahre Wartezeit als Voraussetzungen haben. All um diese Dinge bringen Sie die Menschen. In Ihrem Antrag entfalten Sie für mich ein Bild einer Gesellschaft, die ich komplett ablehne und die nicht das ist, was ich mir unter einem Sozialstaat vorstelle. Das ist das eine. Jetzt stelle ich eine Frage. Haben Sie die Studie des DIW vom 4.11.2020 eigentlich gelesen, in der diese soziale Wirklichkeit beschrieben wird? Herr Kurber, bitte. Lieber geschätzter Herr Kollege Stretmanns, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist unstrittig, dass ein Minijob kein Ersatz für eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sein kann. Es muss unser Ziel sein, dass die Menschen voll sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind über einen langen Zeitraum ihres Erwerbslebens. Das ist überhaupt gar keine Frage und das ist nicht umstrittig. Aber schauen wir uns doch mal die Lebenswirklichkeit ein. Wir haben Minijobber, die Studierende sind. Die steigen dann in das Berufsleben ein. Die finanzieren sich einen Teil ihres Studiums. Schauen Sie sich die Wirklichkeit an. Es gibt Menschen, die in Haushalten arbeiten oder in der Industrie auch arbeiten, zusätzlich zu einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Das sind nicht alles Menschen, die schlecht verdienen in ihrem Hauptjob, sondern das sind Menschen, die sich etwas zuverdienen wollen. Auch das ist statistisch belegt. Insofern muss man sich tatsächlich mal ganz konkret anschauen, welche Menschen aus welchen Gründen und Motivationen einen Minijob tun. Dann muss man genau dort ansetzen, wo wir auch Probleme erkennen. Gleichzeitig muss man aber auch noch betonen. Wir leben natürlich in einer freien Gesellschaft. Jeder ist auch ein Stück weit mitverantwortlich dafür, dass er sich in seinem Berufsleben möglichst so positioniert, wie es am Ende sinnvoll ist. Unsere Aufgabe ist es, ihn dabei zu unterstützen. Dafür macht die FDP auch hinreichend gute Vorschläge, die leider hier keine Mehrheit finden. Aber ganz, ganz wichtig wäre beispielsweise, dass wir auch die Zuverdienstmöglichkeiten bei den Minijobs verbessern. Nicht nur, dass wir die Minijob-Grenze erhöhen, wie wir es in unserem Antrag fordern, sondern beispielsweise, dass wir auch die Zuverdienstgrenzen ermöglichen und dass wir insgesamt das Transfer- und Steuersystem so verändern, dass es zu dieser sogenannten Minijob-Falle überhaupt gar nicht erst kommt. So, jetzt haben Sie ausführlich geantwortet. Danke schön. Jetzt geht es weiter in Ihrer Rede. Wie sehr es, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn aus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie, wenn sie nicht zu Stoß- und Randzeiten und Unterstützung von Minijobberinnen und Minijobbern hätten, da würden sie mehr Stress erzeugen, da würden sie mehr Arbeitsbelastung erzeugen, und das wäre nicht richtig. Ich habe es gesagt in der Beantwortung der Frage auf Herrn Stretmanns, natürlich ist der Minijob kein Ersatz für ein vollsozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Aber das wissen die Menschen auch. Und diejenigen, die einen vollsozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz suchen und da Schwierigkeiten haben, haben die volle Unterstützung von Seiten der FDP mit entsprechenden Vorschlägen, wie man sie in den Arbeitsmarkt besser integrieren kann. Aber richtig ist auch, dass sich die Wahrscheinlichkeit für einen Arbeitssuchenden, der einen Minijob macht, in ein Arbeitsverhältnis vollsozialversicherungspflichtig zu kommen und 40 Prozent verbessert, wenn er zuvor einen Minijob gemacht hat. Und diese Chance sollen wir den Menschen nicht nehmen, diesen gleitenden Einstieg und Aufstieg in den Arbeitsmarkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch bei den Frauen ist es so, dass fast die Hälfte nach Ausübung eines Minijobs in vollsozialversicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 20 Stunden einwechselt. Auch da ist der Minijob ein Einstieg in das Berufsleben oder Wiedereinstieg in das Berufsleben. Und viele Rentnerinnen und Rentner arbeiten deshalb in einem Minijob, weil sie Schritt für Schritt ausgleiten wollen aus der Beschäftigung und nicht, weil sie dringend auf das Einkommen angewiesen sind. Es gibt viele Menschen, die sich über den Minijob ein zusätzliches Hobby leisten können. Es gibt die Studierenden, die ich erwähnt habe, die sich ihr Studium finanzieren. Und auf der anderen Seite haben wir als Gesellschaft ganz, ganz viel zusätzlichen Reichtum durch das Angebot, das erst möglich wird, dadurch, dass es Minijob gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber was dringend notwendig wäre, wäre, dass wir die seit 2013 festgemauerte Minijobgrenze von 450 Euro auf deutlich erhöhen. Und wir schlagen vor, auf das Sechzigfache des Mindestlohns, damit bei jeder Erhöhung des Mindestlohns auch künftig die Einkommensmöglichkeiten der Menschen im Minijob steigern. Das wäre sinnvoll. Und dazu natürlich noch die Verbesserung der Zuverdienstgrenzen. Denn gerade diejenigen, die aufstocken auf einen Mindestlohn, auf einen Minijob, dürfen im Moment nur 170 Euro der 450 Euro verdienen. Das ist ungerecht. Das ist leistungsfeindlich. Und das muss überhaupt nicht sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geben Sie sich einen Ruck, erhöhen Sie die Minijobgrenze und lassen Sie den Minijob als ein zusätzliches Instrument am Arbeitsmarkt bestehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Pascal Kober, der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Auf 660 Euro will die FDP gerne die Minijobgrenze erhöhen. Derzeit sind es ja 450 Euro für die Sozialversicherungsgrenze. Aus der Union gab es zumindest ähnliche Vorschläge in jüngster Vergangenheit, dass man eben die Grenze auf 600 Euro pro Monat erhöht. Aber in der Koalition ist es umstritten. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Beschäftigten im Minijob haben am Anfang der Corona-Pandemie als Erstes ihren Arbeitsplatz verloren. Und weil der Minijob eben keine normale Beschäftigung ist, werden sie weder durch Kurzarbeitergeld noch durch Arbeitslosengeld aufgefangen. Wer im Minijob arbeitet, ist in keiner Weise sozial abgesichert. Und deshalb fordern wir Grünen genauso wie die Linke mit ihrem Antrag heute, dass sie Minijob sozialversicherungspflichtig werden. Denn auch Beschäftigte mit kleinen Jobs müssen ordentlich abgesichert sein. Minijobs haben aber noch viele andere Nachteile, und die sind schon lange bekannt. Und dass vor allem Frauen davon betroffen sind, das wissen wir auch. Und diese Nachteile hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei einer Anhörung auf den Punkt gebracht. Übrigens zu einem fast identischen Antrag der FDP. Beschäftigte Minijob sind häufig befristet. Sie haben häufig keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Sie haben keine vertragliche Arbeitszeit. Es ist häufig Arbeit auf Abruf. Und viele bekommen keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und auch keinen bezahlten Urlaub. Und außerdem verdrängen Minijobs sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und das alles dürfen wir nicht zulassen. Und deshalb wollen wir die Minijobs eben nicht ausweiten wie die FDP, sondern sozialversicherungspflichtig machen. Wir fordern also eine Reform. Interessant wird es aber, wenn es darum geht, wie diese Reform eigentlich aussehen soll, bekommen die Beschäftigten, die 200 Euro verdienen, bei sehr geringen Beiträgen gleich den gesamten Krankenversicherungsschutz, zahlen die Beschäftigten sofort die kompletten Sozialversicherungsbeiträge, egal wie viel sie verdienen. Hier braucht es ein gutes, ein gerechtes und umsetzbares Konzept. Im Antrag der Linken fehlt es leider. So ein Konzept ist aber notwendig. Im Antrag geht es dann um den Mindestlohn, der auf 12 Euro aufgestockt werden soll. Das ist bekannt. Das wollen wir auch. Und es gibt auch die Forderung, dass Tarifverträge leichter allgemeinverbindlich erklärt werden können. Auch hier sind wir uns einig. Auch das fordern wir schon lange. Ja, und dann gibt es noch die andere Forderung, dass es nur Jobs mit mindestens 22 Stunden in der Woche geben soll. Und diese Forderung lehnen wir ab. Abgesehen von dem, dass es überhaupt nicht praktikabel ist. Wir wollen die Menschen eben nicht einschränken. Sie sollen schon selber entscheiden, wie viel sie arbeiten wollen und können. Stattdessen fordern wir, und das sage ich immer und immer wieder, echte Zeitsouveränität für die Beschäftigten bei der Dauer, Lage und Ort der Arbeitszeit. Arbeit muss ins Leben passen. Arbeit soll vor allem gut sein. Und Arbeit soll auch sozial absichern. Genau so muss es sein, auch bei kleinen Jobs. Vielen Dank. Vielen Dank, Beate Müller-Gemmecke. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Axel Knürig. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, bereits seit Jahren wollen die Grünen und auch die SPD die Minijobs abschaffen. Und jetzt fordert auch dasselbe die Linke. Und wir als Union, wir haben das in all den Jahren immer wieder abgewägt. Und wir kommen immer wieder zu demselben Schluss, nämlich die Minijobs beizubehalten. Denn Folgendes ist Fakt. Beschäftigte wie auch die Unternehmen, die schätzen die Flexibilität. Gerade kleinere Betriebe können so Zeiten mit hoher Auftragslage abdecken. Da sind die richtigen Beispiele auch schon genannt worden. Bei der Ernte in der Landwirtschaft, bei der Tourismus, Saison und Gastgewerbe. Und wir haben, und das ist richtig, wir haben mittlerweile 7,7 Millionen Minijobber. Die nutzen auch diesen Nebenerwerb. Und das ist für mich das wichtigste und herausragendste Argument bei dieser Debatte. Sie nutzen das für größere Anschaffungen oder auch für den Urlaub entsprechend anzusparen. Und das ist die Wirklichkeit. Und es ist auch richtig ausgeführt worden, dass Schüler, Studenten und Rentner profitieren von diesem Hinzuverdienst. Und für viele junge Leute ist es sehr wohl auch ein Einstieg in eine Vollzeit- oder auch in eine Teilzeitbeschäftigung. Fakt ist aber auch, über 80 Prozent der Minijobber lassen sich von der Rentenversicherung befreien. Hier müssen wir ansetzen und bei der Altersvorsorge nachbessern. Und ich sage ganz klar, die Rentenversicherung darf nicht länger freiwillig sein. Sie muss auch für Minijobber verpflichtend werden. Meine Damen und Herren, das gehört in den nächsten Koalitionsvertrag. Hier darf es keine Ausnahmen geben. Und das gilt übrigens auch für Werkverträge. Grundsätzlich muss gelten, jede Tätigkeit, die entlohnt wird, muss voll sozialversicherungspflichtig sein. Ich sage auch und ergänze, das ist heute technisch kein Problem. Durch die Digitalisierung können auch kleinere Beiträge entsprechend gut abgeführt werden. Und wir müssen die Minijobs pragmatisch weiterentwickeln. Viele Branchen wünschen sich da eine Anhebung der 450-Euro-Grenze. Und ich sage hier als Arbeitnehmer, auch die Mittelstandsvereinigung der Union spricht sich für eine Dynamisierung der Obergrenze aus. Und die FDP fordert ja in ihrem Antrag aber zu hohen Verdienstgrenzen. 2019 waren sie sogar schon bei 560 Euro gewesen. Und damit würde der Anschluss für die Minijobs, die ja zwischen 450 und 1300 Euro liegen, nicht mehr passig. Hier müsste dann entsprechend eine andere Untergrenze dynamisiert werden. Aber davon sehen wir besser ab. Wir haben ja bereits in 2019 die Verdienstmöglichkeiten und die Rentenansprüche bei den Minijobs verbessert. Und dadurch sind auch die Minijobs eine gute Alternative im Bereich kleiner Einkommen geworden. Meine Damen und Herren, Die Linke, das ist gerade angesprochen worden, hat ja in ihrem Antrag auch aufgeführt, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen. Und da haben wir ganz klar die Vorstellung, dass das auch weiterhin in der Mindestkommission bestehen soll und dafür zuständig ist. Und wir wollen hier schlichtweg keinen Bieterwettbewerb auslohnen. Wir als Union, wir setzen auf Flexibilität im Arbeitsmarkt. Und wer zum Beispiel mit 63 in Rente geht und die Flexirente bezieht, der soll auch zukünftig weitaus mehr hinzuverdienen können. Ich sage sogar, da gehe ich aber so weit, das soll sogar unbegrenzt passieren. Das wäre leistungsgerecht. Und das ist ein guter Anreiz für ältere Frachtkräfte der Wirtschaft, länger hier zur Verfügung zu stehen. Denn hier sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei uns hier auf einer Linie. Und so etwas unterstützen wir. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Axel Knörig. Ja, Axel Knörig hat es auch noch mal gesagt, hier bei diesem Thema Minijobs, da ist die Koalition nicht einer Meinung. Jetzt haben wir noch mal den direkten Vergleich, denn der nächste Redner hier kommt vom Koalitionspartner SPD. Das wird sein der Abgeordnete Matthias Bartke. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Thema Minijobs offenbaren sich hier die ganz großen parteipolitischen Unterschiede. Die Linke möchte die Minijobs komplett abschaffen. Die FDP will sie ausweiten und die Verdienstgrenze auf 570 Euro anheben. Und die Union will die Verdienstgrenze im Zweifelsfall noch weiter anheben. Meine Damen und Herren, da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dass es in diesem Hause eine starke SPD gibt. Die Hüterin der Vernunft und die Kraft der Mitte. Wir werden diesen ganzen Unsinn nämlich verhindern. Denn wir Minijobs sofort komplett abschaffen würden, ginge das an den Bedürfnissen der Menschen völlig vorbei. Minijobs sind für bestimmte Gruppen attraktiv und auch sinnvoll. Zum Beispiel für Studierende, die einen Nebenjob während ihres Studiums brauchen, oder für Rentnerinnen und Rentner, die sich etwas hinzuverdienst wollen. Einerseits. Andererseits, Frau Ferschel, haben Sie mit Ihrer Kritik natürlich durchaus auch recht. 2019 lag die Zahl der Minijobber bei 7,5 Millionen. Das entspricht fast einem Fünftel aller Arbeitnehmer. Und das sind natürlich nicht nur Studierende und Rentner. Das sind leider auch Beschäftigte, die statt eines Minijobs viel lieber einen Teilzeitjob haben würden. Und für die haben die Minijobs einen ganz zentralen Nachteil. Sie bieten keinen Sozialversicherungsschutz. In den vergangenen Monaten mussten das viele Menschen schmerzhaft erfahren. In der Krise haben viele Minijobber ihren Job verloren. Sie haben dann kein Kurzarbeitergeld bekommen und sie haben kein Arbeitslosengeld bekommen. Sie sind jetzt alle auf Grundsicherung angewiesen. Daher ist es der völlig falsche Weg, Minijobs auch noch auszuweiten, wie es die FDP fordert. Liebe Linke, liebe Linke, wenn ich Ihre erste Forderung nach völliger Abschaffung der Minijobs ja noch nachvollziehen kann, so blieb mir bei Ihrer zweiten Forderung schlicht die Spucke weg. Sie wollen ernsthaft eine Mindestarbeitsstundenanzahl von 22 Stunden pro Woche einführen. Nach unten abgewichen werden darf nur noch auf Wunsch der Beschäftigten. Kein Unternehmen darf künftig noch Arbeitsstellen für 15 oder 20 Wochenstunden anbieten. Ich fürchte, diese Forderung kommt aus Ihrem wirtschaftspolitischen Paralleluniversum. Und Sie begründen das auch gar nicht. Mal ernsthaft, geht es noch? Da ist mir Ihre dritte Forderung schon wieder deutlich sympathischer. Einführung eines 12-Euro-Mindestlohns. Das wollen wir auch. Der erste Sozialdemokrat, der das gefordert hat, war übrigens Olaf Scholz, ein sehr guter Mann. Als Sozialdemokrat sage ich, wir wollen mehr Minijobs in ordentliche Jobs umwandeln. Das funktioniert am besten über einen steigenden Mindestlohn. Mit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ging damals nicht nur die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach oben, gleichzeitig ging die Zahl der Minijobber nach unten. Ein guter Mindestlohn ist daher auch eine Waffe gegen ausufernde Minijobs. Nur haben wir andere Vorstellungen, wie wir zu einem 12-Euro-Mindestlohn kommen. Wir sagen, die Festigung des Mindestlohns ist Sache der Mindestlohnkommission und nicht des Bundestages. Die Aufgabe der Kommission muss es daher sein, die Höhe so festzulegen, dass man nach einem Arbeitsleben mit Mindestlohn nicht in die Grundsicherung fällt. Man muss nicht nur leben können vom Lohn, man muss auch von der Rente danach leben können. Liebe Linke, als Letztes fordern Sie die Erhöhung der Tarifbindung und die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Wir sehen bei der Pflege gerade, wie schwer es ist, eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung hinzubekommen. Es hätte mich schon gefreut, wenn Sie in dem Antrag geschrieben hätten, wie Sie das konkret erreichen wollen. Aber ich fürchte mal, da bin ich wieder zu anspruchsvoll. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Matthias Bartke. Jetzt hören wir als nächsten Redner, hier ist er im Bild schon, Johannes Vogel für die FDP-Fraktion. Er hat jetzt noch mal die Möglichkeit, wenn auch nur in drei Minuten, wenn ich das sehe, die ihm noch verbleiben, als Redezeit, den FDP-Antrag noch mal vorzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, die Debatte über Minijobs, das ist immer wieder eine Debatte voller Missverständnisse. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, Minijobs verdrängen keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Im Gegenteil, sie verdrängen Schwarzarbeit. Und was man hier in dieser Debatte wieder beobachten konnte, ist ein klassisches Problem, nämlich die Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Ja, es gibt zu viele, insbesondere Frauen in unserem Land, die zu lange im Minijob stecken bleiben, zu viele Jahre den Minijob machen. Ich halte das für ein echtes Problem. Das liegt aber nicht Kausalität, das liegt nicht am Minijob, sondern an den nicht ausreichend lebensnahen Betreuungseinrichtungen und insbesondere an der veralteten Steuerklasse 5. Ja, da müssen wir die doch endlich abschaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht den Minijob. Ja, wir haben zu viele Menschen, insbesondere Langzeitarbeitslose, die im Minijob feststecken und nicht rausfinden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ja, das liegt aber nicht am Minijob, sondern an den unfairen Zuverdienstregeln bei Hartz IV. Da müssen wir den Leuten eine trittfeste Leiter da rausbauen. Da kann der Minijob aber nichts dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen. Reden wir mal über Fakten, wer die Minijob in diesem Land sind. Denn die Statistik ist da ganz eindeutig. Die absolute Mehrzahl, drei Viertel der Minijob sind in einer Lebenssituation, wo sie gar nichts anderes haben wollen nach repräsentativen Umfragen als ein Minijob. Die größte Gruppe der Minijob, das sind Rentner, Schüler, Studenten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist es aber auch unfair, dass wir diese Menschen faktisch einsperren in den Minijob, wenn es Lohnerhöhungen gibt. In diesem Land dynamisieren wir alles in der Sozialpolitik, alles mit der Lohnentwicklung, nur die Minijobs nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch unfair. Denn reden wir mal darüber, deswegen wollen wir die Minijobs übrigens, anders als behauptet wurde, auch nicht ausweiten. Wir wollen sie nur nicht kleindrücken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da ist nämlich was passiert mit der Rechtslage. Reden wir mal ganz konkret darüber, was das heißt. Zum Beispiel für Studentinnen und Studenten, die auf BAföG angewiesen sind und deswegen nicht mehr arbeiten dürfen als ein Minijob. Dann erhöhen sich die Löhne. Die Studentinnen und Studenten haben nicht mehr in der Tasche, aber müssen weniger Stunden in der Woche arbeiten, obwohl sie es anders wollen. Das finde ich eine soziale Ungerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die einzige Lösung dagegen ist, den Minijob mit der Lohnentwicklung zu dynamisieren. Und deswegen ist das überfällig. Also, gehen Sie nicht den Minijob an, sondern gehen Sie die unfaire Steuerklasse 5 an. Da haben Sie uns an Ihrer Seite. Gehen Sie die Zuverdienstregeln an. Übrigens gerade für junge Leute ist doch eine der größten sozialen Ungerechtigkeiten in unserem Land, dass Jugendliche aus Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind, von einem Minijob, die Sie als Schüler sich vielleicht 450 Euro verdienen, nur 170 Euro behalten dürfen. Wir bestrafen Anstrengungen und verhindern soziale Teilhabe. Das sind die Reformen, die Sie angehen müssten. Aber da kann der Minijob nichts dafür. Und die Minijobber haben verdient, dass die Minijobs an die Lohnentwicklung angepasst werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Johannes Vogel. Die Grüne Fraktion hat ja schon signalisiert, dass sie eher mit dem linken Antrag geht. Die Linken, die die Minijobs sozialversicherungspflichtig machen wollen. Und wir hören jetzt noch mal für die Linken die Abgeordnete Katharina, Verzeihung für die Grünen natürlich, die Abgeordnete Katharina Dröge. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Vogel, sehr geehrter Herr Kober, ich fand das schon sehr bezeichnend, dass Sie es geschafft haben, in dieser Debatte über die Eindämmung von Minijobs so gar nicht auf die aktuelle Situation einzugehen, in der wir uns befinden, nämlich die Corona-Krise und nämlich die Entwicklung, die wir in dieser Wirtschaftskrise auch mit Blick auf die Minijobs verzeichnen müssen. Sie sind nicht darauf eingegangen, dass wir in dieser Krise einen massiven Jobverlust bei den Minijobbern hatten, überdurchschnittlich, massiv überdurchschnittlich im Vergleich zu den regulären Beschäftigungsverhältnissen, während das bei den Minijobbern minus 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sind, sind das bei den regulären Beschäftigungsverhältnissen minus 0,2 Prozent. Und wenn man über Minijobs spricht und dann über die Frage spricht, warum es ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis braucht bei den Menschen, die in dieser Stunden- und Einkommensklasse arbeiten, dann muss man diese Frage eben beantworten. Dass Minijobs keine Absicherung in der Krise bedeuten. Und das ist ja die Realität, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen. Und das ist die Antwort, die wir als Grüne geben, wenn wir sagen, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse daraus zu machen. Weil Minijobber eben keinen Anspruch haben auf Kurzarbeitergeld. Und das wäre wichtig für viele gewesen, insbesondere dann, wenn man auch noch unseren Antrag dazu genommen hätte, das Kurzarbeitergeld in den unteren Einkommensgruppen auf 90 Prozent anzuheben. Dann hätten die nämlich eine echte finanzielle Unterstützung in dieser Krise gehabt. Und das sind Menschen, für die sind 450 Euro im Monat echt viel Geld. Wenn das weg ist, dann kann man teilweise die Miete nicht mehr zahlen. Deswegen sind sie darauf angewiesen. Und die wurden in dieser Krise reihenweise entlassen. Und ich sage das jetzt auch mal als Wirtschaftspolitikerin. Das ist ja auch für die Betriebe ein Problem. Ich habe mit so vielen Gastronomen in dieser Krise gesprochen. Die haben gesagt, wir wollen die Leute eigentlich gar nicht rausschmeißen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Kober? Ja, klar. Frau Kollegin Drüge, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Es ist ja unstrittig, gerade auch die Branchen, die ich anfanglich in meiner Rede gewählt habe, sind die von der Coronakrise am härtesten Getroffenen. Die Gastronomie, die Hotellerie, die Freizeit- und Kulturbranche. Und dass da die Arbeitsplätze verloren gehen, ist ja völlig unstrittig. Jetzt sprechen Sie die Verdienstausfälle an, die ohne Zweifel vorliegen. Jetzt frage ich Sie, ist es dann nicht klug, gerade jetzt die Minijobgrenze zu erhöhen, damit, wenn die Branche wieder Fuß fasst und die Öffnungen auch wieder ein Leben in Gastronomie und Hotellerie und in der Freizeit- und Kulturbranche ermöglichen, dass dann zumindest mal Einkommenseinbußen nachträglich wieder nachgeholt werden können. Das wäre doch sinnvoll. Finden Sie nicht auch? Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, Sie machen da einen Denkfehler. Wenn man die Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umwandelt, dann gibt es diese 450-Euro-Grenze, diese harte Grenze, gar nicht mehr. Dann muss man diese Anhebung, über die Sie jetzt gerade sprechen, einfach nicht mehr machen, weil sie weiter wachsen. Und wenn die Menschen dann höhere Löhne verdienen, dann können sie einfach diese höheren Löhne auch bekommen und können genauso viel arbeiten wie vorher oder mehr. Das ist ja der Sinn davon, wenn man zum Beispiel die Minijobzone in die Minijobzone verlängert. Dann gibt es diese harte Grenze nicht mehr. Und das ist ja einer der Gründe dafür, warum dieses Modell, was wir vorschlagen, so sinnvoll ist und warum es auch Ihren Vorschlag an der Stelle überhaupt nicht braucht. Und das Zweite, was man zu Ihrem Vorschlag sagen muss, ist, Sie geben immer nur jetzt eine Antwort darauf, wenn die Leute irgendwann den Job mal wieder haben. Sie geben eben keine Antwort darauf. Und das werfe ich Ihnen vor, dass die Leute den Job verlieren. Ich habe mit vielen Gastronomen gesprochen, die haben zum Beispiel gesagt Große. Ich habe 90 Beschäftigte, 45 sind regulär beschäftigt, 45 sind Minijobber. Die 45 Minijobber haben den Job verloren, die anderen sind in Kurzarbeit gegangen. Und auch als Wirtschaftspolitikerin muss ich Ihnen sagen, dass es sind natürlich Beschäftigte, die sind gut eingearbeitet. Das sind Beschäftigte, die schätzt man, das sind Beschäftigte, die gehören zum Team. Und die mussten die jetzt feuern, weil es eben keine Möglichkeit gab, die in Kurzarbeit zu schicken. Das heißt, die müssen sich jetzt vielleicht auch, weil der Minijob fehlt, auf dem Arbeitsmarkt eine andere Beschäftigung suchen und stehen dann nach der Krise für die Arbeitgeber gar nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, auch die Arbeitgeber haben doch ein Eigeninteresse daran, dass die Minijobs auch am Ende sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und darauf geben Sie keine Antwort. Und noch ein Satz dazu. Sie sprechen die ganze Zeit von Flexibilität, die die Unternehmen brauchen und weshalb es diese Minijobs brauchen. Herr Kowa, Sie haben sich ja sogar dazu verstiegen zu sagen, diese ganzen Berufsgruppen, die gäbe es alle nicht mehr, wenn man die Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umwandelt. Sie haben von den Zeitungszustellern gesprochen, die es da nicht mehr gäbe, oder von den Ticketabreißern, die es da nicht mehr gäbe. Das ist ja Unfug. Diese ganzen Tätigkeiten wird es auch weiterhin geben. Die Menschen werden da weiterhin arbeiten. Nur der einzige Unterschied ist, sie werden dann auch sozial abgesichert. Das ist der einzige Unterschied, den es an dieser Stelle gibt. Und es gibt genug reguläre Beschäftigungsverhältnisse, in denen natürlich die Flexibilität auch möglich ist, in denen Arbeiten auch an den Spitzenzeiten möglich sind. Und all das verneinen Sie, weil Sie am Ende einfach diese Grundabsicherung den Minijobber nicht zur Verfügung stellen wollen. Und das ist die zentrale Kontroverse. Nicht die Frage, ob es diese Tätigkeiten gibt. Nicht die Frage, ob es begrenzte Stunden gibt, in denen man arbeiten kann. Nicht die Frage, ob man zu Spitzenzeiten Leute einstellen kann. Nicht die Frage der Flexibilität. Das alles beantworten wir mit einem Ja. Das muss es weiterhin geben. Aber die Menschen müssen vernünftig sozial dabei abgesichert werden. Dann haben Sie in der Krise nämlich eine Unterstützung. Und der Sozialstaat ist ein Versprechen für die Krise, für die Unternehmen und für die Beschäftigten. Und deswegen haben alle etwas davon, da ein Stück weit rein zu investieren. Vielen Dank, Katharina Dröge. Macht Spaß, wenn so gebettelt wird. Fällt mir gut. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner für die CSU-CDU-Fraktion, Max Straubinger. Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist eine angeregte Debatte immer bei den Minijobs oder insgesamt, wenn es um kurzfristige und sozialversicherungsfreie Beschäftigungen geht, dass er unser Sozialrecht ja mit zulässt. Und vor allen Dingen also auch richtig gute Absicherung für alle Beteiligten bedeutet, wenn immer so dargestellt wird, der Minijobler, der sei nicht abgesichert, der ist eben abgesichert im Familienverbund. Das muss er natürlich im Rahmen der Krankenversicherung, im Rahmen der Rentenversicherung, kann er sich selbst versichern mit den 3 Prozent oder 3,6 Prozent, die er selbst also mit zu beraten hat und damit einen Rentenanspruch erwirbt. Frau Kollegin Ferschel, es ist völlig egal, ob Sie 300 Euro sozialversicherungspflichtig machen hier zur Rente oder ob Sie es über Minijob absichern. Der Anspruch an Rente ist immer der gleiche, solange die Äquivalenz die Grundlage ist bei der Rentenberechnung. Außer Sie wollen die Äquivalenz, das ist ja bekannt. Ja, aufheben, dann wäre es was anderes. Aber ansonsten ist der Anspruch immer der gleiche. Ich glaube, es ist zuerst einmal darzustellen, warum haben wir diese Minijobs. Wir hatten ja schon mal eine Zeit, wo sie abgeschafft waren unter Rot-Grün. Und da haben wir ja dann auch unsere Erfahrungen gezeigt. Und im Rahmen der Hartz-IV-Reformen haben wir es mir als Union wieder mit durchgesetzt, dass es diese Möglichkeit auch gab oder gibt. Und wir stehen auch dazu, weil sie notwendig sind, um Arbeitsspitzen in einzelnen Bereichen. Aber das meiste sind kurzfristige Beschäftigungen, die eben keine lange Arbeitszeit hier natürlich bedeuten. Sei es Zeitungsaustragen, sei es Prospektaustragen und dergleichen. Ja, genau. Ich wollte Sie fragen, ob Sie zulassen, Frau Vogler von den Linken. Ja, gerne. Herr Kollege Straubinger, Sie haben ja gerade wortreich vorgetragen, dass die Rentenansprüche, die man aus Minijobs erwirbt, denen in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen nicht nachstünden. Aber Ihnen ist doch sicherlich auch bekannt, das hat die Kollegin Ferschl hier ja auch gerade vorgetragen, dass sehr, sehr viele Minijobs im Niedriglohnbereich liegen, dass die Menschen, die Minijobs arbeiten, pro Stunde deutlich weniger verdienen als Menschen, die über weniger prekäre Arbeitsverhältnisse verfügen. Und dass es auch die Tendenz gibt von Arbeitgebern, sozialversicherungspflichtige, tariflich abgesicherte Arbeitsverhältnisse umzuwandeln, also dann aus einem Vollzeitarbeitsverhältnis, wo zumindest eine Person einen einigermaßen nachhaltigen Rentenanspruch erwerben könnte, mehrere kleine zu machen und dann halt mehrere Menschen in mehreren kleinen Jobs. Viele lieben ja die Minijobs so, dass sie sich gleich drei davon leisten, dann eben deutlich weniger bekommen, dass sie die gleiche Arbeitszeit in vernünftigen Jobs und vernünftigen Arbeitsverhältnissen verbrechen. Also, machen Sie da nicht ein bisschen eine Milchmädchenrechnung auf? Ich finde das wirklich sehr verstörend. Frau Kollegin Vogler, erstens, der Arbeitgeber kann gar kein Interesse haben, das umzuwandeln in seine Arbeitsverhältnisse in Minijobregelungen. Denn das ist für den Arbeitgeber teurer, als wenn er sozialversicherungspflichtig die Menschen beschäftigen würde, weil er hier der Arbeitgeber über 30 Prozent am Pauschalen abführen muss. Und so zählt er nur die Hälfte, rund 20 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge. Also von daher hat der Arbeitgeber überhaupt kein Interesse, hier diese umzuwandeln. Es ist beim Minijob eben der Fall, dass es für beide Seiten letztendlich, ja, jetzt sage ich, ob es ein richtiger Gewinn ist, ist dahingestellt. Aber der Minijobler, der erhält sozusagen seinen Verdienst steuerfrei. Das sind 5.000, das kann man ganz offen sagen, in dem Sinn subventioniert, 5.400 Euro, die ich als steuerzahlende Person wohlgemerkt steuerfrei hinzuverdienen kann. Das gilt für die Masse der, die sich einen Hinzuverdienst zum regulären Arbeitsverhältnis hier mit anschauen. Das sind rund 2 Millionen, 2,3 Millionen Menschen in unserem Land. Dann gibt es die Schüler und die Studenten. Da gibt es dieses Motiv nicht, weil die in der Regel nicht diese steuerliche Präferenz haben. Aber es gibt das Motiv, selbst schnell ein bisschen die einen Schüler als Taschengeld den Prospekt austragen, hinzuverdienen, um ihr Taschengeld aufzubessern und Studenten auch natürlich, um ihre Lebenssituation zusätzlich auch mit zu verbessern mit einem Hinzuverdienst. Die Frage ist dann auch bei den Rentnern zu beantworten. Denn die Rentner, da gibt es unterschiedliche Motivlagen. Die einen, weil sie zur Rente tatsächlich etwas hinzuverdienen wollen. Die anderen, weil sie sagen, ich bin noch rüstig, ich möchte nicht nur zu Hause sitzen, sondern ich möchte mich auch irgendwo mit betätigen und einbringen und deshalb einem Minijob mit nachgehen. Also es gibt verschiedenste Motivlagen für den Minijob. Und das ist es, dem man auch gerecht werden muss. Und das wird Ihrem Antrag nicht gerecht. Allein schon mit dem, dass Sie 22 Stunden sozusagen als Arbeitszeit mit vorschreiben, werden. Das ist das beste Programm, dass so Kurzfristtätigkeiten dann in die Schwarzarbeit abgedrängt werden. Weil das haben wir ja, das haben wir ja alles mitgehabt schon in unserer Gesellschaft. Jetzt wechseln wir wieder. Nein, Platz nehmen bitte. Jetzt wechseln wir wieder. Und von daher ist der Minijob also eine gute und vernünftige Einrichtung. Jetzt habe ich ja mit erklärt, warum es dieses gibt. Also einmal die Steuerfreiheit, die ja mit ein Anlass ist vielleicht auch für manche in der Hinzuverdienstregelung sagen, 5400 Euro steuerfreie Cash, also mit drauf ist auch eine Motivation. Deshalb muss man dem hier auch dann entgegenwirken mit einem Antrag, den die FDP gestellt hat. Ich sage ganz offen, da bin ich auch nicht ganz konform mit der Meinung der Fraktion. Ich bin nicht unbedingt ein Freund, das noch grenzenlos höher auszuweiten. Denn ein Minijob bedeutet eben, kleinteiligste Arbeit kurzfristig abzudecken. Dann ist es aber, wenn wir heute beklagt haben, dass die soziale Sicherheit Sicherheit eine mindere Sicherheit bedeutet, insbesondere wenn es dann in eine Arbeitslosigkeit wandert, dann bin ich der Meinung, dass wir als Union und insgesamt als Koalition ein hervorragendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger und für die Arbeitnehmer geschaffen haben, nämlich indem wir den Minijob ausgeweitet haben bis zu einem Umfang von 1300 Euro brutto und vor allen Dingen das nicht zum Nachteil in der Rentenversicherung, in der Anspruchnahme und den Erwerb von Rentenversicherungspunkten also führen wird, obwohl niedrigere Beiträge abgeführt worden sind. Und ich stehe auch dafür als Christsozialer, dass das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis, das muss im Vordergrund stehen, auch für die Bürgerinnen und Bürger und für die Arbeitnehmenden und Arbeitnehmer. Und ich gebe ausdrücklich dem Kollegen Vogel auch mit Recht, hier müssten wir bei der Besteuerung und in der Veranlagung der Besteuerung, müssten wir durchaus nochmals überlegen, ob eine Steuerklasse 5 die richtige Antwort auch bedeutet. Wobei insgesamt muss man ehrlicherweise schon darlegen, wenn eine gemeinsame steuerliche Veranlagung stattfindet von Partnern, dann wird das sicherlich auch wieder ausgeglichen. Das ist momentan natürlich nur der große steuerliche Abzug. Und das sind einfach diese Dinge, die wir insgesamt hier zu diskutieren haben. Denn auch der zweite Aspekt, lieber Kollege Vogel, ist auch noch zu sehen, die soziale Absicherung der Mini-Jobler, zum Beispiel bei der Krankenversicherung, beruht natürlich auf den Beiträgen aller derer, die in die Sozialversicherung einzahlen. Und was die einen nicht einzahlen als Mini-Jobler, müssen die anderen, die Vollsozialversicherungsversicherten, die müssen letztendlich dieses Delta auffangen. Und deshalb muss man auch die Frage stellen, ob es gerechtfertigt ist, hier eine weitere Ausweitung der Mini-Job-Regelung bei dem Einkommen hier tatsächlich durchzuführen. Also diese Frage müssen wir uns stellen. Und unter dem Gesichtspunkt also lehne ich mit gutem Gewissen. Wir sind ja noch nicht so weit, aber werde ich mit gutem Gewissen beide Anträge ablehnen. Vielen Dank, Max Straubinger. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Angelika Glöckner. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Ja, ich habe selbst vor meiner Zeit hier als Abgeordnete im Deutschen Bundestag seit an Zeit mit vielen Arbeitskolleginnen und Kollegen dafür gekämpft und dafür gestritten, dass es gute Arbeit gibt. Und was heißt gute Arbeit eigentlich? Was kennzeichnet gute Arbeit? Vieles wurde genannt. Aber ich glaube, von allen Kriterien steht auch ganz oben, dass man von seinem Lohn leben kann. Und da schließt sich doch die nächste Frage an. Wer, der einen Minijob macht, kann von seinem Lohn leben. Und die Frage, die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand. Niemand, niemand, der einen Minijob macht, verdient einen Lohn, von dem man leben kann. Und da muss man doch einfach auch mal ansetzen. Ich habe mit vielen, Sie reden ja auch viel, es wurde viel über Statistiken gesprochen. Aber reden Sie doch mal mit den Betroffenen, mit den Menschen. Es sind ja überwiegend Frauen, das wurde ja mehrfach gesagt, Verkäuferinnen, Leute, die in Lagern arbeiten, Zeitungszustellerinnen und viele andere mehr, die wichtige Tätigkeiten verüben. Und alles, eines ist Ihnen allen gemeinsam. Sie sind motiviert, Sie sind engagiert, Sie leisten wichtige Tätigkeiten für unsere Gesellschaft. Und Sie haben es schlicht verdient, dass Sie auch ordentlich vergütet werden und dass man Sie in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse überführt. Und dafür steht meine Fraktion, die SPD. Ich sage aber auch, Kolleginnen und Kollegen, und ich muss mich auch wundern, ganz ehrlich, dass man in so einer Situation einen Antrag stellt, der zum Ziel hat, genau diese Arbeitsverhältnisse noch mehr auszuweiten. Ich halte das für falsch. Ziel der Politik muss es sein, diese Arbeitsverhältnisse zurückzudrängen. Und dafür steht meine Fraktion, die SPD. Und ich sage auch ganz deutlich, noch mal zu den Kolleginnen und Kollegen von den Linken. Es ist schon wichtig, dass man Dinge auch differenziert betrachtet. Sie haben einen Antrag gestellt, der lautet, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse etablieren. Das finde ich gut. Aber Minijobs abschaffen. Das hört sich ja zunächst mal gut an. Aber man muss an der Stelle auch wie so oft Ihnen mal wieder sagen, es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt ganz unterschiedliche Lebenslagen. Und es wurde auch mehrfach genannt. Was bedeutet das, wenn wir uns ohne uns darum zu kümmern Minijobs abschaffen, beispielsweise für die jungen Leute, die als Schüler oder Studenten sich ein Geld hinzuverdienen müssen? Und da muss man schon drüber nachdenken. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Denn es wird ja wirklich gerade die Einkommensschwachen, die aus einkommensschwächeren Familien schwächen. Und da muss man hingucken. Und vor allen Dingen muss man da hingucken. Dort, wo Minijobs dazu führen, dass Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, dass sie im Alter arm sind, dass sie wirklich nicht sozial abgesichert sind. Das sind die Punkte, die man sich genau angucken muss. Und dafür steht meine Fraktion, die SPD. Da wollen wir handeln. Und deswegen sage ich, vor unserer Position ist die beste und wir müssen ihre Anträge ablehnen. Tut mir leid. Vielen Dank, Angelika Klöckner. Angelika Klöckner war das für die SPD-Fraktion. Und jetzt hören wir als letzte Rednerin noch mal Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, und die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat auch gerade noch mal betont, dass es wirklich eine sehr engagierte und spannende Debatte hier ist zu den Minijobs. Ich darf heute hier in dieser spannenden Debatte den Punkt setzen. Und das mache ich natürlich gerne. Das können Sie sich vorstellen. Und ich sage Ihnen eines, Minijobs sind wichtig. Und Sie sind aus unserem Arbeitsmarkt auch nicht mehr wegzudenken. Wer soll denn bitte die Spitzenzeiten in der Gastronomie abdecken, die Abendschichten? Wer soll denn im Einzelhandel die Regale befüllen? Wer soll denn in den Saisonbetrieben das Gemüse und den Obst ernten? Meine Damen und Herren, der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Wir sind ein Hochtechnologieland und die Menschen können sich ihre Berufe auswählen. Und das tun sie auch. Das führt aber dazu, dass wir natürlich in anderen Bereichen immer mehr Fachkräftemangel haben und dass man schlichtweg angewiesen ist auf solche Flexibilisierungsmöglichkeiten. Es gibt unterschiedlichste Ursachen dafür, warum Minijobs so beliebt sind. Eine ganz wesentliche Ursache ist natürlich, dass es Brutto für Netto gibt. Ich erinnere mich selber an meine Zeit als Studentin. Ich war darauf angewiesen, so einen Job zu machen. Ich bin da bis heute sehr dankbar. Der hat mir letztendlich auch den Weg in den Beruf geebnet. Frau Schimke, ganz schnell. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Müller-Gemmeke? Ja, gerne. So, das ist aber dann echt die letzte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich mache mich auch ganz, ganz, ganz kurz. Ich brauche nicht lange Zeit. Ich möchte einfach nur fragen, oder dass Sie mir mal erklären, Frau Schimke. Warum können die Regale im Supermarkt nicht mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung eingeräumt werden? Und warum können bitte die Bedienungen abends am Wochenende nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten? Warum können kleine Jobs nicht sozialversicherungspflichtig sein? Da, wo Arbeit ist, braucht es Beschäftigte. Und die können immer sozialversicherungspflichtig angestellt werden. Frau Schimke. Frau Müller-Gemmeke, Sie haben natürlich völlig recht, theoretisch. Und wenn Sie diese Idee am Reißbrett denken, dann können Sie natürlich für solche Tätigkeiten auch voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigte einstellen. Nur wer macht denn diesen Job? Wer macht denn diesen Job noch? Die meisten Menschen wählen doch andere Berufswege. Wir haben einfach das Problem in der deutschen Wirtschaft, dass wir für bestimmte Tätigkeiten keine vollen sozialversicherungspflichtigen Arbeitskräfte mehr finden und schlichtweg darauf angewiesen sind, besondere Instrumente zu finden, die solche Tätigkeiten zusätzlich attraktiv machen. Und wenn ich beim Minijob Bruttofernetto kriege, ist es ein Anreiz. Vielen Dank. Weiter in Ihrer Rede. Ich bin bei meiner Studentenzeit stehen geblieben. Und mein Minijob hat mir auch den Berufseinstieg gesichert, meine Damen und Herren. Denn ein theoretisches Studium garantiert Ihnen das heute auch nicht mehr. Sie brauchen schon ein bisschen Praxiserfahrung im Vorfeld. Und wie sieht es denn mit den Rentnern aus? Die meisten Rentnerinnen und Rentner, die sind noch sehr fit und die machen das sehr gerne. Und diese Freiheit möchte ich Ihnen nicht nehmen. Und deswegen brauchen wir selbstverständlich Minijobs. Aber es gibt ein ganz zentrales Argument, das auch für Minijobs spricht, weshalb wir sie uns eben nicht mehr wegdenken könnten. Sie sind schlichtweg unbürokratisch. Es reicht ein Formular aus. Und Sie haben einen Beschäftigten, eine Beschäftigte. Sie zahlen als Arbeitgeber pauschal ungefähr 30 Prozent Sozialversicherungsbeiträge. Sie haben den ganzen bürokratischen Kram nicht an der Backe. Ich habe das gerade selbst erleben dürfen. In einer Kreistagsfraktion gab es eine schöne Stelle. Die wurde aber nicht mit einer vollen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeschrieben, sondern mit zwei Minijobs. Und doch meine Frage, warum man das macht, war die Antwort, weil es eben unbürokratischer ist. Meine Damen und Herren, das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch mal in die künftigen Beschlüsse dieses Hauses einbeziehen und etwas dafür tun, dass Arbeitsmarktpolitik auch unbürokratischer wird. Können wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen durchatmen? Und Minijobber, meine Damen und Herren, sind auch nicht schutzlos. Das soll an dieser Stelle auch gesagt sein. Sie genießen Kündigungsschutz, Sie haben Urlaubsanspruch und Sie haben natürlich auch eine Entgeltfortzahlung bei Krankheit. Und jetzt Corona herzunehmen und sagen, 12 Prozent der Minijobs sind weggefallen und das ist alles nicht krisensicher, ist ja alles richtig. Aber der Minijob dient doch nicht dazu, wirklich für jede Krise und für jede Lage abzusichern. Es ist eine Nebenbeschäftigung, wenn Sie so wollen. Niemand hat gesagt, dass man sein gesamtes Berufsleben mit einem Minijob ausüben soll. Das ist auch nicht unsere Auffassung. Und wir haben auch niemals gesagt, dass man davon leben kann. Uns ist natürlich bewusst, wie es vielen Frauen in diesem Lande geht, die ausschließlich eine Tätigkeit als Minijobberin ausübt. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Und deswegen ist es auch richtig, dass unsere Frauenunion darauf hinweist. Aber die Reaktion darauf kann doch nicht sein, zu sagen, wir verbieten das jetzt einfach mal. Sondern unsere Aufgabe ist es doch, darauf hinzuweisen, zu sensibilisieren, auf die Tücken, die auch ein Erwerbsleben haben kann und auf die Fehlanreize, die es manchmal eben haben kann. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen wir doch bitte den Menschen auch die Freiheit, ihr Leben, ihr Berufsleben so zu leben, wie sie es gerne möchten. Das gilt für Studenten. Das gilt für Rentnerinnen und Rentner. Und das gilt natürlich auch für jene Menschen in diesem Land, die einen Minijob im Nebenerwerb tun. Und da haben wir erhebliche statistische Schwächen. Das soll auch gesagt sein. Die berühmte Korrelation und die Kausalität, die der Kollege Vogel eben schon angesprochen hat. Wir wissen es schlichtweg nicht, warum die Leute es tun. Aber ich sage Ihnen mal was aus der Individualemperie. Was sagt der Malermeister? Ich würde gerne meine Beschäftigten ihre Überstunden bezahlen. Ich würde sie gerne noch mehr beschäftigen. Ich würde die, die in Teilzeit sind, gerne auf Vollzeithochstufen. Und was sagen die Mitarbeiter? Nein, machen wir nicht. Wir gehen lieber bei einem anderen als Minijob bearbeiten, weil es sich schlichtweg lohnt. Wir haben natürlich in dem Segment auch Mitnahmeeffekte. Darüber können wir gerne reden. Aber das, was Sie tun, eine Situation prekär zu reden und daraus eine gesamtgesellschaftliche Zustandsbeschreibung zu machen, das ist falsch. Also, lassen Sie uns die Fehlanreize angehen, die wir tatsächlich am Arbeitsmarkt haben. Lassen Sie uns dafür sorgen, für Entbürokratisierung zu sorgen in allen Bereichen des Arbeitsmarktes. Wir müssen natürlich auch über die Entgeltgrenze beim Minijob reden. Wir haben einen stetig ansteigenden Mindestlohn. Deshalb muss natürlich auch der Minijob im Gehalt angehoben werden. Darauf haben wir uns schon verständigt. Im Grunde genommen ist es wichtig, den Menschen weiterhin durch möglichst viel Flexibilität ihren Arbeitsplatz zu sichern. Vielen Dank. Jana Schimke war das für die Unionsfraktion. Letzte Rednerin zu diesem Debattenpunkt. Ja, die Linke fordert, die Minijobs sozialversicherungspflichtig zu machen. Die FDP hat den Antrag vorgelegt, Minijobs sogar auszubauen, zu dynamisieren mit einer erhöhten Obergrenze pro Monat. Und die Debatte war in der Tat wirklich sehr engagiert mit vielen Zwischenfragen, vielen Kurzinterventionen. Aber man kommt hier nicht auf einen Nenner, das ist nach dieser Debatte sehr deutlich. Fakt ist aber, durch Corona ist die Zahl der Minijobs sehr gesunken innerhalb eines Jahres. 850.000 Personen sind diese 12 Prozent, die immer wieder genannt wurden, lag die Zahl der Minijobs im Juni 2020 niedriger als ein Jahr zuvor. Und Minijobs haben ja keinen Anspruch, beispielsweise aus Kurzarbeitergeld. Auch das ist ein Fakt, der hier ja in der Debatte auch häufiger erwähnt worden ist. So, die Anträge werden jetzt weiterberaten in den Ausschüssen. Dorthin werden sie überwiesen. Und deswegen können wir schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt schauen. Ein ganz anderes Thema. Da geht es um Geldwäsche und vor allem die Bekämpfung der Geldwäsche. Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland, die ist stark gestiegen. Der Jahresbericht der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes für 2019, der führt das ganz deutlich vor Augen. Die Bundesregierung will entschiedener und effektiver gegen Geldwäsche vorgehen. Es gibt einen Gesetzentwurf, der erarbeitet wurde von Bundesfinanzministerium und Bundesjustizministerium gemeinsam. Wir hören Christine Lambrecht. Sie müssen der Realität ins Auge sehen. Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Schmuggel und Korruption. Bei diesen schmutzigen Geschäften, da geht es um richtig, richtig viel Geld. Und auch in anderen Bereichen erwirtschaften Kriminelle mit ihren Straftaten enorme Gewinne. Durch Geldwäsche werden die Verfolgung von Straftaten und die Vermögensabschöpfung erschwert, wenn ich sogar unmöglich gemacht. Und das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Wir müssen die Täter zur Rechenschaft ziehen, wo wir nur können. Das betrifft zum einen die Täter, aus deren Straftaten die kriminellen Profite stammen, ebenso wie die Geldwäschetäter. Denn nur wenn klar ist, dass beide Tätergruppen konsequent verfolgt werden, haben wir eine Chance, uns gegen kriminelle Machenschaften zu stellen, insbesondere gegen die organisierte Kriminalität. Vermögenswerte, die aus Drogenhandel, aus Raub und Erpressung oder irgendeiner anderen Straftat stammen, haben einen Makel. Und solange sie diesen Makel mit sich tragen, dürfen sie nicht Teil des ehrlichen Wirtschaftslebens sein oder werden. Es darf nicht angehen, dass illegale Vermögenswerte benutzt werden zum Kauf von Immobilien, Kunstwerken, Schmuck oder Autos. Es darf nicht angehen, dass mit illegalen Vermögenswerten legale Geschäfte finanziert werden. Meine Damen und Herren, Geldwäsche ist ein Problem auf nationaler, auf europäischer und auch auf globaler Ebene. Und sie schadet der Integrität und Stabilität der Finanzbranche. Geldwäsche beschädigt den europäischen Binnenmarkt und Geldwäsche gefährdet die innere Sicherheit. Und deshalb gehen wir jetzt noch schärfer gegen sie vor. Wir weiten den Geldwäscheparagrafen aus, wie folgt. Bisher ist es nötig, dass das Geld aus ganz bestimmten Straftaten stammt. Und das wollen wir ändern. In Zukunft soll gelten, ganz egal, aus welcher Straftat Vermögen erlangt wird, wer dieses Vermögen wäscht, der macht sich strafbar. Punkt. Das macht die Strafverfolgung deutlich einfacher und damit wirksamer. Denn künftig muss nicht mehr sehr aufwendig nachgewiesen werden, aus welcher Straftat genau das illegale Vermögen stammt. Der Geldwäscheparagraf greift bereits dann, wenn das Gericht zur Überzeugung gelangt, dass das gewaschene Vermögen irgendeinen kriminellen Ursprung hat. In Zukunft wird der Geldwäscheparagraf deshalb viel häufiger als bisher greifen. Und das ist richtig. Sie bekommt so mehr Biss, die Geldwäschebekämpfung. Die Ermittlungsbefugnisse der Strafverfolgungsbehörden gestalten wir gleichzeitig wirksam und dabei grundrechtssensibel aus. Telefonüberwachungen oder Online-Durchsuchungen bei Geldwäscheverdacht sind möglich, wenn es wie bisher um besonders schwerwiegende Fälle geht. Das sind Summen ab 50.000 Euro. Auf diese schwerwiegenden Fälle sollten wir die Überwachungsmaßnahmen konzentrieren, meine Damen und Herren. Mit der Änderung des Geldwäscheparagrafen, so wie ihn vorgestellt, haben wir die große Chance, Sand in die Maschinerie der organisierten Kriminalität zu werfen. Wir haben die Chance, illegale Geldflüsse auszutrocknen. Und wir haben die Chance, Bürgerinnen und Bürger vor kriminellen Machenschaften zu schützen. Und deswegen ergreifen wir diese Chance mit diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und die Bundesliste Ministerin hat diesen Gesetzentwurf hier vorgestellt. Also der Tatbestand der Geldwäsche wird erweitert. Es ist künftig also grundsätzlich strafbar sein, kriminelle Profite zu verschleiern, egal durch welche Straftat das Geld erworben worden ist. Jetzt gehen wir in die Aussprache mit einem Redner der AfD-Fraktion, Thomas Seitz. Würden Sie bitte die Maske da wegnehmen und vorne hinlegen? Also bevor wieder die AfD die Demokratie angreift, nehme ich sie gerne weg, ja. Danke schön, Herr Seitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin, es geht um die Umsetzung der sechsten EU-Geldwäscherichtlinie auf den letzten Drücker. Denn die Frist läuft in zwei Wochen ab. Zwei Jahre hatten Sie Zeit, aber erst im Sommer kam der Referentenentwurf, Frau Ministerin. Das ist Gesetzgebung der ganz schlechten Art. Schon 2015 schätzte eine Dunkelfellstudie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg den durch Geldwäsche verursachten Schaden auf über 100 Milliarden Euro jährlich nur für Deutschland. Der heutige Betrag dürfte weitaus höher liegen. Denken wir doch nur an die Ausbreitung krimineller Clans arabisch-kurdischer Migranten. Der Gesetzentwurf ist hochkomplex, deshalb in Kürze die wichtigsten Anmerkungen. Erstens. Der Tatbestand der Geldwäsche knüpft nicht mehr an einen Straftatenkatalog an, sondern lässt jede Straftat als Vortag genügen. Dieser über die Vorgaben der Richtlinie hinausgehende All-Crimes-Ansatz soll die Anwendung erleichtern und wird von Polizei und Justiz ausdrücklich begrüßt. Es ist ja auch einfacher, wenn sich das Gericht nur noch die volle Überzeugung verschaffen muss, dass Taterträge aus einem Betrug stammen, anstatt aus einem gewerbsmäßig oder bandmäßig begangenen. Sie konterkarieren damit allerdings das Ziel der Richtlinie, organisierte Kriminalität und Terrorismus besser zu bekämpfen, wenn jedes Bagatelldelikt zur Vortat taugt. In der Praxis wird man sich damit behelfen, dass großzügig nach § 153, 154 und 154a StPO eingestellt wird. Dies sind aber der Opportunität und Effektivität der Strafverfolgung im Einzelfall und rechtfertigt nicht die Schaffung einer viel zu weit geschafften Strafnorm sehenden Auges. Zweitens. Es bleibt das Problem, dass Vorsatz ausscheidet, wenn der Täter sich keine klaren Vorstellungen von irgendeinem Vergehen oder Verbrechen macht. Professionelle Geldwäscher, also spezialisierte Anbieter von Geldwäschedienstleistungen, haben schon aus Gründen des Selbstschutzes kein Interesse an der Kenntnis der Herkunft der von ihnen gewaschenen Vermögenswerte. Gerade im Kernbereich der organisierten Kriminalität wird deshalb Vorsatz regelmäßig nicht nachweisbar sein und das Ziel der EU-Richtlinie klar verfehlt. Drittens. Ist der Vorsatz bezüglich der Vortat nicht nachweisbar, war bisher auch leichtfertiges Handeln strafbar. Die Streichung dieser Vorschrift im Referentenentwurf stieß zu Recht auf deutliche Kritik. Hier ist das Bundesministerium zu loben, dass der Gesetzentwurf die Strafbarkeit leichtfertigen Handelns doch beibehält. Es mag sein, dass künftig nicht mehr über die Hälfte der Verurteilung wegen Geldmesche als leichtfertig begangene Tat erfolgt. An der großen Bedeutung der Vorschrift wird sich aber nichts ändern. Viertens. Sie schreiben lapidar, dass ein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft nicht zu erwarten sei, was ich für hochgradig zweifelhaft halte. Sie können nicht einerseits den Anwendungsbereich des Paragrafen 261 uferlos ausweiten und andererseits ernsthaft davon ausgehen, dass dies nicht massive Auswirkungen auf die Erfüllung der Sorgfalts- und Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz hat. Fünftens. Im Hinblick auf weitere Kosten räumt der Gesetzentwurf immerhin ein, dass mit einem beträchtlichen Mehraufwand im justiziellen Kernbereich der Länder zu rechnen ist. Was ist aber auf der Stufe davor? Die Strafgerichte werden nicht unter die Vorarbeiterstaatsanwaltschaften tätig, und genauso verhält es sich mit dem Verhältnis Staatsanwaltschaft zur Polizei. Die Änderung wird also nicht nur eine spürbare Personalaufstockung bei Gerichten und Staatsanwaltschaften, sondern auch bei der Polizei notwendig machen, und das in Zeiten, in denen die Länder die Steuereinnahmen bedingt durch den Ausnahmezustand ohnehin wegbrechen. Das ist unverantwortlich, Frau Ministerin. Ich komme zum Schluss. Nur die Abgabe unserer Souveränität an die EU zwingt uns, gesetzgeberisch tätig zu werden. Es hätte gereicht, die Vorschrift punktuell nach Maßgabe der Richtlinie zu ergänzen. Noch besser wäre es, eine ohnehin schwierige Vorschrift gar nicht zu ändern, denn es wird Jahre brauchen, bis die Rechtsprechung hier für eine halbwegs konturierte Anwendung gesorgt haben wird. Lassen Sie Polizei und Justiz in Ruhe Ihre Arbeit machen, ohne permanent die Strafvorschriften zu ändern und zu verkomplizieren. Vielen Dank. Herr Seitz, warten Sie bitte. Da Sie keine Maske haben, sondern nur ein löchriges Tuch, fordere ich Sie auf, diese Maske jetzt zu tragen. Sie haben ein löchriges Tuch, das ist keine Maske. Das ist eine Mundmaske. Es ist keine Maske. Ich fordere Sie auf, diese Maske zu tragen. Haben Sie eine Sterilverpackung? Die ist aus der sterilen Verpackung. Gut, Sie bleiben jetzt hier stehen. Es gibt eine große Auseinandersetzung innerhalb der letzten Wochen, wie die Maskenpflicht im Bundestag zu handhaben ist. Und die AfD-Fraktion hatte ja auch versucht, gegen den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der das angeordnet hatte, die Maskenpflicht für Abgeordnete auch, die gilt, solange sie nicht an ihrem Platz sitzen, dagegen zu klagen. Das hatte keinen Erfolg. Aber es ist vorgeschrieben im Plenarsaal auch für Abgeordnete, dass man zumindest, während man sich vom Pult stellt, an dem Platz bewegt, eine Maske aufzusetzen. Sie hatten ja nur verboten, zu gehen, deswegen habe ich nachgefragt. Und die Maske, die Thomas Seitz hatte, aus Stoff, die konnten wir von hier nicht erkennen. Aber die Reaktion von Claudia Roth, der Bundestagsvizepräsidentin, haben Sie ja mitbekommen. Jetzt nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Jan-Marco Luczak. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, der Kollege Seitz hat vorher eine Maske, die offensichtlich sehr eng gesessen haben muss, getragen. Da scheint nicht mehr so viel Sauerstoff durchgekommen zu sein. Meine Damen und Herren, am Dienstag in dieser Woche gab es eine große Razzia hier in Berlin gegen die organisierte Clankriminalität. 1.600 Beamte waren hier in Einsatz aus mehreren Bundesländern gegen die stadtbekannte Remo-Clanfamilien. Es ging darum, den Kunstdiebstahl, das haben Sie alle in den Medien verfolgt, in dem Dresdner grünen Bewölbe aufzuklären. Dort sind Kunstschätze von unschätzbarem Wert gestohlen worden, historisch, kunsthistorisch, aber auch materiell. Viele hunderte Millionen Euro ist diese Beute wert gewesen. Und die Mitglieder der gleichen Clank-Familie, die waren auch verantwortlich für den Einbruch ins Berliner Bode-Museum, wo eine 100 Kilo Goldmünze gestohlen wurde. Von dieser Beute, von dem Beuten aus dem grünen Gewölbe, fehlt bislang jede Spur. Was passiert jetzt mit dieser Beute? Sie wird zu Geld gemacht. Und anschließend wird sie gewaschen. Das heißt, sie wird in den legalen Wirtschaftskreislauf zurückgebracht. Das Geld wird angelegt. Es werden Geschäfte gekauft oder Immobilien erworben. Die Kriminellen lassen es sich damit gut gehen, alles mit Geld aus kriminellen Machenschaften. Und hier, meine Damen und Herren, hier fordert die organisierte Kriminalität unseren Rechtsstaat heraus. Und für uns als Union ist deswegen ganz zentral, dass wir hart, dass wir konsequent und auch wirksam darauf antworten können, unser Rechtsstaat muss an dieser Stelle wehrhaft sein, meine Damen und Herren. Und wir müssen ganz deutlich sagen, Straftaten, die dürfen sich nicht lohnen. Und genau diese Botschaft, diese Botschaft wird jetzt gesetzt. Wir folgen dem einfachen Prinzip, follow the money. Es ist das Geld, was den Anreiz für Straftaten mieten. Und deswegen müssen wir bei der Bekämpfung von Kriminalität, insbesondere bei der organisierten Kriminalität, genau da ansetzen. Kriminelle müssen wir dort treffen, wo es ihnen wehtut. Und das ist das Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau deswegen nehmen wir uns jetzt die Straftaten, die Vorschriften zur Straftaten, Geldwäsche vor. Wir gestalten sie um zu einem scharfen Schwert, dass die Strafverfolgung hier auch wirklich erleichtert wird. Und wie machen wir das? Künftig, darauf hat die Ministerin schon hingewiesen, entfällt der Vortatenkatalog. Nach diesem All-Crimes-Ansatz ist es wirklich zukünftig wesentlich einfacher, den Nachweis für die Geldwäsche zu führen. Es kommt nicht darauf an, welche Vortat es war. Ganz egal, aus welcher Vortat Kapital geschlagen wurde, kann man sich zukünftig danach strafbar machen. Und das ist mir ganz wichtig. Damit das Gesetz tatsächlich auch ein scharfes Schwert ist, damit wir die organisierte Kriminalität bekämpfen können, haben wir als Union verhindert, dass die leichtfertige Geldwäsche, so wie es im Referentenentwurf zunächst vorgesehen wird, gestrichen wird. Ich habe jetzt gerade noch mit einem Vorsitzenden von einer Strafkammer gesprochen, der mir noch mal gesagt hat, diese Leichtfertigkeit, das ist das zentrale Instrument in der Praxis. Die allermeisten Verurteilungen bei der Geldwäsche, die werden nach diesem leichtfertigen Geldwäschetatbestand verurteilt. Und das hätte zu massiven Strafbarkeitslücken geführt, wenn wir nur noch auf vorsätzliche Straftaten bei der Geldwäsche hätten rekurrieren können. Wir sagen, und das muss auch zukünftig so bleiben, wer leichtfertig seine Augen davor verschließt, das Vermögen aus kriminellen Machenschaften stammt, der muss zukünftig auch mit Strafe rechnen, meine Damen und Herren. Dringend nachgebessert werden muss der Gesetz aber bei der selbstständigen Einziehung von Vermögen unbekannter Herkunft. Danach ist es nämlich jetzt momentan so, wie wir es im Gesetzentwurf stehen haben, dass es nur noch möglich ist, selbstständig einzuziehen, wenn die Vortat bandmäßig begangen worden ist oder wenn sie gewerbsmäßig erfolgt ist. Aber das ist gerade das Problem bei der selbstständigen Einziehung. Wir wissen ja in aller Regel nicht, um was es sich für eine Vortat gehandelt hat. Und wenn wir nicht wissen, um was es sich für eine Vortat gehandelt hat, dann können wir natürlich auch nicht sagen, ist sie bandenmäßig begangen worden oder ist sie gewerbsmäßig begangen worden. Und deswegen würden wir, wenn das so bliebe, das ganze Instrument am Ende seiner Wirksamkeit berauben. Und deswegen werden wir im parlamentarischen Verfahren darauf dringen, dass das geändert wird. Es darf zukünftig nicht so sein, dass das hier eingeschränkt wird. Das wäre absolut absurd und kontraproduktiv. Und deswegen muss das geändert werden, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist das Schlusszeichen. Wir würden bei der Beweislastung hier auch noch gerne einen Schritt weitergehen. Aber das wird der nächsten Rede vorbehalten sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Lutz. So, nochmal ein Nachtrag zum Tragen der Masken im Bundestag. Tatsächlich ist es so, dass die Klage von 19 AfD-Abgeordneten beim Bundesverfassungsgericht gegen die Maskenpflicht im Bundestag, die am 4. November eingegangen ist, die ist noch nicht entschieden. Da gibt es nämlich kein Eilverfahren. Es ist aber eine Klage von AfD-Abgeordneten-Mitarbeitern vor dem Berliner Verwaltungsgericht zurückgewiesen worden. Also es ist noch nicht hundertprozentig entschieden. Die Klage in Karlsruhe, die ist noch anhängig. Aber das wird wohl noch einige Zeit dauern, bis es entschieden ist. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu diesem Gesetzentwurf der Novellierung des Geldwäsche-Tatbestandes ist vorweg eins anzumerken. Nach der Vorstellung des Gesetzentwurfes durch die Bundesjustizministerin hat keiner meiner Vorredner gesagt gehabt, dass es hier nichts zu verbessern gäbe. Egal ob Opposition oder Koalition. Ach so, das war Herr Luczak allein, entschuldigen. Jedenfalls auch wir finden, dass dieser Gesetzentwurf durchaus noch verbesserungsfähig ist. Zunächst eins. Geldwäsche in der Tat. Sie ist ein Delikt mit einem eigenen Unwertgehalt, der nicht sein Unwertgehalt aus der Vortat alleine bezieht, sondern selber einen eigenen Unwert besitzt, indem man nämlich die Begehung weiterer Straftaten, deren Finanzierung und auch die Erhaltung von möglicherweise dahinterstehenden Strukturen erst schafft. Insofern ist es notwendig, Geldwäsche umfassend und nachhaltig zu bekämpfen, meine Damen und Herren. Ob dies allerdings mit dem schlichten Wegfall der Katalogtaten, also der Aufzählung bestimmter Vortaten, zu erreichen ist, das ist zweifelhaft. Und es geht auch uns nicht alleine nur darum, Taten möglichst hart zu bekämpfen, sondern sie möglichst wirksam zu bekämpfen. Und wenn hier eingeräumt wird, durch den Wegfall der Vortaten würde es zu einem deutlichen Anstieg an Verfahren kommen, dann bedeutet das natürlich einen deutlichen Anstieg an Belastung für Gerichte und Staatsanwaltschaften. Das müssen die Länder finanzieren. Es ist einfach, im Bund Gesetze zu verschärfen, deren Ausführung aber den Ländern und deren Finanzierung der Ausführung auch den Ländern obliegt. Meine Damen und Herren, so einfach können wir es uns eigentlich nicht machen. Und noch etwas mit diesem Gesetz wird eine Richtlinie der Europäischen Union, zu der sich die Mitgliedstaaten insgesamt verständigt haben, umgesetzt. Allerdings, sie wird nicht nur umgesetzt, sondern sie wird mal wieder übermäßig umgesetzt. Denn die Richtlinie verlangte nur das Aufführen bestimmter Katalogtaten und nicht das Streichen sämtlicher Vortaten. Das wird aber hier gemacht. Das heißt, wir bretseln mal wieder gesetzgeberisch auf die Anforderungen der Europäischen Union zusätzlich etwas dazu. Auch das schafft möglicherweise unnötigen und nicht notwendigen Aufwand. Und noch etwas, aber das ist etwas eher für das Fachpublikum im Ausschuss. Es ist fraglich, ob die Strafbestimmung, die Verweisung einer Auslandstat dann bestimmt genug ist, wenn sie nicht nur Auslandstaten einbezieht, die im Ausland schon strafbar sind, sondern sich auf Taten bezieht, die im Ausland nach Beschlüssen und Richtlinien der Europäischen EU, Richtlinien der EU möglicherweise strafbar sein sollten. Da sind die Grenzen des Bestimmtheitsgrundsatzes möglicherweise verletzt. Aber das ist eine Detaildiskussion, die wir noch zu führen haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Geldwäsche klingt etwas niedlich, aber wir sprechen über schwerste Finanzkriminalität. Und einige der Kolleginnen und Kollegen hier im Raum konnten dieser Kriminalität gestern über mehrere Stunden ins Auge blicken, als wir Dr. Markus Braun, den ehemaligen CEO von Wirecard, versucht haben zu vernehmen. Es geht um Terrorismus, um Waffen- und Menschenhandel, um Korruption, um Steuerhinterziehung. Und wer so etwas macht, der versucht natürlich, die Spur des Geldes zu verschleiern. Es ist von daher positiv, dass die Bundesregierung jetzt mit dem All-Crimes-Ansatz es erleichtert, diese Verschleierung von Geldflüssen zu bekämpfen und jede strafbare Vortat dafür heranzieht. Es ist auch positiv, dass sie bei der Leichtfertigkeit noch einmal in sich gegangen sind und dort eine Verschlechterung der gesetzlichen Lage abgewendet haben. Aber das alles bleibt auch symbolische Rechtspolitik, solange der Vollzug nicht verbessert wird. Denn in den Bundesländern fehlt es an guter IT, es fehlt an fähigem Personal. Wir müssen wieder die Expertise der Landeskriminalämter mit einbeziehen. Wir brauchen so etwas wie eine Finanzpolizei in Deutschland wie in Italien mit der Guardia di Finanza, die auch wirklich schlagkräftig ist. Und auch weiterhin ist die Verschleierung ja selbst nicht strafbar. Und das ist ein Problem, weil zum Beispiel eine komplexe Mafiaorganisation, die ist natürlich in der Lage, über so viele Tarnfirmen, über so viele Schritte ihre Straftat zu verheimlichen, dass allein die Tatsache wir noch nicht kennen, die dahintersteht. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die Geldwäsche selbst schon Anlass ist, um Ermittlungen aufzunehmen. Wenn wir es aber mit der Mafia aufnehmen wollen, brauchen wir endlich auch transparente Strukturen. Es kann nicht sein, dass Rocco und vier Brüder reichen, um eben die Auflagen des Transparenzregisters zu umgehen. Es kann nicht sein, dass in Deutschland eine Betonparty mit einer Immobilienparty mit Betongold steigt, wo eben Oligarchen ganze Häuserkomplexe bar aus dem Rindlederkoffer bezahlen können. Dagegen brauchen wir Maßnahmen. Und zuletzt bei der Vermögensabschöpfung. Die hat sich bewährt. Ja, auch im Kampf gegen Clankriminalität oder bei Cum-Ex-Clankriminalität. Auch dort haben wir ja clanähnliche Strukturen, organisierte Kriminalität. Aber es soll eben den Gerichten ermöglicht werden, dass sie den Angeklagten auferlegen können, dass diese nachweisen müssen, dass ihr Geld aus legalen Quellen stammt. Und jetzt wollen sie diese Möglichkeit eben weiter einschränken, indem sie den Nachweis verlangen, dass das Verbrechen oder Gewerbe aus einer bandenmäßigen Vortat stammt. Das ist insbesondere bei der Terrorismusfinanzierung häufig nicht der Fall. Laut Bundesgerichtshof darf man aber keine überspannten Anforderungen an die Richter stellen. Deswegen sagen wir, hier droht eine Verschlechterung der Gesetzeslage. Und eine allerletzte Bemerkung, weil die AfD sich hier so aufgeblasen hat. Einer unserer Zeugen gestern, der uns noch vor einer Woche verklagen wollte, den wir aus der JVA vernommen haben, der hat ja enge Beziehungen zu einer Abgeordneten, die hier sitzt in diesen Reihen. Deswegen sollten Sie vielleicht bei diesem Thema etwas mehr den Ball flach halten. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Karlain Bayram, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Deswegen, ob es die italienische Mafia ist oder die Finanzierung von Terrororganisationen gerade hier in Deutschland, machen wir es allen noch immer viel zu leicht, ihr schmutziges Geld zu waschen. Geld, das aus Geschäften mit Drogen, Waffen oder Menschenhandel verdient wurde, um nur ein paar der Beispiele zu nennen. Und wo fließt dieses Geld dann hin, meine Damen und Herren? Da brauche ich nur in meinen eigenen Wahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg zu schauen. Die Mieter wohnen in Häusern, von denen niemand so genau weiß, wem sie eigentlich gehören. Auch die Eigentumsverschleierung bei Immobilien ist ein Riesenproblem im Zusammenhang mit der Geldwäsche, meine Damen und Herren. Ganze Häuserblocks werden gekauft, verkauft. Wir wissen nicht, ob mit schmutzigem oder gewaschenem Geld. Und wir haben immer noch keinen Straftatbestand, deswegen muss man tatsächlich darüber nachdenken, ob man das nicht unter Strafe stellt. Das müssen wir ändern, meine Damen und Herren. In Berlin stellt sich heraus, dass allein eine kriminelle Gruppierung mindestens 28 Millionen Euro dreckiges Geld aus illegalen Geschäften in Immobilien investiert hat. Und obwohl die Behörden daraufhin ganze 77 Immobilien beschlagnahmt haben, konnten die noch weiterhin über einen Strommann die Mieten kassieren. Man muss sich vorstellen, Menschen zahlen ihre Miete und denken, dass sie dafür etwas bekommen. Und in Wirklichkeit wird mit diesen Mieten, ja, schlimmste Kriminalität finanziert, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss sich ändern. Das zentrale Problem der Verfolgung von Geldwäsche ist, dass die Herkunft des Vermögens durch komplizierte Konstruktionen aus Strommännern, Briefkastenfirmen und Offshore-Strukturen verschleiert wird. Woher das Geld dann kommt, wissen wir nicht. Und das können wir nicht hinnehmen. Deswegen finde ich es wirklich ehrenwert, dass die Bundesregierung sich daran versucht, den Geldwäscheparagrafen zu ändern. Aber leider gelingt es nicht, das Gesetz so hinzukriegen. Und da reicht es vielleicht, sich zumindest mal die Stellungnahme der Praktiker anzuschauen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamte hat dort deutlich gemacht, welche Vorschläge wir diskutieren sollten im Ausschuss. Denn es ist doch klar, und das wurde hier auch schon gesagt, keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche wäre so ziemlich das Dümmste, was wir machen könnten. Aber genau das, liebe Frau Ministerin, wirft Ihnen der Bund Deutscher Kriminalbeamten vor. Das müssen wir ändern, und darüber müssen wir uns im Ausschuss verständigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sagt Canan Bayran für die Grünen. Und es wird dazu zumindest noch Zeit geben. Es ist ja heute die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs. Ja, Versuch, ehrenwert, aber nicht gelungen. So könnte man das wohl zusammenfassen, den Redebeitrag zum Gesetzentwurf der Bundesregierung hier von Canan Bayran. Jetzt hat die SPD Gelegenheit hier in Person von Dirk Wiese noch mal. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geldwäsche, wir haben es gehört, sichert kriminellen Geld aus oft schwersten Straftaten und finanziert damit meist die nächsten Straftaten. Die Geldwäsche, das wissen wir durch die Ermittlungsbehörden, funktioniert dabei auf den verschiedensten Wegen, von verschachtelten Firmennetzwerken über virtuelle Zahlungssysteme bis hin zu Computerspielwährungen nutzen wie Täter heute unterschiedlichste Mittel zur Verschleierung von Finanztransaktionen und der Vermögensmehrung. Das Wichtigste ist dabei, neben gesetzlichen Veränderungen, Verschärfungen und Anpassungen, dass wir vor Ort dabei eine gute Ausrüstung, genügend Personal und vor allem auch gute Voraussetzungen für die Strafverfolgungsbehörden haben. Denn darauf kommt es letztendlich vor Ort entscheidend in der Praxis an. Und ich will da ausdrücklich hervorheben, gerade im Bereich der Geldwäsche und Klankriminalität, dass es gerade das Bundesland Niedersachsen ist mit dem Innenminister Boris Pistorius, die hier in den vergangenen Jahren an vielen Stellen hervorgegangen sind. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass der nordrhein-westfälische Innenminister Reul Geldwäschebekämpfung mit dem Besuch von Shisha-Bars gleichsetzt. Hier, glaube ich, wäre mal ein Anruf in Niedersachsen fällig, denn hier wird wirklich gute Arbeit geleistet. Der jetzt von Christine Lambrecht vorgestellte Entwurf geht in die richtige Richtung. Und er ist, glaube ich, bei der Bekämpfung der Geldwäsche ein wichtiger Meilenstein. Zwei Beispiele. Eine entscheidende Erleichterung ist bei der Strafverfolgung. Es wird nun nicht mehr darauf ankommen, dass Vermögenswerte aus ganz bestimmten Straftaten oder bestimmten Tathergang herrühren. Der Täter A, der beispielsweise regelmäßig, aber nicht gleichzeitig gewerbsmäßig Betruge geht und das Geld in neue hochwertige PKWs steckte, konnte deshalb früher nicht wegen Geldwäsche belangt werden. Das wird sich jetzt durch dieses wichtige Gesetzesvorhaben ändern. Ein zweites Beispiel. Bisher konnten die gezogenen Nutzungen aus beschlagnahmen Vermögenswerten teilweise nicht eingezogen werden. Ein Beispiel. Wenn also der Clan X sich mit seinem schmutzigen Geld auf der Schlossallee ein Mehrfamilienhaus kauft, in dem unter anderem auch ein Restaurant zur Pacht ist, dann kann der Staat künftig dieses Grundstück einziehen und erhält auch alle Einnahmen aus den Mietverhältnissen und auch die vereinbarte Pacht mit dem Gaststättenbetreiber. Das ist eine wichtige gesetzliche Änderung, die den Strafverfolgungsbehörden sehr wichtige Instrumente in die Hand gibt. Und es ist gut, dass das jetzt vom Bundesjustizministerium und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht auf den Weg gebracht wird. Denn es sind gerade bei Immobilien in Toplagen wirklich beträchtliche Miet- und Pachteinnahmen. Und es ist gut, dass die jetzt auch eingezogen werden können. Die anstehenden Beratungen werden wir mit unserem Koalitionspartner sehr gut konstruktiv führen. Und ich glaube, am Ende wird hier ein sehr wichtiges Gesetz herauskommen, was wirklich den Kampf gegen Geldwäsche ein wichtiges Zeichen setzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So sieht es Dirk Wiese für die SPD-Fraktion, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und jetzt hören wir hier in der Aussprache zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Ingmar Jung für die CDU-CSU-Fraktion, als Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegen! Das ist ja schon eine beeindruckende Debatte heute. Also, auch wenn der Höhepunkt mit der Rede von Herrn Dr. Ulrich gleich noch kommt, wie gewohnt am Ende, ist es doch, wenn man gewohnt ist, hier über Strafrecht zu diskutieren, ist es irgendwie etwas irritierend, muss ich sagen. Ich habe es noch nie erlebt, dass die AfD plötzlich erklärt, man darf doch nicht so hart vorgehen, im Strafrecht, man muss doch mal Verständnis für die Täter haben. Und noch mehr bin ich überrascht, dass die Linke und die Grünen plötzlich harte Strafen, hartes Vorgehen fordern. Ja, Geldwäsche, das klingt so ein bisschen nach Kapital. Da verschwimmt alles ein bisschen hier. Also, es ist schon beeindruckend gewesen, diese Debatte. Und lassen Sie mich vielleicht die Kernpunkte noch festhalten. Zu dem All-Crimes-Ansatz haben schon einige etwas gesagt. Ich halte das für einen außerordentlich wichtigen Punkt, dass wir die Geldwäsche, Straftaten und als taugliche Vortaten, also die Herkunft dieser Vermögensgegenstände, die dann wieder in den Wirtschaftskreislauf gegeben werden, dass wir da alles jetzt für tattauglich halten und nicht nur noch bestimmte Straftaten. Denn letztlich ist es doch ein eigener Unrechtsgehalt, wenn ich unrechtmäßig erworbene Vermögensgegenstände habe und die dann in den Wirtschaftskreislauf gebe, sie zurück in einen legalen Wirtschaftskreislauf geben will, ist es doch relativ egal, wie hart die Vortat strafbar ist und wie schlimm die Vortat war. Das kann die Strafe der Vortat beeinflussen. Aber inkriminierte Vermögensgegenstände sind inkriminierte Vermögensgegenstände. Da gibt es keine guten und keine schlechten. Deswegen finde ich gut, dass wir da die Verbesserungen jetzt schaffen und dort stärker vorgehen können in Zukunft. Und zum Zweiten bin ich auch außerordentlich dankbar, Frau Ministerin, dass Sie die Leichtfälligkeitsstrafbarkeit jetzt wieder mit aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben alle viel mit Praktikern gesprochen in der Vergangenheit und in den letzten Wochen. Jeder Staatsanwalt sagt, wenn ich das nicht drin habe, dann kann ich viele Verfahren überhaupt gar nicht in Gang setzen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir das haben, dass wir hier nicht eine Aufweichung des Geldwöscheparagrafen am Ende haben. Bei der selbstständigen Einziehung, lieber Herr Kollege Wiese, da müssen wir, glaube ich, schon noch mal reden. Ich stimme all dem zu, was Sie gesagt haben zu Immobilien und so weiter. Aber bei den Voraussetzungen haben wir jetzt eine Änderung, die schon bemerkenswert ist, dass wir plötzlich nur noch bei bankenmäßig und gewerbsmäßig diese selbstständige Einziehung machen können, finde ich im Ergebnis ja okay. Das sind natürlich die, die wir eigentlich meinen. Aber was wird denn da geregelt? Da haben wir die Möglichkeit, auch Vermögensgegenstände zugreifen zu können zu einem sehr frühen Zeitpunkt, nämlich zum Zeitpunkt, in dem das erste Mal der Anfangsverdacht besteht. Und wenn der Anfangsverdacht einer Geldwöschelstraftat besteht, weiß ich oft doch noch gar nicht, ob ich eine qualifizierende Tat davor habe oder danach in eine Qualifikation komme oder nicht. Und wenn wir das jetzt so ändern, wenn wir das rausnehmen, wenn wir diese Aufweichung drin haben, haben wir die Möglichkeit, möglicherweise bei Klangkriminalität und Ähnlichem nicht mehr zugreifen zu können. Deswegen, darüber müssen wir, glaube ich, noch mal sehr genau reden in den nächsten Wochen. Und ich will eins noch sagen, weil das in der Diskussion jetzt gelegentlich gelaufen ist, man könne ganz auf die Vortaten verzichten. Herr De Masi, Sie haben gesagt, muss aus sich heraus strafen. Ich weiß nicht, ob Sie damit sagen wollten, man kann auf die Vortaten ganz verzichten. Aber da das in der Diskussion gelaufen ist, auch Wissenschaftler gab, die darüber gesprochen haben, da muss ich sagen, das würde dann auch uns ehrlicherweise ein ganzes Stück zu weit gehen. Weil das, was als Tathandlung bestraft wird bei inkriminierten Vermögensgegenständen, das sind teilweise Verhaltensweisen, die alltäglich, gebräuchlich und auch möglich sein müssen. Und dann brauchen wir schon noch eine Vortat, dass mit daraus eine Straftat wird. Aber ich glaube, dass es im Moment auch keiner mehr ernsthaft gefordert hat. Wie gesagt, an der einen Stelle war ich mir nicht ganz sicher. Und ich höre jetzt auf, bevor mir das Wort entzogen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Präsident! Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin natürlich jetzt versucht zu sagen, dass den klugen Worten des Kollegen Jung nichts mehr hinzuzufügen ist. Dennoch will ich auf zwei Dinge hinweisen, die mir wichtig sind. Wenn man sich ansieht, welchen Umfang die Geldwäsche Schätzungsweise allein in Deutschland hat, dann muss man sich auf eine Studie der Uni Halle aus dem Jahr 2015 beziehen. Und darin wird die unvorstellbare Summe von 100 Milliarden Euro genannt, knapp ein Drittel unseres Bundeshaushaltes. Und diese 100 Milliarden Euro zeigen nicht nur den Umfang der Kriminalität, sondern zeigen auch das Leid auf, was dahinter steht. Weil hinter jeder Geldwäschetat auch eine Vortat steht, die wir in diesem Rechtsstaat bekämpfen müssen. Und deswegen ist es richtig, dass wir mit diesem Gesetz weiter daran arbeiten, die Geldwäsche zu unterbinden. Und gerade weil die Anzahl und der Umfang der Vortaten größer wird, ist es richtig, dass wir auf den Katalog der Vortaten verzichten und damit jede Straftat als Vortat zulassen. Und ich freue mich auch, dass unser Ansinnen erfolgreich war, dass die sogenannte leichtfertige Geldwäsche, wo Praktiker sagen, das ist unser Einfallstor, jetzt auch aus dem Referentenentwurf draußen ist und Eingang in den Regierungsentwurf gefunden hat. Worüber wir noch sprechen müssen, ist in der Tat die Frage der selbstständigen Einziehung. § 76a Strafgesetzbuch. Das ist eine Straftat, über die man vielleicht nicht sofort stolpert, aber die enorm wichtig ist für die Staatsanwaltschaften. Nämlich bei der Frage, wie kann ich sofort Vermögenstechnen sichern, wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, was genau die Vortat war. Und deswegen dürfen wir da nicht zu einer Verengung der Vortat kommen, sondern es muss da auch jeder Anfangsverdacht genügen, um dieses Geld sicherzustellen. Weil jedes Geld, das sichergestellt ist, wird auch aus dem kriminellen Kreislauf herausgenommen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Momentum, das wir uns sehr gut anschauen müssen im Verlauf der Debatte. Und mir ist auch noch wichtig zu betonen, dass wir über den gesetzlichen Rahmen hinaus natürlich ein Bewusstsein brauchen. Bei den LKA's und Staatsanwaltschaften der Länder, wie auch bei unserer Financial Intelligence Unit beim Zollkriminalamt. Dass wir hier gute Leute bekommen und dass wir auch offen sind für die Ausweisung von Stellen. Weil der Staat kann nur dann gut und sicher handeln, wenn er auch das entsprechende Personal hat. Wir schaffen den rechtlichen Rahmen, aber der Staat muss diese Vorschriften auch vollziehen. Weil es gibt Herausforderungen, die weiter auf uns zukommen. Nämlich die Frage Geldwäsche im Bereich Bitcoin und andere Herausforderungen. Wir sagen den kriminellen Machenschaften den Kampf an und werden mit diesem Gesetz die Geldwäsche in Deutschland zurückdrehen. Lassen Sie uns darüber gut debattieren. Herzlichen Dank. Sagt Volker Ullrich zum Abschluss dieses Debattenpunktes. Es liegt der Gesetzentwurf der Bundesregierung ja in erster Lesung vor. Deswegen geht das Ganze jetzt in die Ausschüsse zur weiteren Beratung. Und es scheint ja doch noch einiges an Beratungsbedarf zu geben. Wir schauen auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Unterstützung für den Luftverkehr infolge von Covid-19. Die Corona-Krise hat den Luftverkehr ja zum Teil weitgehend zum Erliegen gebracht. Für einige Wochen wegen der Corona-Krise sind in Deutschland allein seit dem ersten März fast eine Million Passagierflüge ausgefallen. Das bedeutet im Jahresvergleich einen Rückgang von 83 Prozent an Passagieren, wie die Europäische Luftsicherheitsorganisation Eurocontrol jüngst berichtet hat. Die Corona-Krise hat ja tiefe Löcher beispielsweise bei der Lufthansa gerissen. Da ist ja mittlerweile der deutsche Staat als Aktionär eingestiegen. Nach den Airlines wollen aber nun auch Flughäfen und Flugsicherungen Milliarden vom Bund. Es gab am 6. November einen Luftverkehrsgipfel mit Andreas Scheuer, dem Bundesverkehrsminister. Die FDP hat jetzt eigene Vorschläge vorgelegt zur Unterstützung. Hören wir den ersten Redner Bernd Reuter. Kollegen, anschnallen ist in der Tat notwendig, denn die Luftfahrtbranche befindet sich in ihrer größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine Branche mit Hunderttausenden von Arbeitsplätzen in unserem Land. Und was macht die Bundesregierung, was macht das Bundesverkehrsministerium? Anfang des Monats wieder einmal ein Fluggipfel ohne Strategie, ohne Plan, ohne konkreten Zusagen. Meine Damen und Herren, das ist nicht zielführend für diese Branche. So geht es nicht weiter. Wir brauchen eine sinnvolle Strategie für die Luftfahrtbranche. Weil wenn man sich umguckt an deutschen Flughäfen in diesen Tagen, sieht man vor allen Dingen eins. Gähnende Leere. Nur wenige Maschinen, selbst an den großen Drehkreuzen, die starten und landen. Wir müssen da handeln. Und genau in diese Richtung geht der Antrag der Freien Demokraten, den wir heute vorlegen. Wir müssen nämlich und ich will zwei, drei Punkte nennen. Wir müssen zum einen das Vertrauen der Menschen in den Verkehrsträgerluftverkehr zurückholen. Dafür brauchen wir keine pauschalen Einreiseverbote in ganze Drittstaaten. Wir brauchen eine differenzierte Risikostrategie. Und wir brauchen vor allen Dingen eine einheitliche Teststrategie. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit die Menschen wieder Zutrauen haben, in ein Flugzeug zu steigen und zu fliegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber das wird nicht reichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen, und das ist auch eine Forderung der Freien Demokraten, die Abgabenlast im Luftverkehr ganz, ganz deutlich senken. Sei es bei der Luftverkehrssteuer, die die Große Koalition in dieser Wahlperiode nochmals erhöht hat, sei es bei den Luftsicherungsgebühren, sei es bei den Defiziten zu der Luftsicherheit. Um nur einige Punkte hier zu nennen, da gibt es viele Stellschrauben, wo man was machen kann. Und ich möchte auch noch einen anderen Punkt ansprechen. Frau Kollegin, natürlich werden jetzt in diesen Tagen viel, viel weniger Flugzeuge von den Airlines bestellt, weil sie selber viele Überkapazitäten haben. Das führt natürlich dazu, dass gerade die Forschung und Entwicklung für innovatives, klimafreundliches Fliegen, für die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen weit hinter ihren Erwartungen zurückbleibt. Da müssen wir handeln. Deswegen fordern wir Freie Demokraten eine Aufstockung der Forschungsprogramme. Und auch wenn der Kollege Gelper den Kopf schüttelt, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier angehen müssen. Das sind nur drei wichtige Punkte aus unserem Antrag. Ich hätte noch eine ganze Reihe anderer nennen können, auch was den ETS-Handel angeht. Und beim nächsten Mal, vielleicht gehen Sie ja drauf ein. Unser Antrag verfolgt die Strategie, diese Branche substanziell am Leben zu erhalten, sie in eine gesunde Zukunft zu führen. Und da bitte ich um Ihre Unterstützung. Die Bundesregierung lässt da leider noch viel zu wünschen übrig. Vielleicht folgt sie ja unserem Pfad. Herzlichen Dank. Das sagt der Bernd Reuter für die Liberalen, die über dieses Thema hier debattieren wollten und auch entsprechend einen Antrag vorgelegt haben. Mehr Unterstützung für die von der Corona-Krise gebeutete Luftverkehrswirtschaft. Hören wir mal, was die anderen Fraktionen dazu sagen. Als nächster hat dazu die Gelegenheit Björn Simon für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Reuter, ganz ehrlich, ich bin Ihnen und der FDP-Fraktion dankbar für diesen Antrag. Sie lenken die Aufmerksamkeit des Parlaments, nämlich damit zu Recht erneut auf einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in unserem Land, der nicht zu vernachlässigen ist. Das bietet aber mir und meiner Fraktion auch abermals die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, welche umfassenden Maßnahmen die Koalitionsfraktionen gemeinsam mit der Bundesregierung und der Luftverkehrsbranche bereits heute teils umsetzen und teils planen. Stünden Sie ebenso wie wir mit der Branche so im Austausch, dann wüssten Sie auch da Bescheid. Während die FDP fröhlich einen Antrag formuliert mit Forderungen, die für uns alles andere als neu sind, hat das BMVI vor genau zwei Wochen, Sie haben darauf hingewiesen, unter Minister Andreas Scheuer einen digitalen Luftverkehrsgipfel abgehalten. Gemeinsam mit Vertretern der gesamten Luftverkehrsbranche und formulierten sowohl gemeinsame Ziele als auch eine geeignete sachdienliche Herangehensweise, eine Strategie. Das ist verantwortungsvolle Politik im Dialog, meine Damen und Herren. Sie waren nicht dabei. Noch vor einem Jahr war die zivile Luftfahrt für uns selbstverständlich. Das Flugzeug war als Fortbewegungsmittel im privaten als auch im beruflichen Reiseverkehr nicht wegzudenken. Der Luftverkehr verbindet Menschen, leistet einen großen, einen Riesenbeitrag zur individuellen Mobilität und fördert zur Völkerverständigung und kulturellen Austausch. Zudem ist das Flugzeug statistisch gesehen weltweit noch immer das sicherste Verkehrsmittel. Insbesondere spielt Luftverkehr aber vor allem eine herausragende Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch im europäischen Kontext. Als Exportnation verbindet der Luftverkehr deutsche Unternehmen mit wichtigen Zuliefer- und Absatzmärkten in aller Welt und sichert so Beschäftigung und Wohlstand im ganzen Land. 300 000 Frauen und Männer sind direkt bei Fluggesellschaften in der zivilen Luftfahrtindustrie, an den Flughäfen und bei der Flugsicherung beschäftigt. Weitere 350 000 Frauen sind bei Unternehmen, die von Aufträgen aus der Luftfahrt abhängen, Bauwirtschaft, Lebensmittelindustrie und so weiter. Durch die Konsumausgaben der Direkt- und Indirektbeschäftigten, die ich eben genannt habe, entstehen noch einmal 155 000 sogenannte induzierte Arbeitsplätze. Die Luftfahrt sichert also in Summe deutlich über 800 000 Arbeitsplätze in ganz Deutschland. Und die FDP glaubt wirklich, dass wir das nicht auf dem Schirm haben? Ich habe es gemerkt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Konsequenzen aus den Corona-Maßnahmen spüre ich ganz deutlich in meinem Wahlkreis. Stadt und Kreis Offenbach, aber das gesamte Rhein-Main-Gebiet, sind als direkter Anrainer des Frankfurter Flughafens wirtschaftlich und infrastrukturpolitisch betroffen. Der Flughafen ist mit 80 000 Beschäftigten die größte lokale Arbeitsstätte in ganz Deutschland. Mit circa 40 000 Mitarbeitern ist die Lufthansa der größte Arbeitgeber in Hessen, den es zu sichern gilt. Nicht ohne Grund siedeln sich immer mehr Menschen im Umfeld unserer Flughäfen an. Und jetzt? Während Corona? Sie glauben doch nicht, dass der Bundesregierung oder den Koalitionsfraktionen Reisebeschränkungen und andere coronabedingt notwendige Maßnahmen, die der Branche die Grundlage faktisch für ihr Geschäftsmodell entziehen, Freude bereiten. Ich möchte mal daran erinnern. Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle über den überfüllten Luftraum und überforderten Sicherheitskontrollen an den Flughäfen und deren Lösungen debattiert. Flughäfen und Airlines veröffentlichten jedes Jahr neue Rekorde bei den Passagierzahlen. Und heute? Heute finden wir selbst zu ehemaligen Stoßzeiten leere Flughafenterminals vor. Der Luftverkehr ist praktisch zum Erliegen gekommen. Uns droht ein Arbeitsplatzabbau von rund 60 000 Stellen. Das ist mehr als jeder fünfte Arbeitsplatz. Zusammenfassend ist die Situation des Luftverkehrs dramatisch. Die Branche braucht dringend mehr Unterstützung. Da stimme ich Ihnen zu. Sie glauben doch nicht, dass die Forderungen, die Sie in Ihrem Antrag hier stellen, nicht schon längst in der Prüfung sind. Und entgegen der Kritik hat die Bundesregierung die Luftverkehrswirtschaft während der Pandemie nicht alleine gelassen. Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, aber zusammen auch mit seinen beiden parlamentarischen Staatssekretärin Steffen Bilger und Enak Ferloman stehen mit dem gesamten Ministerium hinter der Luftverkehrswirtschaft. Weil Sie und weil wir wissen, dass ein Wegfall dieses Wirtschaftsfaktors für Deutschland nichts Gutes zu verheißen hätte. Die Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Bereits im Frühjahr wurde ein Schutzschirm aus Zuschüssen, Bürgschaften, steuerlichen Erleichterungen und unbegrenzten Liquiditätshilfen gespannt. Und besonders erwähnenswert sind auch hier das viel gelobte Kurzarbeitergeld, die KfW-Programme sowie die Steuerentlastung, die hier zum Tragen kamen, von denen auch der Luftverkehr profitiert. Und Sie sind ja zum Glück auf die 9 Milliarden Euro auf den Stabilisierungspaket für die Lufthansa eingegangen. In Ihrem Antrag, liebe FDP, sprechen Sie von den 9 Milliarden Euro. Dieser Kredit war und ist übrigens wichtig und richtig. Auch weil das Unternehmen bis zur Pandemie operativ gesund und profitabel war. Und den Kritikern dieser Milliardenhilfe, die ich auch in diesem Parlament vermute, möchte ich zurufen, dass die Lufthansa diesen Kredit vollumfänglich mit einem nicht unbeträchtlichen Zins wieder zurückzahlen wird. Auch die in meinem Wahlkreis ansässige Condor hat seitens Bund und Land Hessen einen KfW-Kredit in Höhe von 550 Millionen Euro erhalten. Hier stünden ansonsten 5.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Eine Unterstützung der regionalen Flughäfen, wie Sie im Antrag bereits auch erwähnt haben und auch fordern, ist bereits rechtskonform ausgearbeitet. Es fehlt hier noch die Unterstützung der einzelnen Ressourcen der Bundesregierung. Und daher appelliere ich an die zuständigen Finanzpolitiker und die gesamte Bundesregierung, nicht nur im Hinblick auf die Flughäfen und die Regionalflughäfen, sondern auch auf die gesamte Luftverkehrswirtschaft. Lassen Sie uns diesen Weg, den wir bisher erfolgreich gegangen sind, gemeinsam weitergehen. Helfen wir der Luftverkehrsbranche und den über 800.000 Beschäftigten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Frank Magnitz, AfD. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Meine beiden geschätzten Vorredner haben ja auf die wirtschaftliche Bedeutung der Luftverkehrsbranche schon hingewiesen. Ich muss aber trotzdem erwähnen, dass die Probleme des deutschen Luftverkehrs nicht in der angeblichen Pandemie begründet liegen. Sie treten jetzt nur deutlicher zutage. Verkehrsfeindliche Auflagen zeigen ihre Wirkung zum Nachteil Deutschlands nicht nur in der Automobilbranche, sondern eben auch am Himmel. Für alles wird Corona verantwortlich gemacht, und die Massenmedien schüren die Angst der Bevölkerung. Nicht Corona hindert die Menschen zu fliegen, es sind die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen tritt gerade in der Luftfahrt klar zutage. Dabei ist das Risiko einer Verbreitung von COVID-19 an Bord praktisch nicht gegeben. So ist die Aussage einer aktuellen Studie des US-Verteidigungsministeriums. Die Technik an Bord eines Flugzeuges ist definitiv wirksamer, als im Klassenzimmer mal eben ein Fenster zu öffnen. In kaum einem Verkehrsmittel sind unsere Bürger so sicher wie Corona in einem Flugzeug. Dagegen ist Bus- und Bahnfahren im ÖPNV eine Risikosportart, woran auch ein Wappen vor Mund und Nase nichts ändert. Die Bundesregierung hat auch vor COVID-19 versäumt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen an die Realitäten des internationalen Wettbewerbs anzupassen. Bereits vor Corona lag Deutschland beim Wachstum der Branche auf den hinteren oder hintersten Plätzen in Europa. Sowohl die deutsche Luftverkehrssteuer als auch der Sonderweg bei der Finanzierung der Sicherheitskontrollen und die rigiden Nachtflugverbote an unseren Flughäfen belasten die Branche. Die Pleiten deutscher Fluggesellschaften, WR Berlin und defizitäre Flughäfen stellten der Regierung bereits vor den Corona-Maßnahmen kein gutes Zeugnis aus. Offensichtlich ist man nicht einmal in der Hauptstadt fähig, einen vernünftigen Flughafen zu bauen. Deshalb sollten wir mit denen pfleglich umgehen, die wir noch haben. Dazu gehört auch, die Vorhaltekosten offengehaltener Flughäfen zu erstatten und den eigenen Pilotennachwuchs zu fördern. Die Übernahme der Kosten der Flughafenfeuerwehren wird in Bremen zum Beispiel bereits praktiziert, ist aber alleine bei weitem nicht ausreichend. Wer Globalisierung und Europäisierung ohne Rücksicht auf den deutschen Marktteilnehmer vorantreibt, muss dann die Lufthansa mit Steuergeldern retten, die den Marktwert des Unternehmens übersteigen. Öffentliches Eingreifen in die Eigentumsordnung ist übrigens eines der Grundmerkmale des Sozialismus, was für uns jedenfalls kein Grund zur Freude ist. Ich danke deshalb der Fraktion der FDP ausdrücklich dafür, dass unsere seit drei Jahren vorgetragenen Positionen zum Beispiel zur Abschaffung der Luftverkehrssteuer, zum Flughafenkonzept, zur Kerosinsteuer Eingang in ihren Antrag gefunden haben. Wir plädieren für die Überweisung in den federführenden Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dem Kollegen Arno Klare, SPD. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Lage ist in der Tat wie beschrieben ernst. In ernsten Lagen muss man das Notwendige tun. Beifallheischende, maximalistische Wunschzettel helfen da wenig. Das Notwendige muss man mal im Wortsinne nehmen, nämlich das, was die Not wendet. Wirklich wörtlich nehmen. Was ist das? Die Hilfen für die Airlines hat Kollege Simon gerade schon beschrieben. Die anderen Instrumente, Kurzarbeitergeld etc. sind Ihnen allen bekannt. Das nutzen auch alle Akteure in der Luftverkehrswirtschaft. Was fehlt in der Tat sind die Hilfen für die Flughäfen. Nicht für die ganz Kleinen, da sind die 20 Millionen jetzt safe, aber im großen Stil. Wir brauchen, das sage ich jetzt sehr deutlich an alle, die da verhandeln, eine Länder-Bund-Kooperation, bitte auch in der Reihenfolge zu sehen, eine Länder-Bund-Kooperation bei der Unterstützung des Flughafensystems in Deutschland. Das kann nicht warten. Da können wir uns nicht Zeit lassen bis Januar. Das muss jetzt auf den Tisch. Klartext, es muss eine finanzielle Hilfe für die Flughäfen geben. Das ist das in der Tat Notwendige. Zur Perspektive noch ein paar Sätze. Wir brauchen auch so etwas wie ein Luftverkehrskonzept 2030. Das Luftverkehrskonzept, das wir haben, ist das des BMVI. Es ist in der letzten Legislaturperiode nicht ressortabgestimmt worden. In diesem Luftverkehrskonzept 2030 enthalten sein muss natürlich ein Luft-, ein Flughafenkonzept. Dieses Flughafenkonzept muss aber eine volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung beinhalten. Keine betriebswirtschaftliche, die wir kennen, wo dann einige Flughäfen einfach hinten rüberfallen. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Der Hauptbahnhof in Mülheim an der Ruhr als Single ist auch betriebswirtschaftlich ein Fiasko. Trotzdem macht ihn keiner zu. Das heißt, wir brauchen eine Netzbetrachtung, eine systemische Netzbetrachtung, die das volkswirtschaftlich untersucht. Das ist bisher nicht vorliegend. Insofern bitte ich, nur fordere ich, dass wir dieses Konzept jetzt beginnen zu erarbeiten. Zwei letzte Sätze zur Zukunft des Fliegens. Wir brauchen das für den Erhalt der bedeutenden Luft- und Raumfahrtnation Deutschland. Wir brauchen die Mittel für die Transformation hin zu grünem Fliegen. Da stehen Unsummen im Haushalt. Aber die dürfen jetzt auch nicht mehr zuwartend sozusagen verwaltet werden, sondern in reale Projekte umgesetzt werden. Das erwarte ich auch. Danke für die sieben Sekunden. Jetzt erhält das Wort der Kollege Jörg Cezanne, Die Linke. Jörg Cezanne ist Sprecher für Luftverkehr und Schifffahrt. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Luftverkehr ist von Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie besonders dramatisch betroffen. Wir wissen das alle. Deshalb sind staatliche Hilfen grundsätzlich berechtigt und notwendig. Die bisherigen Stützungsmaßnahmen, insbesondere die insgesamt 9 Milliarden Euro für die Lufthansa, beinhalten aber keinen Schutz für die Beschäftigten. Sie beinhalten keine Vorgaben für den dringend notwendigen klimagerechten Umbau des Sektors. Sie sind ein Rettungsschirm für die Aktionäre. Hier hat die Bundesregierung unverantwortlich gehandelt und muss dringend nachbessern. Ohnehin zielen die Fluggesellschaften keineswegs nur auf krisenbedingt notwendige Kosteneinsparungen. Wenn Sie genau hinschauen, wird versucht, sich mit den Staatshilfen im Rücken fit zu schrumpfen für den Verdrängungswettbewerb nach der Krise, und das auf Kosten der Beschäftigten. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen werden einseitig gekündigt, auch von der Lufthansa. Die Lufthansa baut mit Ocean eine neue Billigflugtochter auf zu schlechteren Tarifbedingungen. Der Verkauf der Catering-Tochter LSG mit mehr als 5 000 Beschäftigten an den Konkurrenten Gatecrew wird vorangetrieben. Die Mehrzahl der Beschäftigten sind seit mehr als 15 Jahren im Betrieb. Sie sind nach Tarifvertrag faktisch unkündbar. Bei Gatecrew besteht für Sie kein Kündigungsschutz, und Sie werden, wenn überhaupt, zu schlechteren Bedingungen beschäftigt werden. Über Monate verzögerte die Lufthansa den Abschluss einer Betriebsvereinbarung von das Bodenpersonal und ließ die Beschäftigten im Umklagen über deren Zukunft. Mira Neumeyer von Verdi hat völlig recht, wenn sie fordert, die Beschäftigten als dem Rückgrat des Luftverkehrs müssten in den Mittelpunkt gerückt werden. Weitere staatliche Hilfen darf es nur gegen Sicherung von Arbeitsplätzen, von Arbeitsbedingungen und bei Mitbestimmung der Beschäftigten geben. In der Liste der Staaten mit dem höchsten Klimaausstoß würde der internationale Luftverkehr einen Platz unter den ersten zehn einnehmen. Im Moment nicht, aber vor der Krise ja, und da auf das Niveau will man wieder hin. Ein erster Schritt wäre es gerade jetzt, mit der Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Bahn, das energisch voranzutreiben und den Luftverkehr auf Zukunft einzustellen. Arno Klare hat die Frage des Luftverkehrs und des Flughafensystems angesprochen. Trotzdem muss man es sagen, Betriebswirtschaft ist nicht alles, aber zwölf von 14 deutschen Regionalflughäfen überleben überhaupt nur, weil Kommunen Steuergeld zuschießen. Defizitäre und verkehrspolitisch nicht notwendige Regionalflughäfen dürfen nicht auch noch mit weiteren Steuergeldern unterstützt werden. Und zu guter Letzt, um es zumindest zu erwähnen, die Forderungen im Antrag der FDP würden alles nur schlimmer machen, für die Beschäftigten, für das Klima und für einen zukunftsfähigen Luftverkehr. Deshalb sollte man sie ablehnen. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Daniela Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Keine Frage, der Luftverkehr gehört zu den Branchen, die am härtesten von der Corona-Krise gebeutelt sind. Und es ist durchaus in unserem Interesse, Airlines und Flughafen in systemrelevantem Umfang zu erhalten. Und dabei sind Rettungsmaßnahmen unumgänglich. Deswegen haben wir sie mitgetragen. Aber es kann nicht das Ziel sein, den Flugbetrieb in allen Teilen steuerfinanziert durch die Krise zu bringen, jedwede Nachfrage weiterhin bedienen zu können oder diese sogar zu erzeugen. Das ist falsch. Und Fliegen ist, wie man es sieht und wendet, auch besonders energieintensiv. Wir brauchen keine staatlich subventionierten Kurztrips, die vor allem deshalb stattfinden, weil Fliegen gerade so billig ist. Das hat sogar die Kanzlerin inzwischen öfters festgestellt. Und wir brauchen auch nicht jeden Regionalflughafen um die Ecke, solange bei akzeptablen Fahrzeiten Flughäfen erreichbar sind. Und, meine Damen und Herren, Rettungsmaßnahmen dürfen den Abbau von Überkapazität nicht dauerhaft behindern. Das Race to the Bottom muss unbedingt beendet werden. Das hatte die FDP sogar im Ausschuss schon selber gesagt. Und die bärzeitigen Preiskämpfe lähmen die Handlungsfähigkeit der Airlines eminent, weil nämlich alles geht auch zu Lasten der Umwelt. Und sie sind gehindert zu investieren an Dingen, die notwendig sind. Die Luftverkehrsbranche wurde bereits mit Corona-Krisen in Milliarden, mit Corona-Hilfen im zweistelligen Milliardenbereich bedacht. Und dabei ist es geradezu absurd, dass dies fast völlig unkonditioniert geschehen ist. Ohne Klimaauflagen, ohne irgendwas. Und Ihr Antrag fällt sogar noch weit hinter das zurück. Sie wollen neben weiteren Corona-Hilfen die Luftverkehrssteuer wieder abschaffen. Sie wollen die Kerosinsteuer, die endlich auf EU-Ebene auch diskutiert wird, verhindern. Sie wollen die Regionalflughäfen über 2024 hinaus weiter am Tropf der Steuerzahlerinnen hängen lassen. Das ist grundfalsch. Das lehnen wir ab. Wir Grüne wollen, dass Mobilität auch die ökologische Wahrheit sagt. Wir wollen ökologisch verantwortliche Mobilität beim Preis entlasten und all die Fortbewegungsarten, die den Klimawandel antreiben, beim Preis belasten. Und zwar so, dass es auch verhaltensrelevant wird. Und mit den Mehreinnahmen im Haushalt wollen wir die Herstellung, die Erforschung, die Herstellung und die Markteinführung alternativer Treibstoffe für Flugzeuge zu unterstützen. Und da wäre es schon schön, wenn FDP oder auch die Bundesregierung mal sagen würde, wo eigentlich diese Unmengen an grünen Strom herkommen sollen, die man zur Herstellung synthetischer Treibstoffe braucht, wenn man gleichzeitig die Energiewende nicht voranbringt. Meine Damen und Herren, einen letzten Satz dazu heute. Wir befinden uns spürbar an den Grenzen dieses Wachstums. Und wir sollten alle ruhig damit beginnen, das zu akzeptieren und darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll, auf ökologisch verträgliche Art und Weise. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ja, Daniela Wagner war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die sich hier an dem Antrag der FDP abgearbeitet hat, muss man sagen. Der Antrag, der hier dieser Debatte zugrunde liegt. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Alois Reiner. Der wird übrigens im Anschluss in die Ausschüsse überwiesen, also heute nicht abgestimmt. Aber wir haben noch zwei Redner. Jetzt als nächster Alois Reiner für die Union. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Am 31. Oktober war es endlich soweit. Der neue Berliner Flughafen BER wurde eröffnet. So wie die ersten beiden Flieger wegen des dichten Nebels nacheinander, statt wie eigentlich vorgesehen parallel zu landen, läuft im Luftverkehr in diesem Krisenjahr 2020 weniges bis gar nichts so wie geplant. Zum Zeitpunkt der Eröffnung des BER steckt die Luftverkehrswirtschaft in einer der größten Krisen in ihrer Geschichte. Im Jahr 2020 flogen an den beiden Berliner Flughäfen nur rund 30 Prozent der Fluggäste verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Zeitweise lag der Flugverkehr im Frühjahr 2020 deutschlandweit nur bei rund einem Prozent gegenüber 2019. Eben erreichten uns die aktuellen Zahlen für den Oktober 2020 circa 4 Millionen Passagiere nutzten die deutschen Flughäfen. Das sind circa 83 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Und die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen geht um circa 62 Prozent zurück. Demgegenüber stieg das Cargo-Aufkommen wenig, aber trotzdem um 0,6 Prozent. Gerade dies verdeutlicht in dieser Krise wurde die volkswirtschaftliche Bedeutung des Luftverkehrs zur Aufrechterhaltung von Lieferketten für die Versorgung von medizinischen und weiteren kritischen Gütern deutlich. Einen wichtigen Beitrag dazu haben die Flughäfen geleistet, die den Betrieb die ganze Zeit aufrechterhalten haben und so auch die Möglichkeit gestellt haben, dass unsere Flugzeuge mit notwendigen und wichtigen Gütern hier bei uns landen können. Ein herzliches Dankeschön an all die Verantwortlichen. Dabei ist es klar, die Luftverkehrswirtschaft wurde wie der gesamte Mobilitätssektor sehr hart von der Krise getroffen. Davon erfasst sind alle Bereiche der Wertschöpfungskette und dies erforderte schon früh entschlossenes Handeln, um Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen von der unverschuldeten Pleite zu schützen. Dabei besteht zwischen Bundesregierung, dem Parlament und den betroffenen Unternehmen Einvernehmen, dass die Luftverkehrswirtschaft die Coronakrise möglichst ohne strukturelle Schäden überstehen muss. Sodass gerade diese Mobilität und die Arbeitsplätze in Deutschland auch dauerhaft gesichert werden. Die Bundesregierung hat deshalb bereits zu Beginn der Coronakrise mit Hilfsangeboten an die Branche reagiert. So wurde beispielsweise, um die Arbeitsplätze zu sichern, der Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert. Ferner wurde durch Sonderprogramme den betroffenen Unternehmen kurzfristig Liquidität zur Verfügung gestellt. Auch auf EU-Ebene wurde zur Stabilisierung des Luftverkehrs seit Beginn der Coronapandemie beigetragen. Eine Ausnahmeregelung für die Beibehaltung historischer Staat- und Landrechte wurde etabliert. Diese Ausnahmeregelung soll bis zum Sommer 2021 gelten. Zudem kann die Luftverkehrswirtschaft durch einen beihilferechtlichen Sonderrahmen der Europäischen Kommission seit Mitte August 2020 unterstützt werden. Es ist ein Ausgleich bei den Flugsicherungsgebühren auch vorgesehen. Meine Damen und Herren, der Antrag der FDP ist sehr wohl gemeint. Bloß vieles davon machen wir schon. Es laufen zum Beispiel zur Erleichterung des Reiseverkehrs bereits Versuche mit Corona-Schnelltests. Ziel ist es, das große Hemmnis für die internationalen Verbindungen zu verringern. Gerade dieses Hemmnis sind die langen Quarantäneregelungen. Es werden sich zwar die Reisewarnungen und Einstufungen von Risikogebieten abhängig vom Infektionsgeschehen weiterhin dynamisch entwickeln. Jedoch gibt es durch die rasch fortschreitende Entwicklung bei Impfstoffen Hoffnung auf baldige Entspannung im internationalen Reiseverkehr. Es soll die Antragsfrist für Zuschüsse zum Ausgleich von pandemiebedingten Schäden verlängert werden, und es sollen finanzielle Hilfen auch für Flughäfen und für Fixkosten möglich sein. Man sieht bei vielen Dingen, die man hier aufzählen könnte, unser Bundesverkehrsministerium an der Spitze mit Andreas Scheuer hat vieles erreicht. Wir sind noch mit vielem am Arbeiten. Zusammen mit unserem Koalitionspartner werden wir auch hier viel erreichen. Ich bin zuversichtlich, wenn der BER ein Jahr offen ist, nämlich am 31. Oktober 2021, dann werden wir wieder wesentlich mehr Flugverkehr in unserem Land haben. Vielen herzlichen Dank. Herr Leuss-Reiner war das für die Unionsfraktion. Jetzt haben wir noch eine Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Das ist die Abgeordnete Dorothee Martin für die SPD-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unterstützung für das System Luftverkehr, so der Titel des FDP-Antrags. Das System, wie Sie es nennen, sind für uns an erster Stelle die über 800.000 direkt und indirekt Beschäftigten bei den Airlines, an Flughäfen, bei Zulieferern in der Industrie und darüber hinaus. Unser klares Ziel ist es, den Luftfahrtstandort Deutschland auch nach der Krise zu sichern, mit einer guten Infrastruktur für Fluggäste und für Luftfracht, als Wirtschaftsfaktor und vor allem als Arbeitgeber. Das alles gelingt aber nur, wenn der Bund, die Länder, die gesamte Branche und die Gewerkschaften eng zusammenarbeiten. Wir brauchen einen Schulterschluss von Politik, von Luftfahrt und von Beschäftigten. Ich teile durchaus die Kritik von einigen Gewerkschaften und Verbänden, dass zu Beschäftigungen doch zu wenig beim letzten Luftfahrtgipfel Anfang November gesprochen wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie erzeugt jetzt ohne Zweifel Druck auf die Unternehmen. Es darf allerdings auch nicht sein, dass die Krisenphase dazu genutzt wird, jetzt Personalabbau im großen Stil zu betreiben oder die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, um sich im Preiskampf taktische Vorteile zu verschaffen. Wir wollen ganz klar, dass Social Dumping aufhört. Hier sind nicht nur wir in Deutschland gefragt, hier sind vor allem auch gesamteuropäische Lösungen notwendig. Und auch von unserer Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Beschäftigten, die gerade in den letzten schwierigen Monaten ganz hervorragende Arbeit geleistet haben. Und wie in fast allen Bereichen sind natürlich auch in der Luftfahrtwirtschaft ganz viele Menschen in Kurzarbeit, auch bei mir im Hamburger Wahlkreis, wo der Flughafen und auch die Lufthansa Technik sind. Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, das wurde schon oft erwähnt, aber man kann es nicht oft genug erwähnen, die wir heute beschlossen haben, die gibt den Unternehmen und den Beschäftigten ganz konkrete Unterstützung, die gibt Zuversicht und die gibt Planungssicherheit bis zum Ende des kommenden Jahres. Und darauf kommt es jetzt an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es kommt darauf an, sich eben jetzt Gedanken zu machen über die künftige Infrastruktur. Und daher ist es völlig richtig, wie mein Kollege Arno Klare sagte, dass jetzt eben die strategischen Fragen, Diskussionen für ein Luftfahrtkonzept und ein Flughafenkonzept 2030 angegangen werden müssen. Und genau solche Ansätze, die vermisse ich eben in dem Antrag der FDP, der ein ziemliches Amissurium von bekannten oder auch wenig sinnvollen Forderungen ist. Klar ist, wir brauchen, wir wollen in Deutschland ein leistungsfähiges, ein ökologisch nachhaltiges Luftverkehrssystem. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, wir brauchen gute Arbeitsplätze. Und dafür sind eben nicht nur die Länder in der Verantwortung. Auch der Bund hat ein vitales Interesse daran, dass Luftverkehr auch nach der Krise gut funktioniert. Und daher wäre es eben auch nur logisch, wenn beide Seiten dafür einen finanziellen Beitrag leisten. Ich danke Ihnen. Damit schließe ich die Aussprache. Ja, Dorothee Martin, die letzte Rednerin und der FDP-Antrag gab ja nur diesen einen hier, der dieser Debatte zugrunde lag. Der wird jetzt in die Ausschüsse überwiesen und wird dort den Bundestag noch weiter beschäftigen. Jetzt kommen wir zum nächsten und letzten Tagesordnungspunkt an diesem Freitag. Und insgesamt in dieser Sitzungswoche, da geht es um das Thema Finanzaufsicht und Anlegerschutz. Es geht um insgesamt vier Anträge der Oppositionsfraktionen. Und der Fall Wirecard, der wird eine Rolle spielen. Er ist aber nur einer der Fälle einer langen Liste an Finanzskandalen, bei denen Anlegerinnen, Verbraucher oder Steuerzahler in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit um viel Geld gebracht worden sind. Also das wird hier sicher eine Rolle spielen. Die erste Rednerin hier, Lisa Paus, die Sprecherin der Grünen für Finanzpolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Wirecard-Skandal war wahrscheinlich der größte Bilanz- und Finanzbetrug in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber er war nicht der einzige. Wir erinnern uns an P&R-Schiffscontainer 2018 beispielsweise. Da geht es um Milliarden. Wir erinnern uns an Cum-Ex. Aber auch nach Wirecard, und das fällt dann schon gar nicht mehr auf, gab es weiterhin einen nächsten Finanzbetrug, größter Immobilienbetrug der letzten zehn Jahre, eine Milliarde Euro German Property Group. Und das zeigt noch mal ganz deutlich, die Liste des Versagens der Finanzaufsicht ist lang, und deswegen brauchen wir einen Neustart, meine Damen und Herren. Die Süddeutsche formuliert es wie folgt. Die BaFin wirkt nicht wie ein Löwe, sondern eher wie ein Kätzchen. Sie ist klein, putzig und ungefährlich. Und das geht zulasten der Kleinanlegerinnen und Kleinanleger, zulasten von uns allen. Symbolisch dafür steht aus meiner Sicht, dass es bis heute nicht mal einen eigenen Geschäftsbereich in der BaFin für den finanziellen Verbraucherschutz gibt, meine Damen und Herren. Das ist absurd. Für uns ist klar, die BaFin braucht nicht nur ein bisschen mehr Personal, sie braucht auch nicht nur ein bisschen mehr Kompetenzen. Die Aufsicht muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wir brauchen einen Neustart der Finanzaufsicht in Deutschland. Denn nur so werden wir es schaffen, Betrug und Finanzkriminalität endlich effektiv zu bekämpfen und Anlegerschutz zu gewährleisten. Fünf grundlegende Änderungen sind dafür aus unserer Sicht entscheidend, und die legen wir Ihnen hier heute vor. Erstens. Wir brauchen einen Kulturwandel in der BaFin. Statt einer intransparenten, nachgelagerten Behörde unter politischem Einfluss und mit kollegialer Unverantwortlichkeit brauchen wir eine klar geregelte Verantwortung des Präsidenten der Finanzaufsicht. Wir brauchen starke Rechenschaftspflichten gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit. Und wir brauchen im Gesetz veröffentlichte Weisungen des Finanzministers und eine Anhörung der Führungsspitzen vor dem Parlament vor ihrer Ernennung durch die Bundesregierung. Zweitens. Muss die neue Finanzaufsicht nicht das formale Häkchen machen bei der Projektprüfung, sondern sie muss die Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, meine Damen und Herren. Und dazu gehört der Aufbau einer Spezialeinheit, die in Verdachtsfällen von Betrug und Marktmissbrauch effektiv ermitteln kann, das heißt auch Durchsuchungen vornehmen, auch Beweismittel sichern darf. Dabei ist ein klarer geregelter Informationsaustausch mit Staatsanwaltschaft und Polizei wichtig, um sicherzustellen, dass Hand in Hand und nicht gegeneinander oder womöglich gar nicht ermittelt wird, obwohl es angezeigt gewesen wäre. Und dazu gehört eine Reform der Bilanzkontrolle, das zahnlose zweistufige Verfahren aus DPR und BaFin wollen wir abschaffen. Und eine Neuaufstellung der Geldwäschebekämpfung in der BaFin ist dazu unerlässlich, meine Damen und Herren. Drittens. Sagen wir, die neue Finanzaufsicht muss klar auf Seiten der Anlegerinnen und Anleger sein. Deswegen brauchen wir einen eigenen Geschäftsbereich. Wir brauchen zweitens einen aktiven Schutz von Anlegerinnen durch Testkäufe bis hin zu Vertriebsverboten. Und wir brauchen auch endlich eine Taskforce zum grauen Kapitalmarkt, meine Damen und Herren. Viertens. Brauchen wir auch endlich innerhalb der BaFin eine strenge Compliance. Es hat ja nur Kopfschütteln verursacht, als öffentlich wurde, dass BaFin-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst mit Wirecard-Aktien gezockt haben. Und deshalb sagen wir, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört der Handel mit Aktien von durch die BaFin beaufsichtigten Unternehmen verboten. Und außerdem schlagen wir vor, eine regelmäßige Rotation von Prüferinnen und Prüfern in der BaFin, um zu große Nähe zu beaufsichtigten Unternehmen entgegenzuwirken. Und fünftens brauchen wir eine BaFin, die endlich vernetzt ist, intern, aber auch ansonsten extern und auf Augenhöhe arbeitet. Und dazu gehört ein funktionierendes Whistleblower-System statt eines praktisch verwaisten Briefkastens in der BaFin. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit wichtigen Informationsträgern wie die Finanzmarktwächtern. Dazu gehört aber auch die internationale Zusammenarbeit und der Aufbau einer starken EU-Börsenaufsichtsbehörde für große international tätige Finanzunternehmen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Jede Krise kann eine Chance sein. Man muss sie allerdings nutzen. Unsere Vorschläge legen wir heute auf den Tisch. Lassen Sie uns diese Chance ergreifen für einen echten Neustart der Finanzaufsicht, denn er ist notwendig und er ist überfällig, meine Damen und Herren. Die Grünen fordern einen Neustart der BaFin. Das Bundesfinanzministerium hatte schon einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Ausweitung der Befugnisse der BaFin vorsieht und eine stärkere Haftung der Wirtschaftsprüfer. Aber die Grünen, die gehen noch weiter. Sie fordern ja unter anderem den Aufbau einer schlagkräftigen Spezialeinheit, die in Verdachtsfällen schnell handeln kann. Und Lisa Paus hat ja noch einiges anderes formuliert. Jetzt hören wir für die CDU-CSU-Fraktion Matthias Hauer, Ersobmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Skandal um Wirecard hat den Finanzplatz Deutschland und auch das Vertrauen in die Finanzaufsicht insgesamt massiv erschüttert. Wir müssen gemeinsam die Lehren daraus ziehen. Anleger, Mitarbeiter, Investoren, alle Akteure am Finanzmarkt müssen darauf vertrauen können, dass die Finanzaufsicht verlässlich und ordnungsgemäß arbeitet. Das ist auch einer der Schwerpunkte, die wir derzeit im Untersuchungsausschuss Wirecard fraktionsübergreifend aufzuklären versuchen. Heute diskutieren wir über gesetzgeberische Änderungen. Es liegen jeweils zwei Änderungsanträge vor, der Grünen und der AfD. Wir als Union haben einen klaren Kompass, wie die Finanzaufsicht gestärkt werden kann. Wir wollen ein besseres System der Bilanzkontrolle mit mehr Rechten für die BaFin, beispielsweise durch eigene forensische Prüfungen, einer Weiterentwicklung des zweistufigen Verfahrens der Bilanzkontrolle und einer BaFin, die sich mit voller Kraft auf ihre Kernaufgaben konzentrieren kann. Wir wollen eine bessere Verzahnung von Aufsichtsräten und Prüfern mit stärkerer Compliance, engerem Austausch zwischen Aufsichtsräten und Abschlussprüfern, auch mal ohne den Vorstand, einem Rederecht des Abschlussprüfers auf der Hauptversammlung, einem gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsausschuss innerhalb jedes Aufsichtsrates und der Möglichkeit, Abschlussprüfer über mehrere Geschäftsjahre im Voraus zu bestellen. Wir wollen eine bessere Haftung, Transparenz und Rotation mit höheren Haftungsgrenzen bei Pflichtverstößen, höheren Geldbußen bei Berufspflichtverletzungen durch Prüfungsgesellschaften, mehr Transparenz über die Prüfungsergebnisse der Abschlussprüferaufsicht und regelmäßigen Wechseln der Abschlussprüfer. Bei kapitalmarktorientierten Unternehmen soll spätestens alle zehn Jahre die Prüfungsgesellschaft wechseln und zusätzlich innerhalb der Prüfungsgesellschaft spätestens alle fünf Jahre auch das Prüfungsteam. Diese und weitere Maßnahmen braucht es für eine starke Finanzaufsicht, für bessere Regelungen für Aufsichtsräte und Prüfer und für mehr Anlegerschutz. Derzeit läuft in der Bundesregierung die Verständigung auf konkrete Maßnahmen. Wir als Union haben Vorschläge vorgelegt. Ich habe einige davon gerade vorgetragen. Auch andere Fraktionen haben Vorschläge unterbreitet. Aus den heutigen Anträgen der Grünen und der AfD will ich jeweils einen Punkt herausgreifen. Die AfD fordert auf mageren drei Seiten die Verkürzung der externen Rotation auf maximal vier Jahre und sogar für alle Unternehmen. Auch wir wollen eine Verkürzung der Rotation. Jeder sollte aber auch wissen, dass sich Prüfer bei einem komplexen neuen Prüfungsmandat erst einmal einarbeiten müssen, auch auf die Besonderheiten der Geschäftsmodelle Kenntnisse erlangen müssen. Die AfD will die Höchstdauer so kurz bemessen, dass das Gegenteil dessen erreicht würde, was sinnvoll ist. Sie würden die Kontrolle durch Abschlussprüfer nämlich schwächen, anstatt sie zu stärken. Die beiden Anträge der Grünen sind deutlich substanziierter als die Anträge der AfD. Sie behandeln auch einige richtige Punkte. Ja, das ist nicht schwierig, das weiß ich. Dennoch sollte man das hier bemerken. Die Grünen holen aber auch ein Thema aus der Versenkung, das spätestens nach Wirecard eigentlich endgültig in der politischen Mottenkiste bleiben sollte. Sie wollen die Aufsicht über 38.000 Finanzanlagevermittler auf die BaFin übertragen. Ein Irrweg, auf dem bedauerlicherweise auch unser Koalitionspartner noch unterwegs ist, die SPD. Die BaFin, Sie wollen das an die BaFin übertragen. Übrigens die BaFin, die Frau Paus gerade als putziges Kätzchen bezeichnet hat. Stärken Sie doch mit uns gemeinsam die BaFin. Halten Sie ihr nicht völlig ohne Not weitere Mammutaufgaben auf, die Sie von Ihren Kernaufgaben ablenkt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Matthias Hauer war das für die Unionsfraktion. Ja, die gesetzlichen, rechtlichen Konsequenzen, unter anderem auf dem Wirecard-Skandal, die muss natürlich der Gesetzgeber vornehmen, die politische Aufarbeitung. Die findet derzeit zumindest zum Wirecard-Skandal ja unter anderem im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestages statt. Gestern mit dem ersten Zeugen, dem Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, der aber weitgehend die Aussage verweigert hat, weil er auch derzeit noch in Untersuchungshaft sitzt und sich zunächst vor der Staatsanwaltschaft äußern wollte. Jetzt hören wir Kai Gottschalk, er ist der Vorsitzende des Wirecard-Untersuchungsausschusses für die AfD. In der Kürze liegt auch manchmal die Würze und nicht in ellenlosen Seiten. Das Thema Finanzbetrug, Finanzkriminalität, die Kollegen erwähnten, ist leider dieser Tage ja wieder en vogue. Der Fall Wirecard zeigt aber hier ein, ein Kollege hat es gesagt, Multiple-System-Versagen der besonderen Art. Die Aufklärung, es wurde hier genannt, die ist in vollem Gange. Und das ist gut so. Und ich bin auch froh, dass ich mich an dieser Aufklärung beteiligen darf im entsprechenden Ausschuss. Leider scheinen aber einige Fraktionen hier im Hohen Hause falsche Schwerpunkte zu setzen. Und im Übrigen dachte ich eben, als ich Frau Paus hörte, mein Gott, sie hat mir in vielen Anhörungen zum Thema BaFin zugehört. Denn vieles habe ich bereits gesagt. Da will ich auch in der Nähe bete drauf ein. Ja, man stelle sich das vor. Aber ich bedanke mich. Sie haben vieles hier rezitiert, was ich in den letzten zwei Jahren, wir hatten ja viele Anhörungen zum Thema BaFin gesagt habe. Sowohl die Grünen als auch wir von der AfD-Fraktion haben also entsprechend hier Anträge zum Themenkomplex, der die Bereiche Corporated Governance, Gestaltung von Aufsichtsreiten, Personal- und Kompetenzausstattung der BaFin, da werde ich gleich zu kommen, Reduzierung des Zeitraums zum verpflichtenden Wechsel, Kollege Hauer hat es erwähnt, der Abschlussprüfer und Erhöhung der Haftungsgrenzen. Das ist nämlich unterschlagen worden. Wir haben nämlich ein bisschen mehr hier in diesem Antrag geschrieben. Sie sehen also einen Strauß von Themen. Insoweit möchte ich nur auf unsere eigenen Anträge eingehen. Leider ist dieses Thema ja nur 30 Minuten hier im Hohen Hause wird. Vielleicht hätten wir hier mal eine Stunde darüber diskutieren sollten. Zum einen beantragen wir, dass die zukünftige, und da möchte ich darauf eingehen, Sachkundeprüfung, ein bekanntes Thema, lieber Kollege Hauer, und die Aufsicht über Finanzvermittlung und Unhara und Finanzberatung für alle Bundesländer einheitlich auf die Industrie- und Handelskammern übertragen werden soll. Und gleichzeitig, gleichzeitig durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im folgenden BaFin einheitliche Maßstäbe für die Aufsicht und die Sachkundeprüfung entsprechend überprüfen und erlassen soll. Warum sage ich das? Weil wir wollen, und insbesondere habe ich den Eindruck, die SPD und die Grünen, Sie haben es eben gesagt, da gehen wir nicht d'accord, wieder mal die BaFin aufblähen. Und, Kollege Hauer, ich nehme Sie und die CDU-CSU-Fraktion hier beim Wort auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Das heißt auch an einigen Stellen die BaFin entschlacken. Was sie nicht kann, soll sie nicht noch zusätzlich mit Beamtenstellen aufgetragen bekommen, meine verehrten Damen und Herren. Jene BaFin, wir haben es eben genannt, wo entsprechend P&R, die Kollegin hat es genannt, auch Procon gehört dazu, ein grüner sozusagen Investor. Auch diese Pleiten muss man der BaFin mit anlasten. Und nochmals, wir folgen hier der Expertenmeinung. Wir haben also mit diesem Antrag sozusagen Expertenmeinung in Antragsform gegossen. Was Besseres kann eigentlich passieren. Kommen wir aber zum zweiten Antrag, Reduzierung des Zeitraums zum verpflichtenden Wechsel der Abschlussprüfer und Erhöhung der Haftungsgrenzen. Uns ist bewusst, dass diese vier Jahre sicherlich ein Hemmnis darstellen und Schwierigkeiten sind. Aber andererseits induziert das ja tatsächlich die ersten zwei, drei Jahre. Prüft man mal so, lernt das Unternehmen kennen. Da müsste ich ja sagen, kann der Kapitalmarkt in den ersten Jahren überhaupt dann noch auf diese Testdate nach einem Wechsel vertrauen? Nein. Ich glaube, so viel Expertise und in Friesen Benchmarketing kann ich in diesem Bereich erwarten, dass eine E&Y oder andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hier nahtlos einsteigen können und das Geschäftsmodell verstehen. Deswegen vier Jahre Rotation, die Haftungsgrenzen auf 10 Millionen und nicht auf die utopischen 20 bringen und ansonsten 1 Prozent auf den Jahresumsatz des zu prüfenden Unternehmen. Und Sie unterschlagen, wir haben klar das gefordert, was seit Jahren gerade was Personal Service Firm, wenn Sie die Aufsätze dazu lesen, sagt, Trennung von steuerlicher Beratung und Abschlussprüfung. Und auch die Wissenschaft bejaht dies sehr deutlich, meine Damen und Herren. Und es klang an, und da wende ich mich an den leider nicht anwesenden Olaf Scholz. Was notwendig ist, sind nicht nur Gesetze, sondern eine Änderung der Behördenethik, ein Mentalitätswechsel und eine Regierung und einen Finanzminister, der da bar viel Mut macht, eben auch dorthin zu schauen, wo Feuer ist. Wie heißt das so schön? Wo Feuer, auch Rauch. Und deswegen werden wir einer konstruktiven Debatte zustimmen. Wir beantragen, wie die Kollegen, eine Überweisung in den Finanzausschuss und werden hier die Debatte konstruktiv und mit kurzen, aber sehr guten Anträgen und Maßnahmen begleiten. Dankeschön. Zwei Anträge der AfD-Fraktion gibt es, die im Anschluss in die Ausschüsse gehen. Aber die Debatte, die geht ja auch jetzt heute hier noch weiter. Jetzt mit dem nächsten Redner Jens Zimmermann wird es sein. Er ist er schon für die SPD-Fraktion. Er ist der Obmann der SPD im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir haben in dieser Debatte gesehen, es gibt eine große Übereinstimmung im Hohen Haus, dass wir Reformen bei der Finanzaufsicht benötigen. Mir ist es aber auch wichtig, weil die Anträge ja den aktuellen Wirecard-Skandal als Anlass und Ausgangspunkt genommen haben, auch den Kontext noch mal deutlich zu machen, weil es eben nicht nur die Finanzaufsicht alleine ist. Wir haben gestern fast bis Mitternacht im Untersuchungsausschuss an der Aufklärung gearbeitet. Da ist sehr, sehr deutlich geworden, nicht nur, weil wir zwei Schalten in bayerische Justizvollzugsanstalten hatten, dass wir es mit einem kriminellen Topmanagement zu tun hatten. Das ist ein Punkt, der muss uns auch zu denken geben, weil das ist bei aller Aufsicht ein Fakt, den konnten sich, glaube ich, viele nicht vorstellen, dass wir es in einem DAX-30-Konzern mit militärisch- kameradschaftlichem Chorgeist und Treueschwüren untereinander zu tun haben. Wir haben einen der Hauptdrahtzieher gestern erlebt. Er hat nicht viel gesagt, aber von all dem, was man lesen kann, ist das einer der Ausgangspunkte dieses Skandals. Aber, und das will ich auch ganz klar sagen, ja, wir müssen an der Finanzaufsicht etwas tun. Es freut mich auch, was der Kollege Hauer gesagt hat, dass die Union auch den Aktionsplan von Minister Scholz und Ministerin Lambrecht jetzt aufgegriffen hat. Und mit der Unterstützung auch der Opposition werden wir ganz sicher hier gute Reformen hinbekommen. Wir werden die Finanzaufsicht stärken. Wir werden auf die Abschlussprüferinnen und Abschlussprüfer stärker schauen müssen. Wir brauchen härtere Strafen bei Bilanzmanipulation. Und wir müssen natürlich auch auf den Anleger- und Verbraucherschutz schauen. Und da ist mir ein Punkt schon wichtig, weil das ist in der Debatte auch klar geworden. All diejenigen, die sich jetzt so einig sind, dass wir die Finanzaufsicht stärken müssen, da werden wir ganz genau hinschauen, wenn es dann hier an die Gesetzgebung geht. Weil das erleben wir doch an ganz vielen Stellen. Wenn draußen die Empörung groß ist, weil wir einen Skandal haben, nehmen wir zum Beispiel mal die Fleischindustrie, dann sagen alle, hier muss was passieren. Aber wenn es dann an den Treueschwur hier im Deutschen Bundestag geht, wenn Gesetze gemacht werden, wenn wirklich was unternommen werden, dann zeigt es sich, was auf diese Treueschwüre am Ende wirklich zu geben ist. Und da werden wir sehr genau hinschauen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich zum Abschluss eins sagen. Ja, der Bund muss hier seine Hausaufgaben machen. Aber im Fall Wirecard ist auch eines ganz klar geworden. Wir haben auch in einem föderalen System die Zuständigkeiten der Länder. Und da sieht es an vielen Stellen nicht gut aus. Und es ist wahrscheinlich nur ein Versehen, dass zum Beispiel die Rolle einer Börsenaufsicht in Hessen es nicht in die Reformpläne des Grünen Antrags geschafft hat. Herzlichen Dank. Jens Zimmermann war das. Und Abgeordnete aller Parteien im Bundestag haben sich gestern enttäuscht über die kurze, knappe Aussage des früheren Wirecard-Chefs Markus Braun gezeigt. Auch der nächste Redner ist der Kollege Dr. Florian Tonka für die FDP-Fraktion. Er ist der Obmann der FDP im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Dankeschön, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Fall Wirecard, das kann man sagen, ist die deutsche Finanzaufsicht BaFin in der tiefsten Krise ihrer Geschichte. Nicht nur wurden eklatanten Hinweisen nicht nachgegangen. Man muss sagen, statt der Hausdurchsuchung hat sich der Finanzstaatssekretär Kukis noch selbst bei Markus Braun zum Frühstück eingeladen. Das ist in einem Satz zusammengefasst das Versagen von Finanzministerium und Finanzministerium. Finanzaufsicht im Fall Wirecard. Aber die Sache ist ja sogar noch schlimmer. Nicht nur wurde weggeschaut, die BaFin hat sich sogar aktiv vor den Karren von Wirecard spannen lassen. Sie hat die zwei Journalisten der Financial Times, die die Wahrheit geschrieben haben, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Und sie hat dabei Beweismaterial vorgelegt, das von Wirecard produziert wurde, und zwar durch Kontakte in die Londoner Unterwelt, durch einen Zeugen, der Aktienhändler genannt wurde, aber ein verurteilter Drogendealer war, durch einen Zeugen, der ein dubioser Nachtclubbesitzer war. Und dieses Beweismaterial hat die BaFin in der Staatsanwaltschaft gegen die Journalisten vorgelegt. Eine Aufsicht, die so arbeitet. Und ein Präsident, der sich dafür nicht entschuldigt, ist nicht tragbar, meine Damen und Herren. Und zusammen mit dem Leerverkaufsverbot war das Signal in den Markt, bei Wirecard ist alles in Ordnung. Man kann die Aktie weiter kaufen. Und das haben die Investoren getan. Und das hatte Folgen. Denn noch, das wissen wir schon, noch 2019 gelang es Wirecard über zwei Milliarden Euro von Investoren und Banken einzusammeln. Und das Geld ist fast in Echtzeit in dubiose Kanäle abgeflossen. Das sinkende Schiff wurde geplündert. Und die Aufsicht hat dafür reichlich Zeit verschafft durch ihr Handeln. Das ist das, was Fakt ist. Und was dann allerdings funktioniert hat bei der BaFin. Das war der Eigenhandel der Beschäftigten mit den Wirecard-Aktien und zwar auch solchen, die Zugang zu Insiderwissen haben. Das Vertrauen in die BaFin ist aus dieser Kombination von Dingen in einer Weise erschüttert, dass die BaFin ohne einen Neuanfang an ihrer Spitze auch nicht aus diesem Autoritätsproblem wieder rauskommen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb, Frau Staatssekretärin Regleski aus dem Finanzministerium, wenn Olaf Scholz entscheidet, dass die BaFin so bleibt, wie sie ist, weil er sich damit selbst schützen will, dann trägt er auch die Verantwortung dafür, dass die BaFin dauerhaft diesen Autoritätsverlust mit sich rumschleppen muss. Und das kann in keinem Interesse von irgendjemandem sein, jedenfalls nicht des deutschen Finanzmarkts. Wir brauchen neben einem personellen Wechsel auch stärkere Fähigkeiten, eine forensische Eingreiftruppe bei der BaFin, auch, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, mehr Personalaustausch mit der Privatwirtschaft. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel amerikanische Behörden so viel schlagkräftiger sind. Wichtig ist aber auch vor allem Fokus, Schwerpunktsetzung. Es bringt nichts, und es ist auch nicht zu rechtfertigen, dass jede Volksbank anlasslos durch die Mangel genommen wird, aber bei einem Unternehmen wie Wirecard die notwendigen Prüfungen trotz klarer Verdachtsmomente nicht stattfinden. Das ist unverhältnismäßig und wie man sieht auch ungeheuer schädlich. Wir brauchen nicht mehr Heu auf dem Haufen. Wir brauchen nicht neue Aufgaben für die BaFin. Wir brauchen nicht mehr Heu auf dem Haufen. Wir brauchen Menschen, die wissen, was Heu ist und was eine Stecknadel ist. Das ist die Antwort, auch die Konsequenzen aus Wirecard. Und genau dahin müssen wir mit der BaFin auch kommen. Vielen herzlichen Dank. Sagt Florian Tonka für die FDP-Fraktion. Und dann machen wir die Riege der Obleute im Wirecard-Untersuchungsausschuss fast vollständig, nämlich hier mit Fabio De Masi für die Linke. Nächster Redner ist der Kollege Fabio De Masi. Für die Linke Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Der P&R-Skandal, der Wirecard-Skandal, Cum-Ex, die Finanzaufsicht in Deutschland hat ein fundamentales Problem. Sie hat sich in den letzten Jahren häufig mehr wie ein Schlaflabor und weniger wie eine Finanzaufsicht verhalten. Und im Wirecard-Skandal wurde ein Journalist, der Financial Times, Dan McCrum, mit einer Strafanzeige überzogen, weil er seine Arbeit gemacht hat. Es wurde ihm vorgeworfen, er würde mit Insiderhändlern unter einer Decke stecken. Und ich habe Herrn Hufeld vor wenigen Tagen beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung aufgefordert, sich einmal zu entschuldigen bei diesem Journalisten. Er hat das als obszön bezeichnet. Und das zeigt, wir haben ein fundamentales Führungsproblem an der Spitze der BaFin. Denn gleichzeitig haben Mitarbeiter der BaFin selber Insiderhandel offenbar betrieben, weil in der Abteilung für Marktüberwachung mit hoch spezialisierten Derivaten auch auf Wirecard gewettet wurde. Ich bin den Gründen daher dankbar für ihren Antrag heute für die Debatte. Wir haben selbst auch einen Zehn-Punkte-Plan zur Reform der Finanzaufsicht im Sommer vorgelegt. Den gibt es unter anderem im Handelsblatt. Ich will in der Kürze der Zeit nur einige sagen. Ein fundamentales Problem ist, dass wir staatliche hoheitliche Aufgaben immer mehr an Private verlagert haben. Ja, selbstverständlich kann die BaFin nicht jedes Unternehmen prüfen. Aber wenn die Polizei ein Tempo-30-Schild am Ortseingang aufstellt, dann muss sie eben auch mal einen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, wenn er mit 200 Sachen über die Kreuzung brettert. Genau das kann die BaFin heute nicht. Denn sie hat nur neun Personen, die überhaupt Forensisch-Bilanzen prüfen könnten. Das ist im Vergleich mit den großen Wirtschaftsprüfern, die eben auch zehntausende Mitarbeiter haben, nichts. Zweitens braucht sie natürlich auch qualifiziertes Personal, Leute mit Wirtschaftsprüfer-Examen, wie es sie gibt beim Bundesrechnungshof. Wir brauchen eine Trennung von Prüfung und Beratung. Und es ist natürlich ein Problem, dass die Wirtschaftsprüfer auch von den Unternehmen bezahlt werden, die sie eben prüfen sollen. Deswegen gehen unsere Überlegungen in die Richtung einer Poolfinanzierung, die dann eben auch unabhängiger macht. Wir brauchen auch das Vier-Augen-Prinzip, also Joint Audits. Das heißt, dass auch die mittelständischen Prüfer beteiligt werden. Wir brauchen eine Aufhebung des Haftungsprivilegs. Denn Haftung ist doch ein fundamentales Prinzip auch einer Marktwirtschaft. Es kann doch nicht sein, dass EY ungeschoren davonkommt. Wir freuen uns für viele der nützlichen Vorschläge in dem Antrag der Grünen. Ich bin nicht die Stiftung Warentest, aber ich finde, das ist eine gute Grundlage. Insbesondere auch die Punkte, die hier angesprochen werden, zur Prospekthaftung. Denn wir hatten beim P&R-Skandal die Situation, dass die BaFin sich den Prospekt angeguckt hat und gesagt hat, ja, ist ja alles drin, Titelblatt, Inhaltsangabe, Schluss. Aber wir haben gar nicht geprüft, was da drinsteht. Und wozu braucht man eine Prospekthaftung, wenn man nicht prüft, was drinsteht? Das ist wie, wenn ich eine Klassenarbeit in der Schule verteile und gucke, ob es ein Deckblatt gibt, aber nicht, ob der Schüler Goethes Faust gelesen hat. Insofern haben wir viele Aufgaben vor uns. Ich entlasse sie jetzt noch nicht. Und das Wochenende, das macht der Präsident. Aber ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, sagt Fabio De Masi für die Linken hier. Nächster Redner jetzt hier in der Aussprache zu den vier Oppositionsanträgen ist Fritz Günzler. Er ist Mitglied im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch am Abschluss der Woche beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema Finanzaufsicht und Anlegerschutz und alles ausgelöst durch den größten Finanzskandal in der Nacht die Zeit, dem Wirecard-Skandal. Bilanzfälschung, Betrug, dunkle Geschäfte, Geheimdienstkontakte und so weiter und so weiter sind mit diesem Skandal verbunden. Und der Untersuchungsausschuss, der dieser Bundestag eingesetzt hat, hat in sechs Sitzungen jetzt bereits getagt, die Arbeit aufgenommen und hat auch nicht nur den Auftrag, die Dinge zu erörtern, herauszufinden, woran es gelegen hat, aber auch Empfehlungen zu erarbeiten, die der Gesetzgeber umsetzen kann. Und von daher will ich deutlich sagen, ich meine, wir sind am Anfang eines umfassenden Aufklärungsprozesses und noch lange nicht am Ende. Und von daher würde ich auch warnen, weil noch viele Fragen offen sind, dass wir hier überall mit Schnellschüssen reagieren, nur weil es politisch opportun ist. Ich glaube, auch hier ist Sorgfalt vor Eile angesagt. Und wie Sie wissen, gibt es einen Referentenentwurf zum Finanzmarktstabilitätsstärkungsgesetz, wo einige Punkte enthalten sind, das derzeit in der Verbandsanhörung war, in der Abstimmung, in der Ressortabstimmung ist. Wir werden sehen, was die Bundesregierung hier noch vorlegen kann. Also von daher ist sie auch nicht untätig, falls die Anträge der Opposition das suggerieren sollten, dass die Bundesregierung hier nicht tätig ist. Es geht aber nicht nur um die BaFin, über die wir hier heute gesprochen hatten. Es geht meines Erachtens auch gerade gestern nach der Anhörung und der nach Zeugeneinvernahme im Untersuchungsausschuss um die Frage der Governance, die Frage, was hat ein Aufsichtsrat zu tun, wie hat ein Aufsichtsrat seine Tätigkeit wahrgenommen, wie funktioniert es mit dem Vorstand zusammen. Aber es geht auch um die Frage der Abschlussprüfer. Das ist doch völlig klar. Auch ich als Wirtschaftsprüfer bin schon teilweise etwas verwundert, was da geschehen ist, dass 1,9 Milliarden Euro verschwunden sind von liquiden Mitteln. Also ich kann Ihnen sagen, als Prüfer, das ist eigentlich das einfachste Geschäft, als Prüfer liquide Mittel nachzuweisen. Ein Prüfungspunkt, der, in dem man recht schnell eigentlich abarbeiten kann. Die Kolleginnen und Kollegen, die Kenntnis haben, nicken auch eifrig. Das ist so. Und von daher wundert man sich schon, dass so ein Bilanzposten als Luftnummer in der Bilanz sein kann und ein vollständiges Testat erteilt wurde. Aber ich warne schon davor, und da möchte ich auch viele Kolleginnen und Kollegen der Wirtschaftsprüfer Zunft in Schutz nehmen, dass man daraus, dass es hier vielleicht Einzelfallprobleme bei einer großen deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gibt, verallgemeinert und sagt, wir haben ein Systemproblem in der Abschlussprüfung. Also wir sollten schon aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und nur nach Aktionismus schreien und hier einfach zeigen, wir tun was. Also wenn ich die drei Punkte nehme, die auch im AfD-Antrag enthalten sind und die wahrscheinlich nächste Woche Freitag hier auch debattiert werden, geht es um die alten Fragen, die wir schon 2016 diskutiert haben. Es geht um Rotation, um Haftung, um Trennung, um Prüfung und von Beratung. Die Zeit erlaubt es nicht, das einzeln alles auszuführen. Aber ich frage mich, ob all die Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang vorgetragen werden, tatsächlich diesen Wirecard-Skandal verhindert hätten. Und das glaube ich eben nicht. Von daher müssen wir die Abschlussprüfer kritisch betrachten. Wir sollten aber mit Augenmaß vorgehen. Denn eine Abschlussprüfung, die teurer wird, die zu höheren Marktkonzentrationen führt, wird auch für die Unternehmen letztendlich teurer und können ihre Tätigkeit nicht vernünftig wahrnehmen. Also von daher insgesamt Augenmaß. Und wir sind dabei als Union, gute Lösungen zu finden. Aber wie gesagt, sorgfältig und in Ruhe. Herzlichen Dank. Reform in der Finanzaufsicht muss es geben. Da sind sich alle einig hier im Bundestag. Allerdings, man hat unterschiedliche Vorstellungen darüber, welchen Weg man dazu beschreiten muss. Also die Diskussion ist noch ganz am Anfang und wird noch einige Zeit weitergehen. Das war's für heute aus dem Bundestag. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Aber bleiben Sie weiter bei Phoenix. Nirgendwo in Deutschland ist der Himmel näher. Hier haben seit Urzeiten Wind, Wetter und Sonne das sagen. Wer in den einzigartigen Naturräumen überleben will, muss sich anpassen. Oder braucht Flügel. Eine Reise auf Deutschlands höchsten Berg. Die Zugspitze. Morgen 20.15 Uhr bei Phoenix. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Covid-19 Spezial. Kein Bett mehr frei, das ist die Situation auf vielen Intensivstationen in Krankenhäusern weltweit. Auch immer mehr junge Menschen trifft das Coronavirus nun hart. Viele Länder der Welt reagieren mit einem neuen Lockdown. Mal mehr, mal weniger streng. Doch die Akzeptanz sinkt. Mancherorts sind die Proteste heftig. Die Infektionszahlen steigen unaufhaltsam. Das ist heute unser Thema. Aber wir blicken auch auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für junge Auszubildende in Deutschland. Die Filmindustrie in Indien und Menschen in Armut in Nigeria. Zunächst aber. In Belgien steigen die Infektionszahlen so schnell wie in sonst keinem anderen Land in Europa. Die Regierung hat den Gesundheitsnotstand erklärt. Die Lage in den Krankenhäusern ist zum Teil dramatisch. In einigen sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Alle Intensivbetten sind belegt und es fehlt an Personal. Dies war mal ein Aufwachraum für Patienten nach der OP. Nun ist es eine improvisierte Intensivstation. Für Covid-19-Patienten im kritischen Zustand. Krankenhäuser in der belgischen Provinz Liège sind jetzt im Epizentrum der zweiten Welle und stehen unter enormem Druck. Wir können keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Wenn ein Patient mit einem schweren Leiden in die belgisches Krankenhaus verlegen. Bis auch die Region Flandern voll ist. Philippe Devaux erzählt uns, sie benötigen nicht nur mehr Betten, sondern auch Personal. Einer von fünf Pflegern in Liège ist positiv auf Corona getestet worden. Die, die keine Symptome haben, arbeiten weiter unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Neuinfektionen und Kontaktpersonen nachzuverfolgen, ist in dieser Region mittlerweile fast ein Ding der Unmöglichkeit. An der Uniklinik CHU am anderen Ende der Stadt wird derweil weiter getestet. Ich kann nichts mehr schmecken oder riechen und ich habe Kopfschmerzen. Hier an der CHU werden täglich 280 Tests durchgeführt. Allerdings nur für Patienten mit ärztlichem Attest. Familienmitglieder, Freunde oder Mitarbeiter, die in engem Kontakt mit Kranken standen, aber selbst keine Symptome zeigen, werden nicht getestet. Momentan haben wir sehr viele positive Fälle und es gibt einfach zu viele Kontaktpersonen. Aufgrund der hohen Zahl an Personen mit Symptomen können wir sie nicht alle testen und zusätzlich noch alle, mit denen sie in Kontakt standen. Zumindest nicht mit der Zahl der Tests, die uns momentan zur Verfügung stehen. Zurück auf der Corona-Station mit Dr. Devaux. Er befürchtet, die laxe Handhabe der Krise während des Sommers wird dazu führen, dass er und seine Kollegen sehr bald sehr schwierige Entscheidungen werden treffen müssen. Wenn Sie nur ein Bett haben und zehn Menschen, die darum bitten, dann müssen Sie entscheiden, wer es schlussendlich bekommt. Kein Arzt will in seinem Leben so eine Entscheidung treffen. Wir sind Ärzte geworden, um Patienten zu behandeln und nicht um auszuwählen, welchem Patienten Hilfe zusteht. Deutschland hat nun damit begonnen, Patienten aus belgischen Krankenhäusern aufzunehmen. Die Zahlen steigen weiter und so kommt es jetzt auf jede Hilfe an. Deutschland hat einen erneuten Teil-Lockdown beschlossen. Restaurants und Bars sind zu. Masken tragen ist vielerorts Pflicht, auch draußen. Die Politik hat sehr um diese Entscheidung gerungen, doch viele Menschen fühlen sich nicht mitgenommen. Die Stimmung in der Hauptstadt ist angespannt. Berlin-Alexanderplatz. In den beliebten Gegenden zum Einkaufen und Flanieren sei ein sicherer Abstand nicht garantiert, sagen die Politiker. Deshalb Maskenpflicht auch im Freien. Das finde ich grauenvoll. Warum? Ja. Warum sollte ich jetzt hier draußen, wenn keiner erinnert, eine Maske aufsetzen? Also auch für ein bisschen frische Luft atmen muss man ja doch auch noch mal. Dass auf Plätzen der Mundschutz draufgesetzt werden muss, finde ich in Ordnung. Weil ich meine, draußen ist ja wirklich freie Natur und was soll da eigentlich passieren? In öffentlichen Gebäuden und so sehe ich es hier ein. U-Bahn, S-Bahn überall, aber nicht hier auf öffentlichen Platz. Müssten die Politiker ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie vielleicht deutlicher erklären? Das Ganze hängt ja nun mal wirklich nicht nur von den Politikern ab, sondern das Ganze hier ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wie so viele andere auch. Die hat in der Demokratie nun mal alle Leute auch mittragen müssen, in irgendeiner Art und Form. Langfristig werden wir mit diesem Virus irgendwie leben müssen und dazu braucht eigentlich eine gesellschaftliche Debatte, wie das genau aussehen soll. Wenn wir die Lage hier in Deutschland mit anderen Ländern vergleichen, dann sind wir relativ okay. Nicht so viel quatschen, jetzt muss mal was durchgesetzt werden. Wir müssen am Ende des Tages gucken, kriegen wir denn da irgendwo was hin, was also darauf hinweist. Die Maßnahmen sind richtig, ja? Oder was kommt raus am Schluss? Wird es so weitergehen? Geht die Welle weiter und wird ständig höher? Dann müsste man natürlich die Frage stellen, was müssen wir denn noch machen? Noch mehr machen, für die Gastronomen in der Hauptstadt kaum möglich. Sie müssen einen Monat schließen, schon wieder. Die Folgen sieht man knapp fünf Kilometer entfernt im Szenebezirk Friedrichshain. In diesem Kneipenviertel sind normalerweise hunderte Menschen unterwegs, Touristen, aber auch Berliner. Berlin braucht diese Sicherheitsmeasures, um ein bisschen so die ganze Virus und Krankheit so runterzusetzen. Ich arbeite selber in der Hotellerie und meine Hotels sind auch zu. Ich glaube, dass solange es nur bis November ist, dann ist es in Ordnung. Ich glaube, jeder, der selber dann nicht betroffen ist, ist damit fein. Also mir fehlt es jetzt, oder ich habe jetzt keine großen Probleme, darauf zu verzichten für eine temporäre Geschichte, aber auch nur, weil ich nicht im Gastgewerbe arbeite und damit eigentlich nichts zu tun habe. Ich verstehe es auch schon, dass die Leute verärgert oder verunsichert sind, die es dann direkt betrifft, beruflich. Dabei hatten die meisten Gastronomen viel Geld in Hygienekonzepte investiert. Einige bieten Essen zum Abholen an, um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Zehntausende Neuinfektionen in Spanien, trotz Eindämmungsmaßnahmen. Besonders schlimm ist es in Madrid. Partys sind hier eigentlich verboten, doch viele junge Menschen lassen sich davon nicht abhalten. Nacht für Nacht löst die Polizei illegale Feiern auf. Doch das Partyvolk bleibt unbeeindruckt. An hunderte Türen müssen Madrids Polizisten momentan jedes Wochenende klopfen, um illegale Partys aufzulösen. Bis zu sechs Personen dürfen sich in Spanien offiziell außerhalb der Familie treffen. Aber auf einigen Partys zählen die Polizisten mehr als 200. Joaquin studiert Betriebswirtschaft in Madrid. Er will sich nur kurz mit uns treffen und unerkannt bleiben, denn er geht regelmäßig auf diese Partys. Vor kurzem hat er sogar eine Feier selbst mit organisiert. Wir haben einfach einen Laden gemietet, damit wir drinnen trinken und rauchen konnten. Einige Besucher haben sogar Masken getragen, aber das hielt nicht lange an. Ehrlich gesagt ist die größte Angst für uns junge Leute, dass wir eine Strafe zahlen müssen. Deshalb musste der Laden gut isoliert sein, damit die Nachbarn und die Polizei nichts mitbekommen. Joaquin und seine Freunde zeigen sich unbeeindruckt von den Zahlen. Ein Drittel der Spanier steckt sich auf privaten Feiern an. Er mache sich schon Gedanken über die vielen Kranken, aber er brauche auch ein Sozialleben. Am vergangenen Wochenende wurden in Madrid...